Uh, catch my time! End, 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 end. Ein neues Intro, danke. Danke an Hannes, der das schnell gebastelt hat. Ich hatte ihn eigentlich noch gebeten. Kann man das nicht einfach endlos laufen lassen, wie so ein Loop? Tümpel, 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 tümpel. Einfach mal fünf Minuten lang ein Intro. Konventionen brechen! Catch my time, catch my time! Nochmal, nein, nochmal. Catch my time, catch my time! Schaltet ein, wie so ein Atmen. Die Leute müssen hektisch werden. Oh mein Gott, ich verpass die Catch my time. Okay, so. Zieht euch bitte schon mal aus, cremt euch ein. Ich komm gleich vorbei. Ich hab keine Ahnung, was wir heute machen. Ich hab mir super viel vorgenommen. Vielleicht erst mal ganz kurz in die Regie schalten. Zu David, unter anderem. Hallo? Sag doch mal hallo. Das ist schön, dich hier zu sehen. Ja, sag dir doch mal kurz hier. Könnt ihr reden? Nein, ihr könnt nicht reden. Habt ihr ein Mikro? Sag doch mal, warum ihr ... Kriegt ihr einen Gratistag dafür? Heißt das ja? Oder heißt das, einen Tag schenkt dir Rocket Beans? Weil ihr so coole Dude seid. Ein extra Tag. Was, mehr noch? Nein, okay. Okay, ich verstehe. Ihr könnt euch gerne irgendwie, wenn ihr heute Bock habt, könnt ihr gerne euch mal einbringen. Könnt ihr gerne irgendwie auch mal ... Weiß ich nicht. Wir machen hier gleich noch den Green runter. Könnt ihr Bilder reinbauen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Heute ist Chaos-Tag. Heute ist alles möglich. Heute ist ... Ich bin Krogi heute. Ihr wisst nicht, was passiert. Niemand weiß es so richtig. Aber eine Sache ist klar. Ich mach mir erst mal einen Kaffee. Und ich sag euch erst mal Hallo. Ich komm erst mal runter. Es sind ... Es ist doch relativ warm hier. Wärmer, als ich gedacht hab. Ich werd mich dann langsam auch mal akklimatisieren. Das hier ist 1A Deluxe-Kaffee von Anton, den ich mir geliehen hab. Jetzt denkt ihr, der Simon klaut schon wieder. Erst von Annabelle den Cappuccino und jetzt von Anton den guten Deluxe-Kaffee. Er hat ihn mir angeboten. Denn er weiß, der Simon-Samstag, Kretschmer-Time, ist ein harter Tag. Da braucht man komplette koffeinige Unterstützung. Ihr könnt mir gern mal raussuchen, wie tödlich Koffein ist. Ich hab jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass Kaffee Krebs erzeugt, Kaffee tödlich ist. Das gibt doch kein besseres Thema als so ein Samstag, um sich mal richtig schön den Kaffee zu ruinieren. Ich bin aber immer zu faul zum Googlen. Also, falls euch irgendwas einfällt, falls ihr was findet zu dem Thema, ob das jetzt giftig ist oder nicht, sagt's mir, ich halt mich daran. Und dann war das vielleicht mein letzter Kaffee. So, jetzt mach ich kurz mal Wasser für die gute French Press. Ah, so, ja, hallo Chat. Ich sag erst mal hallo. Was sagt ihr? Fritz Kohler, ja, das ist so ein Ding. Hier steht der schöne Automat. Das Problem ist, weil er so laut ist, ist ja ein Kühlschrank, ist er halt aus. Dadurch ist es eigentlich nur ein beleuchteter Schrank. Und kann somit seine eigentlich gedachte ursprüngliche Funktion als Kühlschrank überhaupt nicht wahrnehmen. Er ist kastriert. Es ist ein kastrierter Kühlschrank. Ist wahrscheinlich das Traurigste, was man als Kühlschrank sein kann. Na gut, die Lichter könnten noch aussehen. Und es könnte eine schlechtere Marke obendrauf sein. Coca-Cola zum Beispiel. So, ähm, was schreibt ihr? Okay, fangen wir doch mal an, euch direkt hier reinzubringen in die Scheiße. A-Y-M-B schreibt, ich hab mir heute extra was zum Rauchen besorgt. Da kann ich dir nur sagen, mein Freund, ich hoffe, du rauchst, wenn überhaupt, wenn's denn sein muss. Pur und nicht etwa wie einer von diesen schlimmen Europäern mit Tabak. Das geht ja gar nicht. Das ist super giftig. Und am Ende bist du einfach nur Raucher. So. Das ist interessant. Es gibt, kann man ja ruhig mal sagen, es gibt gerade in den USA so eine Diskussion, weil dort, ähm, ja, dieses THC-Öl schon seit einiger Zeit verkauft wird. Und es eben auch natürlich in so einem gewissen Schwarzmarkthandel gibt. Und jetzt gab es Probleme bei einem der Liquids oder so. Und da sind richtig viele, äh, jugendliche Leute, haben, äh, extreme Lungenprobleme. Aber ich lass das erst noch mal ein bisschen laufen. Und es gab sogar Todesfälle, wenn ich mich nicht irre. Also richtig deprimierende Geschichte. Also passt auf, wenn euch jemand selbstgebrautes THC-Öl anbietet. Das sind so die lebensrettenden Informationen, die ihr hier an einem, an einem Simon-Samstag bei der Kretschmer-Time bekommt. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was passiert heute hier. Ich werd gern mit euch quatschen, ich werd irgendwas machen, improvisieren. Es kommt heute, und das ist total spannend, es kommt ein guter alter Freund, einer der ältesten Freunde, die überhaupt heute noch da sind auf dieser Erde, kommt hier vorbei, weil der zufällig auf der AI da ist. Also weiß nicht, ob's sein Schiff ist, weiß nicht, ob der hier ablegt oder anlegt. Ich hab keine Ahnung. Aber er kommt hier bei mir vorbei. Und ich hab extra ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar hab ich alte VHS-Kassetten von, äh, aus der Zeit wirklich, als ich noch, wie alt war ich da, zwölf oder so, äh, hab ich digitalisieren lassen. Und wir werden da heute so ein bisschen durchskippen. Es sind unfassbar unangenehme Sachen dabei. Also, ich hab da gestern reingeguckt, man müsste eigentlich fast so ein Spiel machen, wie lang kann ich's mir angucken? Weil es ist wirklich Hardcore-Shit. Es ist superschlimm. Es ist furchtbar. Aber wir werden uns heute durchkämpfen. Das heißt, ihr werdet heute ein bisschen was über, äh, einen Freund von mir erfahren, über meine, ähm, ja, das Café, wo ich herkomme, und vielleicht auch über die Dinge, die wir da gemacht haben. So, ich, äh, klicke mich mal weiter durch eure ... Wenn du Kaffee aus der Tasse auf dem Mond trinkst ... Ja, das bringt doch alles nichts. Kaffee, nur halt nicht zehn Tassen am Tag, das ist eine anständige Maßeinheit, find ich. Da kann ich mich dran halten. Zehn Tassen am Tag. So hab ich das jetzt bei dir verstanden. So. Äh, jetzt geht's bei euch noch über Vaporizer Fimo. Hahaha. Ja, das ist lustig. Weil ich hab natürlich heute gesagt, das ist auch eins der Themen, die ich heute machen will. Moment, ich mach für euch den Chat. Ihr könnt das gern so laufen lassen, Regie. Ähm, die sind heute alle lieb und gut drauf. Da wird keiner Scheiße schreiben. Ähm, ja. Ich hab ja schon angekündigt, dass ich heute basteln will. Und man sieht ja hier vorne, wenn man kurz mal Vollbild macht, ihr habt's ja eben schon gesehen, sehen wir die wunderbaren Köpfe von Ede. Latent aufgeblasen, der Kopf. Zufall. Von Nils. Das soll Nils sein, nicht Abe Lincoln. Ich finde, er hat auf jeden Fall eine gewisse Tendenz, wenn man ihn von der Seite anguckt. Und dann natürlich hier erkennbar am schiefen Auge der Nachrichtensprecher der Tagesthemen. Nein, es ist Daniel Budiman, der auch problemlos der Nachrichtensprecher der Tagesthemen sein könnte. Und ich glaube, dass er da gewisse Ambitionen hat, das irgendwann auch zu machen. So, und was ich machen will, ist, ich möchte die nachbauen. Also nicht die nachbauen, sondern ich möchte einen ähnlichen Kopf mit mir bauen. Denn wie kann es sein, dass es sogar einen doppelstöckigen Etienne-Kopf gibt? Aber keinen Simon-Kopf. Dabei habe ich die dickste Birne von allen hier. Ich habe wirklich nicht nur das größte Ego, auch die dickste Birne. Und deswegen mache ich das heute. Das kann ja wohl nicht sein. Und das hier ist aber kein Fimo. Fimo ist Kindergartenknete. Fimo ist für ... Man darf ja heute niemanden mehr beleidigen und als weich bezeichnen. Insofern, Fimo ist für Leute, die nicht hart genug sind, für Supersculpey. So ist es vielleicht political correct. Denn das hier ist der wahre Shit. Und das hier ist Modellknete, Alter. Das ist der Kram, aus dem die Monster gemacht sind, die ihr, ja, stimmt auch nicht ganz, die ihr in Film und Fernsehen seht. Das stimmt nicht. Aber wenn man zum Beispiel bei Spieleentwicklern was bastelt, was baut, dann baut man das meistens mit Supersculpey vor oder mit irgendeiner anderen Abart. Dann kommt das in den Ofen und so. Und am Ende hat man dann diese komplette Figur. Heutzutage wird die wahrscheinlich sogar gescannt. Aber letztendlich ist das ja gar nicht nötig. Die werden dann einfach nur zum Angucken aus verschiedenen Varianten werden die einmal gebaut. Und das sieht man immer, wenn man bei Entwicklern ist, sieht man oft immer die Figuren dann auch in so einer plastischen Form. Ist mega spannend und interessant, sich das anzugucken. Und als Kind war ich unfassbarer Fan von diesem Knetgedönse. Und ich hab ein paar Sachen heute hier, ihr kennt die schon. Ich will die nur kurz zeigen, dass ihr wisst, was man alles damit machen kann. Aus dieser Grundform. Wobei ich sagen muss, das steht mir verdammt gut, ey. Das könnte schon Trend werden, oder? Warum denn nicht? Warum nicht einfach die eigene Kneteketen? Die Wurst, die eigene Halswurst. So nennen wir das. Halswurst. Bau dir Bild-Your-Halswurst. So. Ja, jetzt sagen ja Leute, Fimo hat auch Vorteile natürlich. Ich mach ja auch nur Spaß. Meine ersten Sachen waren auch aus Fimo. Meine Erfahrung ist nur, dass Fimo irgendwann verliert so ein bisschen die ... Ja, es verliert so ein bisschen seine ... Es wird zu trocken und es bricht dann leicht. Wohingegen ... Und das können wir gerne mal zeigen. Wohingegen SuperSculpey ... Schaltet ruhig mal auf die andere Kamera. Wohingegen SuperSculpey einfach hammerkrass ... Moment, ich räum hier auf, damit ihr das sehen könnt. Hammerkrass auch ... Ah, okay, so ist das. Ich muss hier die Kamera noch anstellen. Gut. Ja, eigentlich wollte ich euch gar nicht ihn hier zeigen. Obwohl er natürlich auch noch dran kommt. Sondern das hier, ich mach's mal ab. Man kann halt superschön irgendwas bauen. Und dann kann man an diesen Elementen rumpfeilen noch. Und kann so kleine, hier so kleine Reliefs reinmachen oder so. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das später zu bearbeiten. Und meine Erfahrung ist, dass das mit Fimo nicht so gut funktioniert. Dass man es immer wieder backen, immer wieder backen und immer wieder neu bearbeiten kann. Das ist aber notwendig, um ... Ich zeig dir das gerne. Ach Gott, hier ist ja alles kaputt. Alles schon abgefallen. Es ist aber notwendig, um nach und nach ... Klar sieht das jetzt scheiße aus, Leute. Das hab ich gemacht, da war ich, weiß ich nicht, 18 oder so. Und dann hat's mir noch jemand leider falsch lackiert. Und dann war ich deprimiert. Aber man kann so wunderschöne Relief platten und so. Gerade mechanisch, das geht supergut. Und ja, ich kann das sehr empfehlen. Also es ist ein wahnsinnig befriedigendes Hobby, das ich früher wahrgenommen habe, bevor ich Sex hatte, regelmäßig. So. Muss ja auch alles wieder ... Das hängt, das fällt hier alles auseinander, ey. Das fällt hier einfach alles auseinander. Das ist komplett kaputt schon. Liegt aber an mir. Da hab ich nämlich den Fehler gemacht. Ist nicht richtig, ähm, ist quasi nicht richtig. Ich muss mal die ... Das ist gut. Ich richte die mal so ein, wie ich's eigentlich haben wollte. Und zwar soll das Vieh einen eigentlich so traurig angucken. Ja, ich hör ja schon auf. So. Ähm, vielleicht noch ... Ach nee, man kann ... Es ist leider auch alles so staubig, ne? Aber man sieht's kaum. Aber hier ist so ein latentes Muster. Hier sind so Krissel, das sieht jetzt vielleicht erst mal nur so aus, als ob man sich verkratzt hat oder so. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da so versucht wird, die Haut zu imitieren von in dem Fall einem Elefanten oder so. Und ich weiß noch, dass das ... Da hab ich sehr lange ... Ja, komm, lass das mal so. Jetzt könnt ihr wieder umschalten. Da hab ich sehr lange dran rumgearbeitet, weil ich nicht wusste, wie das geht, wie man so eine Haut baut. Ich hab dann Tutorials gelesen, wo Leute das richtig gut können. Da hatte ich dann schon keinen Bock mehr, weil die das so unglaublich gut konnten. Und dann wird man sofort so depressiv. Ich glaub, ich hab sogar, ich guck mal gerade, ich glaub, ich hab sogar noch alte Links gefunden zu genau diesem Sculpey-Tutorial. Ich muss aber erst mal schauen. Schaltet noch mal nicht hier so hin. Äh, da, Reddit, nee, das ist es auch nicht. Das war für die Reddit-Show. Oh, das ist ja auch lustig. Naja, ich find's jetzt vielleicht nicht, aber ich hab hier irgendwo ... Hab ich das vielleicht einfach nach einer Werbung such ich's noch mal schnell. Auf jeden Fall hat da jemand gezeigt ... Nee, das ist es nicht. Auf jeden Fall hat da jemand gezeigt, wie man das eben so ganz filigran, wie man so ... Er hat so ein Monster gebaut aus dem Nichts. Und er hat erst gezeigt, wie man das wunderbar stützt. Deswegen hab ich Alufolie hier dabei für den Budikopf. Hab ich mir angelesen, dass man da so einen Ball erst mal machen soll. Und dann ... Ähm, Moment. Ich hab das nämlich alles schon vorbereitet, aber es ist halt auch hier in so einer Kiste alles. So. Und dann würd ich diesen Ball mit diesen ebenfalls vorbereiteten Scheibchen einfach so drüberlegen und dann das in den Ofen. Und dann hab ich zumindest schon mal so eine grobe Größe. Dann kann ich mit diesem Ball deutlich besser arbeiten. Jetzt aber zurück zu diesen Dingern. Da hab ich mir dann einfach ... Was hab ich mir ... Ähm, hab ich mir ... Walzen gebaut. Also, ich hab aus diesem Fimo-Kram, ne, den kann man ja nehmen und kannst, wie gesagt, in den Ofen. Und in dem Fall hab ich eine Walze gebaut und hab die ... Boah, der ist viel zu hart. Den müsste ich eigentlich noch echt eine Weile ein bisschen wärmer machen, weil dann ist der halt leichter zu kneten. Aber das ist auch das Geile daran. Die Tatsache, dass der eben nicht so schnell weich wird, ist eigentlich ein Vorteil. So. Und dann baut man sich so eine Walze und dann kann man da ein Muster draufkratzen, wenn man das so will jetzt, ja. Und dann macht man da irgendwie was drauf. Das mach ich jetzt mal nur als Beispiel. Viereck oder so. So, hier, so was, ne. Ich halt's mal an die Kamera. Da. Und das sieht jetzt natürlich scheiße aus, ne. Aber oft sehen die Dinge als Walze scheiße aus, aber als finales Produkt, wenn sie dann auf der Haut quasi draufgewalzt werden. Also, man kann das dann so rüberrollen. Ähm, funktioniert es oft besser. Aber das sind halt alles so Sachen, damit hab ich rumexperimentiert, das hat alles nicht so hundertprozentig geklappt. Aber es war auch nicht scheiße. Äh, und dieses Vieh hier, das Tiramisu, ist eine lange Geschichte, kann ich jetzt auch nicht erzählen, äh, weil das alles so Teil dieser äh, Beans, wie wir uns damals irgendwie gefunden haben, wie wir damals abgehangen haben und so. Das ist alles Teil dieser Geschichte, weil das Ding über Jahre zusammengebaut wurde, während wir da irgendwie abhingen und einfach halt Freunde waren. Und dadurch ist das für mich so ein ganz, ganz emotionales Ding, quasi ein, also ein Token, ne. So ein bisschen wie in Control, was übrigens, oh man, dann gucken wir heute auch noch. Wir können mal ein Vote machen. Ich will euch das nicht aufdrücken, aber das würd ich gern, ich würd gern ein Vote machen, ob wir den Beitrag zu Control uns angucken wollen. Von Game Two. Weil ich den so geil finde. Ich find den Monster Hunter auch super. Aber ich würd jetzt erst mal gerne wissen, wollt ihr vielleicht, machen wir ein Vote? Ja, nein, wollen wir uns den zusammen angucken? So ein Simon React oder so. Weil ich find's einfach, ich find den Beitrag so gut. Äh, naja. Ähm, ach shit, jetzt hab ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Es ging irgendwas um Control, scheißegal. Ähm, ja. Also wir werden heute ganz viel machen mit Ton. Buddy kommt vorbei. Und jetzt die Frage, was sind für Spiele noch am Start? Ich hab mir ein paar aufgeschrieben. Das eine ist Renegade X. Und das sagt euch ganz sicher nix. Was ihr jetzt aber machen könnt, ist, euch jetzt schon mal den Client runterladen. Denn nachher werden wir da wahrscheinlich ne Minute spielen. Ähm, ach, er ist schon einen Moment da. Ich zeig euch kurz mal das Titelbild. Äh, Renegade X, oh nee, ist sogar schon im Spiel. Renegade X, wie gesagt, wir werden's jetzt nicht direkt spielen, sondern nachher, ist Command & Conquer aus der Sicht eines normalen Soldaten mit dem Gameplay eines Battlefield mit exakt den richtigen Proportionen, wie man's kennt. Und hier ist der Guardtower von den GDI und, und, und. Also richtig fett. Und das gab's damals offiziell als Renegade. Ist mega gefailed. Jetzt haben's Fans wiederentdeckt. Und einer hat mir ins Forum geschrieben. Und das ist so geil. Also das sieht jetzt vielleicht für euch nicht so top aus. Aber, oh Gott, wenn ich das seh! Ah, der Mammut und so. Ah, das ist supergeil. Ich freu mich jetzt echt. Das werden wir nachher spielen. Ah, und der Sammler! Das ist fantastisch. Ich seh das grad zum ersten Mal so richtig. Diese Gebäude und alles. Alter, was hab ich da einen Bock drauf? Ihr könnt euch das runterladen. Das ist kostenlos. Renegade X und nachher, aktuell spielen gerade acht Leute, werden wir die Server mal schön befolgern. Werden mal den Amis mal zeigen, wie die deutschen, ähm, Command & Conquer spielen. Ich glaube, das ist richtig geil. Ladet's euch runter, installiert's euch. Das werden wir uns nachher angucken. Das ist eines der Themen, die wir machen werden. Und außerdem hab ich mich umgesehen, ähm, hab ich mich umgesehen, was, äh, ihr so geschrieben habt an Spielen, die wir hier mal spielen sollen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das vielleicht auch mal kurz einmal so zur Erklärung. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich hier jetzt Spiele anfange, die ich dann wirklich auch weiterspielen will, dann ist das ein Problem, weil man das am Ende aus dieser Kretschma-Time wieder rausschneiden muss. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass das ein Ding bleibt. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Alien weiterspiele oder Control, wo ich jetzt eben noch, also Control bin ich noch nicht ganz fertig. Aber wir haben ja schon einige Videos gedreht, ein paar Comments auch nächste Woche noch. Das heißt, das kann ich ja auch nicht weiterspielen, allein schon deshalb, weil wir eben schon weiter sind, als ihr es gesehen habt. Aber auch dann müsste man's da rausschneiden. Das ist irgendwie scheiße, find ich. Das hier soll so eine Einheit sein. Das heißt, ich werd dir immer wieder mal Sachen zeigen, aber das sind dann nicht, ich fang die dann nicht an, ich spiel die dann auch nicht sofort durch, ich spiel die dann auch nicht jede Kretschma-Time. Also, ich mach hier einfach ein bisschen rum. Ich guck mir vor allen Dingen auch mal Spiele an, wie dieses Renegade X, was mich halt echt fasziniert hat, weil ich davon bisher nichts gehört hatte. Ich hab aber eben auch ganz viele andere Sachen hier schon mir quasi runtergeladen. Also, wenn ich mir jetzt einfach anguck, ihr könnt ja mal kurz, genau, können wir mal kurz die Seite, ja, dann einfach meinen Rechner zeigen und dann mach ich mal hier auf die, Moment, wie geht die Vollbildkiste? Genau, so. Boah, das können wir mal machen. Das ist alles, was ich runtergeladen hab für die heutige Kretschma-Time. Eines, was ich gerne spielen würde, ist Blasphemous, weil ich die Moderation für Game Two gemacht habe und das wie ein Spiel wirkte, was mir sehr gefallen würde. Blair Witch könnte ich spielen, würd ich mir aber gern für ein After Dark aufheben, weil ich das, wie eben schon beschrieben, nicht in der Kretschma-Time machen wollen würde. Oh, die Death Stranding-Präsentation könnte man sich ja echt auch mal angucken. Ey, ihr habt recht, das machen wir als allererstes, nachdem wir uns das hier angeguckt haben, was ich habe, gucken wir uns Death Stranding noch mal an. Das hab ich nämlich noch gar nicht gesehen. Wir können da mal so ein bisschen durchklicken. Also, ihr seht, was ich hier alles habe. Wenn euch da jetzt was einfällt, oh, das wollte ich immer mal, Lakeview Cabin, wollte ich immer raffen, wie's funktioniert, Jazzpunk wollte ich immer mal weiterspielen. So viele Sachen, die ich mir einfach mal gekauft habe. Ori hab ich leider immer noch nicht durchgespielt. Wir könnten natürlich auch Resident Evil 2 versuchen in Speedrun hinzulegen. Das wäre dann mein erster Versuch seit Wochen oder Monaten. Das machen wir alles noch, da voten wir dann noch. Und ihr könnt entscheiden. Telling Lies wollte ich eigentlich mal mit Gunnar spielen. Hat sich dann aber irgendwie aus Zeitgründen bisher nicht ergeben. Und deswegen könnte ich natürlich jetzt irgendwann auch damit mal anfangen. Das ist quasi von Her Story die Fortsetzung. Ja, das sind wie gesagt alle Sachen, die ich jetzt hier installiert habe. Aber es ist sicherlich, oh, Boyden Maddler, sicher eine Menge noch übrig. Ich hab eine Menge anderer Spiele auch noch, aber die hab ich jetzt eben, ach, ich mach zu. Hab ich jetzt eben nicht. So, hier, ihr könnt wieder Vollbild machen, genau. Das will keiner sehen in dem Desktop. So, jetzt müsste mein Kaffee auch so langsam durch sein, beziehungsweise müsste so durchgelaufen sein und ich kann gleich pressen. Und dann fangen wir mal an zu kneten, würd ich sagen. Oder zumindest, das sollten wir machen, bevor wir mit irgendwas anfangen, sollten wir anfangen, ähm, den, äh, Herd anzumachen. Und zumindest, wo ist denn jetzt wieder hier das Internet schon wieder? Und zumindest eine, ja, da. Und zumindest diese Grundform, äh, für Budi oder für meinen Kopf eher, zu bauen, zu backen. Weil nur mit der kann ich arbeiten. Vorher mach ich eigentlich nicht viel, da kann ich vielleicht mal Ohren bauen oder ne Nase. Das wird interessant, wie ich meine eigene Nase baue. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass ich mein, dass ich mich selbst bauen kann. Und ich find's auch ziemlich frech, dass ich mich selbst bauen muss. Was haben die denn schon gemacht, was ich nicht auch gemacht hab? Egal. So. Äh, kurz mal hoffen, dass ich, ah, ja, okay, ich seh schon, das funktioniert. Dass ich gleich rauskriege, wie das funktioniert mit dem Alu. Aber ich glaube, das reicht schon. Ich mein, ich brauch ja einfach nur ne weiche, flauschige, die auch nicht so, nicht so schwer ist. Und dann muss halt die Größe passen. So, was ist denn hier die Grundlagengröße? Nein, da muss noch ein bisschen mehr dazu. Aber vorher hat der liebe Gott den Kaffee gepresst. Hab ich schon mal erzählt, krieg ich jedes Mal wieder Panik, wenn ich so ne Presse runterpresse, weil ich das einmal zu fest gepresst habe und die dann zerplatzt ist. Und ich nach unten gepresst habe in einen Haufen Glas. Das ist furchtbar. Das ist richtig furchtbar. Hab ich erzählt, wie ich als Kind mal durch ne Glasscheibe gerannt bin, durch die Glastür. Ja, die Freundin von meiner Schwester hat mich genervt. Und dann bin ich da hinterher gerannt. Ich war saujung. Sechs oder so. Wirklich. Und dann hat sie ne Glastür vor mir zugeworfen und ich bin straight durch diese fucking Glastür, weil ich so ein super harter Kerl bin. Äh, hatte natürlich überall Scherben. Überall. Und hab Schiss gekriegt, weil ich alles vollgeblutet habe. Die ganze Wohnung. Oh mein Gott, meine Eltern. Bin abgehauen und hab mich versteckt. Draußen im Dorf. Und meine Mutter musste aufgrund der Blutflecken mich suchen im Dorf. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für jemanden, der Kinder hat, wahrscheinlich der absolute fucking Albtraum. Und ich weiß noch, dass wir dann mit all dem Schotter im Gesicht zum hundertsten Mal übrigens in meinem Leben zum Arzt gefahren sind, damit er mich näht. Und ich weiß noch, wie ich so hinter mich greife, weil irgendwas im Rücken war. Und dann zupfe ich mir original noch so ein dickes Stück Glas aus. So neben der ... Also, es war wirklich neben dem Knochen so, neben dem Rückgrat. Aber jetzt nicht wirklich schlimm, ne? Aber halt schon drin. Und ich hab heute noch so eine richtig fette Narbe. Und denkst du, Alter, die hab ich mir so rausgezogen im Auto. Das weiß ich noch. Hab die ganz fasziniert angeguckt. Das sind so Geschichten, die mir passieren. Vielleicht wird der, ähm, Day, mein Kumpel, der nachher kommt, vielleicht auch noch ein paar Geschichten erzählen können. Ironischerweise, Finger, ich hab vorhin mit dem Telefoniertfinger direkt an zu erzählen, ey, weißt du noch, wo du im Schwimmbad die falsche Frau geküsst hast? Und ich dachte nur so, okay, ja, 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 ich hab vage Erinnerungen. Und dann meinte ich mir, er muss das nachher noch mal erzählen aus seiner Sicht. Weil ihr habt ja jetzt bisher nur einmal im Ormest Daily meine Sicht gehört. Und, ähm, ja. Also, bin gespannt. Was da noch vielleicht kommt heute. Könnte sehr interessant werden. So, oh, der Kaffee. Nee, das ist verdient und notwendig. So. Aber ich glaube durch die, ich glaub wirklich durch die Türrennen, war das der, war das das Schlimmste, was mir je passiert ist. Es ist schwierig, weil ich finde zum Beispiel, als ich mir im, im, im Wald, äh, beim Gottscharspielen für den Silent Hill Event von Konami den Knöchel gebrochen hab, das war, das war echt beschissener. Weil da eben nicht nur der Tag im Arsch war, sondern Wochen, Wochen, Wochen danach waren im Arsch. Aber die beiden, also sind schon die Top-Verletzungen. Aber ich hab ne Menge Verletzungen. Aber eben nicht so viel auf einmal. Dieses eine Ding durch, durch die Tür, das war schon, da hat's von allen Seiten gehagelt. Da war's im Kopf bis zum Rücken, war überall voll. Ähm, so was hatte ich nicht mehr. Äh, aber ich erzähl vielleicht irgendwann später noch mal ein paar andere Geschichten. Äh, was hier, welchen Kaffee trinke ich? Äh, Chibo African Blue. Nee, da stehen ja, doch, da stehen ganz viele Marken, aber die eine ist es wohl, African Blue. Haltbar nur noch bis November nächsten Jahres. Der Edekopf ist hypnotisieren, schreibt Nudelmann. Und das stimmt. Da können wir ruhig mal drüber reden. Das ist irgendwie, zum einen ist es, also, alle Künstler sind super. Diese beiden gehören zur selben Künstlerin, wenn ich mich nicht täusche. Und, äh, der Budikopf kam zuerst, und dann kam Nils Kopf. Ede, der hat ja sogar den Punkt. Das seh ich ja jetzt erst. Oh, mein Gott, ist das gut. Naja, also, äh, dieser Edekopf, ich weiß nicht, wo der herkam. Den hat einfach jemand gemacht, eingeschickt, wie so oft. Und seitdem steht er hier. Dass der nicht quasi von dem selben Künstler oder der selben Künstlerin ist, liegt wahrscheinlich daran, dass, ähm, also sieht man daran, dass der Kopf halt größer ist. Weil ich glaube, dass sie hat das schon ganz gut eigentlich gemacht. Aber weil sie mich offensichtlich nicht leiden kann, hab ich keinen Kopf bekommen. Weil ich immer so viel Witze gemacht hab über den Budikopf. Dabei liebe ich dieses Ding. Ich frag mich, warum der, also, warum der noch da ist. Weil, äh, andere Dinge, die mehr wertvoll, die, äh, weniger wertvoll waren, verschwinden hier schon mal. Aber, aber das traut sich wohl keiner. Das wär wirklich schlechtes Karma, wenn den Budikopf klaut. Weil jetzt jemand sagt, er erkennt Nils nicht. Das liegt wirklich eher daran, dass es eben so blass ist. Aber wenn man sich das, da sind schon eine Menge Ähnlichkeiten. Äh, man hat aber, find ich, als Künstler auch immer die Möglichkeit zu interpretieren. Es muss nicht immer zu 100%. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich, wenn ich mich selbst baue, ob das dann aussieht wie ich. Keine Ahnung, ey. Ich weiß gar nicht, ob so was geht. Hm. Ihr fragt, warum ich kein Rocket Beans Kaffee trinke. Weil wir den hier grad nicht haben. Weil der so beliebt ist, dass er weggekauft wurde. Ähm, und ich muss sagen, dieser African Blend ist jetzt gar nicht so meins. Ja. Hat's was Bitteres. So einen bitteren Nachgeschmack, Alter. Okay. Was machen wir jetzt? Wir machen den Kopf fertig. Währenddessen guck ich in den Chat. Äh, wir können ja mal, wir können ja mal kurz so eine Art AMA machen. Ask me almost anything. Äh, so ein Behind the Beans Uncensored. Äh, wenn ihr Fragen habt, äh, haut sie raus. Ich versuch sie zu beantworten, während ich hier mit dem Alupapier und dann auch mit dem Ton hantiere. Vergesst nicht, euch Renegade X runterzuladen. So. Bei Nils fehlt die Sehenscheidenentzündung. Das ist correct. Ähm, der arme Kerl. Ja, aber ich hatte auch vor kurzem eine. Ähm, ich hatte vor kurzem auch wieder eine Sehenscheidenentzündung, äh, die ich mir geholt habe. Aber das sind echte Nerdverletzungen. Diese Sehenscheidenentzündung hab ich bekommen, als ich versucht habe, damals bei Giga für Gitterfreaks, was der vor, der japanische Vorgänger zu Gitter Hero war, was dann später in Europa bekannt wurde, äh, hab ich versucht, in diesem Lied, äh, in diesem, in diesem, äh, ähm, Spiel einen Song zu spielen auf Hardcore. Äh, das war so ein elektronischer, so so Big Beat-artiger, äh, Song. Also, total geiler Remix. Und der hatte unglaublich viel hier. Und ich hab den halt versucht, auswendig und blind vor allen Dingen zu lernen, weil ich irgendwie posen wollte bei Giga Games. Und dann hab ich original davon Sehenscheidenentzündung bekommen und hatte wochenlang, wochenlang unfassbare Schmerzen. Das ist wirklich von einem Abend, ne? Und ich war immer in der Blüte meiner Jugend. Also, meine Hand hat einfach komplett aufgegeben. Alles im Arsch für Wochen. Und bis heute, und das ist echt krass, bis heute ist es so, manchmal, also grade, wenn ich, wenn ich meine tausendste Liegestütze mache, da fängt's dann schon an, ein bisschen zu knarzen. Äh, und dann bleibt es auch für eine Weile. Und manchmal schläfst du einfach nur schlecht und schon ist dein Arme wieder im Arsch. Und warum? Wegen fucking Giga Games Gitter Hero. Das kannst du doch keinem erzählen. Okay, Gitter Freak, so. Ähm, wahrscheinlich, ich kann mal versuchen, das, das, das Lied noch zu finden oder so. Das war wahrscheinlich, das war glaub ich kein GEMA-Lied. Das war irgendwas, irgendein selbstgemixter irgendwas. Okay, äh, ich hab ganz viele Fragen jetzt schon gelesen. Ich kann die leider nicht alle, äh, beantworten. Wann kommt das neue Morton Manor Pen & Paper? Boah, schwierig. Ich weiß, dass wir eins machen. Ich weiß aber nicht, wie es, äh, also, wann's, wann's weitergeht natürlich, ne? Kurz mal gucken, wie das mit der Größe ist. Nee, ist immer noch, immer noch nicht groß genug. So, also, äh, kann ich im Moment wenig dazu sagen. Aber ich sag mal so viel. Wir haben unfassbar viel vor mit dieser IP, Morton Manor. Und ich kann sogar sagen, dass ich irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres oder sogar Ende diesen Jahres, ich glaub, Ende diesen Jahres gehen wir zu einem großen internationalen Sender, zusammen mit anderen Leuten, die auch mit uns daran arbeiten, die aber nicht hier bei uns arbeiten, und pitchen etwas Morton Manor-Relatedes, was, wenn es funktionieren würde, halt ne richtig geile Serie auf internationalem Niveau wäre. Aber solche Pitches macht man tausendmal. Die machst du hundertmal. Da gehst du dahin, da gehst du dahin, da gehst du dahin, da gehst du dahin. Und erst, wenn du den da zufällig kennst, weil du mit dem zur Schule gegangen bist, dann erst kriegst du den Job. Also, diese Pitches bedeuten gar nichts. Aber ich will damit nur sagen, wir haben megabock, die Marke irgendwie noch weiterzumachen. Aber ihr meinten natürlich ein Pen & Paper. Und ja, das werden wir auch natürlich irgendwann wieder machen. Aber ich überlasse das völlig Hauke. Und Hauke muss erst mal seine Storylines quasi aus dem Kopf kriegen, bevor wir dann wieder zu Morton Manor übergehen. So, ist der Norbert der, der auf Partys irgendwo hingepängt hat? Also, ich will jetzt nicht über fremde Leute reden, die nicht hier sind, das ist voll gemein. Der Day kommt nachher, der kann dann seine Geschichten erzählen. Ähm, aber, äh, ja, also, ich hatte einen Freund, der hat bei mir in die Wohnung gepinkelt. Aber er war halt sehr betrunken und er war im Schlaf. Er war am Schlafen, ich hab das ja mal erzählt. Und, äh, also, es ist so unangenehm eigentlich, weil heute noch Videos, wo er auftaucht, äh, dann Leute immer noch schreiben, das ist der Pinkel-Typ. Und ich denk nur, oh Gott, das ist so traurig. Es tut mir so leid, dass das das ist, was hängen geblieben ist. Weil eigentlich ist der Typ halt mega der Fan von Neo Geo und SNK. Und das ist eigentlich so sein Ding. Und die Nummer hat das so über, hat das übertünscht, ne? Aber so ist es ja häufig. Deswegen Augen auf beim Hosen aufmachen. Wo vor allen Dingen ihr es macht. So. Ähm, was hier, wie Spotify einfach nicht beendet wird. Was, mach ich hier Spotify zu? Warum beschwerst du dich darüber, was auf meinem Laptop passiert? So. Simon überrede Schröck Hellblade auf dem Sender zu spielen. Ja, schreib ich's ihm einfach, ne? Komm, was soll's, ne? Ja, schreib ich ihm. So, ihr müsst jetzt aufhören zu schreiben, weil ich komm nicht hinterher mit den Fragen. Äh, was soll ich ihm denn schreiben, dem Schröck? Ähm. Ah, Schröck. Ah, Schröck. Äh, ich mach ihm einfach, ich hasse das ja eigentlich. Ich hasse Leute, die Tonnachrichten verschicken, aber ich mach's jetzt einfach. Ey, Schröck, du sollst, ähm, Hellblade auf dem Sender spielen. Das ist wohl, ist wohl voll gut. Und die Leute, gerade Gefährte will das haben. Und der ist auf Twitch. Ähm, und dann solltest du mal, ne? Mach das mal. Ähm, morgen. Bis dann. Also, Schröckert ist morgen hier und spielt Hellblade live den ganzen Nachmittag. Ey, Schröck, du sollst, äh, Hellblade auf dem Sender spielen. Hör ich mich so an, das ist ja furchtbar. Okay, haben wir den Kopf. Ähm, ist das die richtige? Ja, oder? Fuck die Henne. Das ist es. Das ist die richtige, das ist die Frage, muss, muss das, wie kompakt muss das sein? Äh, so. Wie geht's der kahlen Stelle? Hab ich in einem Moin Moin schon gezeigt. Äh, Simon, ich will ein Kind von dir. Nein. Es wird keine Kinder von mir geben. Äh, die Welt ist schlimm genug dran. Äh, was noch? How, Pirate Manor, Paper, News. Okay, okay, Moment. Hm. Wie sieht's mit einer neuen Folge Buchclub aus? Das kann ich kurz beantworten. Denn, äh, Wolfgang ist demnächst wieder hier. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil er wegen einem anderen Thema hier ist. Aber wenn er da ist, wollen wir das ja immer kombinieren. Das Problem ist, wir haben alle so viel Respekt und Angst vor Wolfgang, weil er so intellektuell ist, dass wir dann das immer auch vorbereiten wollen. Das heißt, wenn der Wolfgang sagt, ey, äh, lass uns doch über, äh, weiß ich nicht, Dantes Inferno reden, dann müsste ich den Shit lesen. Lass uns doch über Dantes Inferno in Kombination mit Krieg und Frieden, äh, lesen. Und die Bibel noch irgendwo dazwischen, dann muss ich das alles lesen. Also, das braucht immer viel Zeit, um das vorzubereiten. Normalerweise würde ich mich nicht vorbereiten, weil das unser Motto ist. Wir bereiten uns nicht vor, denn wir sind auch so okay. Aber wenn dann jemand kommt, der halt wirklich Ahnung hat, der das auch gut in Worte fassen kann, dann steht man da wie der Depp, ne? Und dann will man halt schon auch ein bisschen was liefern. Und deswegen, in diesem Fall, die nächste Folge Buchclub, wenn sie kommt mit Wolfgang, dann, ähm, brauchen wir halt ein Thema. Ich will das vorher wissen, dann will ich mich vorbereiten können, dann will ich die Sachen auch lesen können. Weil das einfach, haben wir ja auch gemerkt, viel mehr Bock macht, wenn man wirklich im Thema drin ist. Weil bisher war ja das Konzept, jeder stellt sein Buch vor und ist auch gut so. Aber wenn man jetzt die anderen eingelesen hat, so ein bisschen, oder auch nur eine Zusammenfassung sich angeguckt hat, dann ist das einfach nochmal satter, ne? Übrigens, Gruß an Wolfgang. Er hat mich wahnsinnig gefreut, dass er sich damals gemeldet hat. Das hat mir richtig, richtig viel bedeutet, dass jemand wie er sich bei uns meldet oder bei mir und sagt, ey, ich hab Bock, willst du mich nicht mal einladen? Weil von meiner Seite aus würde ich das nie machen, jemanden anschreiben. Weil ich immer Angst hab, dass er sich da nicht meldet. So, dir ist schon klar, dass du den nächsten tausend Köpfe von dir zugeschubst. Also, ich hab nichts dagegen, die lassen sich immer gut zur Collage verwandeln. Aber bitte investiert nicht zu viel Zeit darin. Macht lieber irgendwas Sinnvolles mit eurem Leben. Simon, habt ihr mir jetzt echt beendet? Ja, aber wir sind ja auch am Ende. Also, wir hätten's noch weiterspielen können. Aber ich glaube, wenn man sich die Nähegelt, komm, wir gucken mal. Ich zeig euch, warum wir den hier beendet haben. So. Jetzt ist hier irgendwas abgestürzt. Ihr habt's gehört, ne? Das ist immer so das Geräusch. Ah. Das ist immer das Geräusch, was man nicht hören will. Äh, ja, äh, mein Browser ist abgeschmiert. Wen wundert's? Hä? Wen wundert das denn? Simons Kechnik-Tamer. Jetzt ist aber leider auch der Chat abgeschmiert. Naja, dann nehm ich halt die Seite. Ich hab immer ... Der Trend geht zum Zweit-Chat. So. Also, da schreibt's auch jemand. Genau, jetzt kann ich's gar nicht zeigen. Ich wollte genau das zeigen. Ups, hier fällt alles unangenehm. Danke, äh, da, Jay. Ach, könnt ihr euch nicht mal Klaus nennen? Oder Friedrich? Oder, äh, Hans Albert? Oder von mir aus irgendwas, ne? A oder B oder 25? Aber doch nicht ... Alter, wie heißt du? Da G8? Da G8-114. Okay. Das Problem mit mir war einfach, dass die Folgen so weit auseinander lagen. Das ist, äh, correct. Das war eines der Probleme. Äh, oh, jetzt seh ich hier auch noch, äh ... Was ist denn mit Hans Showdown? Ja, das ist tatsächlich auch ne gute Idee. Das schreib ich mir auch mal direkt auf. Ey, findet ihr nicht auch, im Ernst, dass das unfassbar schwer geworden ist, alles zu spielen oder auch nur annähernd in seiner Gänze irgendwie so zu erfassen? Also, Hans Showdown ist ja schon ein Spiel, was lange braucht. Ich könnt jetzt noch 20 andere Spiele aufzählen, die ich habe, die ich, äh, die ich noch nicht mal anspielen kann, richtig. Und dann kommt noch so viel Kram raus. Ähm, oh, hier, wenn ich das ... Simon benutzt bestimmt den Internet Explorer. Das ist das Traurige. Nein, ich muss nämlich jetzt zum Internet Explorer wechseln. Und das find ich echt frech. Ich benutze Brave. Und ich war bisher sehr zufrieden mit Brave. Aber ich hab das Gefühl, dass Brave auf Windows, äh, wie heißt das? Nicht boykottiert, genervt wird. Ich glaub das wirklich. Weil Brave hat mir nie Probleme gemacht auf dem Mac. Ähm, und ich hasse Safari mindestens genauso, wie ich Internet Explorer hasse. Und hier stürzt der mir ständig ab. Auf nem Windows-Rechner stürzt der mir ständig ab. Und dann kommt ständig der Internet Explorer so von der Seite rein. Äh, äh, Entschuldigung. Also, ich bin ja der Internet Explorer. Also, ich seh, sie haben da ein abgestürztes Programm. Ja, ja, so ist das halt, wenn man sich nicht an die Großen hält. Und kommt dann immer und bietet sich so an. Und ich denk so, Alter, das ist doch kein Zufall. Ihr wollt mich doch verarschen, ne? Naja. Oh, jetzt seh ich hier was. Game Two gucken, leider nicht möglich. Warum denn nicht? Das ist ne gute Frage. Warum kann ich Game Two nicht gucken? Wir hatten ja ein Vote gestartet. Liegt es daran, es gibt sicher einen Grund, aber liegt es daran, lass mich mal raten, liegt es daran, dass wir da Musik haben? Ja, dass natürlich da Musik verwendet wird, die von Funk bezahlt wurde, ähm, für das Format und für die Online-Verbreitung, aber die wir nicht haben. Also, wir haben diese Lizenz ja nicht, oder? Oh, weil wir ja schon getrennte Universen sind. Bingo. Scheiße. Aber ist denn da, Mann, das ... Aber diese Scheiße mit der GEMA in Deutschland! Diese Scheiße mit der GEMA, ey! Das ist zum Kotzen, oder? Das kann, macht ein ... Das macht mich wütend. Dann macht's keinen Sinn. Dann macht's halt echt keinen Sinn. Äh, wir machen kurz mal, wir machen kurz mal ne Werbung. Ich geh kurz, äh, pinkeln. Äh, und dann geht's weiter. In dieser Werbung könnt ihr euch kurz mal den Anfang von Control angucken oder generell die Folge ist eine sehr gute Folge geworden. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, macht auch ruhig mal einen Daumen hoch und Co. Die Leute geben sich ja richtig viel Mühe und ich möchte jetzt heute mal pushen. Wir bringen dir heute auf eine Million Abos. Das machen wir. Also, kurz Werbung, dann sehen wir uns wieder hier. Ihr könnt währenddessen Renegade X installieren und euch Game 2 Control angucken. Bis gleich. Hi, können wir's noch mal machen? Ich find's gut. Catch my, catch my, catch my, catch my time. Catch my time. Ah! Der Hannes, ne? Der Hannes, der Hannes, der kann es. Kann man nicht anders sagen? Äh, Hannes hat letztens Moin Moin gemacht, äh, weil, äh, Ede verpennt hatte, was kein Diss gegen Ede ist, sondern einfach geil sein. Also, eigentlich will ich feiern, wie geil Hannes ist, dass du den einfach nehmen kannst aus der Grafikabteilung und den einfach hinsetzen kannst vor die Kamera und der funktioniert. Äh, nö. So, das, so will man das eigentlich, ne? Es war so schön, als ich zur Arbeit kam und ich lauf dann so hoch und irgendwie denk ich mir, ach, geil, geil, Rockbeans, dö, 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 geiler Laden, hi. So lauf ich immer rum und, also innerlich. Ausführlich, mh, aber innerlich so ist das, ne? Und, äh, und dann geh ich so und seh in der Regie, ach, der Hannes, na, Hannes macht Moin Moin, na gut, na gut. Und dacht so innerlich, ey, wie geil ist das eigentlich bei uns, dass du halt zur Arbeit gehst und dann sitzt da irgendwie der Chef von der Grafik und weiß ich gar nicht, was er grade gemacht hat, ob er gesungen hat oder ob er irgendwas erzählt hat. Mal ist es komplett sinnfrei, mal ist es richtig intelligentes, tutorialeskes Helfen. Ähm, also, ich fand das total geil in dem Moment. Und dann ist das auch nur spontan entstanden. Das sind so die Momente, wo ich diesen Laden echt geil finde, wenn man merkt, es läuft. Selbst wenn's nicht läuft, läuft's einfach. Hauptsache, es läuft, ne? So, Fragen von euch. Äh, heute kleine AMA-Session. Ich werd auch noch spielen. Ladet euch Renegade X runter. Das werden wir gleich ausprobieren. Mein Freund Day kommt vorbei. Ja, der heißt wirklich so, D-A-Y. D-A-Y, die Todeswut. Wie früher sein Rapper-Name war. Ich weiß nicht, wie viel er darüber reden will. Er hat gesagt, ich soll keine peinlichen Geschichten erzählen. Deswegen muss ich leider, muss ich den Deckel wieder ... D-A-Y und die Todeswut. Nein! Die Todeswut. Nein! Ich muss den Deckel draufhalten an seiner Rap-Karriere. Äh, der kommt vorbei. Und Gregor wollte eventuell vorbeikommen, vorbeischauen. Er ist herzlich eingeladen. Wenn du da bist, her damit. Ähm, weil ich das grad lese, denk ich an Gregor. Ein Reise-Vlog von Simon und Gregor wäre geil. Das fänd ich aber auch, ne? Ein Reise-Vlog, das will ja jeder. Das ist so die Heiligsprechung der Medien. Wenn du ein Reise-Vlog machen darfst. Das dürfen immer nur die hübschen Frauen. Äh, verständlich. Äh, aber ... Also, man will das ja auch, ne? Also, heute ... YouTube-Stars können das natürlich, weil die irgendwann halt einfach krass geworden sind. Und dann fangen sie irgendwann an zu reisen. Ian, Buddisbruder, hat das ja auch irgendwann mal gemacht. Und ist, ähm, nach Indonesien gefahren und alles. Und hat dann von da ein bisschen berichtet. Oder eher, als er zurückkam, berichtet. Weil von da berichten gar nicht so einfach ist, wenn man das live machen will. Denn die haben nicht so gutes Internet. Äh, das weiß man dann erst, wenn man da ist. Oder wenn man es vorher googelt. Okay. Ähm, ja. Also, Reise-Vlog wär auch Hammer. Ich würd's sofort machen. Also, wenn irgendwo jetzt hier, wenn ihr bei ... Pff, ich kenn kein einziges Reisebüro. Gibt's überhaupt noch Reisebüros? Äh, ne, heute gibt's Webseiten, ne? Wenn ihr bei irgendeiner Webseite für Reisen arbeitet, in der PR- und Marketingabteilung. Hey, wir hätten da voll Bock drauf. Kommt einfach vorbei. Dieser Mann fährt für euch gerne irgendwo hin. Ähm, braucht auch nicht viel Taschengeld. Ein paar Tausende reichen. Für den Tag. Äh, und dann kriegt ihr Content. Kriegt ihr mich mit einem Cocktail, alkoholfreien Cocktail, am Strand? Oder auch im Wasser? Oder im Bett? Vielleicht noch im Kino. Nein. Äh, das sind so die Dinge, die ihr erwarten könnt. So, soviel zum Reise-Vlog. Ähm. So, wir zappen mal durch. Haben du und Gregor Bock auf Deadly Premonition als Spiele mit Bart? Ja, da weiß ich ... Da will ich jetzt nicht zu viel. Da warte ich mal ab. Wenn der Gregor kommt, kann er vielleicht dazu was sagen. Hm. Kommt Death Stranding auf dem Sender. Aber sowas von sicher. Äh, Simon, warum hast du bei Borderlands nie deine Items verkauft? Das hat mein Herz gebrochen. Äh, weil ich immer noch Angst hatte wegen, äh, Dark Souls und Bloodborne. Und ich trau mich nicht mehr, irgendwas zu verkaufen. Äh, oh, soweit sind wir hinten dran. Jetzt wird hier gerade über den Brave-Browser geredet. Okay. So, weil ich geh mal wieder ... Ich muss aktuell werden. Sonst verliere ich euch. Ihr wollt nämlich ... Ihr wollt Instant AMA. Und nicht Sachen, die schon Minuten alt sind. Ich bin für ein Außen-Moin-Moin mit Simon und Gregor. Ich auch. Ich hätte voll Bock. Ich will schon lange, das kann ich mal sagen, ich will schon lange, können wir auch gerne mit Gregor machen. Ich wollt's eigentlich mit ihren machen. Ist aber eigentlich egal, wer dabei ist, weil, äh, Hauptsache ich bin dabei. Ähm, ein Moin-Moin aus den Platten und Blumen. Das kennt ihr, ich mein ... Darf man das Platten und Blumen zeigen? Oder ist das rechtlich? Kommt er in die Pflanzen-Gewerkschaft und regt sich auf? Mein Rechner wird grade schwarz. Ich hab ihn nur angefasst. Hier kommen Fehlermeldungen, die hab ich noch nicht mal gesehen. Irgendein unbekannter Softwarefehler. Naja, gut. Ich wollte eigentlich doch nur ... Ich wollte doch einfach nur kurz was zeigen im Internet. Naja, jetzt muss ich tatsächlich ... Ich geb mal Browser ein. Und was empfiehlt er mir? Fucking Edge. Naja, gut. Also, Brave will einfach nicht. Ähm, Planten und Blumen, oder Unblumen, wie's eigentlich richtig heißt, ist ein Garten Eden, der angerichtet wurde in Hamburg, ähm ... Ich glaub, zugunsten irgendeiner ... Ach, ey, warum ist hier immer alles so nervig? Wenn ich jetzt Planten und Blumen eingebe ... Die Regie sieht es, ne? Die Regie sieht es. Die ganze Zeit gibt's hier, zack, Probleme. Das ist ja furchtbar. So, hört mal auf jetzt. Ähm, das ist er. Und zwar ist der ... Und zwar ist der ... Und ... Ja. Okay, jetzt hat die Regie kein Bild mehr. Das gibt's doch nicht. Dann mach ich das halt hier. Man kann mich nicht aufhalten. Oh, hier hab ich keine Tastatur. Okay, man kann mich aufhalten. Na gut, das bereiten wir alles fürs nächste Mal vor. Ich resette den Rechner mal. So. Das ist wirklich ... Das liegt jetzt alles an diesem Brave-Browser-Problem. Aber das liegt auch nicht am Brave. Es liegt, glaub ich, irgendwie an der Tatsache, dass Windows nicht will, dass ich das so mache, wie ich's gerne hätte. Äh, na ja. Ich kann ... Nein, die Tastatur hab ich hinten weggehängt, damit ich Platz habe für das Tiramisu. Es war mir in dem Fall wichtiger, dass man mein Fantasiewesen sehen kann, als dass ich eine Tastatur habe. Ja, das ist das Problem, wenn man kurzfristig denkt. Es hat Vorteile, aber eben auch große Nachteile. So. Ja, ja, wie gesagt, ich will nicht Brave. Ich spreche nicht gegen Brave. So. Ähm, allein schon, weil Brave dir Rewards in Krypto gibt, die man wiederum an die Quellen geben kann, die man am liebsten konsumiert. Was eine geniale Idee ist. Du kriegst fürs Gucken Coins, gibst die wieder zurück an irgendwelche Content-Hersteller und zahlst nix dafür. Also, ist eine gute Idee. Okay, so. So, das ist auch geil, diese Windows-Dinger, die einen versuchen zu erkennen. Das hab ich schon in den unterschiedlichsten Situationen. Sobald ich eine Kappe aufhab, erkennt er mich nicht mehr. Äh, sobald ich, wie ich's gelaunt bin, will er mich auch nicht mehr erkennen. Wahrscheinlich, weil er Angst hat. Äh, zu Recht. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt starte ich schnell mal meinen Rechner richtig und zeig euch Planten und Blumen. Das ist nämlich wirklich wahnsinnig schön. Da würd ich gerne ein Moin Moin machen. Da sehen wir's endlich mal. Okay, jetzt geht's. So, äh, das ist riesig. Und das ist der, der Part, der Planten und Blumen heißt, ist sogar nur ein Drittel des ganzen Parks. Und das ist zum Beispiel, da haben wir unser erstes, ähm, ich glaube sogar die erste Folge oder die zweite Folge, oh, das hasse ich ja, ne? Wenn du auf ein Bild klickst, dann kommst du direkt auf eine andere Seite. Das ist doch nicht das, was ich will. Ich will das Bild sehen! Naja. Ähm, da haben wir auf jeden Fall gedreht, äh, häufig, immer wenn's um irgendwas Asiatisches ging, irgendwelche Kampfspiele oder, äh, auch, äh, Sekiro haben wir, glaub ich, auch hier gedreht, wenn ich mich nicht täusche. Also, äh, wir können wieder draufschalten. Ist wieder, es geht wieder Regie. Da. Ähm, ich sag mal, ja. Hier, hier haben wir ganz viel gedreht. Ich weiß nicht mehr genau, äh, ich weiß, dass hier der Budi und ich waren in so einer Art Streetfighter-Setting. Ich glaub, es war für Streetfighter 4 irgendwie und haben da was gedreht. Das war einer unserer ersten Drehs. Ich glaub, Folge 6 oder so. Ähm, und es ist wirklich egal, wo ich hinklicke, ist es schön. Es sind überall Wasserfälle, es sind überall kleine versteckte, äh, Treppen. Hier ist das Wasserlichtkonzert. Kann ich jedem empfehlen. Es kommen ja immer wieder gerne Leute hier her und gucken sich Rocket Beans an. Das ist auch super interessant. Aber schöner ist eigentlich fast noch, sich danach hier die Lichtspiele und alles anzugucken. Äh, da laufen dann immer, also Ennio Morricone oder irgendwelche bekannten Filmmusiken laufen da. Moment. Und, äh, richtig, richtig gut. Das sieht jetzt hier die Bilder, sind aus irgendeinem Grund nicht repräsentativ. Weil das sieht einfach nicht so ... Das sieht hier viel langweiliger aus als in echt. Weil das hier zum Beispiel, diese Ecke, ist eine wunderschöne Ecke mit ganz vielen kleinen, ähm, Quadraten voller Wasser. So kleine Teiche und da sind Enten drin. Und die Enten sind dann immer so ... Die haben so keinen Bock auf die Menschen. Aber sie haben sich mit den Menschen einfach, na ja, nicht angefreundet, aber arrangiert. Und dann sind da diese kleinen Vierecke voller Teiche. Und überall sitzen da Menschen. Und du siehst dann immer die Enten, wie sie ihre kleinen Entenfreunde so dirigieren und immer von den Menschen wegdirigieren. Und sobald sich jemand irgendwo hinsetzt, an eins von diesen Vierteln, gucken die an und holen so ihre ganzen Kinder raus und gehen dann in das nächste Viertel, wo noch keiner ist. Und einfach, um ihre Ruhe zu haben. Und das ist sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man den Enten dann immer hinterhergeht. Und die einfach sich irgendwann fragen, hey, fucking Stalker, ich hol gleich die Bullen. Und dann sagst du, hol doch die Bullen. Du bist eine Ente. Und dann kommt meistens nichts mehr. Weil sie nämlich wissen, dass ich recht hab. Okay, das ist Blan und Blum. Da würd ich gern mal ein Moin Moin machen. Und der Rechner ist abgestürzt. Gut, ähm, weiß grad nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, ob wir mit dem nachher spielen sollen. Ich hab das Gefühl, da hab ich irgendwie ... Ich hab ein bisschen zu viel Random Shit installiert. Ich glaube, das ist das Problem vielleicht. Naja, wir lassen den mal neu. Und dann spielen wir gleich auch ein bisschen Renegade. Der Kopf ist fertig. Und wir fangen an, die Haut drüber zu ziehen. Fertig. Das war jetzt dumm, ne? Jetzt hab ich's ein bisschen kaputt gemacht. So. Bitteschön. Nochmal. Haben wir eigentlich, liebe Regie, haben wir irgendeine Form von rechtefreier Musik? Ich finde, wir sollten so was langfristig mal haben. Es kann ja nicht sein, dass wir immer hier so musiklos vor uns hinvegetieren müssen. Wir haben so viele Musiker bei uns. Können die denn nicht mal was bauen für uns? Irgendwelche, so, so Fahrstuhlmusik. Dinge, die einfach nur laufen und laufen und laufen, die man gar nicht merkt mehr irgendwann. So. So. Jemand sagt, ich soll Gans sagen. Nein, das sind auch Gänse, aber auch Enten. Vertraut mir doch. Ihr könnt weiter fragen, wenn ihr welche habt, ne? Nicht immer beschweren, dass beim B2B nichts beantwortet wird, wenn ihr dann hier jetzt keine guten Fragen habt. So. Ey, das funktioniert überraschend gut. Also, gut, dass ich das schon mal so vorgeschnitten habe, sozusagen. Auch schon die einzelnen Parts hier. Und dass die so fladenmäßig ganz gut draufpassen. Aber das hält relativ gut. Und es ist vor allen Dingen bei Weitem nicht so verschwenderisch, wie wenn ich da jetzt mehrere, ganz viele von diesen Tonfladen aufeinandergelegt hätte, bis ich einen Ball habe. Also, das wäre auch viel zu schwer. Und ich glaube, dass das nach und nach auch zu zerbrechlich werden würde. Weil einfach wahrscheinlich zu viel, das zu, ähm ... Das ist ja so zu kompakt dann. Hier kann ja ein bisschen, das kann ja atmen, so, mit dem Alu. Simon, was hat RBTV gegen Bonjar? Ach, komm, Leute, da muss ich jetzt echt mal was sagen. Wir haben überhaupt nichts gegen Bonjar. Das ist doch Quatsch. Aber man muss doch einfach realistisch sein. Äh, das sind Freunde, aber es sind natürlich auch Konkurrenten. Und natürlich macht man auch mal Witze, ne? Natürlich ist man auch nicht immer happy, wenn jetzt, äh ... Das geht wahrscheinlich aus deren Sicht genauso wie aus unserer Sicht, ne? Also, wenn dann was gemacht wird von den anderen, wo man sagt, ey, das ist aber eigentlich unser Spiel gewesen oder das ist eigentlich unsere Idee gewesen, oder, oder, oder. Ähm, oder, na, der Spruch hätte jetzt auch nicht sein müssen. Also, das ist alles halt Kabelei, Leute. Das ist ja nicht ernsthaft. Wir haben noch nichts gegen Bonjar. Wir hatten die Leute hier jahrelang bei uns mit eigenen Sendungen auf dem Sender. Das hätten wir ja nicht gemacht, wenn wir die doof finden würden. Also, wirklich. Ähm, also in dem Fall jetzt wirklich gerne mal, äh, groß, äh, großen Gruß an Orna, Mantle und die anderen. Ähm, ja. Also, das ist natürlich ... Man macht gerne Witze, ne? Und es ist ja auch so ein bisschen Wrestling. Man, natürlich muss man irgendwie auch ein bisschen, ähm, ein bisschen das Feuer am Lodern halten, sozusagen, ne? Und das fand ich auch interessant, vor kurzem hat nämlich irgendjemand mir, letzte Cratchmore-Time war nämlich gerade Orna, äh, draußen am Rumlaufen und, äh, hatte ein IRL-Stream am Laufen. Also, ein, äh, Reel-Live-Stream, wo du halt einfach, ne, draußen irgendwas machst. Ich kann noch nicht zocken, Leute. Im Moment ist der Rechner kaputt. Ich muss den mal wirklich komplett kalt starten hier. Ach, hier ist ja die Musik. Ich dachte schon, die kommt vom Rechner. Das ist ja ganz okay. Ich dachte, mach die jetzt wieder. Taktmäßig wäre jetzt der Moment gewesen, um es nochmal ... Egal, ja, cool, danke für diese Musik. Könnt ihr gerne laufen lassen, find ich immer gut. Wir fangen auch gleich an mit Spielen. Ich finde aber, im Ernst, wir sind ein Gaming-Sender, unter anderem, wir sind auch ein Entertainment-Sender, wir sind ein Nerd-Sender, wir sind ganz viel. Aber wir sind auch ein Gaming-Sender und natürlich machen wir viel Gaming. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt, wo wir so schön mal miteinander reden, ob man das jetzt unbedingt sofort mit einem Spiel wieder unterbrechen muss. Aber ich verstehe, dass viele von euch wahrscheinlich irgendwas sehen wollen. Und ja, ich werd's auch gleich machen. Aber ich hatte angekündigt, oder eher angedroht, dass ich hier arbeiten will an dem Simon-Kopf. Das muss ja auch gemacht werden. Und es ist eine gute Gelegenheit, um dann mit euch ein bisschen zu quatschen, weil ich natürlich schwer spielen kann. Also, ich ... Also, rulen und gleichzeitig kneten. Das ist schon echte Profi-Arbeit. Da muss ich noch viel lernen. So, was schreibt ihr? Äh, was wird heute gedaddelt, König der Möwe? Naja, das hab ich schon erzählt. Da musst du leider zurückspielen. Äh, spülen. Spielen. Ähm, wobei, nö, stimmt auch nicht, ne? Ihr ... Ich hab euch ja mal die Liste gezeigt an Spielen. Und außer Renegade X hab ich noch gar nicht so richtig ... Ähm, finalisiert, was wir heute spielen. So, ich kann gerne noch mal ... Mach die Liste noch mal auf. Äh, die Mucke hat was, find ich. Äh, Knall hat durchgenommen mit Nils. Ähm, ich hab dazu ja schon mal was gesagt im Behind-the-Beans zu dem Thema. Und zwar würden wir Dark Souls 3 irgendwann mal spielen wollen. Irgendwann mal spielen wollen. Wahrscheinlich Ende dieses Jahres, nächsten Jahres oder Anfang nächsten Jahres, weil wir echt viel zu tun haben an anderen Sachen noch. Aber wenn, würden wir es parallel spielen? Also, wenn, würde Nils spielen und kann dann seinen riesigen Schwert-Kompensations-Typ irgendwie bauen, der sich alle drei Tage mal einen Schritt bewegt und in jeder Ecke wie so ein Hund erst mal schnüffeln muss, ob da nicht vielleicht irgendwo mal irgendwann was Interessantes lag. Und ich spiel einfach crazy, blind, um mich schlagend, lauf ich durch die Dungeons. Also, wir können unsere beiden unterschiedlichen, ähm, ja, doch schon unterschiedlichen Spielstile ausleben. Und ihr könnt wie bei House an House ein bisschen hin und her schalten. Und wir haben natürlich dann die Möglichkeit, unterschiedliche Endbosse anzugehen oder dieselben und zu gucken, wer zuerst fertig ist. Und ich finde auch, dass es dann endet, wenn jemand durch ist. Also, beziehungsweise, man kann ja noch weiterspielen dann, aber, äh, dass es quasi darum geht, wer es zuerst durchspielt, sozusagen. Ähm, was ja vielleicht, na, es könnte wieder Ärger geben, weil viele bei Dark Souls natürlich sagen, nein, das geht nicht, das muss man genießen. Und es ist ja nur eine Idee, ne? So. Nioh 2 wird natürlich kommen. Ähm, Projekt Somboid für jetzt oder Beanstag? Ey, da muss ich noch mal näher drauf rumgucken. Hab ich noch gar nicht gesehen. Heute wieder ein bisschen Subnautica Below Zero. Würde ich lassen, nein, weil wir haben ja schon, äh, schon mal Subnautica gespielt und irgendwie, also, wenn, dann würde ich's gerne einmal richtig spielen und nicht immer wieder hier so kleine Fettchen, ne? Ich hab das ja mal vorhin schon erklärt, dass ich eben, äh, hier gerne Sachen nur anspiele und so. Ein bisschen so, mal das, mal das, mal das. Aber nicht jetzt so fünf Stunden einspiel und dann jede Woche wieder aufs Neue oder so. So, wir machen jetzt alle einen Simon-Kopf gemeinsam mit Simon und senden die alle ein. Ja, ihr könnt ja auch mit Pappmaché, äh, einbauen. Hm. Spielt bitte Blasphemous. Das hab ich, äh, fest eingeplant. Steht hier auch, aber vorher wahrscheinlich Renegade X erst mal. Blasphemous ist aber auch, äh, auf meiner Liste. So. Äh, ja, hier schreibt ihr mit einem Couch-an-Couch. KHD, make it happen. Ja, wer sitzt in der Regie? David sitzt in der Regie. Und, äh, wer ist bei euch noch? Könnt ihr euch mal, könnt ihr mal Hallo sagen kurz noch mal? Wie bitte? Äh, Louis, hallo. Stimmt, Louis. Louis und David sitzen in der Regie. Und noch mal, noch mal vielen Dank. Oh, scheiß, äh, das ist echt, ihr seht, hängt da so rum, ne? Der eine auf seinem Handy, der andere verkauft schnell, verkauft das Regiepult auf Ebay. Aber Hauptsache, ihr seid da. Äh, vielen Dank. Das ist wirklich an einem Samstag echt nicht, ähm, nicht, äh, oft genug, kann man das nicht würdigen, ne? Ja, das ist der Kuss an euch. Ich geb ihn weiter. Also auch aus bakterieller Sicht so einfach, pam, in your face. Oder wenn ihr grade standet vor der Kamera, dann vielleicht sogar an Orte, wo's illegal ist. Äh, Simon, ich liebe dich mehr als meine Mama. Meine Mama liebt dich auch mehr als mich. Grüße an meine Mama. Meine Mutter hat, ähm, Geburtstag gehabt vor kurzem. Und meine Mutter ist super. Äh, ich freu mich tierisch. Ich komm nächste Woche, ich hab jetzt eine Woche Urlaub und komm tatsächlich am Montag zu meiner Mutter und, äh, werde, äh, dann da mit, äh, bei der Hochzeit meiner Schwester teilnehmen. Der zweiten Hochzeit, möcht ich hinzufügen. Also, hold your horses. Alles schon mal passiert. Äh, und das wird, glaub ich, ganz cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, da werd ich vor allen Dingen meine Neffen sehen. Und ich hab, äh, echt absurd, absurd erfolgreiche Neffen. Ich dachte immer, ich bin der Erfolgreiche in der Familie. Aber meine Neffen haben mich zum Teil mit 23 schon überholt. In allem. Das Einzige, was ich habe, sind Klicks auf YouTube. Da können sie mir nix vormachen. Aber ansonsten, unfassbar, ne? Unfassbar. Ähm, da werd ich auf jeden Fall mit denen auch gerne quatschen. Was lese ich da gerade? Simon, du bist eine Drama-Queen. Äh, ja. Ja. Warum denn auch nicht? Drama! So, ähm, ich liebe dich mehr als Bier. He, he, he. Ich weiß, ja, ich weiß natürlich, ne? Was ich, müsste ich jetzt eigentlich einfach anstimmen, anfangen zu singen. Aber nein. Denn ich trinke kein Bier mehr. Also, das wär gut. Ich trink alkoholfreies Bier. Ihr trinkt alkoholfreies Bier. Wir alle sind hier wegen dem alkoholfreien Bier. Ich hab jetzt alkoholfreies Bier zu schätzen gelernt. Das ist sehr bizarr. Ich hab noch nie gerne Bier getrunken. Wirklich nie. Egal welches Bier. Selbst das Rocket-Bier. Am Ende ist Bier einfach eklig. Und jetzt kommt's. Kaum hab ich, trink ich gar nichts mehr, äh, krieg ich so einen komischen Jeeper, so einen komischen, so einen Geschmacks- Bock auf das, auf dieses, äh, Geschmackserlebnis Bier. Ich sag das jetzt einfach mal so. Total bescheuert. Und dann hab ich jetzt angefangen, dann und wann ein alkoholfreies Bier zu trinken. Also, oder so einen alkoholfreies Radler. Was ja dann eigentlich Bize heißt, dass es überhaupt noch irgendwas mit Bier heißt oder so. Weil's ja einfach Quatsch ist, ne? Es ist ja einfach ein isotonisches Getränk, ja, tatsächlich. Und die schmecken dann plötzlich ganz gut. Das ist so verrückt, weil ich noch genau weiß, wie ich das hasse. Äh, wie ich das gehasst habe. Und jetzt, äh, jetzt hab ich so diesen, diesen, diesen Durst danach, ne? Das ist was. Ich weiß nicht, es kann nicht die Werbung sein, weil ich kein Fernsehen gucke. Also, dass irgendwas in mir schreit nach einem Bier. Das ist völlig verrückt. Dabei mochte ich das nie. Äh, ich war immer ein Gin-Guy. So, ich würde mir eher, ich wär eher der Typ, der sich halt irgendwie der Badewanne, äh, den Gin baut, äh, braut. Äh, zu Zeiten der Prohibition. Was übrigens, glaub ich, die Erfolgsgeschichte von Gin tatsächlich ist, weil man den sehr gut zu Hause in der Badewanne brauen konnte. So. Simon, hör auf zu reden, du machst dich grad unbeliebt. Naja, ich hab ja nichts gegen Leute, die Bier mögen. Ich hab nur selbst einfach den Geschmack, äh, ich hab Bier immer getrunken, um blau zu werden. Ich hab Bier nie getrunken, um, äh, ja, weil's lecker ist. So. Hat Simon Hypno Space Outlaw installiert? Schreib ich mir auf? Ich bin heute immer offen für Tipps, aber ich hab, äh, es nicht installiert. Nee, glaub ich nicht. Hypno Space. So, jetzt müssen wir eigentlich ... Obwohl, das kann ich auch gleich in der Werbung machen, ne? Jetzt muss ich erst mal hier die Luft rauskriegen. Hier ist noch so ein Luftloch. Guck mal, wir können ja schon mal gucken hier, wie's mittlerweile aussieht. Eigentlich ganz gut, ne? So, hier ist noch, hab ich jetzt ein Luftloch gemacht, damit das, ähm, damit sich das nicht ... Ja, wie erklär ich das? Wenn ich jetzt anfange, da Luftlöcher einzubauen, kann das im Nachhinein natürlich dazu führen, dass da so eine Blase entsteht, die dann leichter platzt. Und wenn die Blase platzt, das wissen alle Männer, da gibt's eine richtige Sauerei. Das wissen auch Frauen, ne? Weiß ich nicht. Also, wenn die Blase platzt, ist es auf jeden Fall nicht so geil. Ähm, na, warte mal. Und ... Ach, so. Ähm, und natürlich ist dann, wenn der Untergrund sich quasi, äh, verformt, dann ist ja auch alles, was obendrauf gebaut ist, ist ja quasi, äh, dem Tode geweiht. Das ist ja wirklich, wie wenn irgendein, äh, ein wichtiges, ähm, äh, Gebäude auf so einer Erdblase, so einer, so einer Gasblase oder was auch immer, ne, auf irgendeine Art von Blase hängt. Und, äh, da dann was, äh, einbricht. Dann fallen die ganzen Dinge ja immer ineinander. Deswegen baut man ja auch nicht auf ne Blase. So. Ach, Shenmue 3 wird mit Gregor gespielt, natürlich. Danke an die Regie. Kannst du freizügig posen? Ey, das kann man mal, das kann ich mal hier. Okay, ich will mal kurz was vorschlagen. Ich hab schon lange, hab ich die Idee, ich arbeite weiter einfach an dem Ding jetzt mal. Ähm, ich hab schon, äh, länger die Idee, äh, einen Kalender zu machen. Oh, wie erklär ich das ohne, dass das blöd wirkt. Einen Kalender zu machen mit uns in absurden Posen. Also so, ihr kennt ja Micha Bros, das Micha Bro Bild, ne? Hab ich das nicht sogar hier irgendwo? Egal. Ähm, also so, sowas wie He-Man, nur halt mit Nils. Jetzt kommt's. Der Nils sieht aber nicht aus wie He-Man. Ganz besonders nicht oben ohne. Ich weiß, es ist schwer zu glauben. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber, äh, man könnte ja nachhelfen. Und in meiner, meiner Wunschwelt, ne? Hast du dann halt, weiß ich nicht, Oktober ist Schmorf-Tag. Oder nee? Juni. Juni ist Schmorf-Tag. Und dann ist da halt ein Bild mit Schmorf. Und dann bin ich da halt im Schmorf-Cosplay. Und das wird aber nachträglich alles noch so bearbeitet, genau wie Nils mit He-Man, dass du quasi aus dem normalen Simon machst du dann halt den Schmorf mit digitalen Effekten. Und was ich jetzt gerne hätte, ist, dass der Kalender eben das Bild hat, die normalen Tage. Kann auch mal einer fehlen oder so, irgendwas Lustiges. Ähm, und wie dumm wär das, ne? Einfach, einfach falsche Tage. Ähm, egal, nein, machen wir nicht. Und dann ist da unten ein QR-Code. Und den kann man sich angucken. Und der führt zu einem Link, wo ein Video ist, was nur ihr mit dem Kalender sehen könnt. Ähm, und das Video zeigt dann quasi den Prozess vom Foto, wo du Nils siehst mit dem Schwert oben ohne in seiner He-Man-Rüstung und dann die Bearbeitung über mehrere Stunden, bis das halt aussieht wie He-Man. Äh, das wäre so mein Traum für einen Kalender. Das wär was, ne? Ähm, wird nie passieren. Also schnellstens kriegt ihr wahrscheinlich einfach einen Kalender mit, äh, 12 Shades of Beans oder so. Ähm, also wir könnten viele unterschiedliche Kalender machen. Das ist eh, ne? Aber ich würd gern mal einen machen. Ähm, hast du ein Lieblingsgenre? Nein. Das ist immer so ein Ding bei mir. Ich hab alle Genres immer sehr gemocht. Äh, außer Sport. Und ich glaub fast, das war, also Sport hab ich nie gemocht und Rollenspiele hab ich gemieden. Einfach weil die mir immer zu groß waren. Also das sind so die beiden Genres, die ich einfach seltener gespielt habe. Rollenspiele mittlerweile hat sich natürlich ein bisschen geändert. Ähm, welchen Bart soll der Simon-Kopf eigentlich kriegen? Das ist so eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Und das, das ist wirklich eine gute Frage. Und vor allen Dingen will ich ein Bart wie hier bei dem Tiramiso, kann man kurz mal zeigen. Da hab ich nämlich Bürsten. Hier hab ich damals, ähm, das ist richtig, richtig hart. Deswegen ist es leider auch, auch hier schön, wie man sieht am, äh, hier so wie ein paar Haare, ne? Weil man ja oft an den Ohren und so hat man ja auch mal Haare. Und das sollte ein bisschen organischer wirken. Irgendwo da hab ich noch ein paar versteckt. Ähm, aber dieser Bürstenschnitt, der ist zwar lustig, weil das irgendwie so aussieht, ähm, wie so ein militärischer... Und irgendwie auch logisch, ne? Weil diese Elefanten haben solche, ähm, dicken Haare. Aber ob das für meinen Bart, na ja, könnte man machen, ne? Aber da hab ich richtige Borsten so reingebaut. Naja, mal gucken, was wir damit machen. Das ist echt Probleme für die Zukunft. Das kann man theoretisch, kann man so einen Bart ja auch aufmalen. Also so einen Drei-Tage-Bart könnte man auch aufmalen. Naja. Aber interessante Frage. Gibt's was Näheres zu Jan Tenner? Das ist doch mal ne Frage. Ich komm hier gar nicht zum Kneten, weil ich nur am Fragen beantworten bin. Ich weiß es nicht. Lasst mich doch gleich was zu Jan Tenner mal sagen, nachdem ich dieses T-Shirt angezogen habe. Zum Beispiel. Oder dieses T-Shirt hier. Da, so, ich halt's extra richtig rum. Nein, so. Nee, so. Jan Tenner. Und Jan Tenner, wissen die wenigsten, ist nicht mehr Jan Tenner, sondern Jan Tenner ist jetzt der Sohn von Jan Tenner. Jan Tenner ist offensichtlich so ein Egomane, dass er seinen Sohn so nennt wie er sich selbst, auf das er ewig lebt. Und deswegen ist der neue Jan Tenner eben der Sohn. Ich hab hier auch Poster. Das ist übrigens nicht vorbereitet, dass jetzt hier irgendwie jemand schreiben sollte über Jan Tenner oder so. Sondern, äh, ja, Ja, natürlich werden wir, da sehen wir's alle, das ist, ähm, das hier ist der alte Jan Tenner. Und das ist der neue, erkennbar am, 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 am modischen Haarschnitt. Der alte Jan Tenner ist ein bisschen ergraut. Und das ist an sich ganz geil, oder? Ist schon irgendwie cool. Ähm, wir haben, ja, zwei Steine, da sind sie alle, äh, nee, zwei Steine nicht, das hier ist doch, äh, Futura auf der einen Seite. Ja, sehr, sehr geil. Und jetzt kommt's, die lieben Menschen von, oh Gott, ist das noch Kidix? Ich könnt jetzt nicht sagen genau, wie die Produktionsfirma heißt, die das macht. Ähm, ob das noch dieselben sind oder der Vertrieb. Auf jeden Fall arbeiten wir mit den Jan Tenner-Leuten zusammen. Haha, ja, da guckt ihr. Die wissen nämlich auch, dass wir mitverantwortlich sind dafür, dass Jan Tenner plötzlich wieder cool ist. Und, ähm, aus diesem Grund arbeiten wir mit denen auch soweit zusammen, dass wir, das spoiler ich jetzt einfach mal, dass wir in einer Folge mitsprechen werden. Und zwar, der Dennis wahrscheinlich und ich kriegen Rollen in Jan Tenner. Und somit hat es Simon Kretschmer geschafft, sich nicht nur in Maniac Mansion Deluxe reinzuzacken, sondern er hat es auch geschafft, sich in eine andere Kindheitserinnerung von ihm reinzufräsen. In Jan Tenner. Das ist irgendwie so abgefahren strange für mich, dass ich mich jetzt in all diese Dinge, die ich als Kind konsumiert habe, reinzecke und da dann einfach bin. Und einfach Teil dieser Geschichte bin, die ich früher nur konsumiert hab. Ist wahnsinnig lustig, wenn ich so drüber nachdenk. Ähm, naja. Finde ich immer wieder gern, äh, denke ich da immer wieder gern drüber nach. So, außerdem werden wir natürlich erwachsene Männer hören, Jan Tenner machen. Das ist klar, das, äh, gebietet natürlich der Anstand. Und, ähm, das ist noch eine geilere Sache jetzt. Und das ist wirklich der absolute Highlight. Da freu ich mich tierisch drauf. Da bin ich wirklich innerlich abgegangen, als ich das gehört habe. Weil es war, äh, so eine Bitte von mir. Wir haben für jede Folge der neuen Jan Tenner-Folgen, die kommen, haben wir die Erlaubnis und die Genehmigung und das Recht, ein eigenes Artwork zu machen. Und zwar nicht jetzt deren Artwork auf unseren T-Shirts. Nein, Mann, Bitch. Wir können unser eigenes Artwork machen mit Bohnen. Oder mit Simon. Oder Edel, wie er irgendwie so da und dann die Nadel noch im Arm. Weil Jan Tenner ja immer die, immer die spritzen, ne? So was nicht. Aber, also, man könnte richtig geilen Shit machen, ne? Das ist megageil. Das ist wirklich unglaublich geil. Ich weiß nicht, ob das am Ende jemand kauft. Aber ich persönlich will Jan Tenner auf jeden Fall in Bohnen-Version haben und will das verkaufen. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich pro Folge dann ein Design machen und das sind dann halt am Ende schon ein halbes Dutzend T-Shirts. So, und jetzt nur mal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt sicher nicht euer Favorite, ne? Aber, was ist denn hier bei diesem Jan Tenner? Da ist auf der einen Seite, ist ein Planet, ne? Den kennt ihr eventuell auch von den Raketenbohnen. Und dann ist auf der anderen Seite, ist ein Raumschiff. Das kennt ihr eventuell auch von den Raketenbohnen. Und also beides könnte man einfach nehmen und ersetzen. Und statt Jan Tenner vielleicht einfach, ach, ich weiß nicht, Simon Kretschmer. Simon Kretschmer. Da, 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 da. Da, 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 da. Bau, 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 bau. Ja, genau. Das war geil. Ich weiß noch, ich bin früher so abgedreht, wenn ich eine neue Kassette bekommen hab. Die kam mir immer nur alle paar Wochen raus. Und ich hab, das zeig ich euch jetzt, das ist nicht zu glauben. Ihr werdet es nicht glauben, wo ich gelebt habe. Das ist sowas von fern von allem. Na? Suchen wir mal nach Lorehaupten. Genau, äh, da, kann man auf der Karte, ne? Maps. Genau, das ist Flörsbachtal. Ein winziges, kleines Dreckskaff oder Land. Und, also, es ist wirklich winzig, ne? Guckt mal an, wie groß das ist. Hier ist das Original. Die Lotto-Verkaufsstelle ist im Zentrum. Eine Rezension. Und das ist der ganze, das ist der ganze Käse, ne? Ähm, kurz mal, oh, nee, das will ich eigentlich nicht. Ähm, wie kann ich denn hier, hier gibt's doch bestimmt auch Smartphones in der Nähe. Gibt's hier nicht so eine 360-Sicht, mit der man irgendwie alles dann noch viel geiler sehen kann? Äh, Street-View-Bilder. Mal gucken, ob irgendjemand da schon ein Smartphone hatte und für uns ein paar Bilder machen konnte. Nee, da ist natürlich nichts, ne? Nichts ist hier. Es gibt nur eine Satellitenaufnahme. Also, das ist das Kaff, wo ich herkam. Und, äh, das Schöne daran ist, was ich euch zeigen will, wenn man jetzt, wenn ich mir meine Antennerkassetten kaufen wollte, das ist kein Witz, wo musste ich dann hinfahren? Lore, dahin musste ich fahren. Um, hier, das muss man sich mal reinziehen. Von Flörsmachtal, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, da war schon eine halbe Stunde um. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dann warst du bei Frammersbach. Frammersbach hatte ab und zu, konnte man da auch einkaufen. Aber meistens haben wir eingekauft in dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-Lore. Das heißt, ich bin eine Stunde immer mitgefahren, um eine Antennerkassette von einer 1-Stunden-Länge zu hören. Und dann hab ich die oft schon, obwohl meine Mutter es gehasst hat, weil sie fand die Antenne mega scheiße, hab ich dann immer auf dem Weg, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, hierhin, hab ich dann schon die komplette Geschichte durchgehört. Und hab die dann zu Hause noch 100 Mal gehört und war einfach der Mega-Fan von, ähm, Mega-Fan von der Antenne. Ich weiß, das ist Schrott. Ich weiß, das ist Schrott. Aber es ist halt, ach, aber guckt euch doch mal an, wie schön, wie schön das hier ist, ne? Das ist doch echt Hessen. Da komm ich her. Ja, mitten aus dem Waldgebiet. Wie so ein Waldschrat. Kein Wunder, dass ich mich da am wohlsten fühle. Das ist einfach wunderschön. Wunderschönes Lohoppen. Muss man auch echt sagen. Hatte damals, also ich weiß gar nicht, das ist echt, das wirkt fast größer, als ich es in Erinnerung hab. Hier ist das Schwimmbad, genau. Hammer, kann man das nicht? Ja, da ist es ja. Hammer! Das ist exakt das Schwimmbad, von dem ich immer rede. Das ist groß, ne? Das war meine ganze Welt. Links die Rutsche, die konnte man immer stauen. Da hab ich immer mega gestaut. Ich weiß noch, mein Vater war ja Bürgermeister von dem Kaff hier. Und hat immer versucht, sich bei den Leuten einzuschleimen, so wie das Bürgermeister eben machen. Und das geht bei Dorfleuten immer sehr einfach. Nämlich mit den einfachsten Dingen, wie eine Rutsche. Ähm, und in dem Fall hat er hier die gebaut und die geht mega weit hier noch rüber. Und die konnte man immer so gut stauen. Also wir haben dann immer, wir haben teilweise in dieser Rutsche gelebt. Also wir waren irgendwann, haben wir in dieser Kurve einfach gelebt, haben alle vorbeirutschen lassen und hingen da rum, die ganze Zeit so eingespannt, so irgendwie, äh, jetzt müssen wir kurz mal hier so, also so hängst du dann in dieser Rutsche und dann rutschen dann die Leute und wollen durch. Und dann so, nee, geht nicht, geht nicht. Und dann müssen die so über dich drüber klettern, es würde heute gar nicht mehr gehen, heute wär das Belästigung oder so, ne? Äh, und haben fünf Leute da und haben die Leute quasi nicht vorbeigelassen, haben diese Rutsche gestaut. Das waren noch Zeiten. Das war noch Ghetto, Alter. Ah, schön, die Erinnerung. Das ist ja Hammer. Dann mal gucken, was der, was der Day vielleicht danach ja noch zu erzählen hat. Ähm, und hier bin ich auch immer rumgelaufen. Das ist exakt das, oh mein Gott! Hier bin ich immer rumgelaufen und hab Flaschen eingesammelt, weil man dafür nämlich dann Pommes kaufen konnte am Kiosk. Immer hin und her, kann ich, kann ich die Flasche haben, kann ich die Flasche haben. Ab einem gewissen Alter geben sie dir die Flasche nicht mehr, weil, also ich sag mal so, der Wechsel vom Flaschenkind zum erwachsenen Flaschensammler, das ist eine sehr schwierige Situation. Weil dem Flaschenkind gibt man immer Flaschen. Kein Problem. Ja, komm, nimm. Aber dann wirst du irgendwann älter, älter, älter. Und irgendwann bist du zu alt und bist ein Penner. Also irgendwann ist der Schritt gemacht und ab dann bist du einfach einer von den Flaschensammlern. Und davor bist du nur der nette kleine Junge, der sich Pommes oder irgendwelche Gummibärchen kaufen wollte, ne? Aber irgendwann, unmerklich, dieser Übergang, ne? Die meisten heutigen Flaschensammler fingen an als Flaschenkinder. Das ist die Rutsche. Hier ist die, äh, noch mal die Kurve. Und ich glaube wirklich, es ist genau diese Kurve hier. Ich glaube, es war genau diese Kurve hier, in der wir immer gestaut haben. Weil hier vorne konnte der, ähm, der, 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 der Bademeister konnte da einsehen und dann hat er immer gepfiffen. Und dann durften wir nicht mehr stauen. Und dann wurden wir manchmal rausgeworfen. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir hier gestaut, wo es keiner mitkriegt. Ähm, was natürlich total behämmert ist, weil es ja alle mitkriegen eigentlich. So. Das sind meine Erinnerungen an Laura Haupten. Das ist ja mal geil. Okay, cool. So, Spiele werden gleich gemacht. Ich verspreche euch, in zehn Minuten werde ich, ähm, werde ich irgendwas starten. Ich glaube, wir starten tatsächlich erst mal mit, äh, Blasphemous, damit ihr noch weiter Renegade runterladen könnt. Weil manche haben das noch nicht runtergeladen. Und jemand hat gerade was Schönes geschrieben. Ich hab's leider nur kurz gelesen. Ich muss gerade noch mal, äh, hoch. Äh, Simon hat die Entwicklung vom Flaschenkind zur Erwachsenenflasche aber gut hinbekommen. Das ist ein guter Gag. Klingt von mir acht von zehn. Hätte ich auch gemacht. Oh, mein Buddy ist unten. Ähm, Düps, bist du unten, oder was? Hallo? 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 Hörst du mich? Wenn du mich hörst, ich komm jetzt runter. Ich mach kurz jemandem auf. Ich komm sofort. Ähm, wir machen einfach kurz Werbung. Wir machen jetzt kurz Werbung. Und danach sitze ich hier hoffentlich mit einem alten Buddy aus Kindertagen. Und dann gucken wir uns mein Geschäftsgeheimnis Flasche zu Geld noch mal genauer an. Und wir erfahren vielleicht auch noch mehr über andere Geheimnisse, die in meinem Leben so passiert sind. Wir gucken alte Dinge, alte Videos. Das wird richtig unangenehm. Bis gleich. Da sind wir. Das ist Day, mein alter Freund aus Kindertagen. Sag doch mal hallo. Gude. Gude. Ähm, ist für dich ganz ungewöhnlich, ne? Live und so. Der ganze Kram, tut mir leid, dass ich dich einfach so vor die Kamera schleife. Aber super, dass du gekommen bist. Ich muss grad mal hier den Chat anmachen, dass wir ein bisschen gucken können, was die Leute so wollen. Und du bist heute hier unter anderem. Na, Moment. Da. Da ist der super Chat. Äh, du bist heute hier, um auch, äh, wir wollen ein bisschen quatschen über meine Vergangenheit, über alte Sachen. Es ist ja Kretschmar-Time, das heißt, ich kann machen, was ich will. Und du bist zufällig hier. Warum eigentlich? Warum bist du hier? In Hamburg, du bist ja eigentlich, du kommst ja aus, wie ich auch, aus Hessen. Ich hab ja gerade so ein bisschen, ich hab Lorhaupen gerade gezeigt, aber du kommst aus Wächtersbach. Aus Wächtersbach. Da haben wir uns kennengelernt. Mach mal gerade, rede ruhig, erzähl ruhig, ich mach schon mal Wächtersbach an. Ja. Irgendwo hier hab ich nämlich, fahr ich nämlich mit dem Auto durch Wächtersbach. Da. Ja, also der Grund ist, ist ja die Kreuzfahrt, die wir gemacht haben, meine Freundin und ich. Seid ihr durch schon mit der Kreuzfahrt-Karte? Wir sind durch. Ach so, ich dachte, ist dann immer Hamburg, ist dann immer der, oh Gott. Genau, Hamburg. Mit der Abschlusshafen, oder was? In Hamburg fährt das Schiff los, nach England. Also diese Route, die wir jetzt hatten, war eine Anfängerroute. Und du bist angekommen jetzt wieder? Ich bin wieder angekommen. Das heißt, du warst schon mal hier in Hamburg vor einer Weile und bist hier abgefahren, oder bist du in Frankfurt? Genau, am 13. Ah, ja, das ist ja krass. Genau, und dann sind wir nach England gefahren, von England nach Frankreich, von Frankreich nach Belgien und dann in die Niederlande und jetzt wieder zurück. Das ist krass. Wie war das so? Also viele Sachen, aber ist das nicht nervig, so viele Sachen auf einmal? Es ist nicht nervig und es ist echt ein richtig tolles Gefühl, wenn du im Schiff, du wirst komplett umgarnt und bedient von allen Seiten. Du musst nichts selbst machen, halt gar nichts, ja. Du schläfst, du stehst auf, du gehst in eins von 14 Restaurants, du suchst dir einfach irgendeins aus und du isst einfach so viel, du möchtest. Und dann kommst du zurück und dann ist das Zimmer aufgeräumt, frische Handtücher da. Du kriegst einfach alles gemacht. Wirklich, es ist Wahnsinn. Meine Mutter, ich will damit nicht sagen, dass du wie meine Mutter bist, aber die sagt, die macht das auch super gerne, die liebt das. Also sie feiert das total auch wegen dieser, ja, diese Gemütlichkeit, die du da hast. Du kannst ja nicht weg von dem Boot, das ist der Grund, warum ich das nicht könnte. Also ich könnte da niemals auf so ein Boot, ich würde Platz angucken. Das habe ich auch gedacht. Ja? Das habe ich auch gedacht. Ich habe auch Höhenangst eigentlich. Und die sind ja wieder groß. Wir waren ganz oben, wir haben so ein paar kennengelernt, die Ilva und Florian heißen die, sind auch hier RBTV-Fans und so. Das muss man sagen, die gucken auch Rugged Beans TV. Genau. Grüße an euch. Ja, Grüße an die MV-Motfahrer. Genau. Und das Geile war nämlich, weil wir haben gesagt, so Höhe und so, weil ich ja Höhenangst habe, holen wir uns eine Kabine, die weiter unten ist, ja, weil Seegang reicht ja schon. Und dann auch noch, ja, wenn man dann ganz oben ist, wir hatten auf dem vierten Deck unser Zimmer. Da haben wir die kennengelernt, die waren voll nice und so. Die hatten so eine VIP-Kabine mit eigenem Balkon und auch so einem VIP-Bereich. Und das war eigentlich ganz geil, weil die gesagt haben, hey, kommt doch mit und so. Wir so, okay, jetzt sind wir mit hoch. Moment, Moment, die haben euch in ihr Zimmer eingeladen. Naja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben abgehangen im Zimmer. Ja, ja, ja. Und die haben getrunken. Da fängt sie immer an. Ganz genau. Wir haben abgehangen und was getrunken. Genau, und am Ende weiß keiner mehr, was passiert ist. Nein, so war es nicht tatsächlich. Wir haben einfach nur abgehangen. Aber das Tolle war, weil ich ja wirklich Höhenangst habe. In einem Hochhaus, wirklich ab dem fünften, sechsten Stock kriege ich schon die Krise. Ja. Aber dort war ich, ich war dort über 40 Meter hoch, auf dem sechzehnten Deck vom Schiff, also ganz oben. Es ist wirklich wahnsinnig hoch. Ich habe oben gestanden und runtergeschaut und irgendwie keine Angst gehabt. Und da kommt jetzt dieser Faktor Platzangst oder Klaustrophobie. Ich glaube, dass das Hirn diese Höhenangst einfach nicht ausgelöst hat, weil es war einfach so weit irgendwie, ja. Man guckt ja Kilometer weit. Ja. Und das ist nicht so, wie wenn du in der Großstadt im Hochhaus bist, dann guckst du runter, es ist alles ziemlich eng und man fühlt sich einfach unsicherer. Auf dem Schiff, ich habe nur in der ersten... Aber auch kein Vertigo gehabt, dass du irgendwie das Gefühl hast, so... Ich hatte das, ich habe das... Kennst du diesen Impuls? Ich weiß, dass es den bei anderen Menschen auch gibt, deswegen, ich sage jetzt nichts, was total schlimm ist, aber ich habe manchmal diesen Impuls, wenn du eine gewisse Höhe hast, dass ich denke, ich muss da runterspringen. Also, weißt du, was ich meine? Kennst du das nicht? Das ist aber, glaube ich, kein guten Zeichen. Nein, das ist... Ich mache das ja nicht, aber ich habe in mir diesen Impuls, der sagt, Alter, wie krass, das wäre, da runter zu springen. Und ich muss mir das die ganze Zeit vorstellen, weil das so eine Höhe hat, wo ich denke, Alter, du wärst so... Du würdest so... Das ist so ein Impuls, das ist wirklich ganz schlimm. Das sind so Bilder, die ich vor Augen habe, wenn ich auf dem Hochhaus oben stehe. Genau. Das ist diese Angst, diese Urangst davor, du stellst es dir vor, damit du quasi dich selbst hinderst daran, sowas auszuprobieren. Und ich muss mir das dann immer vorstellen, das ist wie so ein Loop. Ich kann da gar nicht anders. Ich weiß noch, wir waren damals in Frankfurt auf dem Deutsche Bankgebäude, das ist ja das höchste Hochhaus, ist so mittlerweile, glaube ich, Commerzbank, das Gebäude, ja. Und dann sind wir hochgefahren, also ein Praktikum gemacht, ja, sind wir hochgefahren bis auch irgendwie zum 45. Stock. Du musst kurz ein bisschen mehr, knödelst dir ein bisschen so zusammen, dass es jetzt ist perfekt, dass es so vorne ist, genau. Und dann sind wir, mussten wir das letzte Stück laufen, um auf die Aufsichtsplattform zu kommen, wir sind so hochgelaufen und ich hab wirklich, jeder Schritt fiel mir immer schwerer, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und dann war oben die Tür und die Tür ging auf und ein paar Kollegen sind dann rausgelaufen und ich bin wirklich erstarrt wegen der Höhenangst. Ich konnte nicht raus, weil ich gesehen hab, da ist überall, ja, ging nicht, aber wie gesagt, auf dem Schiff überhaupt gar kein Problem. Ich hab auch nur ein einziges Mal wirklich Angst gehabt, weil es war ja, wir sind ja Anfänger, ja, also meine Freundin mit dem Schiff fahren. Und ich hab wirklich, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt, ne, ich mein, Fliegen find ich auch schon nicht so geil, ja, und beim Schiff fahren, ich hatte keine Ahnung, wie mein Körper reagiert, ja. Gibt ja Leute, die werden dann seekrank, von ein bisschen geschaukelt oder so. Das war bei mir gar nicht. Was aber auf jeden Fall war, und da muss ich mich echt outen, ich bin die Nacht fünf oder sechs Mal aufgewacht und hab fast angefangen zu weinen, weil das Schiff durch den Wellengang so geschaukelt ist, ja. Das ist aber doch eigentlich, das find ich eigentlich ganz geil. Dieses Schaukeln mag ich. Das kommt drauf an, wie hoch die Wellen sind, ja. Also wir haben jetzt nur so... Man sieht das ja dann auch schon, also, ihr habt ja von oben einen guten Blick, du siehst ja dann, wie krass das Ding wahrscheinlich hin und her geschaukelt wird. Genau, aber ich bin ja aufgewacht dadurch. Ich bin ja dadurch aufgewacht, das ist ja der Punkt. Ich hab geschlafen und dann bin ich aufgewacht, aber das Geile war, in jedem Zimmer gab's halt coole Flatscreens und dann gab's halt verschiedene, also es gab ganz normales Fernsehen, aber es gab auch die Außenbordkameras, vorne, links, rechts und alles. Und dann bin ich wirklich, ich bin fünf oder sechs Mal aufgewacht und hab tatsächlich die Glotze angemacht und hab auf Kanal 8 geschaltet, weil da nämlich die Kamera war, die auf unsere, ich glaub, das Backbord oder Steuerbord, eins von beiden, auf der rechten Seite auf jeden Fall in Fahrtrichtung. Und die Kamera hat halt dann wirklich gezeigt, ja, den Seegang und alles. Ich hab gedacht, okay, das sind schon hohe Wellen, aber es sieht safe aus. Dann hab ich die Glotze ausgemacht, hab mich hingelegt und geschlafen. Was hättest du gemacht, wenn du siehst, oh, hier ist ein Riesenloch, wir trinken gleich, der hätte auch nichts machen können. Dann wär ich irgendwie auf Deck 16 gerannt. Nee, ich hätt gesagt, okay, klick, zu, wenigstens noch einmal eine Mütze voll Schlaf, bevor du stirbst. Ja. Ey, manche haben den Untergang der Titanic verschlafen. Ich mein, die sind aufgewacht und waren ertrunken. Also, auch das gab's, ne? Ja, aber ist doch eigentlich besser. Das ist eine gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wäre besser, im Traum zu ertrinken und dann halt tot zu sein. Auf jeden Fall. Als wach zu werden und das wirklich zu realisieren. Ich glaub, das ist viel schlimmer, ja. Titanic, da haben wir auch den Ablegeplatz gesehen. Wir waren ja auch in Southampton. Das ist ja der Hafen, wo die Titanic losgefahren ist. Ja, da hab ich dann erzählt. Du weißt, dass die die Titanic neu bauen, ne? Bauen original halt noch mal. Ich fahr nicht mit der. Ich garantiere dir, das wird so ein Influencer-Ding. Oh, heute fahr ich mit der Titanic. Oh, das wird aber spannend. Hoffentlich sind genug Beibote da. Ich wette, jeder Influencer, jeder YouTuber der Welt wird daraus ein Thema machen und einmal mit der Titanic fahren. Lustigerweise gibt's auf der AIDA auch kein Deck 13. Äh, wie? Ach so, wegen Aberglaube. Ja, es gibt kein 13. Es gibt auch kein 13, 15. Ich glaube aber, das ist nicht, weil die Schiffbauer daran glauben, also, weil die abergläubig sind, sondern ich hab mal gelesen, dass sie das machen, weil sich immer Kunden beschweren, wenn sie dann auf dem 13. Stockwerk sind und du deswegen ständig quasi mit Arschlöchern dich umgeben musst. Ah, okay. Und um das zu formalen, um den Arschlöchern das Stockwerk zu nehmen, sozusagen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Dass jemand so, ey, ich bin auf dem 13. Stock, man denkt ja direkt, wie kann ich da Geld rausholen? Also, ich will ein anderes Zimmer oder Geld zurück oder so. Weißt du, die haben das wahrscheinlich den ganzen Tag. Ja. Es gab auch in, ähm, du kennst doch Shining. Klar. Da ist dieses Zimmer 270. Schlimmster Film ever. Für mich der gruseligste Film ever. Diese Zimmernummer, die gibt es in dem Haus gar nicht eigentlich, weil die Besitzer von dem Haus Angst hatten, dass dann keiner in dieses Zimmer will. Aber in Wirklichkeit wäre es so gewesen, dass jeder in dieses Zimmer will. Echt nicht? Also, man hätte, ja, aber glaub mal, es gibt super viel Gruseltourismus so. Selbst wenn es so ein Film ist, Leute hätten da ... Ja, unser Nachbar, der ist auch so ein Geisterjäger. Hat er mir jetzt, ich wusste das gar nicht. Also, du meinst das jetzt nicht, also, als Gangster ... Ich mein das jetzt ernst. Der Jagdgeister. Der Jagdgeister? Also, wir wussten das auch nicht. Oder interessiert er sich nur für Geister? Nein. Weil die Jagdmannkeister. Die haben auch eine ... Ich hab, der leitet den Kanal, weil die haben auch irgendwie einen Kanal und dann haben die dann irgendwie so ... Kameras bauen die auf. Also, das ist wohl so, dass Leute sich bei denen melden und sagen so, hey, yo, bei uns spukt's, kommt mal vorbei. Und dann ... Das müssen die auch mal machen. Ja. Und dann gehen die dann dorthin und dann haben die irgendwelche so speziellen Kameras, die werden dann so aufgestellt. Und er hat mir halt auch ein paar Aufnahmen gezeigt, die schon irgendwie auch gruselig aussahen. Da sind die so ... Da haben die auch so eine Night-Vision-Kamera. Ja. Die steht dann dort, also mehrere in dem Räumen. Und dann laufen die und auf einmal siehst du wirklich so ein ... Ich kann's gar nicht richtig beschreiben. So einen kurzen Schleier, der schnell durchs ... Ja, wie immer. Durch die Kamera huscht. Ich mein, die Aufnahmetechnik wird jedes Jahr verdoppelt in der Qualität. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss mich jetzt wirklich outen. Ich hab wirklich so mit Geisterkram und so, da hab ich halt keinen Bock drauf. Du weißt, wir haben damals Gläserrücken gemacht. Und du weißt, da ist nicht ... Das weißt du noch, ne? Ey, da können wir wirklich mal drüber reden. Ich mein, ich versuch das heute ernsthaft zu vergessen. Weil ich bin kein übernatürlicher Mensch. Ich glaube, dass es eine Menge Sachen gibt, die wir nicht checken oder wahrnehmen. Dass es von mir aus tausend Welten gibt in unserer Welt. Das kann alles sein. Aber ... Also, ein Geister so, dass ... Stell dir mal vor, du stirbst und du bist ... an fucking dieses Grundstück gebunden. Wie unfair ist das? Bist du irgendwo in der Pampa oder bist ... Das kommt aber auf die Fähigkeiten an, die du hast. Wenn du irgendwelche Special-Fähigkeiten hast, dann ist das cool. Das ist für ein Elite-Kastensystem. Warum, wenn ich tot bin, will ich gleichberechtigt sein? Warum sind denn dann andere noch besser als ich? Warum dürfen andere weg? Warum dürfen andere Hu machen? Ich bin vielleicht nur ne Lampe oder so. Bin ne Lampe und darf an- und ausgehen? Das ist doch nicht fair. Und das akzeptier ich nicht. Was ich sagen wollte, ist, das Gläserrücken hat mir echt damals ... Das hat mir echt Angst gemacht. Und da hab ich lange drüber nachdenken müssen, wer von uns da jetzt geschoben hat. Also, ich sag dir was ... Muss man dazu sagen, das ging auf so ... Also, wir waren da zu viert. Oder was war George, Joe, Charlie, du und ich? Und wer war noch? Nee, da waren schon so ... Schnippel waren noch dabei. Das waren viele. Und der Klinger, der Dennis-Klinger, war übrigens der Einzige, der sich getraut hat, zu fragen, wann werd ich sterben. Fuck, Alter, ich erinnere mich. Dann hab ich noch gemeint, ey, halt mal deine ... Hör mal auf, so ein Scheiß. Man muss jetzt wirklich ... Genau, das war nämlich echt so, dass dieses Glas sich furchtbar schnell bewegt hat und total funktioniert hat. Ich mein, jeder kennt dieses Phänomen, jeder schiebt ein bisschen, oder dieses Glas wird erhitzt, und dadurch bildet sich so eine Schiebefläche. Aber es war unfassbar scary. Es war unfassbar scary, auch aus einem Grund, weil zum einen einmal wir den Geist gefragt haben, wie sein Name sei. Und? Und dann kam Hans Fiedler. Jetzt pass auf. Ja, klingt jetzt erst mal lustig, aber pass auf jetzt. Und du weißt doch, ich hab damals, da war ich so 16, 17, das war nämlich grad so die Gläserrückens ... Hans Fiedler? Ja, den wirst du jetzt da nicht finden, weil der lebt ja nicht mehr. Jaja, aber man kann's ja mal eingeben. Vielleicht findet man eine brutale Geschichte oder so. Ja, im Telefonbruch, ganz sicher. Wie aus hasserfüllten ... Nee. Okay. Egal, was du eingibst, du landest immer bei Rechtsextremismus. Ja, genau. Es ist löslich egal. So, aber jetzt pass auf. Pass auf, das eigentliche Ding kommt ja jetzt erst noch. Und ich hab ja damals, das weißt du ja noch, mit dem Mob-Badge bin ich herumgefahren, mit der 80er. Und da hab ich ja Geld gebraucht. Dann hab ich doch in der Me-Kolonne gearbeitet. Moment, es war eine 50er. Du hast doch keine 80er. Ich hatte eine 80er. Du hast eine getunete 50er. Eine Yamaha DT80, 100 Prozent. Ich war eine von den Coolen. Ja. Und in dieser Me-Kolonne, da bin ich ja, war ich so 16, 17 Jahre alt, bin immer mit den Jungs da rumgefahren, hab die Kindergärten und auch die Friedhöfe gemäht. Und es gibt tatsächlich in Aufenau auf dem Friedhof einen Grabstein, wo der Name Hans Fiedler tatsächlich draufsteckt. Gut, das ist ziemlich creepy, aber es ist ja ein relativ normaler Name. Die Frage ist ja eher, wie haben wir es geschafft, ich behaupte jetzt mal, dass es keine Geister gibt, so aus der Warte komme ich, wie haben wir es geschafft, einen Namen zu erzeugen, der, sag ich mal, lesbar ist, den es wirklich geben kann. Weil ja dann doch unbewusst jeder woanders hinschiebt. Also so stelle ich es mir vor. Ganz genau, vor allem, dass das überhaupt Sinn ergeben hat. Ja. Das bedeutet, guck mal, das würde ja bedeuten, einer müsste da gesessen haben und sagen, so okay, ich denk mir jetzt irgendeinen Namen aus, ich nehm jetzt Hans Fiedler, ja. Und der müsste ja dann mehr Druck ausgeübt haben und hätte das Glas lenken müssen. Aber es sind ja noch vier oder fünf andere Finger drauf, ja. Und es ging super schnell. Und? Es ging irgendwann wirklich in so einer Bewegung. Das war richtig hardcore. Also das war der Part, der mir am meisten Angst gemacht hat, weil alle nur noch so nur noch geguckt haben und völlig schockiert waren. Aber ich hab aber noch ein Argument. Ich hab aber noch ein Argument. Und zwar kann ich mich noch entsinnen, dass ich gefragt habe, weil ich nämlich auch total skeptisch war. Ich hab gedacht, ach komm, weißt du, die schieben da die Jungs da irgendwas, weißt du? Ja. Ja. Ich hab meinen Finger einfach nur draufgelegt. Aber ich hab gedacht, die anderen ... Ich hab nicht geschoben. Aber manchmal machst du dir unbewusst was, ja. Und dann hab ich dem Geist die Frage gestellt und die Antwort konnte keiner wissen. Weil das ist etwas gewesen, ich mein, wir waren super dicke Freunde, aber wir haben nie wirklich über meine Familie mütterlicherseits gesprochen, ja. Und dann hab ich gefragt, wie viele Geschwister denn meine Mutter hat. Ja. Würde ich zwar jetzt nicht sagen. Und ich mein, gut, die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 1 zu 9, weil ich glaub, wir hatten die Zahlen irgendwie ... Nee, wir hatten 0 bis 9 als Zahlen. Die 10 gab es 0 bis 9. Ja. Trotzdem ist dann die Wahrscheinlichkeit 1 zu 9, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn er rät, tatsächlich die richtige Zahl trifft. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, die Antwort war die richtige Zahl. Das sind nämlich sechs Geschwister. Aber das ist auch eine ordentliche Anzahl. Also, das ist nicht random ... Sag mal, Durchschnitt wäre jetzt das, das sagst du drei oder so. Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht angeben, wie ... Nein, nein, aber sechs ist ja dann auch schon ... Wie krass meine Familie ist oder so. Meine Oma hatte 13 Kinder, Alter. Ja. Völlig wahnsinnig. 13 ist geil. Davon sind allein nur ... Also, zwei haben nicht mal wirklich den Krieg überlebt und so. Also, es ist halt einfach Schwund. Die Oma? Meine Oma. Die Oma. Nein, nein, nicht die Oma, die du kennst. Okay. Die andere Oma, mütterlicherseits. Die war sehr religiös. Okay. Und da wird dann ... For the Lord. For the Lord. Du warst aber schon am Erzählen. Ich wollte dich das nicht kennen. Nee, das war der Punkt, wo ich gesagt hab, ich hab mit niemandem von den Jungs darüber gesprochen, wie viele Geschwister meine Mutter hat. Und ich hab das Ding ja auch ganz ... Ich weiß es ja, dass ich es nicht manipuliert hab. Und die anderen ... Also, das wäre schon ... Es akkumuliert einfach die verschiedenen Wünsche der Leute. Es ist ein geiles Prinzip, um meine Leute so was zu erleben. Sicher, also ich sag's dir ganz offen, ich mach da auch kein Hehl draus. Ich glaub daran, dass es so ein Kram gibt. Ich möchte damit aber nichts zu tun haben. Also, ich möchte mich fernhalten von so was. Ich kann echt auch niemandem raten, das zu machen. Also, ich find ... Dein Vater, unser rückwärts aufzählen. Wie dumm eigentlich so, weißt du? Nee, ich finde, man sollte generell so was mit Vorsicht genießen, weil man sich ja vielleicht selbst auch sonst so ein bisschen hypnotisiert. Also, ne? Auf jeden Fall. Wenn man daran glaubt und wenn man dann etwas macht, was bewirken soll, kann's ja gut sein, dass man das dann wirklich bewusst oder unbewusst auch versucht zu erzeugen. Du kannst dich in Kram reinsteigern. Genau, und wenn du dich so mit dem Tod befasst oder so und toten Leuten, kann es ganz schnell, glaub ich, sehen, dass man irgendwie ein bisschen den Weg zur Realität wieder verliert. Aber, ja, du hast noch eine Menge anderer Geschichten parat, weiß ich. Die Frage ist, welche wir erzählen dürfen und welche nicht. Ich hab übrigens auch, hab ich dir ja schon erzählt und euch auch, ich hab alte Videos. Ich hab alte Videos. Die Frage ist, wollen wir die uns überhaupt angucken? Weil sie sind wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich klicke mal in eine Sache rein, nur damit du so ... Äh, warte mal. Aber das sehen die Leute jetzt nicht auch direkt, wenn du's anmachst oder doch. Äh, warte mal, ich würde sagen, die Regie wartet erst mal ab. Ich muss nämlich auch wirklich zwischen den Sachen erst mal so hin und her zappen, ne? Warte mal, da. Okay, da sind wir jetzt oben ohne im Wasser, da ist Giorgio. Deswegen, ich weiß nämlich zum Beispiel auch nicht, ob wir das einfach zeigen dürfen, ne? Da sind jetzt ... Hier ist jetzt Klinge auf dem Klo. Oh mein Gott. Das Ganze wollte ich zeigen. Warum haben wir den auf dem Klo geführt? Ja, okay, ich hab ihn offensichtlich nicht auf dem Klo gefilmt, sondern ... Aber das ist schon bei dir unten, ne? Ja, ja. Okay, komm, zeig mal einfach rein. Hier geht's jetzt. Hier wird sich geprügelt. Das ist, glaub ich, schon so ein bisschen Wrestling. Das waren die ... Genau, ab jetzt geht's eine Stunde lang, haben wir versucht zu wrestlen. Ey, darf ich dir ehrlich was sagen? Ich schäme mich grad voll. Ja, aber warte mal ab, Alter. Das wird ... Warte mal ab. Das ist das Bad, auf dem wir gerastlet haben. Es hat übrigens nichts Sexuelles, Leute. Das war einfach hartes Kämpfen. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Und wer ist das? Hey. Wer ist denn das? Das bin ich. Das bist du, ja. Tag Team. Ah, wir werden gleich noch mal zum richtigen Moment Pause drücken können. Alter, wie geil. So, warte mal. Da hab ich die Brille von deinem Vater auf. Oh mein Gott. Jetzt Achtung. Wow. Das ist jetzt der Anfang, ne? Du kommst quasi ... Das ist der Einmarsch. Das ist so unglaublich lustig. Wie dünn meine Arme sind. Ja, du warst sehr dünn, ne? Warum warst du so dünn? Du hattest doch irgendeine Blutkörpergeschichte, ne? Ich hab keine Ahnung. Also, du warst auf jeden Fall sehr dünn. Du hattest einen megakrassen Metabolismus. Du konntest ... Du hast immer versucht, dicker zu werden. Hast du gesehen? Ja, wie verrückt, ne? Voll der gute Move. Ja, aber willst du nicht auch ... Willst du deinen Kindern nicht auch sagen, sag mal, Leute, spinnt ihr? Ihr könnt euch doch nicht mit Rücken voran auf ein Bett knallen. Guck mal, da bricht man sich doch alles. Null überlegt. Das ist doch Klinger, oder? Das ist doch der Schnippel. Das ist der Schnippel, genau. Das sind sie alle. Oh, wie lustig. Und da oben sind die Poster, die mir mein Vater mich gezwungen hat, aus Hongkong zu klauen von der Wand, weil er die gut fand. Und ich hab die dann aufgehängt, weil es waren Brüste zu sehen. Aber da war das noch nicht ... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, ich muss kotzen. Du siehst aus wie einer von der Boy Group oder so. Oh, hier ist Harzen, cool! Jetzt schämt mich, wie ich schwörst jemanden. Ich schwörst jemanden. Es ist so furchtbar, ich muss ein bisschen kotzen. Aber ey, du hast echt Eier, dass du das hier laufen lässt, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist so hart, ich spür richtig wie ... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Es geht aber nicht, ich kann nicht, es geht nicht. Ich ertrage es nicht. Oh. Puh. Puh. Was sagen die Leute? Ei, 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 ei. Die sind bestimmt krass geflasht, oder? Von deinen coolen Moves so. Ich lass mal laufen, aber die Regie darf nur ganz kurz reinschalten. Nein, nicht so viel. Warte mal, jetzt kommt ... Ja, gut, okay, komm, mach mal rein. Wer kommt jetzt ... Alter, das wird ja echt nicht besser. Gute Frage, wer jetzt kommt. Wer ist das? Das ist Klinger. Was hat der da auf dem Kopf? Klinger und du. Ja, so ein Helm, so ein Stahlhelm soll das, glaub ich, sein. Ey, das war die Zeiten von WrestleMania und so. Wir waren einfach mega Wrestling-Fans. Ja. Wir wollten auch wrestlen. So, alter Day. Guck mal, jetzt reißt du's noch raus. Hab ich denn da ein Messer, oder was ist denn das? Ich glaub, ich glaub, es war einfach ein Bleistift. Oh Mann, ey. Ja, aber das ist jetzt zwei gegen einen, oder was? Ich, lass gucken ... Oh, mach mal zurück, was war denn das gerade? Ey, der war offensichtlich. Das ist doch der Timo. 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 Und ... Oh, oh. Er kämpft noch. Wer ist denn das? Ich weiß es nicht, Mann. Das ist der Klimbim, oder? Äh, das ist der Klimbim. Das ist der Klimbim, ne? Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Ey, die ganzen Leute. So, bitte kurz von meinem Rechner runter. Ey, das ist schon echt ... Ah, das Shit, Alter. Gestern ist mir so ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, wenn du dir das anguckst, ähm ... Und dann, hier, das ist das Allerbeste! Warte, 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 da. Achtung, da haben wir übrigens, guck mal, das ist interessant, da hatten wir dann schon die Evolution. Das war dann schon besser, zwei Betten, mit nem Sofa. Äh, es war ein bisschen gefährlich, weil in der Mitte war immer noch so ein Holz, ne Holzlatte. Aber das war dann schon der Versuch, es sicherer zu machen. Ich bin wirklich übelst geflasht. Bam! Kein Witz jetzt. Das ist wirklich ... Das ist so geil! Das ist wirklich ... Das sind keine Moves, Alter, hör auf damit! Das ist die Lederhose meiner Mutter, das ist das Allerbeste daran. Die Lederhose gehört meiner Mutter. Alter, ja, da hab ich gewonnen. Oh, und das war dann irgendwann später. Du hast häufig bei mir gepennt. Häufig? Ja, du hast auch mal eine Zeit lang, hast du auch länger ... Oh, hier, warte mal, weißt du noch, was das ist? Warte mal, wie hieß das? Ähm, du kennst das. Hier, warte mal, mit den Haaren. Das ist so ein ganz bekanntes Hip-Hop. So ein Hip-Hop-Comedy-Duo. Ach, wie heißen die? Ja, das ist das nicht ... Regie, äh, nicht Regie. Chat, ihr wisst das, ne? Ihr wisst das. Wir warten jetzt drauf, bis ihr das sagt, wie das heißt. Kit & Play, kann es sein, dass du die Rap-Kombo hießt? Hieß so auch der Film? Hausparty, war das Hausparty? Ja, 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 100 Prozent. Geil der war, ey, Hausparty, ey. Das sind noch Filme. Das waren noch Filme. Und da hab ich dich, glaub ich, wir haben uns immer gefilmt und veralbert, sag ich jetzt mal. Naja, meistens hast du geschlafen und ich hab dich veralbert. Also, hier schläfst du. Das kam aber nicht so oft vor. Und das war immer so spannend, wenn der eine pennt, den anderen so einzuödeln. Ich hab das alles so scheiße. Aber die geilste Story ist eigentlich, wo der Klinger und ich bei dir gepennt haben und deine Mutter, ich weiß nicht, was für ein religiöser Feiertag da war, aber aus irgendeinem Grund musstet ihr morgens in die Kirche am nächsten Morgen. Und der Klinger und ich, die haben dich einfach mit Edding so vollgeschmiert und haben dir so ein Katholikenkreuz mit dem Edding auf die Stirn gemacht. Ihr habt mir ein Kreuz falschrum, ihr habt mir quasi ein Satanskreuz auf die Stirn gemacht und ich hab mit Edding, mit Edding. Und dann hab ich das nicht abbekommen. Und dann bin ich da mit so halb noch drauf in die Kirche. Völlig verrückt, dass meine Mutter nicht gesagt hat, ey, weißt du was? Bleib doch einfach daheim. Ja, das war geil. Alter, 93, ne? Aber das war so aufregend, weil ich wollte natürlich nicht, dass du aufwachst. Und dann ... Achtung. Das wird immer besser. Und das Geilste ist dann, dass du, glaub ich, dir die Retourkutsche am nächsten Tag gegeben hast oder so. 3.34 Uhr, ey. Alter. Da hast du auch schon ... Also es wird halt einfach nicht besser, ne? Es ist halt einfach der Kind ... Warum hab ich da ein Foto von mir draufgelegt? We will never know. Ach, das war noch Zeiten. Was? Hört halt auch einfach nicht auf. Es ist ... Es wird langsam halt auch echt ekelig. Hört einfach nicht auf. Warum bist du denn auch nicht aufgewacht? Das ist so assi. Es ist so zum Kotzen. Naja gut, aber du bist ja auch nie aufgewacht. Ja, stimmt. Das ist ... Ich schlaf auch gut. Wenn ich überlege, was ich mit dir alles angestellt hab, als du geschlafen hast. Und wenn du mal aufgewacht bist, dann hast du so Sachen geäußert wie ... Du weißt schon. Ja, ey. Deutschland existiert nicht mehr und so. Kannst du das mal bitte noch einmal ... Die Leute glauben mir das nicht oder beziehungsweise die Leute glauben, ich erzähl da einen Quatsch. Kannst du noch mal bitte sagen, wie das alles passiert ist? Wo kommt das jetzt her? Was ist das? Sag das noch mal. Was angeblich passiert sein soll? Ich kann ... Was heißt, was angeblich passiert sein soll? Du sagst es ja immer so, ich war ja ... Weil das klang jetzt so, als hätte ich's erfunden oder so. Bis heute bin ich mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher. Ja, dann erzähl mal bitte. Naja, es war genau so ein Abend. Da haben wir so rumgezockt irgendwann und du warst ja meistens so ein bisschen früher platt und hast dich hingelegt und hast gepennt. Und ich kann mich jetzt nicht mehr so genau entsinnen. Ich weiß auch nicht mehr, wer dabei war, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur entsinnen, dass du auf einmal so einen komischen Laut von dir gegeben hast. Und ich hab gezockt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich Super Nintendo ... Ja, es gab ja nur SNES. Ich hab Mario World gespielt mit noch jemandem. Ich kann mich aber nicht entsinnen, wer es war. Ich weiß nur, wir haben zu zweit das Spiel gespielt. Dann hör ich nur so ... Und ich hab gedacht, wir wären zu laut gewesen. Hab mich, weißt du, rumgedreht, denkst so, okay, scheiße. Natürlich Pause, Ton, leise alles, ja. Hab geguckt, weil ich nicht wollte, dass du irgendwie aufwachst und stresst. Wir wären zu laut oder so. Obwohl wir wirklich leise waren eigentlich. Und dann hör ich nur, back dein Eis. Ich kann's ganz wiederholen, weil ich mich totlachen muss. Und dann ... Und dann hab ich gemeint, ich hab aber gedacht, du wärst wachen. Ich so, was? Ich hab gedacht, du redest mit mir. Aber du hast gar nicht mit mir geredet. Du hast einfach irgendeinen Arm rausgehauen. Und ich so, was? Und du so, Deutschland existiert nicht mehr. Und ich so, okay, der ist down. Brauch ich jetzt nicht noch weiter versuchen, mit ihm ein Gespräch zu führen. Die Zukunftsvision. Wer weiß denn? Vielleicht war ich einfach der eine, der es hat kommen sehen. Vielleicht. Back dein Eis, Deutschland existiert nicht mehr. Das hab ich irgendwann mal erzählt. Und bis heute. Ich hab das letztens irgendwo auch im Chat gelesen. Irgendwo haben das sich Leute noch erinnert. Ja, ich hab auch irgendwo bei dir im Kommentar gelesen, dass jemand ein T-Shirt haben möchte mit dem Spruch. Ja. Ich weiß nicht mehr ... Nein, ich war nicht frei. Ich war extrem, ich hab nichts getrunken, nichts geraucht, als ich jung war und so. Getrunken hast du schon? Nein, zu der Zeit nicht. Ich hab relativ lang nicht getrunken. Du hast aber, wir haben ziemlich früh angefangen, Bier zu trinken. Nee. Doch. Nein, nein, nein. Ich hab voll lange ... Ich kann mich sogar entsinnen, wir haben in der Garage ... Weißt du, wenn wir nicht eine schlimme Party bei mir, wo der eine oder der andere zusammengeknüppelt hat, da hab ich dann nichts mehr getrunken. Ab da hab ich aufgehört. Ja, da hast du aufgehört. Da warst du 17 oder so. Ja, aber guck mal, wann haben wir angefangen? Ja, aber du kannst ja ... Wenn du sagst, du hast mit 17 aufgehört, dann kannst du ja nicht sagen, dass du voll spät angefangen hast und mit 17 schon wieder aufhörst. Oh, hier, guck mal. Also, beides ist wahr. Ich hab sehr spät angefangen, aber dann auch direkt wieder aufgehört. Und dann aber auch wieder in ... Also, ich hab auch ziemlich viel wieder angefangen. Also, spätestens ab Würzburg, bei Studentenstadt, hab ich wieder angefangen, auch zu trinken. Jetzt hab ich aber seit anderthalb Jahren nicht mehr getrunken. Das wart ihr vor dem ... Bürger. Wie heißt das bei dem Bürgerhaus? Wer ist denn der? Oh mein Gott, das war der ... Das ist ja echt geil. Ich wollt immer auch skaten. Ich hab ein Board gekauft, wollt immer mit. Aber mehr als einen Clip hab ich nicht hingekriegt. Dort gab es ... Das bin ich, 100 Pro, oder? Wer so dumm fährt, das kann nur ich sein. Guck mal, guck mal. Ja, aber guck mal, das ist doch eigentlich cool, Alter. Wie hast du gesehen, wie so ein Schimpanse bis ganz nach unten? Ey, ihr seid alle immer für mich völlig behämmert aus. Ähm, das ist ja geil. Was ich sagen wollte, da bin ich einmal hier ... Hier ist ... Da gibt's so eine lange gezogene Stufe, die kennst du wahrscheinlich. Direkt, wenn man ins Bürgerhaus reingeht. Ja, klar. Und da sind wir immer runtergehüpft. So, Ollis und ... Weißt du? Fast. Und da hab ich einmal so ein 180 runtergemacht. Und da ist mir das Board unter den Füßen weggekauft. Und das ... Was war ... Ja, ich bin einfach beeindruckt, wie gut ihr fahren könnt. Ihr wart recht jung. Mir ist das Board weggerollt, und ich bin mit dem Kopf auf den Boden geklatscht. Ja, so richtig ... Ja, das war richtig ... Hier, guck mal, das ist die Treppe jetzt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber da haben wir immer Anlauf genommen. Dass wir nicht verjagt wurden von den Stadtmitarbeitern. Ja, na ja, zum einen natürlich, weil ihr ... Weil ich dabei war und die ... Also, mein Vater und so, die wussten ja alle, dass wir halt die Jugendlichen sind so. Und dass wir nicht so viel hatten. Ihr habt ja weiter da hinten. Hier, sieht man jetzt nicht. Aber hinter den Bäumen wurd ihr dann später für euch. Ähm, ein Skatepark. Also, die Funbox. Ein Skatepark klingt jetzt größer, als es ist. Aber tatsächlich hat das Ding auch 25.000 Mark oder so gekostet damals. Einfach so eine Box mit verschiedenen Ecken und Möglichkeiten zu grindern. Da gab's auch mal einen Skate-Contest. Da sind die Leute wirklich auch aus Frankfurt und so gekommen. Ey, und ich werd nie vergessen, ich weiß, ja, und ich werd auch nie vergessen, da war ich nicht dabei, aber wie Tino, der wirklich die Halfpipe-Fährten, alles mega, der talentierte Skateboarder gewesen, macht irgendwas Krasses, nimmt sein Board in die Hand, läuft, stolpert, bricht sich den Arm. Beim Laufen, ja. Beim Laufen, beim fucking normalen Laufen und reißt sich den Knochen hier so raus. Offener fucking Bruch. Das war mein Albtraum, Alter. Das war mein Albtraum. Nachdem er in der Halfpipe irgendwas Geiles gemacht hat. Das ist so dumm. So, als ob das Schicksal gemerkt hat, ach shit, ich bin zu spät, Moment, äh, stolpern. So, naja. Ähm, krass, das Schnippel jetzt, oder? Bist du das? Mit dieser E7-Dien-Mütze? Nee, das war Schnippel, glaub ich. Ach ja, das war schon geil, oder? Da haben wir abgehangen. War eine Megatron. Vor dem Rathaus haben direkt so die Ghetto-Kids, guck mal hier, die kümmern sich um nix, die hängen vor dem Rathaus ab, die zeigen's dem Mann. Wie? Dem Mann? The Man-Mann, der Macht, dem Staat, die lassen sich nichts bieten. Aber ich glaub, ehrlich gesagt, guck mal, die Leute, da waren ja überall Büros. Ist ja auch Gemeindehaus. Ich glaube, dass die Leute vielleicht auch so ein bisschen wussten, hey, das ist hier vom, äh, vom, äh, vom Reinhard Sohn, die, die Clique. Da machen wir lieber keinen Stress. Na, am Anfang haben sie das gesagt. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann hieß, äh, die sollen sich da nicht mehr versammeln. Äh, aber wie willst du die wegkriegen? Das ist, da hast du ja Riot, ne? Auf jeden Fall. Mit den Jungs willst du dich nicht anlegen. Nee, die sind richtig krass. Also, die waren alle, grad ich mit meinen 45 Kilo, ich sah richtig gefährlich aus. Ey, das Geile ist, die Mode find ich jetzt auch total interessant. Ähm. Einiges davon ist wiedergekommen und schon längst wieder weg. Boah, Healflip, wer ist denn das? Wiss ich nicht. Das ist natürlich das Problem bei Skate-Videos, dass man selten den, den ganzen Skater sieht. Zumindest, wenn ich filme. Ah, könnte es Klinger sein? Es ist so schwer zu, ja. Hm, aber spannend. Ich geh mal grad ein bisschen weiter, weil ich weiß, wir haben halt Stunden, ne? Nee, das bin ich, das hast du gesehen, mit der schwarzen Mütze. Und ich weiß noch, diese Hosen, die ihr habt, das waren immer diese Arbeiterhosen, die in extra groß gekauft wurden. Ja, auch, weil die so günstig waren und weil die ja auch ständig kaputt gingen. Ähm, deswegen habt ihr die immer da gekauft. Beim Globus. Aber das waren wirklich so richtig die Anfangszeiten. Wie alt waren wir da? 13, 14 höchstens, hm? Jemand schreibt, und zwar, Nudelmann, da fehlt noch die Kette, die aus der Hosentasche hängt. Ne, die Ketten hatten wir die auch? Die Ketten hatten wir auch. Natürlich. Die hat man jetzt nur nicht gesehen. Ja, also teilweise, Arno, unser Geschäftsführer hat heute noch diese Ketten. Also, das ist einfach zeitlos. Ja, haben wir versucht, Skate-Videos. Ja, du hast heute noch. Aber ich hab's, weil mir in Hamburg, wo wir mal unterwegs waren, ich weiß nicht, ob du's noch weißt, weißt du noch, wo mir das Handy aus der Tasche rausgezogen wurde? Wo, in welch das war? Nein, in Hamburg. In Hamburg? Da waren wir vor zwei Jahren oder so, waren wir mal weg. Und dann hab ich irgendwie, ja, und dann waren wir bei so, wo es diese hauchdünnen Pizzen gibt, wo man immer drei Jahre anstehen muss, weil die Pizza wirklich geil ist. Und da hab ich gestanden, und da kam von hinten jemand und hat mich so angerempelt irgendwie, ja, und ich denk so, hä, guckst du und guck? Und da war aber niemand da. Und da seh ich nur so einen Typen da weglaufen. Und der hat mir das Handy aus der Tasche gezogen. Und dann hab ich noch die ganze Nacht Paranoia geschoben wegen dem Handy. Und am nächsten Morgen dieses, ähm, Land, ähm, diese Kneipe. Ja, Landgang. Landgang. Genau. Und da haben wir, weil ich dachte, ich hätte das Handy dort vergessen. Möglicherweise, weißt du, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, klar, was willst du noch machen? Dann weiß ich noch, bist du morgens mit mir aufgestanden? Ja, ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir dann gewartet und haben geguckt, ne? Mann, und das war, wir haben nicht, das tat mir so leid. So eine Angst, dass mir jemand das Portemonnaie aus der Tasche zieht oder so, das ist halt grad, weißt du, gar nicht, es ist gar nicht mal das Geld, ja? Es ist einfach die ganzen Ausweise, Karten, was, jenes. So eine Arbeit. Geld haben wir ja selten viel dabei. Also hat man ja heutzutage gar nicht mehr so viel, ne? Also du kriegst jetzt keine Hunderter spazieren. Und von mir aus 50 Euro, gut, dann sind sie halt weg. Aber die Karten, ey, den Shit wieder zu holen. Zahlst du ja jedes Mal noch bei der Bank 20 Euro für Karte. Ein Führerschein kostet, glaube ich, 78 Euro. Du musst den kriegen, Führerschein, der Stress allein. Bitte, 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 wenn ihr was klaut, werft's einfach in den Briefkasten. Das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Nehmt das Geld raus, ihr Arschgeigen, und werft es in den Briefkasten. Weil sonst macht ihr den Leuten nur Probleme. Oh, guck mal, das ist an einer anderen Location gewesen. Das ist am Messegelände. Ja, Mann, das ist geil, ich erinnere mich. Und das bin ich, glaube ich, hier, mit der schwarzen Mütze. Ey, das war damals mit der alten, dieser VHS-Kamera noch, in der man diese VHS-Kassetten reinnehmen konnte. Ah! Ja, ich bin mir leid. Ich weiß nicht, was das für ein Trick war, aber ich bin angekommen auf jeden Fall. Ich bin jedenfalls kein guter Kameramann gewesen. Bleib einfach liegen. Achtung, Achtung, Achtung. Bam. Ja, passt. Mit den Händen nachgeholfen, aber ... Und das ist der Schnippel hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Mit seiner roten Mütze. Die rote Mütze, das ist der Schnippel. 100 Prozent. Das ist der Absurd, oder? Nee, das könnte Tino sein. Könnte auch dieser Marco Farr, kennen Sie den noch? Das ist der Marco Farr, stimmt. Also, wir haben ganz viele Leute dabei gehabt. Ah, nee, es war Tino, ne? Das war Tino. Das ist der mit dem Arm, der sich den Arm rausgerissen hat. Hammer. Alter, da bin ich ... Wie, hab ich das ... Was? Ich hab da nicht geskated. Bin da wahrscheinlich einfach nur runtergehüpft. Boah, das ist ja ganz schön, Alter. Da kam doch auch so ein Video, wo wir auch da am Bahnhof rumgerannt sind, weißt du noch, mit so einer bekloppten Techno-Musik. Schau mal, da waren Mädels! Okay, das ist Charlie. Doch kein Mädel. Nein, nein, Charlie ist aber eine Freundin. Aber ich hatte die Hoffnung, dass da Mädels sind, weil wir halt so coole Skater waren. Das ist ja der Grund, warum ich mit euch abgehangen bin. Damit sich mal ein paar Frauen in meinem Leben anfinden. Aber dann hab ich festgestellt, ihr habt auch keine. Das ist Charlie, die wohnt jetzt in Hawaii und ist Tauchlehrerin in Hawaii. Ja. Und nächstes Jahr fahr ich tatsächlich mal hin mit Timo. Kannst du dich ... Auch gerne mit. Hawaii. Naja, es geht ja darum, die Charlie zu holen. Guck mal, guck mal. Ich setz mich bestimmt nicht 20 Stunden in den Flieger. Naja. Und? Okay. Das war doch nicht schlecht. Das war ein Olli. Aber was ich sagen wollte noch, das war auch genau die Location, wo wir einmal irgendwie so Leute aufgenommen haben. Wir sind willkürlich zu irgendwelchen Leuten, haben die aufgenommen, einfach die Kamera draufgehalten und dann haben die einfach irgendwas erzählt. Und dann haben wir das Ganze irgendwie mit so einem ... Haben wir so ein Lied, so ein Technolied da drüber laufen lassen. Und dann war dieser kleine Junge, der hieß Markus. Ich weiß nicht, wie der weiter hieß. Markus hieß, der war so ein bisschen dick, ein bisschen hässlich. Darf ich das sagen? Das ist wirklich ohne schlecht. Ich wäre sehr vorsichtig, ja? Okay. Ich bin sowieso nicht ein Wächter. Kompulent, aber ein echter Mann. Und auf jeden Fall weiß ich noch, da haben wir uns totgelacht. Und in diesem Technolied hat irgendwann eine Stimme gesagt, stillgestanden. Und der hat irgendwie so bla, bla, bla. Und auf einmal hat er sich ganz plötzlich so aufrecht hingestellt und war ganz ruhig. Da haben wir noch so totgelacht, weil das Timing so geil war. Das war aber Zufall. War Zufall? Das war Zufall, 100 Prozent. Vielleicht war es in dem Fall einfach, er hat zugehört. Warum sollte er stillstehen, wenn er das Lied sagt, stillgestanden? Ich weiß, ja, weil er vielleicht so obrigkeitshörig. Nein, ich erinnere mich. Haben wir damals eigentlich die Musik live laufen lassen, während wir drehen? Nein, ich glaub, du hast das irgendwie nachvertont. Ey, ich weiß bis heute nicht, wie. Ich weiß, ich hab's gemacht. Ich hab geschnitten, ich hab alles möglich gemacht. Aber ich hatte ja nur so ein Überspielgerät, was mein Vater benutzt hat, um seine Pornos zu überspielen. Also viel mehr hatte ich ja nicht. Und irgendwie hab ich's geschafft, da Musik drauf zu kriegen. Aber ich könnt's euch nicht sagen. Ja, aber du warst damals schon so ein ziemlich kreativer Typ. Du hast immer so einen kreativen Schissel gemacht. Ja, was ist passiert? Jetzt sitzt du her. Warum konnte ich daraus keine Karriere machen? Ja, genau. Du, ich muss eine Sache machen. Wir werden gleich noch weitergucken. Wir werden gleich noch ganz viel machen. Ich muss aber das kurz mal in den Backofen. Und ich hab Angst, dass wenn ich dich allein lass, dass du dann schlimme Geschichten erzählst. Ich erzähl gar nicht. Kann ich dich alleine lassen oder wollen wir Werbung machen? Nee, lass laufen. Okay, bitte mach keine schlimmen Sachen. Nein, ich nutz die Zeit, einfach Leute zu grüßen, okay? Ja, das ist gut. Okay. So, also erst mal ein Gruß an alle Leute, die jetzt gerade zuschauen. Dann ein Gruß an meine Mama. Ein Gruß an, ähm, äh, an Ilva und Florian. Dann noch ein Gruß an den Tim Wolfstädter aus meiner Hood. Gut, ähm, an die Nicole, ähm, ein Gruß und, ähm, das war's erst mal mit Grüßen soweit. Nee, ich kann jetzt nicht raushauen. Das wäre nicht so kollegial, ja. Ja, Simon wirkt in dem Alter schon recht erwachsen. Okay, ich nehm das jetzt als Kompliment. Das heißt wohl, dass ich irgendwie jung und cool und, äh, hi, hab nix rausgehauen. Nein, alles gut. Hättest du auch machen können, aber es ist natürlich, wenn's einmal raus ist. Ja, aber deine Fans wollten mich anstiften, Sachen rauszuhauen, während du weg warst. Ich weiß, ich weiß, die sind ganz schlimm. Aber ich hab das natürlich nicht gemacht. Ich hab nur Leute gegrüßt, ganz brav, und sonst hab ich nix gemacht. Das Ding ist auch, ernsthaft, ich glaub, bis auf ein paar Sachen, äh, die mir unangenehm sind, ich glaub, das Wrestlen war zum Beispiel eine davon, hab ich eigentlich auch alles schon erzählt, so fast alles. Also, ähm, deswegen, wenn du noch Geschichten hast ... Ich wette, du hast nicht alles erzählt. Du kannst die meisten peinlichen Geschichten über mich gerne erzählen, äh, solange sie mich nicht wie ein komplettes Monster dastehen lassen. Okay. Weil ich hab nämlich auch beim Durchsehen der Videos geguckt, Alter, ich war früher ein richtiges Arschloch. Also, ich mein, manche sagen immer noch, aber ich war schon ... Man ist als Kind doch deutlich mehr Arschloch, als wenn man erwachsen wird und Empathie lernt. Und hier hat man's dokumentiert, das war am wenigsten. Du bist ein Arschloch, aber trotzdem sehr sozial. Ja, aber ich hab halt gerne Leute gedischt, was überhaupt nicht mein Ding ist heute. Ich mach das null. Deswegen ist es so lustig, dass das früher ... Ich wollte, glaub ich, einfach nur akzeptiert werden. Ich wollt halt edgy sein. Aber ich glaub, du wurdest auch so akzeptiert. Ja, ich hatte immer Probleme, weil ich war ja der Sohn vom Bürgermeister und dadurch haben alle immer diese Jugendlichen auch immer gedacht, so, dass ich in irgendeiner Form blöd bin. Also, nicht ... Ja, so versnobbt oder so. Ja, so versnobbt oder so. Versnobbt, arrogant. Die haben immer so viele ... Du kommst da in ein Dorf, bist neu und alle haben schon so ein Bild von dir. Und das, ähm, da musste ich dann edgy sein, um das so quasi durchzuwirbeln. Ich glaube, das war meine Logik. Kannst du dich noch entsinnen, wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß, ich bin mit zwölf oder so ... Du hast ... Du hast ... Wächtersbach an, ne? Das werden wir reden. Aber darf ich mal ganz kurz eine Notiz machen? Natürlich. Ich möcht mir auf jeden Fall ein paar lustige Storys noch mal ganz kurz hier aufschreiben, die ich auf jeden Fall raushauen möchte. Die hast du bestimmt noch nicht rausgehauen. Ups, sorry, sorry. Ähm, ich will hier eigentlich, wollte ich gerade mal ... Mann, man kann leider nicht mehrere Sachen irgendwie abspielen hintereinander. Ich hab hier ganz viele kurze Videos, wie ich durch Wächtersbach fahre. Doch, ich glaub, wenn du alle markierst und gleichzeitig startest, dann kannst du durchklicken, oder? Okay. Ja, das muss man ja nicht hören. So, das kann man ja mal zeigen. Das ist nicht Wächtersbach, sondern das hier ist Bad Orb, oder? Ist das Aufnau oder Bad Orb? Ich weiß es grad nicht. Wir fahren, glaub ich, von Bad Orb runter. Und das könnte Aufnau sein. Jedenfalls sieht das alles ... Das ist Aufnau, von Bad Orb nach Aufnau. Ah, ja, wo Brombach gelebt hat. Das waren Zeiten. Ja, das ist eines der Käffers. Es sind so drei Käffer nebeneinander. Und wir hingen mehr oder weniger alle miteinander ab, weil in jedem Kaff gab's so vielleicht nur eine Handvoll Jugendlicher in unserem Alter. Und ich kam nach Weilers, und Weilers war winzig. Jetzt kannst du gerne erzählen. Nee, warte mal ganz kurz, das ist andersrum. Das ist Bad Orb. Ist das so? Stimmt. Du fährst von Aufnau nach Bad Orb. Ja, 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 jetzt ist es gleich. Ich fahr wahrscheinlich grad zu Norbert. Ja, stimmt. Es sieht aber echt gleich aus. Es könnte auch Aufnau sein, wenn man schon oben runterkommt. Achtung, jetzt, warte. Ja, es ist Orb. Auf jeden Fall. Bad Orb. Ja. Ich kenn doch meine Hürde. Das ist auch lustig, weil Bad Orb kennen so viele Leute. Wenn immer Leute fragen, wo kommst du her? Und ich sag, ja, Wächtersbach oder so. Ach, bei Bad Orb. Ja, weil die Leute da in Kur gehen. Ja, aber normale Menschen, da gehen doch nur, sag ich mal, 60-jährige ältere Menschen hin in Kur. Und das sind ja nicht die Leute, die uns gucken. Aber scheinbar hat es einen Ruf darüber hinaus. Ja, aber wie haben wir uns denn jetzt kennengelernt? Tut mir leid, das ist so wackelt. Wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, du hast damals den Giorgio auf irgendeiner Ferienfreizeit kennengelernt. Wir waren im Schwimmbad und wir waren im Schwimmbad Zelten. DLRG war ich damals so in dem Style. Und im Wächtersbach schwimmen, man durftest du Zelten für ein Wochenende. Und jetzt kommt's. Er hatte so Tape dabei, so leuchtendes Ducttape. Mega geil. Oder ja, so was nachts leuchtet. Das fand ich mega spannend. Und ich hab ihm dann mein Nachtsichtgerät gezeigt, was mein Vater mir. Und dann waren wir direkt Buddies. Und dann, okay, wir sind beste Freunde. Und so hab ich ihn kennengelernt. Dann ab da hing ich dann mit ihm rum. Und er kam dann zu mir. Wie alt waren wir da? So elf, zwölf. Ja, so zwölf, elf. Ich weiß es nicht genau. Und er kam dann zu mir und er wusste, dass ich schon damals so ein Zock-Junkie war. Ich hatte ja damals das NES. Und er kam zu mir und hat gemeint, ey, ich hab jemanden kennengelernt. Ich wette, du findest den auch cool. Ich hab gemeint, ja, wen denn? Er hat gemeint, ja, der heißt Simon. Da war ich schon skeptisch, weil Simon damals, ja, damals war der Name Simon für mich irgendwie so ein bisschen suspekt. Ich hab gedacht, Simon. Wer kann das denn sein? Was kann das für ein Typ sein? Und dann ... Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Nee, du hattest tatsächlich das SNES, hattest du viel, viel ... So ganz normal. Du hast ja hier auch Japan-Import und alles. Du hast ja alles gehabt. Ja, ja, ich war halt echt ... Und ich hatte noch das ganz normale NES und hab dieses ... Was hab ich denn gespielt? Dieses Star-Tropics. Das war auch irgendwie so ein ... Oh, Entschuldigung. Willst du eigentlich was trinken? Ja, ein Schluck Wasser wär gut. Ja, red erst mal weiter. Ich hol gleich noch Glas, weil sonst müsste ich dich unterbrechen. Und dann hat er mich zu dir geschleppt. Aber da gab's das Haus ja noch nicht, sondern da gab's nur dieses Haus unten bei dieser Familie Krämer, wo ihr da so eine Haushälfte hattet oder so. Ja. Oder willst du einen Fritz-Cola? Keine Cola, bitte. Die Wampe wird immer größer. Okay, wir haben aber auch hier ... Zuckerfrei. Dann würd ich ... Ja? Nee, Wasser, Wasser. Okay, gleich. Entschuldigung, erzähl weiter. So, und dann hat er mich zu dir geschleppt und ich hab ... Dann sind wir so rein und das Erste, was ich sehe, ist, wie du da halt einfach sitzt. Einfach die verhältnismäßig große Glotze für damals, weil damals hatte ja jeder nur so einen kleinen Fernseher. Ja, das war so 50 Zoll, was heute normal ist. Du hast einfach so ... Ich kam rein und denk so, hör Kino. Wahnsinnig groß, ja. Genau, und da hab ich gedacht, Wahnsinn. Mein ganzes ... Hab ich selbst bezahlt übrigens. Den hab ich nicht von den Eltern oder so. Hab ich selbst fucking bezahlt. Von meinem Lösungsbuchgeld oder so. Weiß ich nicht mehr. Das ist auch ... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Das war kein Lösungsbuch. Nee, das kann ich sein. Meine Eltern haben das alles bezahlt. Ich war einfach ... Du hast es aber bis heute bestimmt zurückbezahlt. Aber danach hab ich alles bezahlt. Du hast alles zurückbezahlt. Alles. So, und dann seh ich dann ... Also, ich hab auch Sachen dort gesehen, die ich noch nie gesehen hab, ja. So irgendwelche komischen ... Äh ... So Adapter, die in den Super Nintendo reingesteckt werden, wo oben dann irgendwie zwei ... Ja, du meinst das für japanische Spiele. So total verrückt, ja. Und ich denk so, ich hab gedacht, ich wär ein Freak, ja. Nur weil ich viel spiele. Und dann komm ich da rein und denk so, das ist ein Freak. Ich bin gar nicht der Freak. Er ist der Freak, denk ich mir. Aber das fand ich so geil. Wir haben, ich weiß nicht, stundenlang ... Du hattest eine Amiga und auch später eine PlayStation. Du warst auch mindestens genau so ein Zocker wie ich. Ja, aber zu der Zeit nicht. Du hattest das Problem, dass deine Eltern dir nicht so viel Geld gegeben haben für Videospiele wie mir, wodurch du halt mehr, sag ich mal, Sachen, die man raubkopieren konnte und so gemacht hast. Ja, ich ja später auch. Das ist ja alles verjährt jetzt. Genau. Wir alle hatten die Phase, wo wir das gemacht haben. Und was ich damit meine, ist, dass ich halt einfach meine Eltern mir halt, damit ich die Fresse halte, mir häufiger mal was gegeben haben, damit ich quasi nicht auf den Sack fange. Ja, ja, ja. Und deine Eltern haben halt gesagt, geh halt raus. Geh raus. Geh doch raus, sei nicht die ganze Zeit hier da. Ich kauf dir nix, damit du noch länger hier bist. Geh wandern. Unsere Eltern wollten uns einfach nicht haben. Ja. Kann man so glauben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann tagelang Street Fighter 2 gezockt. Und das kam nämlich da grad erst raus. Geil. Tagelang Street Fighter 2. Und jetzt kommt das Lustige. Viele, viele Inspirationen für unser Wrestling, für die Videos, kamen bei mir von Street Fighter. Weil ich ja immer den Dalsim gespielt hab. Der Dalsim. Und der hat ja immer so ein bisschen komische Moves gemacht. Ich bin auch froh, dass dieser Teil des Wrestlings jetzt nicht lief. Weil ich hab mich auch ... Genau, ich überlege gerade. Warst du oben unten, da hattest du eine Halskette an? Ich hab auch, genau. Ich hatte auch komische Moves gemacht. Bin jetzt ganz froh. Wie dem auch sei. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann ging das irgendwie ... Yoga-Flay. Eigentlich so. Das war eigentlich die Basis der Freundschaft. Eigentlich wirklich, man kann man sagen, nur das Zocken. Ey, Videospiele ist es. Die meisten Leute auch, ich weiß noch, Brombach, auch ein alter Freund, der kam auch wegen Day of the Tentacle. Die Freundschaft hat nur gestartet, weil er sich von mir Day of the Tentacle schnurren wollte. Weil er gehört hat, dass ich das hatte. Und der kam auch aus Aufnau. Das heißt, der von einem Dorf ist was ins andere. Das ist eigentlich als Kind eine Weltreise. Ja, du machst so was. Die Mutter müsste ich fahren. Oder du musst mit denen dann abhängen. Auch so eine Stunde mit denen reden und so. Nur damit du dieses dumme Spiel endlich kriegst. Und so haben wir uns alle kennengelernt. Das war ein echt Videospiel. Aber das war richtig geil. Ich kann mich noch entsinnen. Das war ja das allererste Spiel mit Sprachausgabe. Das war das allererste Spiel jemals, wo Leute besprochen haben. Day of the Tentacle. Ja, stimmt. Und ich kann mich noch genau entsinnen, wir haben es ja mehrmals durchgespielt, ich kann mich noch exakt daran erinnern, wie wir da saßen und dieses Spiel gespielt haben gemeinsam. Und wirklich, das war wie ... Ich oute mich jetzt. Ich hab ja sechs Jahre lang World of Warcraft gespielt, wo ich halt einfach zwölf Stunden so davor saß. Bist ja nicht der Einzige, ne? Genau. Aber World of Warcraft ist natürlich eine andere Hausnummer jetzt. Aber wir haben es halt auch geschafft, bei Day of the Tentacles zwölf Stunden davor zu sitzen und wirklich nur pinkeln zu gehen. Und nach dem Pinkeln direkt wieder davor und direkt wieder weiterzocken. Ja, weil man auch nicht weiter kann. Wenn du dir das heute anguckst ... Genau. Heute würde man das gar nicht mehr machen. Wir machen heute ... Wir haben vor kurzem mal einen Speedrun gemacht, wo wir es halt versucht haben, schnell durchzuspielen. Man kann es halt in 30 Minuten durchspielen. 30 Minuten? 30 Minuten, 40 Minuten ist kein Problem, wenn du weißt, wie es geht. Wir haben damals mehrere Tage. Das meine ich ja. Teilweise, manche haben es bis heute nicht durch. Also, es gibt so wirklich ... Damals war man irgendwie ... Ja, gut, heute guckst du im Netz, wie es geht. Heute würdest du keine fünf Minuten mehr an einem Rätsel hängen, ohne wahnsinnig zu werden und jemanden anzurufen. Ich sag dir ganz ehrlich, die wenigsten können sich beherrschen. Ich hab Resident Evil 7. Das war auch ... Eigentlich mag ich's nicht. Ich bin jemand, der sich den Kram gern selbst erspielt so. Für Resident Evil ... Ach so, aber du magst Resident Evil 7 schon. 7, ja klar. Ja, okay. Mir hat nur noch eine einzige Trophäe gefehlt damals für Platin. Und das war unter vier Stunden durchzocken. Resident Evil 7. Ja, ich überleg grad, ich wüsste nicht, wie ... Ist machbar, aber so wüsste ich wie unter anderthalb in Resident Evil 8. Dann hab ich etwas gemacht, was eigentlich nicht so ganz eines Gamers würdig ist. Ich hab wirklich ein YouTube-Video laufen lassen. Von einem Typen, der das irgendwie in, keine Ahnung, in drei Sekunden durchgespielt hat. Das war irgendwie zwei Stunden 40 oder so. Richtig verrückter Typ. Hab wirklich einfach eins zu eins das nachgespielt, was er da gespielt hat. Ich kann nicht sagen, dass es Spaß gemacht hat. Es war großer Abturn, immer Pause, nachspielen, Pause, nachspielen, Play, dies, das. Das war schon nicht so geil. Aber es war die letzte Trophäe, die gefehlt hat. Ich weiß noch, wie es immer war, als es Sommer wurde und als Resident Evil rauskam. Das Jahr, in dem Sommer war und Resident Evil raus war, hab ich den ganzen Shit immer rausgeräumt in den Garten. Oh, wir haben auch draußen ... Natürlich, das war richtig geil. Es war halt einfach wie ein Garten, aber man war da so unter sich. Oben waren die Erwachsenen, wir waren unten drunter und hatten so trotzdem Garten. Und da hab ich dann immer Tisch hingestellt, Fernseher hingestellt. Da haben wir auch Doom über ... Und der Fernseher übrigens war nicht so groß. Wenn ich jetzt nämlich ... Ich versuch die ganze Zeit zu überlegen, aber das war nämlich noch einer von diesen Kasten, die mit so links und rechts und rechts hatten. Genau, genau. Doom-Sessions draußen mit dem Link-Kabel. Das alleine, das PlayStation-1-Link-Kabel, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war richtig geil. Und ich weiß noch, dass du wie ein wahnsinniger Resident Evil 1 immer und immer und immer wieder gespielt hast. Irgendwann hast du es anderthalb Stunden problemlos gespielt. Wie du ja schon gesagt hast, ich hab halt nicht so viel Geld bekommen, mir ständig neue Spiele zu holen. Deswegen musste ich halt eins mehrmals spielen. Ja, na ja, gut, ja. Es ist halt leider wirklich so. Meine Eltern, ey, dafür hab ich ... Ja gut, du vielleicht auch nicht. Aber ich hab nicht so viel Liebe bekommen. Dafür gab's halt immer Geld. Das ist ja immer das Problem, ne? Wenn grad der Vater keine Zeit hat und so und im Leben seines Sohnes fehlt, dann gibt's halt immerhin Cash. Wenn der Vater Cash hat und Interesse an seinem Sohn. Also, es gibt auch andere Fälle. Weil ich damit sagen wollte, dass ich natürlich ein bisschen ... Aber es hat auch ... Also, es ist natürlich traurig, eigentlich, dass unsere Eltern oder zumindest jetzt, ich sag mal, mein Vater oder so, null Interesse an mir hatte. Aber es hat immerhin dieses ganze Ding hier gekickstartet, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte. Weil heute kannst du dir alles irgendwie auch illegal, wenn du willst, zusammensuchen. Und heute gibt's so viele Umsonst-Spiele, die trotzdem geil sind, ne? Free-to-Play. WoW oder so kostet ja auch nicht die Welt, wenn du sagst, du spielst das mit einem Abo und den ganzen Tag. Dann ist es wie viel? Dann ist es, ja. 50 Euro? Ja, 12,99. Nur 12. Dann siehst du, ist doch ein Witz, ne? Wie günstig das ist. Ja, aber vor allem auch diese ganzen neuen Sachen, dieses Apex, Legends und Fortnite. Die ganzen Reals. Hast du nicht gesehen, alles umsonst, das ist geil. Und es gibt immer genug Leute, die für irgendwelche Tänze oder sowas kaufen, also Geld bezahlen, Skins, Geld bezahlen. Ich mein, da kommt dann die Cola her. Ist für mich völlig in Ordnung, ist eine gute Arbeitsteilung. Die einen haben Spaß, die anderen haben zu viel Geld. Ja. Ich will dir was zeigen, kurz nur. Du hast übrigens deine, das ist auch ein bisschen doof, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast. Du hast deine Partnerin drüben, die guckt schon die ganze Zeit zu. Die Partnerin, die ist drüben. Hi, in den nächsten Raum. Ist das denn okay, wenn du noch hier bist? Ich will dich ja nicht jetzt den ganzen Tag ... Nee, das ist in Ordnung. Okay, weil ich weiß ja nicht, was ihr noch ... Nee, wir sind ja im Hotel bis morgen, weißt du, und ich hab ihr gesagt, wenn sie keinen Bock mehr hat, kann sie ja mit dem Taxi shoppen fahren oder irgendwas. Ja, sie kann auch shoppen und auf dem Handy einfach weitergucken. Das ist alles möglich, ja. Willst du dir schnell deine Kreditkarte geben, dass das irgendwie ... Das Lustige ist jetzt tatsächlich, witzige Anekdote. Eigentlich ist sie die Inhaberin der Kreditkarte und ich hab nur eine Partnerkarte. Ah, okay. Also, ich shoppe auf ihre Kosten, sozusagen. Guck, wir haben noch eine Minute, das reicht genau, um das noch anzugucken, was ich gerade gefunden hab. Wer ist denn das? Das ist das Gegenteil. Das bist du. Ich hol dir jetzt mal ein Glas. Oh mein Gott, wie jung du bist. Du machst das, Alter. Das bin doch nicht ich. Ja, so haben wir jetzt mal an die Zuschauer, ich glaube nicht, dass ich das bin. Ich glaub, das ist der Simon, ja. Weil ich wurde auch nur ein, zwei Mal irgendwie hier bearbeitet im Schlaf. Eigentlich war Simon immer das Opfer. Das ist wahr. Ich hab's meistens abbekommen, weil's mir aber auch egal war, offen gesagt. Ähm, aber nur wenige sind dokumentiert. Das Schöne, find ich, hinten sieht man meinen Jason Priestley-Starschnitt, wo das Bein fehlt. Da hab ich schon mehrfach von erzählt. Nur damit ihr mal wisst, ich erzähl dir keinen Scheiß. Äh, das ist alles passiert. Was ist das für ein Scheiß da im Gesicht? Das Grüne, was ... Das musst du wahrscheinlich zangträumen oder ich weiß nicht, was du da gemacht hast, Alter. So, hier ist dein Wasser. Tut mir leid, dass ich dich gerade ... Ich bin echt jetzt gerade wirklich verwirrt. Das sieht halt auch nicht aus wie du. Wer ist denn das? Das war ein Blätter. Das bin ich. Definitiv bin ich das. Hast du so dunkle Haare gehabt? Äh. Schau mal, wie dunkel die Haare sind. Ja, aber das bin eindeutig ... Ja, ich war ein sehr hübscher, junger, schwarzhaariger ... Latino-Laber. Latino. Ich hab auch, Gott, diese Kissen und alles. Das mit dem Scharfstellen, das haben wir auch nie gelernt, ne? Das ist schon geil. So, wir gucken mal, was sich noch auf dem Band der Schande befindet. Das Band der Schande. Ja. Was ich digitalisiert haben werde. Ihr könnt gerne immer noch irgendwelche Fragen mal oder so in Chat posten nach Geschichten von mir. Wir überlegen gleich, was wir noch reden. Ich zeig dir gleich noch mal ein, zwei Sachen, die ich cool finde. Und ja, es macht mir einen Riesenspaß. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Da, nee, jetzt hören sie's. Okay, okay. Hast du gesehen? Dann muss ich jetzt ... Ach so, du musst ... Dann musst du das leider später noch mal erzählen. Äh ... Das ist nur gut. Nur gerecht. Ihr müsst nicht alles hören. Was wollte ich grad sagen? Äh, egal. Hallo, herzlich willkommen wieder zu Cratchman Time. Äh, mit Heiko ... Heute Hakan Day. Äh, Heiko Day. Wie auch immer. Day, der Y oder auch die Todeswut. Du willst nicht drüber reden, müssen wir auch nicht. Aber wir können ja ... Du warst mal so ein bisschen Rapper, ne? Also, das klingt jetzt voll blöd. Aber du hast ja wirklich gerappt. Du hast auf Bühnen gerappt, du hast Geld dafür bekommen beziehungsweise Auftritte gemacht. Du warst im Begriff, wenn du das noch zehn Jahre gemacht hättest, wärst du halt ... Heute würde jeder sagen, ja, Day ist Rapper. Also, das würde jetzt nicht so ... Andere haben's doch auch gemacht. Und ich fand ja, du hattest Talent, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber du willst nicht drüber reden, ne? Aber ich bin froh, dass es damals kein YouTube gab. Weil ich weiß, ich hätte den ganzen Mist hochgeladen. Und spätestens heute würde ich mich extrem dafür schämen. Das ist wirklich hardcore. Ich lass das mal laufen, weil wir haben ja noch andere Sachen. Ich hab ja auch so Pseudo-Fernsehen gemacht, genau. Wir lassen das mal im Hintergrund laufen. Man kann eh kaum was sehen, weil die Qualität so schlecht ist. Da haben wir versucht, so Fernsehen nachzumachen. Und das sind jetzt so verschiedene ... Oh Gott, ich muss mal ... Das ist wirklich ... Ja, da, Achtung, hier, der gespielte Gag. Hab ich die ... Ja, ich krieg die ins Gesicht, die Tür. Das war lustig. Kriegst du sie echt ins Gesicht oder was? Ja, das war Method-Acting, Alter. Warte mal, guck und ... Bam. Nein, das war halt ... Ist das Kissen da auch drauf? Das war irgendein Sketch, Mann. Ist das Kissen drauf? Nein, leider nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, da können wir gleich drüber reden, aber was ich sagen wollte, dass all dieser Shit, dieser Dreck, diese furchtbar schlechten Witze und alles, das wäre jetzt auf YouTube und man könnte es nicht mehr wegkriegen. Genau. Wäre bei dir genauso. Deine Texte, deine Performance, die wäre dann auf YouTube. Das wäre extrem peinlich gewesen. Also ich sag mal ganz im Ernst, ja, man muss es einfach sagen, vielleicht mach ich mir jetzt auch Feinde, aber Hip-Hop und Rap ist schon so ein bisschen eine zurückgebliebenen Musik, so ein bisschen. Ich finde, dass die meisten Leute, die rappen, schon so ein bisschen spät pubertierend sind. Es kommt aber drinnen an, was du hörst. Es gibt ja wirklich intelligenteren Rap. Es gibt auch intelligenten Rap. Aber ich weiß schon, was du meinst. Jeder weiß, welche Art von Rap du meinst. Genau. Aber ich glaube, dass, wenn ich damals wirklich den Kram hochgeladen hätte, dann wäre wirklich Feierabend gewesen. Jetzt denkst du, wo du hättest die alle weggebummst? Nein, 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 nein. Deine Karriere wäre vorgezeichnet. Nein, dann wäre ich heute, glaube ich, beruflich ziemlich am Arsch. Ich will's mal ... Ja? Willst du sagen, was du machst beruflich? Du weißt, was ich mach. Ach so. Nein, es ist ja nicht für mich hier das Gespräch gerade. Jetzt ist es für andere. Ich weiß, wie deine Texte klangen und alles. Ja, ich bin Strafverteidiger und Scheidungsanwalt. Aber findest du denn nicht, dass das eher Leute ... Dass du glaubwürdiger bist, wenn man ... Ich glaube, ganz ehrlich, das sind so gewisse ... So ein gewisses Bild, was Menschen erwarten, wenn sie zu jemandem gehen. Ja, glaub ich auch. Und selbst wenn jetzt irgendwie wirklich der Letzte aus der Unterschicht einen Anwalt will, dann will der keinen Anwalt, der mal gerappt hat. Das ist einfach so. Du willst auch nicht zu einem Arzt gehen, zu einem Herzchirurgen, von dem du weißt, dass der früher immer Breakdance gemacht hat und überall seinen Namen hingesprüht hat. Da hast du keinen Bock drauf. Du willst jemanden, der wirklich ... Du willst, dass dieses Bild, was du hast, der vom seriösen Arzt, vom seriösen Anwalt, dieses Bild muss derjenige erfüllen. Das stimmt. Ich will nicht, du hast völlig recht, ich kann so was hier zeigen und machen, weil es eigentlich nur zeigt, guck mal, der wollte schon damals so einen Quatsch machen. Aber in deinem Fall willst du eigentlich jemanden haben, der damals schon quasi versucht hat, Strafverteidiger zu werden. Also du willst jemanden, der von Kindesbeinen an diesen Traum hatte, Leute zu verteidigen. Wenigstens. Oder ein Doktor, der schon als Kind, weißt du, so mit zwölf, schon irgendwie die ersten Blinddarm entfernt hat. Oder ich sag mal so, du willst jedenfalls nicht einen, der darüber rappt, wie krass und gefährlich er ist und was er alles für Drogen nimmt, die er in Wirklichkeit gar nicht nimmt. Das willst du nicht. Du müsstest ja so viel auch lügen und dann am Ende ist das dann die Wahrheit. Ganz genau. Niemand nimmt dir das Licht weiter. Ganz genau. Deswegen bin ich froh, dass man das nicht sehen kann, dass keiner, und da wollte ich jetzt was erzählen, ich darf natürlich keine Namen nennen. Ich war in der JVA. Ich geh mal kurz zum nächsten Sketch. Ja, geh mal zum nächsten Sketch. Der ist genauso gut wie der letzte. Ich war in der JVA, also im Knast, bei einem Mandanten, den ich kenne aus unserer Heimatstadt von damals. Du kennst den auch. Oh Gott, ey, unser Kraft. Und das bin halt hin, ja, also ich vertrete den jetzt, der ist da jetzt drin und ich versuche ihn wieder rauszuholen, weil halt die Bewährung wieder rufen wurde. Und dann ist es ja so, dass er mir Verteidigerpost schreiben kann. Das heißt, er kann dick und fett, schreibt er auf den Umschlag drauf, Verteidigerpost. Das heißt, der Knast darf es nicht kontrollieren und auch bei mir, Sekretärin oder so, keiner darf das aufmachen. Das ist dann nur für mich. Und wenn ich ihm einen Brief schicke, dann ist es genauso, ja. Das heißt, ich kann theoretisch alles da reinschreiben. Ich kann auch private Sachen, ja, Pfeile. Reinmalen vielleicht. Nee, aber abtasten dürften sie, ja. Verdammt. Und der hat, und das fand ich so verrückt, ich fand's wirklich krass, da war ein Text, den ich natürlich jetzt nicht wiedergeben werde, aber da war ein Text, den hat er sich, da war ich 16 oder so, da war ich 16, ja. Das ist halt einfach schon fast eine Vierteldekade her. Ja. Und dann schreibt er mir aus dem Knast einen Brief und schreibt so, ey, day, lies mal, was ich auf der zweiten, schreibt dann irgendwas so, ja, bla, bla, bla. Und dann, ja, lies mal, was ich auf dem zweiten Zettel geschrieben hab. Und dann nehm ich diesen zweiten Zettel und lese diesen kompletten Text, den ich das letzte Mal, also ich war 16, jetzt bin ich 39, 16, 26, seit sind 23 Jahre her, fast ein Vierteljahrhundert. Und der Junge hat jedes einzelne Wort von diesem Rap-Text mir aufgeschrieben. Das ist Wahnsinn, ja. Wobei man auch sagen muss, der Kunkel, der Norbert, der kann ja auch noch die ganze, ich verdräng das ja. Ich kann, ich verdräng das, aber er, der kann die auch. Dibbs, was du, jetzt muss man vielleicht kurz mal dazu ausfinden, dass, äh, Dibbs ist hier ein sehr seriöser Kollege und ist offensichtlich sehr gereift. Ähm, aber als du jung warst, warst du halt völlig crazy und du warst, äh, was nicht, heißen soll, dass das jetzt nicht mehr so ist, aber du warst einfach der wahnsinnigste und lustigste Mensch, weil du einfach einen Fick auf alles gegeben hast. Auf jeden und auf alles und auf, es war alles, du warst dabei aber echt liebenswürdig und nicht assi. Also, du warst nie ein Assi oder so, der irgendwie Leuten wehtun will, aber du hast einfach niemanden ernst genommen. Und das hab ich so alt, du hast im Grunde, wirklich, ist absolut wahr, du hast zusammen mit Erl Bundy mich geprägt in einer Zeit, wo man halt gerade sich so prägt, wie man, wie sein, wie das Humorverständnis ist. Das ist so schön. Wie man, wie man sich in einer sozialen Gruppe, äh, zurechtfindet. Da hast du in einem sehr relevanten Zeitpunkt meines Lebens, weil ich kam aus einem Kaff, in ein größeres Kaff, so ein bisschen größerer Teich, nicht groß genug, aber immer noch cool, in diese neue Gesellschaft mit euch. Also, es war, ja, und du hast, wie gesagt, mir so ein bisschen gezeigt, dass man das auch alles locker flockig nehmen kann. Und das fand ich immer sehr, das hat mir sehr viel gegeben. Aber das Geile ist, das hab ich auch zum Norbert gesagt, vor ein paar Monaten haben wir telefoniert, hab ich mir gesagt, das ist schon lustig eigentlich, wie viel man, weil grad diese Phase ist ja eigentlich so die entscheidende. Das ist eine prägende Phase. Genau, und das Lustige ist nämlich, du sagst so, du hast was von mir mitgenommen, aber ich hab auch wahnsinnig viel von dir mitgenommen. Gar nicht jetzt mal so auf die kreative Art und Weise, sondern es ging mehr darum, dass, natürlich, ich war ja der Einzige in dieser gesamten Clique, also später dann in der Clique, nicht von Anfang an, jetzt mal Giorgio, Schnippel und Tino ausgenommen, sondern der Rest, der harte Kern, der dann übergeblieben ist, ich war wirklich der Einzige ohne Schulbildung. Ja. Also damals, muss man sagen. Damals. Was aber eben wirklich an deiner Fuck You ist, du warst ja nicht doof, in keinem Fall hat man auch gemerkt, dass du definitiv nicht doof bist, du hast einfach nur einen Fick drauf gegeben, weil du irgendwie, du wolltest einfach was anderes, du wolltest der Gesellschaft nicht das geben, gefühlt, was sie von dir erwartet. Genau. Das ist bizarr, weil du heute eigentlich genau das machst, ne? Ganz genau. Da gibt's ja die Gesellschaft ja sogar zurück. Genau, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich damals schon vom Timo, von dir, auch vom Brombach, ja, auch vom Trant, ja, und auch vom Kunkel, ja, also vom Norbert, dass ich da wirklich sehr viel mitgenommen habe, was ich zu diesem Zeitpunkt aufgrund meiner geistigen Entwicklung noch nicht umsetzen konnte. Aber es war da, und das war das Coole, weil ich wusste immer ... Oh, jetzt, Entschuldigung, das ... Was ist das? Baywatch. Das ist das Ende des Bandes, da lief jetzt aus irgendeinem Grund Baywatch mittendrin. Aus irgendeinem Grund, ich weiß warum. Aber guck mal, da ist ein bisschen, der Ton ist weg. Wer ist das? Na, wer ist das? Du bist das, du singst. 100 Prozent nicht. Das bist du. Quatsch. Du machst grad Küssen verboten. Und jetzt komm ich auch noch. Und jetzt kommt's, wir beide waren mal ... Oh, Entschuldigung, du warst noch am Erzählen. Nee, das war halt der Punkt. Mach ich mal weiter. Das heißt eigentlich im Prinzip nur, dass die eigentlichen Weichen, es ist ja alles eine Kopfsache, ja. Es ist so, wenn du in deinem Kopf drin hast, so, ich will Gangster sein, will Assi sein, dann bist du ein Gangster und bist Assi, ja. Wenn du's vor allen Dingen lange durchziehst, bist du's ja irgendwann. Du wirst, du wirst es irgendwann. Und wenn du sagst, nee, ich will straight sein, ich möchte eine coole Schulbildung, ich möchte irgendwas studieren, möchte Arzt werden oder was weiß ich, Anwalt oder Lehrer werden, was ich ursprünglich eigentlich werden wollte. Hat aber nicht geklappt, wegen, weil's Abitur zu schlecht war. Also, der NC hat nicht gelangt. Deswegen bin ich heute Anwalt. Und ... Das ist so lustig, weil du wärst genau der Typ, den Leute haben wollen als Lehrer. Ja, und das ist, ähm, das ist nämlich der Punkt. Weil ich von Anfang an, obwohl ich ja eigentlich diese, ah, ich geb kein Fick Haltung hatte, dass ich durch euch halt schon so in diese ... Ich hab euch als Vorbild gehabt. Ich konnt's noch nicht umsetzen, ja. Also, da hat natürlich die praktische Umsetzung nicht funktioniert, weil natürlich alles auch von äußerlichen, ähm, äh, Bedingungen abhängt. Du kannst ja nicht sagen so, okay, geil, der, der, der Bimon hat, ähm, äh, jetzt Fachabitur, ähm, der, äh, Norbert hat dies und jenes. Ich mach das jetzt auch. Das geht ja nicht. Vor allem nicht, wenn du auf dem Kopf wohnst. Du musst ja vorhin auch deinen eigenen Weg gehen. Du musst ja wissen, worauf du Bock hast. Ganz genau. Und das dann verfolgen. So, und das ... Du warst einfach, du wusstest noch nicht wohin. Ich wusste nicht wohin. Ja. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann, äh, mit ... Es hat gedauert dann, bis ich 23 war. Das ist wie, wenn du ein Schwert findest, oder was auch immer, in einem Rollenspiel, was irgendwie Level 23 hat und du hast Level 17. Und du weißt, okay, ich kann's jetzt nicht gebrauchen. Aber ich pack's mal in ne Kiste. Ich pack's in ne Kiste. Und irgendwann, wenn ich's schon wieder vergessen hab, denk ich, fuck, ja, ich bin grad Level 24 geworden, jetzt kann ich's nehmen. Ähm, also, so ein bisschen ist das, glaub ich. Und bei mir kommt's auch ähnlich, also, meine, meine Erinnerungen an diese Zeit sind auch so ähnlich. Ich hab viele Dinge, ach Gott, ach Gott. Also, tanzen jedenfalls nicht. Aber viele, viele Dinge hab ich damals, äh, ausprobiert. Und, und später, ohne es wirklich bewusst gemacht zu haben, hab ich, äh, bin ich wieder diesen Weg gegangen. Also, ich hatte ja null Bock, was von der Kamera zu machen. Ich bin ja durch Zufall in diese ganze Schiene reingerutscht, weil ich irgendwann mal nach den Lösungsbüchern für, für Markttrends als Interviewpartner war. Und das fand ich so furchtbar, dass ich's nie wieder machen wollte. Und dann hab ich aufgehört, irgendwie dieses Thema zu verfolgen. Und dann, aber Jahre später, kam ich dann über Zufall und weil ich meinen Job verloren habe, zu Giga, wo dann plötzlich das verlangt wurde. Und ich hatte so eine Angst und das hat so lange gedauert, bis ich das abbaue, diese Angst vor der Kamera. Und das ist aber verrückt, weil da hatte ich das noch gemacht. Und hier, unendlich viele Stunden vor der Kamera gestanden. Ja. Und da hast du dich sparmiert. Das meine ich. Da war das noch peinlich. Aber ich kann dir auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass das meine absolute Todesangst war. Und was ich eigentlich sagen will, man musste sich dann, okay, ich bin jetzt on air, ich muss jetzt irgendwie dieses Mindset irgendwie haben und erfüllen und muss nach außen gehen. Und ich hab mich dann bewusst dafür entschieden, das halt zu machen und immer weiterzumachen. Und dadurch bin ich das dann irgendwann geworden. Aber ich hatte null. Genauso wie wenn du mit anderen Leuten rumgehangen hättest, ich sag jetzt mal Gangstern und Rappern, dann wärst du vielleicht ein Gangster oder Rapper geworden. Weil das die Leute sind, die dich beeinflussen. Aber das Problem ist auch, man kann sich zu krass reinsteigern. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in der Zeit ... Entschuldigung, bei Gangster und Rapper läuft hier original gerade ... Ich wette, da lief Snow im Hintergrund, Informer oder so. Da bin ich mir so sicher. Alter, die Brille, da ist einfach alles scheiße gewesen, sag mal. Da ist ja nix gut. So, fertig ist die ... Das sind übrigens Best of 93, das ist eine Drei-Stunden-Kassette. 93? Ja. Wir waren mal 13 Jahre alt. Das ist unfassbar. Also ich war 13, du 14 dann. Mann, Mann, Mann. Genial älter. Weißt du, dass wir mal bei einem Bekannten waren von deinem Bruder und da haben wir ... Hast du einen Rap-Track aufgenommen? In Iserlohn. Ich wollte auch einen Rap-Track machen. Das weiß ich noch. Weißt du noch, wie mein Track hieß? Ich weiß sogar noch, dass wir mit einem Rolls-Royce hingefahren sind. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was für eine schlechte Poserscheiße haben die uns da abgeholt in einem Rolls-Royce oder was? Ja, ein Leicht, ganz leicht, Dekadent, ja, mit 14 Jahren im Rolls-Royce-Stuhr. Warum zeigt ihr denn den ganzen Bildschirm? Das ist doch nicht gut. Liebe Regie, ihr müsst auf Vollbildschirm. Die Regie ist kracken. Die Regie ist halt einfach kracken gegangen. Dann mach ich irgendwas an. Dann mach ich einfach hier meine Katze an. Aber nicht Gingis, ne? Wer ist denn das? Oh, das Video ist drei Sekunden lang. Aber die ganze Zeit. Das ist Gingis, doch. Das ist doch nicht Gingis. Das ist Gingis. Quatsch. Das war ein weißer Perser. Das ist doch kein Gingis. Nee, Entschuldigung, das bin ich völlig bescheuert. Nein, das ist eu. Natürlich, ich hab zwei Katzen gehabt. Das ist eu. Ich kenn deine Haustiere besser als du selbst. Nein, das ist nur, ich hab nicht richtig drauf geachtet. Ich dachte einfach, das sind alte Aufnahmen. Das kann ja nur eu sein. So hab ich das gerade. Äh, nur Gingis sein. Aber die hab ich hier auch drauf. Irgendwo. Ich weiß aber auch nicht. Nee, das ist tatsächlich, das ist eu. Können wir kurz mal zeigen. Das ist meine alte Katze. Die haben wir so oft benutzt bei Game One und so. Ja, hab ich versucht, sie aufzunehmen, aber sie wollte nicht. Die ist bei meiner Schwiegermutter. Was super ist, weil ich bin ja nicht mehr so oft zu Hause. Ich arbeite recht viel. Und hier, du kannst halt leider, ich hab's versucht, du nimmst die mit raus, die flippt völlig aus. Die ist schon wirklich, sobald die nur an die Tür geht, hat die keinen Bock mehr. Äh, die ist mega ängstlich. Das heißt, ich kann die einfach nicht trainieren, rauszugehen mit mir, obwohl manche das schaffen bei Katzen. Und dann ist sie die ganze Zeit zu Hause und ich hab mir das so für ein paar Monate angeguckt und dachte, das kannst du nicht machen. Kannst deine Katze nicht irgendwie zehn Stunden zu Hause. Weil meine Freundin ist in Berlin und die ist dann ganz allein. Und dann hab ich sie, ähm, zu, äh, zu Mutter meiner Freundin gebracht, weil das viel besser ist als meine, ne? Es sind mehrere Leute, die sie kennen und alles. Mütter blühen dann so auf, sobald du denen, am Anfang wollen sie das Tier nie und meine Mutter auch. Zwei Hunde und wollte sie nicht und plötzlich irgendwie ist das, geht's, das ganze Leben nur noch um die Hunde. Tiere machen glücklich. Tiere machen glücklich. 100 Prozent. Und lasst euch nie was anderes einreden. Und Katzen sind super. Hunde sind super. Mehr weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Aber weißt du noch? Wir haben auch einen Hund jetzt übrigens, seit einem Jahr. Oh. Ich will mir die ganze Zeit schon einen kaufen. Aber ich will ein bisschen. Einen Golden Retriever. Ach echt? Und rate, wie sie heißt. Nee, das wirst du nicht. Goldie. Retriever. Nee. Goldie. Retriever. Nee, ich muss ja sagen, meine Freundin wollte den Hund ja Sunny nennen. Hab ich gesagt, das ist ein No-Go. Das geht nicht. Weil unten ... Warum denn? Das geht nicht. Der Hund will doch nur bestimmte Vokale, will doch nur quasi so ein bisschen sich erkennen. Ja, aber Sunny, das ist so ein ... Komplex. Ich weiß nicht. Unten wohnt ein Hund, der ist auch ein Mischling, da ist auch ein Goldie mit drin und der heißt Soleil. Huh. Soleil? Ja. Langweil. Mir ein bisschen zu ... Ist ne Einfallslos. Was heißt Einfallslos? Niemand nennt sein Tier Soleil. Es klingt halt einfach, als ob du französischer Popliteraturkritiker bist. Und unsere Hündin heißt Aloy. Das geht aber. Aloy klingt eigentlich ganz geil. Du kennst Aloy? Nee. Nein. Was ist denn? Ist das so ein ... Aloy? Frag mal deine Fans, ob die Aloy kennen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, du musst mit dem Delay immer zehn Sekunden warten, aber ... Eulay? Eulay? Wie ist das? Aloy. Eulay. Das kennt hundert ... Eloyde. Eloyde. Horizon Zero Dawn. Da ist das. Max Montezuma. Mein Held. Max Montezuma und Flatulenzen und Partner. Meine Helden für heute. Die sind immer die schnellsten. Die haben auf jeden Fall mehr Ahnung von guten Spielen als du, Simon. Ich hab Horizon gespielt. Dazu muss ich sagen, ich hab Horizon ... Ich hatte sogar zwei Versionen, hab eine Ede gegeben, eine selbst gespielt und hab dann irgendwann die Disc verloren. Und dann wollte ich nicht von Ede meine zurückfordern. Dadurch hängt das so im ersten Drittel des Spiels. Aber ich fand das richtig gut. Ich hab's meiner Mutter gezeigt, weil ich immer zeigen wollte, wie Spiele heutzutage sind. Weil sie kennt das ja nicht. Aber sie ist ein bisschen interessiert. Und ich wollte ihr zeigen, wie geil das ist mit diesen Dinosauriern und diesen Festungen. Das ist einfach das beste fucking Spiel, was ich die letzten drei Jahre ... Okay, GTA V kommt davor. Aber dann kommt direkt Horizon Zero Dawn. Auf jeden Fall. Und die, das Lustige ist nämlich, weil das Spiel fängt ja an, bist ja als kleines Kind und dann wächst du, ne, Teenie-Alter und dann bist du erwachsen. Und das Witzige ist, dass die Haarfarbe von Aloy im Spiel der Haarfarbe, also der Fellfarbe unseres Hundes auch ähnelt. Okay. Und deswegen, also es war einfach der einzige Name für sie. Ich find das super, weil ich hab ja ... Aloy ist auch aus einem Roman in dem Fall. Und Genghis war halt irgendwie, weil er mich an ... Damals war ich sehr jung, an Genghis Khan, an diese Mützen erinnert hat, die ich da mit in Verbindung gebracht habe. Und wie halt so Namen entstehen. Die entstehen ... Sobald du die ausgesprochen hast, dann ist es der Name irgendwie. Sag mal, euer Hund, der ... Du weißt schon, Ketchup und so. Der Puli. Übrigens, Puli ist die Rasse. Genau! Die Eltern haben den Original genauso genannt. Das ist wie, wenn du deinen Hund Schäferhund nennst. Das ist einfach ... Das Lustige ist, ich weiß, dass erst seit ein paar Monaten das Puli eine Hunderasse ist. Ich wusste das vorher gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab mich völlig blamiert auch damit. Weil irgendwie halt ... Ja, wie heißt der denn? Ja, Puli. Puli. Alle ... Ja. Ja, Puli hat schon viel mit der Hunde. Ey, Puli. Das muss man dazu sagen. Also, es gab zwei Pulis. Puli war der Hund meines Vaters. Und der erste Puli war der allerbeste Hund der Welt. Ohne Scheiß, ich hab ihn geliebt. Und der wurde überfahren. Sehr jung noch. Nach drei Monaten ... Wir hatten den, ich hab grad mich in den verliebt. Und dann wurde der überfahren. Ärgerlich. Und superschlimm, ne? Aber dann hat mein Vater das einzig Richtige gemacht in dem Fall und denselben Hund noch mal gekauft. Ich hab mir nur leider absolutes Arschloch. Das war ein Arschlochhund. Ich würd das jetzt nicht ... Wirklich, der ist auch mittlerweile tot. Und alles ist cool. Aber der hat mich von Anfang an gehasst. Der hat mich gebissen, angeknurrt. Immer nur ... Der kam teilweise in mein Zimmer, um mich anzuknurren. Das musste immer reinziehen. Der wollte Stress. Aber überleg mal, was der Arme ... Was das Arme jetzt hier mitgemacht hat mit uns. Nee, das war ja danach. Das war ja dann so ein bisschen ... Das war aber verdient. Was ich damit meine, ist ... Also, es ist so, ihr seid eigentlich die Schweine dahinter. Weil ihr habt dem irgendwann mal mit Ketchup ... Ja, es ist echt unangenehm. Aber ihr habt ihn irgendwann mal mit Ketchup bespritzt. Weil ihr gedacht habt, irgendwie ... Das wär lustig. Wir waren halt sehr jung und dumm. Es war lustig. Es war so lange lustig, bis der Hund angefangen hat, sich überall an den Wänden abzureiben. Und das ist jetzt ... Muss man sich mal vorstellen, meine Mutter kommt heim. Und alle Wände sind voller Ketchup. Und ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Ich wusste nicht mal, was das ist. Das war so ... Oh Gott. Ich hab ... Also, dass meine Eltern euch nicht rausgeschmissen haben permanent, ist eigentlich nicht zu erklären. Weil wir haben völlig gewütet in dieser Wohnung. Wir haben das Haus ruiniert. Aber ... Alter. Ich hab so viele schlimme Erinnerungen. Aber lustige Erinnerungen. Nach zehn Jahren werden aus Schlimmen auch lustige Erinnerungen irgendwie. Willst du eigentlich ... Hier, ein Schoko-Cappuccino. Nee, danke. Willst du dann ... Du hast Wasser, du hast alles ... Nee, ich trinke einfach nur Wasser. Ich will auf Zucker und Koffein verzichten. Fakt, du machst das richtig. Wie lange schon machst du das? Koffein? Seit Oktober jetzt. Seit Oktober? Also, oh, okay. Es ist so ein letztes Jahr, wollte ich grad fragen. Nee, es war wegen den Migränen. Weißt du, ich musste ein bisschen gucken, hm, was triggert das? Ich musste ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Letztes Jahr im Oktober war ich im Krankenhaus. Eine Freundin hat mich hingefahren. Ich hab wirklich gedacht, ich sterbe von dieser Migräne-Attacke. Immer wenn Leute über Migräne reden, wird's mir wirklich übel. Ganz ekelhaft. Und da hab ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal schauen, woran's liegt. Ich bin noch nicht komplett durch mit meinen Recherchen, aber ich weiß auf jeden Fall jetzt, eine Sache, die relevant ist, ist halt mein Blutzuckerspiegel. Und ich hab damals aufgehört, Kaffee zu trinken und Cola zu trinken und wollte schauen, ob vielleicht Koffein der Träger sein könnte für die Migräne. Und da hab ich im Oktober aufgehört und hab über einen Zeitraum von drei, vier, fünf, sechs Wochen gar keinen Kaffee getrunken, kein Red Bull, keine Cola, gar nicht damit Koffein. Hab dann aber trotzdem noch diese Migräne-Attacken bekommen. Und dann hab ich gesagt, okay, daran liegt's nicht, kannst du jetzt auch wieder trinken. Aber hab mir gedacht so, Moment mal, wenn ich jetzt schon aufgehört hab damit, warum soll ich wieder damit anfangen? Was ist ein Schwachsinn? Und das Lustige war dann, man sucht sich dann irgendeinen anderen Schrott. Dann hab ich angefangen, schwarzen Tee zu trinken, die ganze Zeit. Aber Tee ist tatsächlich, find ich, ein gutes Substitute für Kaffee. Du hast recht. Kann man schon machen. Ist auch nicht optimal. Es ist tatsächlich so, dass dieses Teein exakt, also molekularisch, exakt dieselbe Zusammensetzung ist wie Koffein. Es ist exakt dasselbe, es heißt nur anders. Und dann hab ich die ganze Zeit Tee getrunken, Tee getrunken. Ich bin auch jemand, ich krieg halt Entzugserscheinungen, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich dann aufhöre, Kaffee zu trinken oder so, ja? Wenn du aufhörst? Wenn ich aufhöre. Also nachdem du aufgehört hast, fangen sie dann an wie so eine... Dann fangen die Kopfschmerzen an. Wie so ein kalter Entzug bei einem Heroinabhängigen oder so. Der kriegt dann auch Schmerzen. Ich krieg halt in dem Fall die Kopfschmerzen, weißt du? Das geht dann so einen ganzen Tag. Und wenn ich's dann geschafft hab, dann bin ich drüber hinweg, weißt du? Und jetzt hab ich mit dem schwarzen Tee, hab ich auch schwarzen Tee getrunken die ganze Zeit, hab dann irgendwann gesagt so, ah, okay, weil ich den schwarzen Tee nur mit Zucker trinke. Dann hab ich gesagt, okay, aber immer mit dem Zuckerzeug reinzuballern. Und dann hab ich gesagt, nee, ich hör jetzt mit schwarzem Tee auf, weil ich ihn ja nur mit Zucker trinke. Und ich will nicht die ganze Zeit Zucker trinken. Hab den schwarzen Tee weggelassen, wegen dem Zucker. Und hab dann auch die gleichen Entzugserscheinungen bekommen, wie vom Kaffee. Boah, also Tee, das kann aber auch am Zucker liegen vielleicht. Aber generell, all die Sachen erzeugen Entzugserscheinungen. Ich glaub schon, dass es Koffein ist, ganz ehrlich. Ja, aber ein Jahr ist ja dann lange. Also lange genug, würd ich sagen, um halt ein Fazit zu geben. Also du würdest es auf jeden Fall empfehlen? Aufzuhören? Ja, mit. Nee, kann ich nicht empfehlen. Ich kann nur sagen, dass die Ärztin im Krankenhaus dort in der Notaufnahme zu mir gesagt hat, entweder man trinkt regelmäßig Kaffee oder man trinkt es gar nicht. Ach, echt? Aber ab und zu trinken und ab und zu es sein lassen ist schlecht. Das ist eine interessante, habe ich so noch nie gehört, aber irgendwie klingt's auch los. Also das kann auch Migräne oder Kopfschmerzen triggern. Also ich lass es jetzt einfach ganz weg, ich mach's einfach nicht mehr. Krass. Ich hab zum Glück so was, ne? Ich hab zum Glück keinerlei Schmerzen. Übrigens, ihr wart ja gerade, bevor wir jetzt nur über Tee und Koffein und alles reden, hat ja auch jeder ein bisschen anders. Ich hab jetzt das Ding mal rausgeholt hier. Guck mal. Aus dem Backofen? Aus dem Backofen. Willst du mal? Das ist ganz geil, ne? Das ist noch ein bisschen warm. Ist leichter, als man denkt. Ja? Was ist das? Macht Geräusche? Das soll, du hast ja den Anfang nicht mitbekommen, das soll die Simon-Variante bestenfalls sein von dem hier, dem Budikopf. Das ist die exakt richtige Reaktion. Es ist besser, kannst du nicht reagieren, weil genau so soll man reagieren. Die Figur kann auch nicht besser gemacht werden. Die ist perfekt. Nee. Oder? Die ist einfach perfekt. Das ist so krass wahr, es sagt jeder, ne? Und da kommen jetzt auch schon, siehst du, jetzt kommen die Budikopf-Icons. Weil das halt einfach mal der Beste ist, den man haben kann. Und sowas will ich mit mir machen. Ich werd's natürlich nicht so geil hinkriegen, ne? Aber das soll ungefähr diese Größe haben. Deswegen glaub ich, das kommt schon hin, so, oder? Als Grundlage. Willst du ihn exakt nachbauen? Nein, nein, ich will ihn nicht nachbauen, ich will mich bauen. Du hast ja schon gedacht, okay. Also, aber die Größe muss ja ungefähr stimmen, ne? Damit es hier mit den anderen Sachen irgendwie auch zusammenpasst. Ja, das ist so die Idee. Das wollte ich eigentlich heute machen. Ich wollte ganz viele Sachen machen, Day, aber da haben wir nichts von gemacht. Ich lass mich kurz mal dir, was zeigen, was ich dir auch schon seit Stunden zeigen will. Da muss ich jetzt aber grad, dieses, jetzt wo du mir grad hier das erzählt mit dem Modellieren und so, da hab ich ja auch noch ne witzige Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt raushauen soll. Du hast mir mal, du hast mir mal aus Ton etwas... Ja, das kannst du erzählen. Erzähl uns lieber, bitte. Ist mir peinlich, ja. Naja, also, es ist so, aus irgendeinem Grund wolltest du, ich hab damals ja alles mögliche aus Ton. Moment mal, ich wollte aber nicht, dass du mir genau das machst. Nein, nein, nein. Ich hab's gesagt. Also, aus Fimo, ähm, aus Fimo hab ich damals Kram gemacht und, äh, ja, du fandst es lustig, ich glaub, damals hab ich die Resident Evil Figuren aus Fimo. Moment mal, reden wir vom Sägen jetzt? Ja, es kommt gleich, ich weiß, was du meinst. Und dann meinte, meinte Day irgendwann, ey, kannst du mir auch mal irgendwas bauen, so irgendwas, was ich oben mir als Kette umhängen kann oder so, so einen kleinen Anhänger. Genau. Und dann hab ich ihm so einen ganz kleinen Pimmel gebaut, aber halt so richtig mit Eiern und ich weiß nicht, ob ich Haare reingemacht hab, glaub nicht, aber es war halt so ein richtig schöner, edler Penis. Natürlich, bestimmt Penis. Je länger, desto Penis. Das ist nun mal einfach eine Regel und ich war jung und brauchte den Gag. Das allergeilste war aber was? Das geilste war nicht, dass du den Penis gemacht hast, sondern ich hab ihn getragen. Ja, das ist das Verrückte. Ich hab's natürlich als Gag gemacht, der hat ihn dann original einfach ein Jahr lang oder so getragen. Nein, ein Jahr ist jetzt übertrieben, aber ich hab ihn schon ein paar Tage oder Wochen getragen, aber, wie dumm, oh mein Gott, das ist ja eigentlich echt peinlich, ne? Dass ich sitz jetzt hier und sage, dass ich meinen Penis um den Hals getragen habe. Meinen Penis um deinen Hals getragen habe. Ja, super. Das macht's besser. Auf jeden Fall, weißt du nicht mehr mit meiner Mutter dann? Ja. Die dachte, das wär so ein Ding zwischen uns, das wär quasi der Beweis unserer schwulen Beziehung. Da, hier hast du schon hier Regenbogen. Ja, jetzt natürlich für eine Mutter. Ich versteh, wie man da drauf kommen kann. Aber eigentlich cool, dass deine Mutter so relativ gechillt dann darauf reagiert hat. Ja, aber es war trotzdem extrem peinlich. Ja, natürlich. Natürlich ist das peinlich. Aber das ist irgendwie, das ist eigentlich, das ist eine schöne Geschichte. Aber weißt du, was mir persönlich noch peinlicher ist? Ein schönes persönliches Ende, oder? Weißt du, was mir persönlich noch peinlicher ist? Ich hau's jetzt einfach raus, weil ich denk mir, ey, da war ich zehn, ja? Ich hau's jetzt einfach raus. Ich hab Angst, bin ich dabei? Du bist nicht dabei. Okay, gut, dann hau was. Wir hatten damals, also das war auf jeden Fall noch in der Grundschule, so vierte Klasse oder so, und dann waren so die coolen. Ich hab ja nicht zu den coolen gehört. Eigentlich auch nicht. Ja, und dann gab's so die wirklich coolen, und die hatten ein Ohrring. Und dann bin ich zu meiner Mutter und hab gesagt, Mama, ich will ein Ohrring. Rat mal, was sie gesagt hat. Bist du schwul? Ganz genau. Dann hat sie gemeint, ja, sie hat gemeint, bist du schwul? Nein. Hab ich gesagt, ah ja, gut, dann nicht, aber ich wollte unbedingt, ich glaub, der Schnippel hatte ein Ohrring, der Marcel Wies hatte ein Ohrring. Ey, das war die Zeit der Ohrringe. Du musst nur aufpassen, welche Seite der Ohrring, weil das eine war ja schwul. Links ist cool und rechts ist schwul. War das die Aussage? Links ist cool, rechts ist cool, aber er hat doch genauso gut, rechts ist cool, links ist schwul. Klingt genauso. Ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat. Ja, gut. Wer gesagt hat, wo es cool und wo es schwul ist, weiß ich nicht. Wer hat das, genau, wer sagt denn das? Das Leichtschwule kommt ja jetzt. Ich hatte keinen Ohrring übrigens. Hattest du nicht, nee. Das Leichtschwule, sagen wir, Latenzschwule kommt jetzt erst noch, und zwar, ich durfte keinen Ohrring haben, ich mein, ich war in der vierten Klasse, da war ich zehn Jahre alt, und dann sind die, die etwas Größeren, sind mit ihren Ohrringen rumgelaufen und ich wollte halt auch unbedingt, ich durfte aber nicht. Da habe ich was gemacht und ich wette, drüben, Oh Gott, ich will gar nicht jetzt, aber ich glaube, ich glaube aber, dass meine Freundin, die ja drüben auf dem Fernseher zuschaut, dass sie das weiß, hoffe ich zumindest, dass sie es weiß, und zwar bin ich dann bei meiner Mutter, also nochmal, ich war zehn Jahre alt, Ja, ja, jetzt hau raus. Bin ich bei meiner Mutter an die Schmuckkiste und die hat dann auch so verschiedene so Klipper-Ohrringe gehabt. Oh Mann, ich weiß nicht. Aber die sahen schon, also damals hat die gesagt, ey, egal, Hauptsache Ohrring, und, ähm, hab so ein Ding genommen, das hast du dann einfach so drangehalten und so zugeklippt und dann hab ich mir nicht mit so einem Klipper dann in die Schule gegangen. Aber das ist das Krasse, dass du damit in die Schule gegangen bist, Ja, wo hätte ich es denn sonst tragen sollen? Da waren ja die Kuhlen in der Schule mit dem Ohrring. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es direkt, der heiße Draht, du hast es direkt probiert, so am offenen Herzen operiert, gleich mal direkt in die Schule, nicht vorher mal ein Probelauf, vielleicht ins Dorf oder so, mal gucken, was die Leute so sagen, nein, direkt ins Zentrum. Ganz genau. Wie so ein Klippern. Ich hab das übrigens auch gemacht, aber ich bin eben daheim geblieben. Ich hab noch eine krass peinliche Geschichte mit meiner Mutter, aber jetzt erzähl ich erstmal die fertig und dann bin ich in die Schule und alle haben so, ähm, äh, boah, hast du jetzt auch einen Ohrring? Ich so, ja, und sie, ah, sieht aber ganz schön breit aus, gab's keine schmalen Kreolen, und ich so, ja, nee, das ist voll modern, hab ich gesagt, ja. Und dann bin ich halt mit dem Ding ja immerhin und hab mich echt extremstens wahrscheinlich, wobei, das weiß heute ja keiner mehr, aber es war schon, schon peinlich, weil es war, wenn ich dir so ein Ding heute zeigen würde, es ist einfach offensichtlich, es ist einfach so extrem obvious, dass es für Frauen ist. Ich kenn die echt. Oh Mann, meine Mutter hatte die ja auch. Aber jetzt kommt noch die andere peinliche Geschichte, weil es gibt nämlich zwei peinliche Schmuckkästchen-Geschichten. Okay. Und ich war, ich werd jetzt aber den Namen nicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das sieht, aber ich war in den Mädchen verliebt, ähm, auch mit zehn, elf Jahren. Ich hab Schwärmerei. Ja. Verliebt ist jetzt übertrieben, aber ich fand die voll toll, ja. Und dann wollte ich irgendwie der irgendwas schenken und hab gedacht so, okay, was schenkst du ihr? Ähm, mein ganzes Geld, was ich hatte, wenn ich welches hatte, ist immer in NES-Spiele geflossen, ja, das heißt, es war kein Geld da, um Geschenke zu kommen. wir hatten kein Geld für Geschenke. Genau. Und dann, ähm, hab ich mir halt den, äh, ja, den einfachsten Weg gesucht, an Geschenk zu kommen. Das von deiner Mutter. Schmuckkästchen von meiner Mutter. So. Und dann bin ich, aber jetzt, guck mal, der Knaller kommt ja erst noch. Und dann bin ich dann da dran und hab, ähm, hab da so rumgeschaut, ah, okay, ah, der sieht geil aus, ja. Und dann hab ich mich für einen entschieden. Dann bin ich hin und, ähm, ich sag den Namen jetzt echt nicht, aber egal, bin auf jeden Fall hin, die hat auch in Weilers gewohnt bei uns im Dörfchen. Ähm, und dann, äh, hab ich die da draußen nur rum, äh, fahren sehen mit ihrem Fahrrad. Ähm, hab gemeint, hey, ich hab ein Geschenk für dich. Aber ich muss dazu sagen, die war aber auch älter als ich, ja. Also ich war, ich war auf jeden Fall in der Grundschule, das weiß ich 100 Prozent. Sie war, glaub ich, ein oder zwei Jahre älter als ich, ja. Ähm, und dann hab ich so gesagt, hey, guck mal, ich hab ein Geschenk für dich. Und dann kam sie so an und dann, ähm, hab ich ihr den Ring halt geschenkt. Sie so, oh, voll lieb. Ja, sie fand das wirklich gut, oder? Die fand das wirklich gut. Na, da hast du ja zumindest den richtigen Geschmack getroffen. Ich mein, das ist auch mega scheiße. Naja gut, das war ein Goldring. Ich weiß nicht, ob sie, oh, fucking, Gold ist Gold halt, ne? Hätte ich auch wahrscheinlich nichts gehabt gegen. Hätt sie mir auch schenken können. Und, ähm, so, und da hab ich mich halt voll gefreut und hab dann, ähm, bin dann nach Hause, hab dann noch so mehr ausgemalt, und dann hat's dann an der Tür geklingelt. Und, ähm, War die Mutter? Es war der Vater. Uh. Und dann, ähm, klingelt er so an der Tür, meine Mutter geht an die Tür und, ähm, ich war nicht an der Tür mit dabei, aber ich war, ähm, im Flur und hab halt gehört, was gesagt wurde und dann, ähm, hör ich nur den Vater. Der Vater ist dir mal mit dem Baseballschläger hinterhergerannt, als du Schellekloppen gemacht hast. Hundert Prozent. Alter, war so anders. Der ist dir hinterhergerannt und wollte dich verprügeln, ja? Ja, das, das glaub ich dir. Ja, aber es ist mal ganz kurz. Wir hätten's ja auch verdient gehabt, muss ich mal ehrlich sagen. Ich weiß noch, eine kurze Ablenkung nur. Ich weiß noch, wie wir den Böller in diesen Briefkasten geworfen haben. Ja. Und dann bin ich weggerannt und es macht PURTZ! Und ich krieg den Deckel hinten an den Kopf von dem Brief, also das war ja echt, wir haben's sowas von verdient, auf die Fresse zu bekommen damals. Auf jeden Fall. Ah holla, die Waldfee. So, und das End von der Geschichte oder die Moral von der Geschichte, verschenke keinen geklauten Schmuck, wo Namen eingraviert sind. Da war nämlich der Name von meiner Mutter und ihrem Mann eingraviert und das war schon eine extrem peinliche Situation. Von da an war dann auch immer das Schlafzimmer zugeschlossen, wo das Schlafzimmer drin war. Da gab's keine Möglichkeit, mehr Schmuck klarzumachen, ja. Aber ey, das ist super, das ist eine super Geschichte und vielen Dank, dass du die mit mir teilst hier. Es wird ja sehr intim hier, was wir hier für Dinge raushauen. Das würde ich normalerweise alles gar nicht erzählen. Ich hab währenddessen schon mal hier ein bisschen gebaut, weil ich ja, wie gesagt, an meinem Projekt arbeite. Ist das für eine Proportion? Weil ich hab hier eine Kamera. Kann man das machen? Ist das eine Proportion? Nee, noch nicht, ne? Aber als Grundlage, ich hab ja so einen Knick. Doch, find ich schon, ehrlich gesagt. Also die Nase passt schon tatsächlich. Find ich, die ist getroffen. Gut, dann lass ich die einfach mal. Also grob jetzt, ne? Ja, ja, es geht nur ums Grobe. Ich kann das am Ende abfeilen, ich kann da ganz viel mitmachen. Ja. So. Ich will dir was zeigen, das will ich dir schon die ganze Zeit zeigen. Guck mal. Kennst du das noch? Oder beziehungsweise, sag dir, ah, jetzt hab ich's weggeklickt. Ihr könnt gleich draufschaden, Regie, weil jetzt wird's erst mal geladen. Renegade X. Sagt dir das vielleicht was? Renegade? Command & Conquer Renegade kenn ich. Das ist fucking Command & Conquer Renegade von Fans in Neugemacht. Ach, komm doch auf. Kein Witz, megageil. Ey, wie geil das war. Ich wusste, dass du das feierst, weil du ja damals auch mega der Command & Conquer Fan warst. Ey, ich hab das richtig krass gesuchtet. Es freut mich, dass du das nicht kennst. Oh, Regie, ein bisschen leiser hier machen. Weil mir das auch empfohlen wurde. Es gibt's wohl schon eine Weile. Ein paar Leute haben auch schon Videos dazu gemacht. Aber so richtig bekannt ist es noch nicht. Oh, ich höre hier was. Ach so, ich muss es vorne leiser machen, höre ich gerade von der Regie. Händisch. Was heißt denn händisch? Heißt das hier an dem Tablet? Das kann ich. Vorne links in der Ecke. Das wird jetzt interessant. Simon sucht den Ton. Moment, meint ihr auf dem Desktop den Ton oder in diesem Studio? Im Raum, links in der Ecke. Ah, ich seh's. Das ist ja geil. Absolut perfekt, wie das hier alles zusammenhängt. Okay, cool. Simon, kannst du mir einen Gefallen tun? Bevor wir zu Renegade kommen. Ja. Kannst du mal, ich hab ein Homie aus der Hood sitzen. Okay. Ja, und der, ähm, der ist schon heterosexuell, aber er ist extrem verliebt in dich. Homosexuell wäre auch noch. Er ist extrem verliebt in dich. Und der, ähm, kannst du ihn einfach mal, der heißt Tim Wolfstädter. Ich hab ihn vorhin schon mal gegrüßt. Kannst du noch mal ein Special Shoutout machen irgendwie für ihn, dass er sich freut, dass du seinen Namen erwähnt hast? Tim? Ist Tim oder was? Tim. Ja, guck mal, guck mal, hier, kann das noch irgendwie ... Mach eine Sprachnachricht oder so. Hey, Tim, du hast hier das Video und hier hast du den Ton. Ist mega abgefahren. Beides auf einmal. Und ich geb's dir noch via WhatsApp. Kannst du dich schön noch mit angeben. Ich weiß zwar nicht, bei wem man mit so was angeben kann. Aber schade, dass du nicht hier bist. Schade, dass du beim Düps nicht da bist. Wir werfen hier gerade die 100-Euro-Scheine. Jeder hat was bekommen. Du warst leider nicht da. Aber vielleicht ein andermal, ne? Ja, und ich geb dem, was hat er für eine Größe? Ist er eher so ein ... Ist er eher ... Typ Türsteher. Typ Türsteher. XL, ich guck mal, ob wir noch irgendwo hier ein T-Shirt haben, was ich klauen kann, sag ich ganz offen. Und dann geb ich das vielleicht einfach mit. Vielleicht aber auch nicht. Bis dann. Tschüss. So, das freut mich sehr. Das ist wirklich das Einfachste der Welt. So. Wir gehen hier kurz mal ein bisschen durch, weil ich hab jetzt noch nicht mich ins Spiel eingespielt. Ich werd's nachher, wenn du vielleicht wieder weg bist, noch mal näher spielen. Aber ich wollt's dir einfach mal zeigen. Mal gucken mal. Es sieht ein bisschen hässlich. Nee, nee. Ich find's sieht besser aus als damals. Ja, das schon. Aber im Vergleich mit heutiger Optik ist es ein bisschen krisselig, ne? Aber man kann ja natürlich ... Könnt ja auch jetzt noch ein bisschen höher alt sein. Das ist wirklich geil. Ach, oder es gibt einem wirklich dieses Gefühl für die echte Optik. Ich will unbedingt jetzt hier die Nordwelten sehen. Und es gibt vor allem, wenn du erst mal die Panzer und die Sammler siehst. Ey, das ist ohne Schiss alles genau so. Und das erinnert mich immer an unsere Command & Conquer Sessions. Mit 30 Minuten nicht angreifst, packt. Und dann in der Mitte ein Mega-Angriff. Moment, nicht Angriffspakt, nennst du es. Du hast bestimmt, wann angegriffen werden durfte. Ich gebe zu, ich war ein furchtbarer Mitspieler und auch ein furchtbarer genereller Spieler. Und bei StarCraft hast du bei StarCraft immer, wenn irgendwelche Einheiten geflogen kamen oder gefahren kamen, nee, noch nicht angreifen, wartet noch. Und dann hast du schön die, ähm ... Die Riesen-Mutalisten-Armee fertig gebaut. Und wenn du fertig warst, bist du einfach losgezogen und hast alle überrollt. Wobei man sagen muss, irgendwann war ich in StarCraft wirklich besser als die alle. Weil irgendwann hab ich die Mutalisken-Rushs nur noch gemacht. Es war so. Du warst besser, weil du die Bedingungen des Spiels gesetzt hast. Hast gesagt, man angriffen werden darf und so. Nicht immer. Irgendwann hat der ja auch nicht mehr auf mich gehört, muss man dazu sagen. Wir können ja gerne später noch mal über Risiko reden, wie gut du da warst. Ey, das ist alles ohne Scheiß. Das ist derselbe Kram. Hört ihr mal jetzt auf, hier darüber zu reden mit dem Shit hier. Oh, das ist ja interessant, guck mal. Weil du zerstörst gerade die ganzen Legenden, die ich hier raushaue. Was war denn mit Risiko? Wir haben richtig lange Risiko gespielt. Ich hab die Kaffeemaschine angemacht. Und dann haben wir da stundenlang gespielt. Und ich weiß noch, wir haben Risiko gespielt und ich bin morgens nach dem Risikospielen zu meiner Ausbildung gefahren. Das muss man sich mal reinziehen. Der hat im Hotel damals eine Ausbildung gemacht und du hast wirklich nicht geschlafen. Ich mein, damals war man noch jung. Das hat man echt gemacht. Und danach bist du noch zur Arbeit gegangen, nach so einer Risikorunde. Und du hast nicht getrunken oder Drogen genommen, aber du hast überhaupt Kaffee getrunken. Also das ist schon beeindruckend irgendwie. Eigentlich ein ordentlicher Arbeitseinsatz, aber auch völlig weird. Weil du hättest auch pennen können. Ich hätte pennen können, aber Risiko war wichtiger. Man muss Prioritäten setzen, das ist halt einfach so. Aber das ist auch der Grund, warum ich dann da rausgeflogen bin. Die haben gesagt so, hey, geh mal schlafen, wie schaust du denn aus? Wie kommst du hierher? Ja, das ist dann der Nachteil. Man darf da auch nicht so ankommen. Nur präsent zu sein reicht nicht. Genau, aber um das eigentliche Spiel, um da noch mal drauf zurückzukommen, weil ich weiß ja, dass wir da so genetisch ein bisschen dazu veranlagt sind, ja, sag ich mal, Sachen kaputt zu machen. Das stimmt. Wenn wir nicht gewinnen. Ist aber auch nicht mehr. Bei mir ist es aber momentan nur noch bei FIFA, deswegen spiel ich FIFA nicht mehr. Aber bei FIFA triggert bei mir wirklich extrem krasse Anfälle. Ja. Wenn ich wirklich dann auch anfange, Sachen kaputt zu hauen. Das Schlimmste, was ich gemacht hab bei FIFA, war so ein Deckenfluter. Kennst du? Diese Deckenfluter, die so an die Decke strafen. Und dann ist noch so ein Arm. Ah. Und den hast du abge ... Den hab ich zerhackt. Zerhackt? Also nicht mit der Acke, aber der war auf jeden Fall am Ende 3-Ger. Ja, ne? Man hat diese Gamer-Wut. Aber genau, Gamer-Wut. Aber jetzt möchte ich ganz drüber ein Risiko. Ich kann mich entsinnen, und das hau ich jetzt raus, ist mir egal, ich kann mich entsinnen, dass du nicht nur einmal, weil du abgefuckt warst, das komplette Risikospiel, einfach runtergeworfen hast und sagst, ich hab keinen Bock mehr. Ja, Jörg. Alle waren immer sauer auf dich, weil du allen das Spiel versaut hast, nur weil du nicht gewonnen hast. Ja, okay, das stimmt. Das war aber nicht immer so, aber es gab diese Momente, ja. Und ich stimme dir zu, dass ich ein ziemliches Arschloch war in der Hinsicht, weil ich einfach furchtbar schwer verlieren kann. Und weil ich generell einfach furchtbar schwer in solchen Competition-Situationen bin, weshalb ich dir heutzutage meide. Muss ich auch noch dazu sagen. Man muss auch wissen, was man kann und was man nicht kann. Und wenn ich das nicht kann, möchte ich mich nicht so in solche Situationen bringen. Du hast offensichtlich nie die Beefs gesehen, die wir hier aufgezeichnet haben. Das war nämlich genau das in eigentlich noch schlimmer. Weil da durfte ich das Brett nicht umwerfen, sondern da musste ich dann einfach damit leben, dass ich halt verloren hab. Und das ist noch schlimmer, sag ich dir. Aber es kommt ja auch immer drauf an, ob du wirklich die krasse Motivation hast zu gewinnen. Würde er heute noch machen. Das meinst du, ich will schon gewinnen. Ich will gewinnen, aber eigentlich will ich nur nicht dumm dastehen und irgendwie halt als Erster zum Beispiel rausfliegen. Wir haben so einmal Risiko gespielt und wir spielen da mit Nils und Budi und Ede. Und wir alle kennen Nils in dem Fall. Und ich weiß, er wird die jetzt anderen, er wird die psychisch manipulieren, dass sie irgendwie ihn nicht angreifen, sondern immer sich untereinander. Er kann das sehr gut. Und ich sag das die ganze Zeit. Und nur weil ich es die ganze Zeit sage, entscheiden sich die anderen dazu, nicht auf mich zu hören und eben was anderes zu machen. Und das Resultat ist, dass ich als erster sterbe. Ich sag dir was, wir haben auf der AIDA Wehrwölfe gespielt. Das ist geil, wir haben auch eine Wehrwolf-Sendung. Hab ich schon gehört von Ilva und Florian, diese beiden Fans auf dem Schiff da. Ach ja. Die haben gesagt, ja, die spielen das ja auch. Wir haben das gespielt, drei Runden mit, glaube ich, zwölf Leuten. Und ich war alle drei Runden ein Wehrwolf. Das glaubt dir doch nach der zweiten Runde keiner mehr. Eben. Und trotzdem bin ich immer sofort gekillt worden. Wirklich. Ich hab's wirklich nur ganz selten geschafft, so mal zwei Leute, zwei Dorfbewohner zu überleben. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas hat den Leuten gesagt, der ist es. Das ist der Wehrwolf. Ich tu mich auch bei Wehrwolf furchtbar schwer immer. Aber es ist ein geiles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Da gibt's irgendwie sogar ganz komische Varianten. Es gibt so eine Virtual Reality-Variante, wo du dann halt irgendwie ... Werewolves Within oder so. Aber hast du was? Oder Wolves Within. Ich hab keine Brille. Ja, okay, stimmt. Klar, wer hat die schon, ne? Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn du's mit Fremden, komplett Fremden spielst, ja, und ich geh davon aus, ich mein, ich hab's nie gespielt, aber ich geh davon aus, dass du da auch random mit anderen Europäern zusammengewürfelt wirst und einfach auf Englisch spielen musst, nehm ich an, ich stell's mir nicht so geil vor. Ich würd's mir cool vorstellen mit Leuten, die ich auch im Real Life kenne, das mit denen zu zocken, aber mit komplett Fremden Leuten ... Also, zumindest dann, wenn du auch grad sagst, Englisch stimmt, und das ist zwar jetzt kein großes Problem wahrscheinlich für die meisten, aber es ist trotzdem awkward, ne? Also, du willst dann schon in deiner Muttersprache reden. Ganz genau. Gerade bei so nem Spiel, wo du auch keinen kennst und du willst dich nicht verhaspeln oder dumm reden. Also, ich glaub, das ist für viele Soziophobiker nicht unbedingt die beste Variante. Aber sich in echt gegenüber zu sitzen, ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn du überlegst, oder? Weil da musst du demjenigen ins Auge gucken und sagen, ich glaub, du bist es. Oder du musst lügen. Das ist ja grad das Geile daran, wenn du dich dann verteidigen musst, wenn du dich verteidigst und sagst so, hey, Freunde, mein Standardargument war ja eigentlich ... Es hat hier geraschelt, kennst du, kenn ich das? Ja, es hat da geraschelt. Aber ich hab immer gesagt, also beim ersten Mal, okay, wurde ich gekillt. Mein Argument war immer, ey, ich war doch eben schon Werwolf. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch einmal Werwolf bin? Hört doch mal auf, ja? Und die haben mich dann gekillt. Das tote Mal. Und in der dritten Runde exakt dieselbe Schose, ja? Ich sag so, ey, ich war doch schon zweimal Werwolf. Ihr glaubt, dass ich jetzt zweimal Werwolf bin? Doch, 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 du wirkst wie einer ... Ich hab mich oft ein drittes Mal gekillt, ja. Das war abgesprochen. Sowohl, dass du Werwolf bist, als auch, dass sie sich spielen. Nee, aber das Problem war ... Ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem war, dass wir damals ... Also, ich hab's schon ganz oft gespielt, aber immer ohne ... Es gibt ja den Seher und den Blinzler. Oder die Blinzlerinnen. Blinzler kenn ich da nicht. Ich hab das ... Ach, also Seher kenn ich natürlich, aber ... Es gibt das Mädchen. Und das Mädchen, das kann, wenn die Werwölfe wach sind, blinzeln. Das heißt, es kann ... Ach, ich kann sehen, wer die Augen auf hat, ja. Okay. Ja, es ist halt wahnsinnig gefährlich. Weil wenn du als Blinzler, du sitzt so da, man sitzt halt im Kreis und du machst die Augen auf und ein Werwolf sieht, dass du die Augen aufhörst. Dann kennt er dich. Dann ist halt Schicht im Schacht, ja. Und das ist aber eigentlich ... Das ist das Geile daran. Du musst halt so lernen, durch die Augen zu gucken. Genau, weil da war nämlich ein Seher, in mindestens einer Runde ein Seher, der ganz genau wusste, dass ich ein Werwolf bin. Und der hat immer alle motiviert, oh, das ist der, lass doch mal ... Aber ich darf ja nicht sagen, dass er der Seher ist. Das hat mich schon ... Aber ich kann's halt nicht. Den Seher, ich kannte den schon. Wir haben ihn aber nie gespielt, weil wir eigentlich immer nur so sieben, acht Leute waren. Und da hast du halt für gewöhnlich keinen Seher. Ey, du kommst mal vorbei. Wenn du irgendwann mal zufällig noch hier bist und wir spielen mal wieder eine Runde Werwolf, dann kommen wir beide mal mit. Unbedingt. Vielleicht überlebst du dann mal ein bisschen länger. Ich bin auf jeden Fall dabei. Werwölfe ist wirklich nach Videogames das geilste Spiel, was es gibt. Und nach Risiko. So, was sagt der Chat eigentlich? Wir haben den Chat jetzt ... Und du hast immer reingeguckt. Sind alle zufrieden? Ich hab's jetzt nicht so gesehen. Hier sagt jemand, was sehr interessant ist. Toni Lustig, als Anwalt muss man doch bluffen können. Ist das so, ist es so, Madlock, wenn man Anwalt ist, stellt man sich das nicht viel zu spektakulär vor? Muss man bluffen oder musst du eigentlich, musst du doch nur eine Seite beleuchten? Du bist ja nicht verantwortlich, ein allumfassendes Bild auch über die Schattenseiten zu liefern, sondern du richtest deinen Scheinwerfer doch einfach nur woanders hin. Genau. Also der Punkt ist natürlich der, man muss ganz, ganz ... Man muss ganz stark differenzieren zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Ja, es sind halt komplett verschiedene Welten. Im Strafrecht ist es so, der Beschuldigte, der darf lügen, oder der Angeklagte, der darf lügen, der Verteidiger darf es nicht. Ja, das heißt, ich darf keine unwahren Sachen jetzt vor Gericht erzählen. Okay. Von denen ich jetzt weiß, dass sie unwahr sind. Okay. Weil es halt gegen ... Aber dürftest du dann deinen Klienten sozusagen in den Zeugenstand rufen und er lügt dann? Ich gebe seine Lügen weiter. Theoretisch. Also über so einen Umweg würde es gehen. Er sagt zu mir, hey, das war so und so und so, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, die Wahrheit ans Licht zu bringen, sondern es ist meine Aufgabe, zu gucken, was mein Mandant mir sagt, wie es denn gewesen, im Strafrecht jetzt. Ja, ja. Wie es denn war. Sehr interessant. Und dann sagt er irgendwie ... Dann habe ich eigentlich auch noch ein paar geile Anekdoten, wie Sachen passiert sind, also Erklärungen für Taten, die extrem lustig sind, die haue ich auf jeden Fall noch raus, muss ich mir aufschreiben, muss ich raushauen. Ey, wir müssen doch heute noch mal Michael Jackson singen. Machen wir. Wer gamerfrei ist Michael Jackson. Und gib mir mal den Stift. Wo ist der Stift denn? Hier. So, und dann ist es halt so, der Angeklagte darf lügen. Der darf komplett alles raushauen, was er will. Er kann lügen, so viel er will. Der Anwalt darf's nicht. Aber wenn ich einfach nur als Anwalt die Lügen meines Mandanten wiedergebe und die einfach nur schön formuliere, ist es ja nicht meine Lüge halt, weißt du? Ja, und es ist ja auch, ihr müsst ja nun mal ... Ihr müsst das ja machen irgendwie. Also es ist eine ganz ... Wie ist das? Es ist doch eine paradoxe Situation eigentlich, dass man um diese ganzen Dinge weiß und aber trotzdem so quasi gute Miene zum bösen Spiel macht. Man hält diese Regeln ein, des Gerichtes und so. Aber in Wirklichkeit wissen doch alle eigentlich, dass es auch zu einem kleinen Teil auch Scharade ist alles. Das Problem ist, in dem Augenblick, wo ich irgendetwas tue, was meine Mandanten schadet, obwohl ich weiß, dass er vielleicht jetzt die Tat begangen hat, in dem Augenblick, wo ich etwas tue, was ihm schadet oder vielleicht möglicherweise eine Information raushaue, die ihn belastet, mache ich mich selbst strafbar. Also das ist gut. Also dadurch, dass du musst es ja dann wirklich vermeiden und kannst deinem Mandanten auch nicht schaden. Das ist eigentlich ganz smart, dass das so ist. Aber das wusste ich nicht, dass sich der Anwalt dadurch sogar strafbar machen kann. Krass. Der weiß es am besten wahrscheinlich. Genau. Und im Zivilprozess ist es halt so, also im Strafprozess, die lügen dich eh alle an. Die lügen dich alle. Die Leute denken, die sind super schlau und super smart. Die können dir ihren Anwalt anlügen und die denken, der Anwalt ist dumm und glaubt halt einfach alles. Ich habe eine witzige Geschichte gehabt, die muss ich einfach jetzt raushauen. Mach, mach, Mann, es ist Catch-Mor-Time. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich halt auch studiert habe damals, der Marco. Und der Marco kannte jemanden, der wegen der gefährlichen Körperverletzung angeklagt war. Und dann habe ich, ich kannte ihn aber nicht persönlich. Ich habe dann die Akte mir zuschicken lassen. Und da war halt natürlich auch Beweismaterial drin. Da war auch eine Videoaufnahme drin. Also eine Sicherheitskamera, eine Überwachungskamera. Ja. Ja, die Aufnahmen davon. Und du siehst halt, wie er hingeht. Er wurde nicht in den Club reingelassen. Der Türsteher hat gesagt, so ey, du kommst hier nicht rein. Fand er halt nicht so cool. Dann ist er weggegangen und ist dann zurückgegangen und hat dann mit Pfefferspray hin und hat dann mit Pfefferspray wild rumgesprüht und ist dann weggegangen. Siehst du, das ist quasi dasselbe zu Risiko-Bot umwerfen. Ganz genau. Also er hat quasi vor der Diskothek das Spiel umgeworfen. Ja, aber er wäre gerne am liebsten, hätte er drin wahrscheinlich rumgesprüht, wenn er reingekommen wäre. Er will allen die Party versauen. Ganz genau. Und dann war er, wie gesagt, angeklagt. Und ich hab dann mit ihm telefoniert. Und ich hab ja die Aufnahme gehabt von dem Überwachungsvideo von der Diskothek. Ich hab ihn nie persönlich gesehen. Ich hab aber auch die Akte gehabt. Und in der Akte waren halt auch Bilder drin von verschiedenen Leuten. Also für die Wahllichtbildvorlage, wenn ein Zeuge kommt und sagt, okay, ich guck mir jetzt hier zehn Typen an. Von den zehn Typen glaub ich, dass er es war. Und so ein Bild war da auch drin. Und dann guck ich mir das Bild an und guck auf dem Video und denk mir so, das sieht aber schon echt aus wie er, denk ich mir so. War mir aber nicht hundert Prozent sicher. Hab mir gedacht, na ja, okay. Weil ich wollt ihm jetzt auch nicht vom Kopf stoßen und sagen, ey, du Penner, was lügst du mich an? Das bist du doch. Erzähl doch keinen Scheiß. Wollte ich nicht machen. Aber er war noch am Telefon und sagt zu mir, ey, ich bin das nicht. Ich kann's nicht gewesen sein. Ich war nicht einmal dort. Ich war die ganze Nacht woanders mit einer Freundin da und dort. Es ist unmöglich. Ja, aber das sagen sie doch alle. Das Geile war jetzt, ich sage zu ihm, nee, dann sage ich zu Marco. Wir sitzen in einer Kanzlei. Ich zeige so, Marco, guck mal hier, guck mal das Video an. Er kennt die Person. Ach so, ich nenn den jetzt mal Luigi. Ja. Er heißt anders. Luigi. Nein, nein, das ist Marios Bruder tatsächlich. Das ist ein prominenter Mann gewesen. Der Mandant heißt aber nicht Mario, sondern Luigi, okay? So, und dann meinte er so, ey, guck mal, meine ich zum Marco, ich so, guck mal, findest du, dass das aussieht wie der Luigi? Du kennst ihn doch persönlich. Und er so, na klar ist das, das sieht man doch sofort. Das ist eindeutig Luigi. Und dann sage ich zu Luigi am Telefon, ey, Luigi, der Marco hat gerade gesagt, dass das 100% du bist, man würde dich erkennen. Er so, ja toll, der Marco, der kennt mich ja auch. Das heißt, er hat mir erst 10 Minuten lang ins Ohr gelogen, von wegen, er könne es nicht sein, es ist unmöglich, ausgeschlossen und dann so, ja, der Marco, der kennt mich ja auch. Aber das ist wahrscheinlich das Problem, dass der Angeklagte in dem Fall denkt, ich darf nichts erzählen, ich muss lügen, selbst meinen eigenen Anwalt muss ich anlügen, weil er es vielleicht nicht besser weiß. Also, ich würde in dem Fall auch lieber erstmal gar nichts sagen. Ja. Aber es ist natürlich, mit sowas musst du dich den ganzen Tag rumschlagen. Das ist mega lustig. Aber es ist auch lustig. Ich hab einen anderen Mandanten, der hat mir... Vorsicht, was du erzählst, nicht, dass du Ärger kriegst irgendwann, ne? Nö, krieg ich nicht. Das sind ja sowieso in den, was dort öffentlich verhandelt wird, das ist ja öffentlich, da kann ja, du könntest jetzt auch in jede Gerichtsverhandlung, in jede strafrechtliche Gerichtsverhandlung könntest du dir das angucken und könntest alle Informationen raushauen. Das ist ja Sinn der Sache, die Öffentlichkeit. Ja, damit eben wir alle die Augen sieht, überprüfen können und kontrollieren können, dass sie halt keinen Scheiß bauen. Und da hab ich auch wirklich richtig lustige Geschichten schon gehört. Ich hab gehört, jemand hat jemanden anderen ein Bierglas, hat sich betrunken, dann jemanden mit einem Bierglas so auf den Kopf gehauen. Au! Ja. Warst ja früh, das ist eigentlich ein Mordversuch. Und seine... Ah. Das kann einer sein. Na, theoretisch, aber ich glaub nicht, dass du mit einem Bierglas jemanden erschlagen kannst. Können auf jeden Fall doch. Und dann sagt er so... Kommt auf, weil kein Kölsch, aber mit einem Maß auf jeden Fall. Dann sagt er, was war seine Begründung, warum das Glas auf dem Kopf des anderen Menschen gelandet ist, glaubst du? Er wollte es irgendwo abstellen. Nein, er ist gestolpert. Achso, ja, okay, das ist natürlich die logische Erklärung. Er ist gestolpert und dann hat er beim Stolpern so eine Bewegung gemacht und von oben, dass wir das aus Versehen auf den Kopf von dem anderen Mann gehauen. Dazu muss ich aber sagen, das ist wahrscheinlich, wenn du wirklich jemandem das auf den Kopf gehauen hast, die sinnvollste Erklärung, wie du es dir schönreden kannst oder wie du es jemandem erklären kannst. Weil das glaubt dir vielleicht auch keiner, aber ich mein, das kann man zumindest schwer nicht belegen. Also das Gegenteil, oder? Na, ich meine, du musst ja auch irgendwie... Wie ist das denn? Naja, gut, in dem Leben konkret... Kannst du mit sowas freigesprochen werden, wenn du sagst, du bist gestolpert oder ist das... Theoretisch ist alles möglich. Ich sag dir ganz ehrlich, die Gerichte sind ja auch nicht blöd, ja. Also erstmal, es gab ja auch Zeugen. Das meine ich, aber wenn es jetzt keine Zeugen gegeben hätte, dann würde man vielleicht darüber nachdenken, ob, nee, nee, dann würde man darüber nachdenken, ob man da vielleicht ein Sachverständigengutachten erstellen lässt, um zu gucken, ob, wenn er gestolpert ist, in diesem Winkel ein Glas auf dem Kopf des anderen Menschen hätte landen können, ja. Also das klingt wie ein Unfall, wie ein bizarren Unfall, der mir schon hätte passieren können. Deswegen fühl ich mich da ein bisschen, äh, fast schon, als müsste ich für ihn, äh, ja, aber du hast ja einen Anwalt als Freund, wenn dir mal so etwas aus Versehen passiert, rufst du an. Der Witz ist, mir würde sowas aus Versehen passieren, das meine ich ja gerade. Bei ihm war es vielleicht eine Aussage und in Wirklichkeit war es ganz anders, aber mir würde sowas vielleicht wirklich mal passieren. Äh, und dann melde ich mich bei dir. Aber ich seh, du glaubst es mir ja dann nicht. Nee. Das ist, ich hab ja schon ... Aber ich werd dich trotzdem mit maximaler Motivation verteidigen. Kannst du, wollen wir noch mal kurz, bevor wir in die Werbung gehen, einmal mit maximaler Motivation, äh, Michael Jackson. Was hab ich da gerade gelesen, was er? Ich bin gestolpert und in die Frau rein, was? Ich bin gestolpert und in die Frau reingefallen, das ist der Klassiker. Geil. Ja, wer in die Frau reinkommt, das ist wirklich der Klassiker. Der ist der Eddie. Eddie. Der Eddie. Ähm, hier, wollen wir Michael Jackson machen? Ich kann nämlich kein Michael Jackson hören, ohne dass ich immer an dich denken muss. An mich? Du hast es damals, das ist von dir, oder war das von Klinger? Ist nicht von mir, ist von Klinger. Aber du hast es groß gemacht, du hast es verbreitet und groß gemacht. Und es ist einfach, äh, es ist, äh, Michael Jackson hat ja damals Englisch gesungen, er singt ja immer noch, beziehungsweise sang er. Ja. Und wir haben auch eine Strafe gesungen, die wie Englisch klingen sollte. Wir wollten das auch, ne? Wir wollten das mit, einfach auch mitsingen. Und so wie wir es gehört haben, haben wir es gesungen. Und bis heute ist es der Text geblieben, den ich kenne. Ich kann das nicht hören und einen anderen Text hören. Für mich ist es genau das. What do we could change? What do we could change? Okay, wir müssen, okay, wir versuchen mal, ob wir es, ungeübt, ob wir es hinkriegen, ja? Jetzt oder was? Ja. Nein, wir üben es. Okay, dann mach ich es alleine. Dann mach es alleine. What do we could change? What do we could change? Who? I went from mine now. Jetzt kannst du mitmachen. Wie sind wir? Wie sind wir? What do we could change? And I make you right. Hi, hi, hi. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Oder so. Ich weiß nicht, ey, danach weiß ich es nicht mehr. Oh mein Gott. Aber das ist bis heute, das ist so geil, ich krieg's nicht mehr aus meinem Kopf. Mit diesem Ohrwurm, du kannst gleich alles machen, mit diesem Ohrwurm entlasse ich euch kurz in eine weitere Werbung. Und dann, weiß ich nicht, was wir dann machen, mal gucken. Aber wir müssen jetzt auch mal irgendwas machen. Hör dir mal ganz kurz die Sprachnachricht an. Ah, okay, dann hören wir uns die an. Darf ich die mit ab? Ja, ja, klar, klar. Äh, tausend Dank. Ich platz grad, ich weiß grad überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich freu mich grad einfach nur mega. Das, ah, cool, freut mich mega. Hallo Simon. Ähm, ja, ich guck immer noch weiter zu und ich bin grad völlig im Arsch. Tausend Dank auf jeden Fall. Siehste, das ist Rocketman. Bei uns wird jeder Zuschauer noch live ins Programm reingeholt. Ganz genau. Jetzt ist kurz Werbung. Danach erzählt der Day nochmal die Geschichte, wie ich angeblich die falsche Frau geküsst hab. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das werden wir gleich nochmal hören von einer unbeteiligten Person, die auch richtig natürlich an die Aussage gebunden ist. Also, du darfst nicht lügen. Dann gucken wir mal, was wir noch machen. Wir haben schon drei. Ich hab ja nur noch ein paar Stunden. Ja. Wir sehen uns. Ähm, das war grad eben, äh, schön, ne, diese PlayStation-Werbung. Sehr geil aus. Das erinnert mich an das. Ich krieg Flashbacks, wenn ich das seh. Ja, weißt du noch, dass ich das ja damals, ähm, äh, du weißt doch, ich hab das damals mit dir gemacht, ne? Äh, äh, hier, Tombdater. Ja! Tombdater. Das war, hab ich dich eingebaut in das Cover, war meine erste Photoshop-Arbeit. Wo Pal, dieses Pal stand, statt dann Gay. Äh, okay, ja, tut mir leid. Was hast du das noch? Nicht PC. Ich hab da irgendwo auch, ja. Da hab ich doch irgendwie so ne ganz, so ne richtig feminine Pose irgendwie, so hab ich doch da gesagt. Ja, ja, es war so einfach, du saßt irgendwo vor so ner komischen Statue, ich hab halt, eigentlich, eigentlich ging's nur darum, mit Photoshop ein bisschen auszuprobieren, dann hab ich das gemacht. Das war sehr lustig. Äh, und ich musste lachen, weil da stand statt PlayStation, stand da Day Station. Day Station, genau. So hieß ich auch mal ne Zeit lang beim Game. Day Station. Äh, ja, ich hab mehrere Sachen jetzt. Wir werden jetzt was zocken. Ähm, so Simon, zocken jetzt. Serpent Talks hat zu Recht auch mal gefragt und das find ich auch in Ordnung. Ähm, ich hab hier kurz ein bisschen noch was zu, aufzubauen, nämlich hab ich hier einen Controller. Und wir spielen jetzt, äh, Blasphemous. Zumindest ist es der Plan. Äh, das Spiel selbst kenn ich gar nicht. Ich weiß nur, es soll ultrabrutal sein und dadurch fast schon lustig. Und ich wollt's mir mal angucken, weil ich damals, kennst du noch, äh, Bloodthorn? Bloodfall? Ne, warte mal, warte mal, ich google das mal. Bloodthorn, das ist so ein eher unbekannteres. Aber das, wenn ich dir zeige, würdest du's wahrscheinlich... Ey, wie kann man hier... Na gut, dann mach ich das einfach jetzt. Entschuldigung. Der ganze Schreibtisch ist voll mit Crap. Überall ist irgendein Crap. Ähm, nee, nicht schließen. So. Ich glaube, das kennst du. Ach nee, das ist es nicht. Nee, heißt das so? Mann, das ist, fuck, das ist, wo du, wo du, du läufst in so einer Fantasy-Welt rum und hast eine Strotflinte, was schon mal total strange ist, aus einer 2D-Sicht. Und dann kannst du irgendwie halt die, die, die Monster irgendwie einfach mit der Strotflinte erschießen und dann hängen auch manchmal, äh, irgendwie Leute von dir irgendwie hängen so und sind halt gefesselt und wenn du daneben schießt, kannst du auch die erschießen und so und ist voll schlimm. Sag gar nichts. Bloodthorn, warte mal. Das muss so heißen, aber ich weiß grad nicht, vielleicht... Was sagt denn der Chat? Ihr kennt das doch, Blackthorn? Heißt das Blackthorn, nicht Bloodthorn? Ja, mal gucken. Das ist es. Das ist es. Nee, ist es nicht. Ja, doch. Hinterplay. Ja, das kann schon sein. Hey, wie Herr... Jeder Bildschirm von mir irgendwas will. Ja, siehst du, das war nämlich von Blizzard. So. Das kennst du echt nicht? So dieses Relief von, du sagst gar nichts. Mann, da gab's nämlich damals eine Shareware-Demo und du konntest so die erste, das erste Kapitel, so ein bisschen wie bei, ähm, Doom, ja, wo du ja auch die erste, das erste Kapitel immer spielen konntest als Shareware, konntest du auch das am Anfang spielen und es ist halt echt ziemlich heftig gewesen damals. Das war so irgendwie, warte mal, wo geht's denn los? Da. Jetzt hast du diese Animation. Doch! Oder? Ich wusste, dass du das... Der Name, das Spiel kenn ich 100 Prozent. Nur mit dem Namen konnt ich nichts anfangen. Genau, und du kannst die halt, du kannst mit denen reden, aber wie gesagt, wenn du halt mit einem kämpfst und manchmal halt so einer dazwischen hängt, hast du den halt erschossen, das war voll schlimm, weil das ja deine Buddies sind, ey. Ähm, ja. So. Das könnt ihr euch mal angucken und so ähnlich ist irgendwie gefühlt das, was wir jetzt gleich spielen. Bei mir, weißt du, bei mir gibt's immer noch so ein bisschen Historie. Was waren denn deine Lieblingsspiele für die Playstation 1? Ich weiß noch, du hattest damals, du halt warst der Einzige der Extreme, nee, Extreme Sports oder Games. Extreme, Extreme Games, war geil. Was war das nochmal? Du konntest so runterrollen auf einem Skateboard, so ein Downhill, ne? Du bist entweder auf dem Bodyboard, auf dem Skateboard, auf dem Mountainbike oder, was war das andere? BMX? Ja, wahrscheinlich. Also Mountainbike, Stateboard, Bodyboard. Ich glaube, es gab aber vier Fahrzeuge. Bist den Berg runtergeheizt und hast dann die anderen von, ja, von ihren Sachen runtergeprügelt halt, ja? Im Prinzip wie Road Rash. Ja, ey, genau. Es war im Grunde wie ein Road Rash mit Sportvarianten. Ein Road Rash fand ich auch immer so toll. Aber Lieblingsspiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ja jetzt ganz offen zugeben, dass ich viele Spiele erst geil fand, nachdem ich gezwungen wurde, sie zu spielen, ja? Also ich oute mich jetzt auch für die Zuschauer. Ja? Ich hab damals viele Spiele immer gehatet, ja? Bis du sie hattest. Und wollte sie nicht spielen und der B-Mon immer, ja, komm, probier's doch mal, komm, spiel doch mal wenigstens eine Stunde, das wirst du geil finden, ja? Und dadurch sind eigentlich auch, also PlayStation 1, muss ich jetzt sagen, sind auf jeden Fall zwei, also drei meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall gewesen, ganz normal Resident Evil, auf jeden Fall, ne? Dann Wing Commander 3, ist auf jeden Fall auch ein Favorite von mir. Mann, ey, da würd ich mir gern mit dir, müsst mal hier noch was Intro angucken. Ja. Oder? Zehn Minuten. Und auf jeden Fall XCOM, wenn man's denn, ist halt ein PC-Spieler eigentlich gewesen, aber XCOM. Wir beide, wir haben so viel XCOM gesuchtet. Ja, extrem gut. Wobei ich jetzt, neue XCOM ja auch, das gab's ja im PS Plus, gab's das ja for free, aber hat mich nicht so gehuckt irgendwie. Ich weiß nicht, die, die alten ... Och, ich weiß nicht, also die, ich find die schon gut, die sind natürlich, klar, du hast diese, diesen Pixel-Look nicht mehr, dieses Retro-Nostalgie-Flair ist dann weg, ähm, du kannst die da so viel reininterpretieren, weil du siehst die ja ganz klar. Du konntest damals ganz genau abschätzen, wo du bist, wohin du läufst, ja, und, ähm, es war einfach besser, es war übersichtlicher. Und jetzt hast du halt so viele, ähm, Objekte auf der Map und so viele Erhöhungen. Ja, die Einfluss haben auf alles. Ja, ja, okay. Das, das macht's sehr schwierig. Und ich hab auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich hab's nicht lang gespielt, ne Stunde oder so, ich hab das Gefühl gehabt, dass die Außerirdischen einfach total über sind. Dass die einfach overpowered sind, die ganz Zeit Gedankenkontrolle machen. Ich glaub, also, ich weiß. Aber ich hab auch nicht auf dem gleichesten Schwierigkeiten. Ich wollt grad sagen, es ist auf jeden Fall ne Frage des Schwierigkeitsgrades auch, und, ähm, es, es würde dir mega Bock machen, weil es ist genau das Feeling von damals, nur eben mit ner neuen Optik. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn du überlegst, du hast ja damals auch gespeichert, geladen auf der PlayStation, wie lang das gedauert. Das ganze Karte hat locker 30 Sekunden gedauert. 30 Sekunden, und ich mein, du hast halt da Quick Save, Quick Load, aber du hast auch, wenn du ne Bewegung hast, ne schnelle Action-Animation, das ist irgendwie, das gibt schon, find ich, dem Ganzen ne bessere Geschwindigkeit, ne höhere. Also, mir gefällt's gut, aber, äh, ich versteh auch alles, was du sagst. Ich glaube nur, dass es dir eigentlich trotzdem Spaß machen sollte. So, ähm, ich muss grad mal gucken, ich bin jetzt noch nicht fertig, ne, und, oh mein Gott, ich seh schon, das Ohr muss auf jeden Fall nochmal, aber lass uns mal gucken, bevor wir gleich loslegen wieder mit dem Spiel, äh, welche, welche Ohren richtig sind. Ihr müsstet mal kurz auf die kleine Kamera schalten, liebe Regie, genau. So, ich hab hier mal zwei verschiedene Ohren gemacht, weil ich keine Ahnung hab, wie meine aussehen, aber ich hab unten ganz dicke Ohrlappen, ne. Die müssen ganz anders aussehen eigentlich. Schau mal, so. So eine Ohrmuschel. Was meinst du? Wie macht man sowas? Hey. Keine Ahnung. Also, ich würd jetzt sagen, mach auf jeden Fall noch so einen Ohrring dran, so einen Frauenohrring, hätt ich jetzt gesagt, ja. Es ist so ein bisschen mehr kneten noch. Ja, ich will ja, ich will das ja jetzt quasi auf, ähm, in den Backofen packen, damit ich eine Grundform habe für das Ohr. Und natürlich werd ich da noch was mit machen, aber nee, die sind zu, meine Ohren sind nicht so abstehend. Doch, unten schon. Ja, unten schon, ne. Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich muss meine, ich könnte mich ernähren von den Dingern, die da unten dranhängen. Willst du mal kurz, während ich weiter baue, spiel doch mal an. Ich fang mal ab. Ob dir das gefällt. So, ich mach kurz den Ton lauter. Regie kann auch gerne jetzt wieder das Spiel, den Spielsound hochdrehen. Und dann gucken wir jetzt nach drei Stunden endlich zum ersten Mal bei Kretschmer Time in ein Spiel rein. Ich fand's aber sehr schön, so lange zu labern. Und ich werd auf jeden Fall an diesem Ding auch weiterbauen. Aber jetzt gucken wir endlich mal ins Spiel. Alter. Na okay, es fängt direkt halb an, ne. Und dann geht's. Okay, das ist doch echt belanglicher Bullshit. Ich mag sowas, aber ich verstehe auch, wenn man es nicht mag. Du kannst es auch wegdrücken. Es geht ja ums Spiel, ne? Ich weiß noch, du hast damals immer die ganzen Storys so aufgesogen. Ja, ne? Aber geil, dass du das noch weißt. Weil das definiert mich gamertechnisch. Ich fand in jedem Scheißspiel, selbst in dreckigstem Mist, immer noch die Story am Interessantesten. Du hast auch bei Tetris die Story gefunden. Ich hab sie gesucht, deswegen mag ich kein Tetris. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber kriegt dich sowas, so dieser Netro-Nostalgie-Flair? Bist du jemand, der nostalgisch ist? Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Muss ja auch nicht. Was ich gerne mache, ich guck mir gerne Playthroughs an von alten Spielen. Das mach ich gerne. Aber ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der jetzt im Playstation-Store also die uralten Games kauft. Da gab's jetzt auch dieses alte Sonic vom Mega Drive. Das gab's auch im Playstation Plus. Hab ich mir auch mal angeschaut. Und ich hab wirklich eine Minute gespielt und hab gesagt, das kann ich mir nicht angucken. Wir hätten so wenigstens die Auflösung mal, wie sie höher machen können oder sowas. So. Ja, so Fan vom, also weiß nicht, das Original spiel ich dann einfach wirklich irgendwo auf einem Emulator, wenn's sein muss. Aber ich kauf mir das auch nicht für jede Konsole, alle alten Spiele nochmal. Aber so diese Hommage an die alten Spiele, so wie hier jetzt, irgendwie mag ich das. Ich bin da echt ein bisschen anfällig für Nostalgie. Ich mag auch dieses 80er-Jahre-Ding, dass alles gerade ein bisschen 80er-Jahrig ist. Also in der Popkultur meine ich. Guckst du da nicht irgendwie Netflix oder so irgendwas? Stranger Things? Ich hab letztes Mal, das war so lustig. Was hab ich denn? Stranger Things? Nee, nee. Nur als Beispiel, ob du irgendwas in der Art guckst. Nö. Du hast ja immer so eine Serie, die man sucht. Haus des Geldes. Ach, du bist doch Haus des Geldes-Fraktion. Aber extrem, ja. Ich liebe Haus des Geldes. Extrem gut. Breaking Bad. Richtig gut. Suit. Richtig gut. Ja? Ja. Ja, Suits hab ich nicht gesehen. Aber Breaking Bad natürlich. Und Haus des Geldes höre ich wirklich häufig. Der wird wahrscheinlich jetzt. Können mal wieder hier die Leute, die auf der Seite von Haus des Geldes sind, mal irgendwie ein Emoji-Kon posten. Was postet man denn da? Geld? Oder ein Haus? Oder eine Maske? Sucht euch was aus. So. Was ich sagen wollte? Wie hieß das nochmal? Driver. Shit, ich hab die Ohren. Driver. Alter. Ich hab's gesehen. Es war so lustig. Ich hab mich so be... Was hast du gesehen? Ja, diese, diese, ähm, dieses... Und Spielbar? Wie heißt das? Was? Das heißt nicht Intro, sondern dieses, ähm... Äh... Tutorial. Wie du das gespielt hast. Ja, okay, in der Reihe und Spielbar. Ey, das... Ich war auch echt schadenfroh, ehrlich gesagt. Ja, aber hast du mich auch damals... Du kannst dich noch erinnern, ne? Ich kann mich noch erinnern. Und ich war genau so scheiße. Ich war damals extrem hängen geblieben schon. Und ich hab damals schon keinen Bock drauf gehabt. Aber ich war so schadenfroh, dass du es spielen musst. Ey, das haben wir jetzt neu aufgenommen. Äh, mit Ede. Und der musste die Helikoptermission in Vice City, wo du mit den kleinen Helikoptern die Bomben... Die Bomben platzieren musst. Exakt. Geil. Ey, das ist noch besser. Das ist die beste Folge, die ich je gesehen hab von irgendwas. Guckt's euch an. Ist aber noch nicht... Ist noch nicht da. Hä? Ähm, Entschuldigung, ich bin auch nicht auf deiner Seite gerade. Äh, spiel du mal und dann kann ich dir vielleicht helfen. Nee, ich nehme an, das ist auch so... Rätsel-Elemente. Geh da mal runter. Ja, du sollst wahrscheinlich auch nach rechts, oder? Ja, was du hier? Ja, ne? Ich hab dich jetzt auch mal so ein bisschen... Ein bisschen mal alleingelassen mit dem Spiel, aber ich helf dir jetzt auch gerne. Ich kann's auch spielen. Also ich... Dann schämen wir... Mal irgendwie nach unten. Ah, du kommst hier nicht... Kannst nach unten und springen. Um eine Ebene runter. So, jump machen geht aber nicht. Ähm, springen und... Ja, siehst du? Ah, geil. Okay, sehr gut. Ah, jetzt erinnert mich an Prince of Persia. Weißt du noch, wie wir das gesuchtet haben damals? Ach, geil. Das ist richtig gutes Spiel. Hast du mal gesehen, wie sie das damals gemacht haben? Sie haben ja irgendwie den... Der Entwickler hat seinen Bruder im Garten aufgenommen, wie er so die Bewegungen macht. Ach, genau. Und wenn du heute die Videos dazu siehst, es sind exakt die Bewegungen. Es ist so lustig. Ja, weil das wirklich Frame-to-Frame-Rotoskop-Verhalten oder so gemacht hat. Äh, das sieht mir... Weißt du noch Another World, Alter? Another World, selbstverständlich. Das hab ich übrigens... Das können wir gleich auch nochmal reinlegen. Wir wollen so viel machen. Wir wollen Worms nochmal eine Runde spielen. Wir müssen eigentlich auch nochmal Renegade nachher angucken, aber wir müssen vielleicht auch nochmal Another World spielen. Das hast du mir damals gezeigt. Another World, weißt du noch? Das weißt du nicht mehr, Aber ich weiß es noch. Wir haben nicht am Anfang in dieser Knast-Szene, ganz am Anfang, wo man dann irgendwie da flüchtet aus dem Knast, und dann kommt der Buddy, und dann sagt der irgendwas, was man nicht versteht. My True Love! Ja, und du hast gedacht, das würde My True Love heißen. Ja, irgendwie klingt das wie My True Love. Ich kann's nicht ändern. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, 100 Prozent, dass bei Super Mario All-Stars, der am Anfang im Titel, da siehst du ja erst mal so, ist ja dunkel, und da siehst du eigentlich nur, dass viele Nintendo-Figuren da irgendwas am brabbeln sind. Ja, stimmt. Und dann geht das Licht an, und dann hörst du sie immer noch brabbeln. Bevor dann dieses dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü losgeht, sagt einer von denen, und da bin ich 100 Prozent sicher, einer sagt bla 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 bla, Pornobilder. Pornobilder! Er sagt Pornobilder. Ich kann mich erinnern, ja, 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 Pornobilder. Das ist so Pornobilder. Er sagt das 100 Prozent. Viele glauben es nicht, aber es ist wirklich so. Viele glauben es nicht. Ja. Ja, es sind halt Ungläubige. Gibt's immer. Ihr könnt jetzt gerne mal online nachgucken. Alter, wie block ich denn? Ich kann dir nicht helfen, Alter. Ja, warum muss ich denn den jetzt fighten? Ich hab ja gar keinen Plan, weil ich das spiel. Ja, ich da auch nicht. Und wie krieg ich irgendwie HP? Hallo? Irgendwie? Weil ich kann nicht kneten und zocken. Das ist ja furchtbar. Wir müssen kurz nochmal auf die andere, kurz nochmal auf die Ohrenkamera schalten. Ich muss das irgendwie anpassen. Regie, musst du kurz umschalten. Ja. So. Das ist jetzt Ohr-Variante Nummer ... Es ist ... Ah, ey. Okay, es hat hier so einen Lappen, ne? Und dann oben auch so einen Lappen. Ich muss mir mal ein Bild von mir irgendwo angucken. Das ist auf die Art einfach nicht funktionabel. Das ist alles scheiße, wie ich das gerade mache. Ähm, ich mach das mal alles anders. Ah, so kann man ... Aha, okay. Was war das hier nochmal? Äh, okay. Imba-Modus oder was? Hm. Wie lustig eigentlich, dass der erste Boss nach 15 Sekunden Spielen schon kommt. Was war damals? Äh, äh, dass du ... Ach, bist du gestorben? Oh, ähm ... Was fällt dir jetzt auch? Dass wir auf Super Nintendo die Sachen ja immer aufgenommen haben. Weißt du noch? Auf Kassette. Ich hab von Mortal Kombat 2, hab ich alle Finishing Moves aufgenommen. Ja, und wir haben im Grunde auch Longplays gemacht und so. Ich weiß noch, in Another World hab ich durchgespielt ... Äh, da warst du sicher auch mal dabei irgendwann. Komplett aufgenommen. Im Grunde Longplays, ähm, gemacht davon. Und ich hab die Kassetten auch noch. Geil. Äh, Super Nintendo Attack heißen sie. Super Nintendo Attack. Und ich weiß auch, dass wir da, ähm, äh, von Mario Paint auch ganz viel Quatsch aufgenommen haben. Du. Natürlich haben wir einen Penis gemalt. Natürlich ejakuliert der Penis. Es geht immer um Penisse. Es geht immer um Penisse. Sondern wie kann ich den Heiltrank nehmen? Weißt du das? Äh, einen hab ich ja, oder? Das ist auch ein Heiltrank, oder nicht? Ich nehme an. Also, ich werde auf jeden Fall mal hier diese ... Ich werde jetzt fragen, ne? Diese Ausreichungstichte. Macht den jetzt alle. Ähm, ihr sagt es zu Recht, mein Kopf ist nicht so rund, ähm, wie hier. Das stimmt, aber das ist ja auch nur die ... Das ist wirklich nur die Form. Das wird später alles noch ganz anders. Macht euch keine Sorgen. Das ist krass. in diesem ... in diesem ... in diesem ... in diesem Haus, ne? Das ist alles leicht. Hey, das ist echt schwer. No shit. Okay, ich mach's mal. Tut mir leid, ich wollte dir das nicht aufzwängen. Ich wusste ja nicht, was hier kommt, ne? Ähm, du kannst ja gerne mal weiter an dem anderen Ohr arbeiten. Ich hab leider keinen Schmuck dabei. Ja, mach doch mal das Ohr, vielleicht machst du's besser als ich. Ey, du weißt, dass ich zwei linke Hände hab. Ach, ich doch noch. So. Mach, du kannst da nichts kaputt machen. Wenn du irgendeine Delle machst, dann ist es halt so. Ähm, so. Okay, du hast den Schlag. Machen wir noch irgendwas anderes? Den Schlag nach oben. Ey, ich bin halt wirklich low-skilled. Ich will's nicht versauen. Ich stell's dir mal hier hin. Kannst du nichts versauen. Na gut, du traust dich nicht. Aber das musst du nicht eigentlich. Das kommt jetzt eh nochmal. Ach, komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach mal. Du machst jetzt den Boss erst mal. Ja, okay. Es ist schwierig. Ich kann halt nun mal nicht beides machen. Aber ich muss irgendwann meine Ohrenform noch hinkriegen. Okay, wir machen das jetzt. Aber das irritiert mich, dass das linke Ohr jetzt anders aussieht, als das rechte. So. Okay, lassen wir kurz so liegen. Ne? Wie rutscht man? Du hast das gerade gemacht. Ja, mit hier. Wie heißt denn das bei dem Controller? Aber beim Laufen musst du's drücken. Genau. Also richtig viel. Okay, blocken. Das ist, glaube ich, Essen. L1. Das sah irgendwie so mana-mäßig aus. Ich bin leider auch nicht der Castlevania-Spieler. So ein bisschen. Wie kann man irgendwas machen? Das ist wahrscheinlich ein Checkpoint. Ah, ja. Guck mal, da hast du jetzt einen Heiltrank dazu bekommen. Ja, geil. Das haben die ja vorhin gesagt. Man soll niederknien an diesem Altar-Ding da oder was. So, und dann mal gutes Gelingen jetzt. Ich mag irgendwie den Stil jetzt schon. Das ist vielleicht nicht so ein Party-Spiel für so eine Location wie hier gerade. Aber zu Hause? Du musst mit diesem... Habe ich jetzt geblockt? Mit der Schulter-Taste dieses Wegrutschen. Das ist sehr effektiv. Ah, ja, okay. Shit. Ich muss kurz nochmal den Block-Taste finden. Nee, das war die Schnabulieren-Taste. Oh, bist du gut. Ganz komisch. Ja, egal. Komm, dann mach ich den jetzt einfach so fertig. Du hättest es ja auch geschafft, wenn du eben gewusst hättest, wie man schnabuliert, ne? Wie hast du es denn gemacht? L1. Ich bin zum Glück auch echt nicht sonderlich gut. Wirkt keiner von uns kompetent. Ich habe keine Energie mehr. Tot. Hab's nicht geschafft. Komm, ich mach nochmal einen Try. Siehst du jetzt, wo du weißt, wie die Buttons gehen, hast du Bock, ne? Aber wie hast du... Ich habe jetzt trotzdem nicht verstanden. Wie hast du die Portion eingenommen? Mit L1 hier. Gedrückt halten oder einfach nur... Wenn du drückst, nimmt er ihn. Aber du hast nur zwei. Also, kennt man ja, ne? Wie heißt das Spiel? Weißt du es denn? Blasphemy. Blasphemy. Oh, hier wird's auch nochmal gesagt. Ausweichen, R2. Blocken, R1. Heilen, L1. Zauber, L2. Das kann ich mir bestimmt jetzt merken, so stellen. Ja, aber alle vier einfach sind wichtig. Also, daschen hast du ja schon hingekriegt. Blocken ist... Ja, blocken ist wahrscheinlich dann R1. Mal drück hier mal R1. Ja. Oder? Ah, das ist quasi... Du musst es timen, das Block. Ja, genau. Du kannst es nicht gedrückt halten. Das ist ja furchtbar. Ist ja extra schwer. Was ist das? Das 2D Dark Souls? So. So. Ah, nein! Das war der Heiltrank. Du kannst ja wieder neu. Kann ich neu starten? Nee, ich denke einfach 4y. Warte mal, ich kann mir hier einen neuen nehmen, ne? Ja. Ah, geil. Okay, sehr gut. Voll. So ein bisschen wie bei Burger King, wenn du endlos dein Ding füllen kannst. Ey, auf der AIDA, du kannst alles endlos essen, endlos trinken. Ah, in der Schrimpsbar. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Aber hat man dann noch Hunger, wenn alles im Überfluss da ist? Ja. Ist das nicht eher... Und weißt du, was das Geilste ist? Es gab ja auch ein Casino. Ich hab auch gepokert regelmäßig. Und das Casino war Luftlinie von unserer Kabine, wirklich 5 Meter oder 6 Meter entfernt. Okay. Es war so einfach so schräg oben drüber, weißt du? Das ist eigentlich nicht gut. Und das Geile war, schön gepokert immer. Und dann gab's, also du kannst wirklich 20 Stunden am Tag essen. Ja, ich verstehe, aber wann soll das? Und es gab vom Casino aus bis zur Currywurstbude waren's 25 Sekunden oder so zu Fuß. Und ich hab gepokert immerhin, Currywurst gegessen zurück, weiter gepokert hin, Currywurst gegessen zurück. Das war echt mega lustig. Also ich kann wirklich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Kreuzfahrt ist wirklich Boss. Es ist wirklich das Beste. Es freut mich, wenn es dir gefällt. Ich persönlich, wie gesagt, bin überhaupt kein Kreuzfahrt-Fan, aber ich finde, das kann man... Du musst es probieren. Kann man, ja. Du kannst es jetzt überhaupt gar nicht sagen. Du musst es gemacht haben. Na gut. Und dann, das ist wie mit vielen Sachen. Man muss erst mal die Sachen gemacht haben, um zu sagen, ja, ist geil oder nee, ist fail. Du hast kurz Konzentration für deinen Kampf. Ich bring das kurz in den Backofen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja. Oh, ich hab geblockt. Oh, ich hab geblockt. Oh, ja, geschafft es, glaub ich. Ne, weiß ich nicht. Ah, okay, ja, doch. Das ist... Wer macht das? Ach so schön spammen. Ah, direkt reingeslidet hier. Du hast es fast, du hast es fast. Nicht meckern, schlagen. Ich bin down. Ne, er ist down. Er ist down, Mann. Du machst weiter. Ey, meine Pumpe geht, ist mir zu anstrengend. Ich muss sagen, ähm, bisher ganz interessant. Jetzt kommt nämlich der Part, weshalb ich das Spiel spielen wollte. Ich bringe den Loot. Was für übertriebenes. Hä? Das ist doch voll unangenehm. Was bringt dir das? Warum? Schuld wurde gesühnt. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an, ähm, an Shadow of the Beast. Oh, Mann. Ey, komm, weißt du was? Wir haben es euch jetzt gezeigt und wir kommen hier eh nicht zu allem, ne? Aber ich will jetzt mal mit dir nochmal über so ein paar alte Sachen reden, weil Shadow of the Beast, Alter, dann müssen wir mal... Wenn wir darüber reden, müssen wir, finde ich, auch mal zeigen, wie es aussah. Das kennt doch heute keiner mehr. Du hast es doch nicht drauf, oder? Ne, leider nicht. Aber, äh, ich würde ein Video wenigstens ablaufen lassen. Ey, was ist denn hier mit der... Was ist der Tool los heute? Ähm, gibt aber auch Amiga ein, ne? Also die SNES-Version, die war aber nicht so geil, finde ich. Das war so geil damals, dass das überall lief, äh, im Jo und so. Die ganzen Kaufhäuser lief das immer, um den Amiga einfach zu verkaufen. Lief dann immer... Lief dann immer Shadow of the Beast. Wenn das Intro auch komplett gezeigt wird, das war so geil. Ich hab immer Gänsehaut gekauft. Wir können gerne auch, äh, ich will mir dir unbedingt Another World auch noch mal angucken, weil... Gerne. Das hat mich damals so begeistert, als ich das bei dir gesehen hab. Dein Amiga hat mich auch so ein bisschen, äh, noch mehr zum Gamer gemacht. Moment, Moment. Du hast bei mir aber Flashback gesehen und dann hast du gesagt, du willst Another World kaufen. Ich hatte Flashback auf dem Amiga. War das so? Soweit ich mich erinnern kann. Nein, nein, nein. Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher, weil du hast mir damals dieses Intro gezeigt an deinem Rechner. Ja. Und das hat mich so weggeblasen, weil es diese 3D, äh, Grafik hatte. Ja. Und jetzt guckst du es dir an und es sieht so scheiße aus. Das ist es aber nicht. Nee? Wirklich nicht. Also es sieht nicht aus wie das, was ich gespielt hab. Ne, es hat ein Intro, was jetzt hier nicht dabei ist, ne? Aber das ist schon Shadow of the Beast. Mal bei... Ja, doch, ja. Genau. Ich mein ja, man hat das als Kind als mega die epische Grafik in Erinnerung. Und jetzt guck dir's mal an. Das ist im Grunde auch nicht schlechter als, äh, besser als Altered Beast. Das ist das schlechte Mega Drive-Spiel. Hammer. Aber, aber weißt du, was ich mir auch gerne mal anschauen würde, wenn du jetzt schon mal da drin bist? Ja. Ähm, ähm, was haben wir immer gezockt? Als japanische Version Final Fight? Ja, Mann. Das war immer geil. Koop haben wir das gezockt, weißt du noch? Final Fight. Weißt du noch, auf Neo Geh haben wir auch viel Kram gespielt, glaub ich. Ähm. World of Heroes? Äh, World Heroes. World Heroes. Ja, Mann, das tut das noch alles. Und Nam haben wir gespielt. Namen, äh, all die ganzen geilen Neo Geh. Also ich hatte Namen Sengoku, weißt du noch, wo jeder in drei verschiedene, äh, quasi andere Personen oder Wesen sich verwandeln konnte. Ja. Sengoku. Dann war noch eins, The Journey hieß das, glaub ich, ne? Das war so ein japanisches Jump'n'Run. Blues Journey. Blues Journey, genau. Ja, Mann. Ah, bestes Spiel. Da kriegen die noch richtig in die Fresse, ne? Ja. Ich würde gern wieder mehr so spielen. Ich hab tatsächlich einen Streets-of-Rage-Klon mir runtergeladen, den ich tatsächlich runtergeladen hab, um ihn hier zu spielen in den Kretschmar-Time, Streets-of-Rush oder so. Wir können da nachher mal reingucken, ist wahrscheinlich nicht so gut, ähm, aber sieht wahrscheinlich trotzdem besser aus. Wusstest du, dass, er ist ja Cody, er ist der offensichtliche, coole Held mit, die hatten damals ja wirklich immer nur ne Jeans und ein weißes Hemd an, äh, aber der andere Hagar, du weißt, wie ich mein, dieser große Klotz. Der Sangef. Der Sangef-artige Typ, der ist der Bürgermeister dieser Stadt, wusstest du das? Kein Witz, Hagar ist der Bürgermeister. Das ist bestimmt ne korrupte Stadt, oder? Ja, natürlich, deswegen räumt er da auf, weil er der fucking Bürgermeister ist. Ach so, okay. Das ist wie wenn Bad Spencer der Bürgermeister ist. Ich hab gedacht, er wäre irgendwie Schutzgelderpresser und hätte sich selbst ein Bürgermeister ernannt oder so. Ne, es ist voll bizarr, der, der am groteskesten aussieht, soll der Bürgermeister in dieser Stadt sein, aber es passt. Ja, das waren noch gute Zeiten. Ja, wo Kisten noch zerhauen wurden, wo man noch mit Rohren geschlagen hat. Ach ja, das weiß ich auch noch, das haben wir echt lang gespielt. Aber Streets of Rage haben wir schon mehr gespielt, finde ich. Das war schon irgendwie geiler noch. Warte mal, ey, komm, wir machen mal. Oder warte, ich mach mal. Komm, ich hau noch mal kurz ne Geschichte raus, während du da am Rumsuchen bist. Ja, gerne. Und zwar, kannst du dich erinnern, dass du einmal... Ich mach jetzt erstmal dieses Feet of Irgendwas an, ja? Ja, wir machen was an. Kannst du dich entsinnen, dass wir einmal uns an der Bushaltestelle getroffen haben? Also ich sag mal so, ich sag jetzt ein Stichwort und du guckst, ob das bei dir was triggert. Okay? Das Stichwort oder das Hinweiswort lautet Socken. Nee, ich weiß nichts. Und jetzt gerade bin ich mir nicht sicher, ob ich das wissen will überhaupt. Weil Socke bei mir... Okay, das Hinweiswort, ja nee, nicht so American Pie mäßig, ich mein was anderes. War es eine Stinkesocke? Nein, das weiß ich nicht, ich hab nicht dran gerochen. Aber, ähm, sagt dir vielleicht Sockenbunt etwas? Nein. Auch nicht. Ich, wirklich, nein. Und ich weiß... Dann muss ich dir ein bisschen auf die Sprünge halten. Wir müssen mal in einer Werbung, ja, da wurde Socko geboren, ja, das ist meine Geheimidentität, Socko. Nein. Aber da werden wir ein anderer mal drüber reden. Nein, ich hau das jetzt raus noch. Ich weiß doch noch nicht mal, was es ist. Es ist nichts Schlimmes. Du hast, auf jeden Fall bist du... Dann hau. Naja, eigentlich ist es schon schlimm, aber nicht so schlimm, dass man es nicht sagen könnte. Okay. Du bist irgendwie... Ich weiß nicht, warum du es gemacht hast, aber irgendwie war das so, dass du irgendwo mit deinem... Beim Laufen mit deiner Socke dran hängen geblieben bist. Und dann ist diese Socke irgendwie eingerissen. Sehr weit eingerissen. Und dann hast du einfach... Ah, ja! Dann hast du einfach die Socke schön feilsäuberlich abgerissen und hast nur den Sockenbunt oben noch über deinen Knöchel gezogen und hast Turnschuhe angehabt. Und es sah aus, sonst hättest du Socken an. Und dann setzt du dich so hin. So, und ich denk so... Ich sag so, Simon, was ist mit deiner Socke los? Wieso? Nix. Und ich so, was ist denn da los? Zeig mal her. Und dann hat man gesehen, du hast einfach nur hier so dein Sockenbunt gehabt, aber keine Socken angehabt. Oh, Scheiße! Ich hatte das vergessen bis eben. Ich wusste jetzt gerade nicht, welche du meinst, aber das ist... Ich weiß noch genau, wie das war. Ah, ja, das war Fashion, Alter. Das war Fashion. Du hast es nur nicht verstanden. Das war vor deiner Zeit. Ah, herrlich. Fashion. Herrlich. Ey, warte mal, was ist das? Warum ist das hier... Nee, nee, das ist nicht das, was ich erwartet hab. Das ist kein Streets of Rage. Das ist ja irgendein Rollenspiel. Wird der vielleicht gleich gehauen oder so? Nee, auch nicht. Nee, nee, das machen wir nicht. Das machen wir ein andermal. Ups. Okay, komm, die Tür machen wir noch auf. Okay, jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich interessiert. Ich dachte, als ich das gekauft habe, hab ich es nur gekauft, weil es mich an Streets of Rage erinnert hat und ich gedacht hab, das ist eine von diesen typischen Parodien. Aber jetzt ist es plötzlich isometrisch. Kann der Chat mal sagen, ob das ein gutes Spiel ist? Ich hab das nämlich mehr so aus Interesse einfach mal runtergeladen. Keine Angst, wir spielen das jetzt nicht. Ich will nur... Simon ist im Spiel gefangen. Ich komm ja aber auch nicht weg jetzt, ne? Ich komm ja gar nicht weg. Ich komm hier unten raus. Aber ich komm nicht hoch. Für Leute, die gern barfuß sind, sich aber den gesellschaftlichen Drucks Socken zu tragen... Ach so, das ist... Ach so, das ist... So schnell konnte ich jetzt nicht lesen. ...tragen zu müssen, beugen wollen. Geil. Ja, die können nur die Obersocke, nur einfach die Fußsocke. So, tut mir leid, Leute. Ich muss hier schon wieder abbrechen. Aber das ist halt nicht das, was ich dachte, was es ist. Ich werd's ein andermal spielen. Nicht jetzt. Wir machen jetzt entweder Worms oder wir spielen zusammen Dings hier. Another World. Oder eben Worms. Ich hab beides. Also ich fände Worms auf jeden Fall. Oh shit, nee, Worms hab ich leider nicht da. Ich lad's mal schnell runter. Das geht schnell. Aber welchen Teil? Äh, hier ist wahrscheinlich nur... Ich hab nur Weapons of Mass Destruction. Das dauert eine Weile. Oh, ich hab 77 MB noch frei. Das wird nicht reichen. Äh, dann muss ich irgendwas löschen. Dann lösch ich irgendwas. Ach shit. Ist leider gar nicht so einfach, ne? Was zu löschen. Ähm, warum mach ich Worms jetzt? Warum willst du mit mir Worms spielen? Spiel Pummelparty? Pummelparty, ja. Ist aber nichts Schlimmes. So, Battlefield 4. Wenn ich das nämlich lösche, hab ich mehr für ein Leben. Wie hieß die? Anna oder Anne Schnappgar, wo du die mal irgendwie bei der Videothek getroffen hast? Das sind jetzt, jetzt denkst du, du kannst hier die schlimmsten Geschichten aufpacken. Aber ich weiß noch nicht mal, welche das sind. Deswegen sag ich dazu nix, ne? Aber was war denn jetzt hier mit dem Schwimmbad? Die Schwimmbadgeschichte? Ja, nix. Wie war das? Hast deine ganze Frau geküsst. Ja, aber du warst dabei? Ja. Wie hat das denn ... Also, beim Küssen war ich nicht dabei. Ich lag auf der Wiese. Ja, aber ich bin dann ja weggegangen. Wie haben die denn reagiert? War das nicht total ... Die hat geweint. Ach, Mann, oh Mann. Also, deine Freundin hat geweint. Die geküsste war ein bisschen verdutzt. Ja, warum hat die denn auch zurückgeküsst? Das ist ... Der hätte doch spätestens nach der ersten Sekunde auffallen müssen. Vielleicht hat sie auch ihren Freund verwechselt und dachte, du wärst ihr Freund. Das ist alles so awkward, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin, find ich, unschuldig, weil ich hab nur einen Fehler gemacht. Aber die Person, die dann mitmacht ... Du bist unschuldig, denn du hast nur einen Fehler gemacht. Ja, ich hab keinen bewussten ... Also, naja, gut. Hat es wenigstens Spaß gemacht. Nee, Mann, also, was heißt ... Nee, ich mein, ich dachte mir ja schon beim Küssen, Moment mal, das ist jetzt aber ganz anders. Das ist jetzt, ja. Das ist jetzt aber nicht so, wie mir das ... Wie das die letzten Male ... Moment mal. Und dann ist es mir erst aufgefallen. Und dann war's mir so unangenehm, dass ich halt nicht schnell genug weggehen konnte. Es war alles ganz schlimm. Es war super unangenehm. Warum musstest du das jetzt noch mal rausholen? Weil ich's gesagt hab. Du hast so rangeholt. Ja, das stimmt. Nein, mir tut's vor allen Dingen auch leid. Also, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist das ja für alle scheiße. Für meine damalige Freundin war's scheiße, ne, natürlich. Für die Freundin von ihr, die mit Aktiven zurückgeküsst hat. Das ist noch beschissener, weil sie danach steht. Ja, was hab ich da ... Ja, wie soll ich das erklären? Äh, und für mich war's ... Also, ich hab danach ja auch keine Freundin mehr gehabt. Also, es war dann ja ... Es war bald vorbei. Du hast diese Freundin nicht mehr gehabt. Genau. Also, es ... Auch ich habe verloren durch diese Geschichte. So, schau mal, wie schnell das runterlädt. Wäre ich denn vor Gericht, würde ich damit durchkommen? Mit meiner Verteidigung? Auf jeden Fall. Du musst jetzt nicht auf meiner Seite sein, nur weil wir uns kennen. Ähm, naja. Aber so lustige Fälle habt ihr nicht, ne? So lustige Fälle, dass ich jemand beschwert, dass er die falsche Frau geküsst hat. So was gibt's bei euch nicht. Da geht's immer ums Ganze. Selten wird mal gelacht. Leute nehmen's immer sehr ernst. Kannst du Späße machen mit deinen Klienten? Lachen die auch mal? Eher selten. Ja, ist jetzt nicht so ... Also, da warte ich ja auch nicht anders. Ich installier grad Worms. Nur für uns beide. Das ist übrigens echt krass, wie lange du jetzt schon hier bist. Ich bin total überrascht. Ich meine, ich dachte, du kommst eine halbe Stunde. Du bist jetzt seit drei Stunden hier. Wir haben immer noch nichts gespielt. Jetzt fängt endlich mal Worms an. Ich find's geil, aber ich hätt's nicht erwartet. Ich dachte, du willst vielleicht noch ein bisschen was in Hamburg machen. Nö, ehrlich gesagt nicht. Heute Abend treff ich mich noch mit Leuten mal. Aber ich bin auch extrem platt, weil wir um sieben Uhr aufgestanden sind. Waren aber bis zwei unterwegs auf dem Schiff, weißt du? Ey, das ist auf jeden Fall krass. Ich werd mir irgendwann das auch mal geben, aber ... Oder zumindest mal nachdenken. Ey, ich werd mir mal angucken, was die Preise sind und was man da wirklich ... Ich glaub, ich würde lieber in verschiedenen Ecken auch anlegen. Ja, tust du ja sowieso. In den Häfen, ja. Das tust du ja sowieso. Aber ich möchte jetzt mal nicht ... Eine Kreuzfahrt, wo du einfach nur irgendwo hinfährst und zurück, macht ja keinen Sinn. Ja, ich dachte, du siehst vielleicht hier die Küste, da das. Und dann so zwei Stunden im Hafen brauch ich auch nicht. Also mit einer Touristengruppe dann irgendwie alles schnell abklappern. Ich kann mal ganz kurz die coolsten Sachen erzählen, die wir gemacht haben, neben Poker und Essen. Wir waren bei Stonehenge. Ja, ich kenn Stonehenge. Du kennst Stonehenge. Ja, ja, ich hab's noch nie gesehen. Ich hab außerhin Zach McCracken. Ja, daher kenn ich Stonehenge. Aber ist das denn spektakulär? Ich mein, das sind ja einfach nur ein paar musige Steine und wahrscheinlich Touristen überall, oder? Ich find das sehr spektakulär, ehrlich gesagt. Weil ... Guck mal, diese Steine. Für sich alleine, ja. Ach, da war ja gar keiner. Da ist ja gar keiner. Also, da sind ja gar keine Leute. Ich hab erwartet, dass das von volle bis hinten voll war. Ein paar Touristen und so. Du darfst halt nicht genau rum. Okay, aber das ist schon größer, als ich gedacht hab. Das ist schon sehr groß. Und wenn du überlegst, wie lange die Steine da stehen. Die stehen seit 5.000 Jahren dort. Ha, ich find Stonehenge als Ort total interessant. Also, das ist eine Zeit, wo halt vor NES. Ne? So ein langer Herr. So ein langer Feuer. Deswegen aber auch, die hatten nix. Deswegen, die hatten keine Videospiele. Die hatten nichts, aber die hatten Skill. Die hatten Skill. Ja, die hatten Steine. Das ist doch kein Skill, einen Stein hinzuschleppen von A nach B. Wie, 50.000 Kilo? Ja, dann bist du halt stark. Aber es ist kein Skill. Denn jeder Ochse, und damit mach ich wirklich eine Ochse, kann so ein Ding schleppen. 50.000 Kilo. Ja, dann brauchst du halt 50.000 Ochsen. Aber die, die, also, naja, die haben doch nicht besondere Skills entwickelt. Doch, die haben wahrscheinlich ... Die haben mir den über das Holz und so drübergerollt, ne? Die waren extrem ... Habe ich bei Asterix gesehen. Die waren extrem skilled. Es ist so. Ich glaub dir das. Ich mach ja auch nicht mich drüber lustig, sondern ich will eigentlich nur überleiten zu Bad Intentions. Das ist jetzt dein Name. Und meiner ist Tasty. Und jetzt spielen wir. So. Du kannst gerne weitererzählen. Ich wollte eben nur kurz das Spiel starten. Nö, das war ganz geil. Stonehenge war sehr interessant. Ähm, England, so wie man's sich halt vorstellt. Regnerisch. Ja, relativ kühl. Und, äh, Strohdächer. Ja. Und ansonsten Frankreich war super. Loivre, geiles Wetter. Haben wir uns so E-Scooter ausgeliehen, sind rumgeheizt damit. War super cool. Ähm, Rotterdam war extrem langweilig. Und Brügel, wir sind aber nach Amsterdam. Und haben dort so eine Kanalrundfahrt gemacht. War auf jeden Fall auch sehr spannend. Und wir waren in Madame Tussauds. Und wir waren im Sexmuseum. Und das war wirklich extrem lustig. Ja, das kenn ich, kenn ich. Also, war ich auch schon alles, war schon häufiger in Amsterdam und war da auch in den ganzen Sachen. Ist auch lustig. Ist lustig. Kann man ruhig machen. Oh, du siehst, ich lauf auf deinen Spicy zu. Hab ich einen eigenen Controller? Nee, wir müssen uns den Teil nehmen. Okay. Aber das passt schon. So, der hier, der wird eh, du siehst es schon. Dazu muss man sagen, der Dips ist wahrscheinlich für mich der härteste Gegner, den man sich vorstellen kann. Weil du echt, du bist ein Roper, ne? Du bist richtig gut gewesen. Ja, aber hier glaub ich nicht. Naja, okay, hier kannst du allein zeitmäßig. Ich hab das Timeline angekündigt. WMD, das ist so traurig. Scheiße! Komm, meine Zeit läuft. Ich bin noch dran. Ich bin dran. Echt jetzt? Ich hab zwei Schüsse. Ach so. Ja! Bitch. Ich hab WMD auf der Playse gehabt, aber es hat leider kaum jemand gespielt, ja? Du meinst online oder wie? Ja, ja. Ich find's nicht schlecht. Ich finde aber auch diese WMD-Sachen, die bringen eigentlich so wenig irgendwie. Oder es sei denn, ich hab sie nicht richtig benutzen können. Aber ich weiß noch, wie früher, im alten Worms bist du der absolut unschlagbare König gewesen. Was du, wenn man das Timelimit ausgestellt hat, was du mit dem Lobe gemacht hast ... Entschuldigung, Y ist das Waffen-Menü, oder was? Nee, Kreis, äh, also B. Ja. Da. Da kannst du dann aussuchen. Manche sind getimelockt. Ja. Viele sind getimelockt und werden erst später freigeschaltet. Du musst also ... Wenn du jetzt dynamit oder was auch immer, kannst du halt alles machen. Wie lege ich ihn? Mit X, äh, mit A. Oh Mann, ich weiß es nicht. Äh, A ist, glaub ich, springen. Nein, mit A bin ich gesprungen, dann wird's wahrscheinlich. Äh, dann ist es X, ja. Ja, ist halt echt dumm, dass ich jetzt hier niemanden hab, den ich irgendwie wegholzen kann, ja? Äh, Moment. Äh, bin ich nicht? Nee, rot ist, wer ist wer? Ich bin da. Ich bin blau, oder? Nee, du bist blau. Ich bin rot. Du bist rot. Ja, dann hast du doch den da. Ja, aber ich krieg ihn nicht ins Wasser. Ja, du musst ja nicht immer jeden sofort töten. Du darfst ja auch mal schon verletzen. Du hast übrigens nur 5 Sekunden. Würde ich auch sagen, wenn ich schon einen gekillt hätte, so wie du. Wie du dir Zeit lässt, ne? Weil du einfach Profi bist. Ja, schön runter. Alter. Das ist ne gute, das ist ne gute Bombe. Ui, 64. Shit, shit, shit. Hä? War das das Geschütz? Mine, oder was? Ja, da war es ein Geschütz. Das ist, äh, wenn die kaputt gehen. Ich weiß, was du willst. Das haben wir echt so. Das war auch eines der Spiele, finde ich. Das kann man auch heute noch spielen. Selbst das alte könnte man heute noch spielen. Nächte lang. Die Zeit ist halt schon enorm, ne? Die Zeit ist hart. Ich hätte es eigentlich umstellen wollen, aber ich wollte auch nicht, ich wollte nicht, dass es zu krass wird. Aber der hat nur eine MG da hinten, ne? Nee, das ist scheiße. Ja, das klappt nicht. Ist hier nicht noch irgendwo einer? Da ist gar keiner mehr, shit. Da. Den will ich haben. Haha, wie schnell Sturzfiff. Da, 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 da. Boah, wie hieß das? Äh, du meinst, äh, können wir gleich, Moment, 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 Moment. Return Fire. Return Fire, oh mein Gott, war das geil. Okay, jetzt muss ich noch schnell irgendwo landen. Ja, das war zum ersten Mal ein erfolgreicher Einsatz. Da ist ne Mine. Haha. Geht die jetzt los? Komm, geh los. Was? Die waren, war die, war die ne, 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 ne Fehlzündung? Da hab ich ja mega Glück gehabt. Nein, nein, vielleicht, vielleicht wird ja auch erst aktiviert, wenn du aussteigst. Das hoff ich offen gesagt nicht. Return Fire war der Hammer. Immer kam der Valkyrenritt, wenn, äh, wenn man die Flagge vom Gegner gefangen hatte und in seinem Jeep hatte oder wo auch immer. Und dann hatte man einen Panzer oder sowas und einen Helikopter, um dem Jeep-Fahrer Hallo. Abzuknallen, bevor er in der, in der eigenen Basis ankam. Return Fire war der Killer, ey. Kann man heute vielleicht auch nicht mehr spielen, aber wir gucken uns gleich mal ein Video dazu an. Nein, was hab ich denn gemacht jetzt? Du hast ne Mini jetzt. Nee, das wollte ich, wollte aber am Rope bleiben eigentlich. Dann gucken wir mal, ob ich dich da oben drüber krieg. Du Scheißkerl! Das hat ja voll geklappt! Wuhu! Alter, der war gut. Der war aber echt nicht schlecht. sogar um die Ecken rum, ey. Okay, da ist noch einer, ne? Wie komm ich da am besten hoch? Ich kann nicht springen, oder? Nein. Das Springen ist, finde ich jetzt besser. Du kannst es im Sprung auch so ein bisschen noch lenken. Ja, meine wollte diesen Backflip grad nicht machen. Ich hab ihn damals gedrückt. Ja, weil das anders ist, als du es gewohnt bist. Du musst quasi... Also mehrfach drücken. Das hab ich ja gemacht. Zweimal nacheinander schneiden. Du musst es jetzt so machen. Ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen Low-Level, was du da machst, oder? Nee, ich will ja nur hier rumfliegen. Nee, ich mach das ja nicht, weil ich... Ich will nur... Warte. Ja, sag. Ich kann ja hier auch noch steigen. Ich will nur transportieren mich. Jetzt kriegst du schön von mir. Oder hier ist eigentlich besser Cluster, oder? Also wenn du zweimal drückst, macht er den. Nein, aber dann kannst du danach eben noch ein bisschen lenken. Also du musst erst springen und dann, wenn du in der Luft ist, nochmal drücken, oder was? Nein, nein. Du kannst einfach zweimal drücken und dann... Jetzt muss ich grad mal überlegen, was mach ich. Ach, komm. Ist das ne Bazooka? Das ist ne dumme Idee. Warum machst denn du das? Weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich wollte ne Clusterbombe machen, hab sie nicht gefunden. Jetzt hab ich mich auch noch wegen dem Zipfel selbst abgeschossen. Ja, das hab ich aber schon gesehen, dass du gezielt hast. Ja, weil du halt auch natürlich weißt, was du da machst. Und weil du mich gezwungen hast, nicht meinen Helikopter zu benutzen. Ja, ganz genau. Fuck! So, jetzt muss ich mal gucken. Ich will da drüben mal... Warte mal, das Rope, das wird auf jeden Fall reichen. Da hinten ist auch ne Kiste, ne? Die hole ich zeitig. Die krieg ich auf 100% rechtzeitig. Komm auf jetzt. Du kannst dich daran nicht. Nee, kannst du nicht. Das kannst du. Egal, ist das Album nicht lang genug. Egal, 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 egal. Wo bin ich die Kiste trotzdem? Was ich jetzt will, ist, dass du da runterfliegst. Nee, werd ich aber nicht. Was? Boggy ist spezial, was? Er weiß, hier, klebrige Eselspaste, Bananenbomben-Samen. Oh Mann, es gibt Crafting. Vergiss es. Keiner von uns wird das machen. Du hast jetzt Crafting-Materialien eingef... Du hast quasi deine... Ja, das werd ich nicht tun. Du hast alles vergoldet. Wohl recht. Jetzt nimm doch Bazooka und ziel ganz nach unten. Nee, ganz ehrlich, ich versuch dich jetzt noch mal da rauszuhauen. Aber... Oh, du kriegst... Nein, nein. Das ist nicht fair. Doch. Nein! Du Scheißkerl! Das ist zum Kotzen! Na, das macht Spaß. Der Baseballschläger ist ja voll Limba. Ich wusste nicht, dass der so krass ist. Ich dachte, dass du vielleicht... Aber ein bisschen Skill brauchst du auch dafür. Und du kannst gleich mal eine andere Waffe nehmen als den blöden Baseballschläger. Ja, und du kannst mal aufhören, durch die Map zu fliegen die ganze Zeit. Ja, aber mal gucken, was hier... Ich kenn die Map ja auch nicht. Wer weiß, was hier ist. Sour, Dead und Sweet will ich beide haben. Komm ich doch niemals hin. Habe ich schon irgendwelche... Nee. Das Superschaf gibt's wohl nicht, oder? Das ist nur nicht... Das Superschaf... Äh, nee. Wird wahrscheinlich später erst... Freigeschadiert so, ne? So, wollen wir mal gucken. Okay. Und jetzt? Ja, jetzt wo ich weiß, wie der scheinbar funktioniert. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein! Beste Leben. Dankeschön. Was hat der jetzt auch gesagt? Irgendein Ninja-Seil. Oh, geil. Äh, Boarboot würde ich dir nicht empfehlen. Zu benutzen. Was? Boarboot? Nein, das Ding einfach nicht benutzen. Ah, Boarboot. Das ist ein ganz komisches... ...instrument. Wie, wie... Oder ist das ein cool... Nein, nein, wirklich. Nein, ich lüge nicht. Ich wirklich, das... Keiner rafft von uns, wie es funktioniert. Du kannst halt bohren damit. Alter. Blöder Roper, ey. Jetzt... Du machst jetzt echt wieder den, oder? Du machst den wieder in den fucking Bechbauchschläger. Du hast keinen mehr. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich brauch aber auch keinen. Oh, du... Nee, das ist, weil du am Seil hängst. Nein, warte mal. Das Problem ist, ich hab sie jetzt. Ich weiß nur nicht, wie ich sie lege, weil... Ich könnte jetzt schon kotzen, ne? Weil ich genau weiß, was du, glaube ich, machst. Ah, das geht's. Natürlich. Und das hast du früher noch viel frecher gemacht. Du hast es einem auch auf den Kopf fallen lassen. Pass mal auf, der könnte auch raus... Ja, doch nicht. Ja, ja, aber siehst du, jetzt bin ich bei dir. Noch ist nichts... Noch ist Rom nicht verloren. Oh Gott. Oh nein. Okay, lasst uns einen neuen Kompressor. Okay, gut. Was war denn das? Äh, das weiß ich nicht, aber... Oh, das hier, ein ungewolltes Geschenk. Das kann man doch eigentlich... Ich weiß halt nicht. Das kann sein... Ich glaub nicht, dass du da rauskommst, ehrlich gesagt. Ich glaub, du gehst... Geht das Ding an? Nee. Siehst du, das war nämlich ein Blindgänger. Geil. Äh, ich will das da hinwerfen, aber ich weiß nicht, wie hoch ich schießen muss. Wind. Was ist das? Scheiße! Das sieht aus wie eine heilige Granate. Äh! Bitte, kommt was raus. Irgendwas muss da rauskommen. Ich hab keine Ahnung, warum das die ganze Zeit so brutzelt. Ist das eine Mine, oder was? Ach, das darfst du halt nix. Das ist wie eine Mine, wahrscheinlich. Aber warte mal ganz kurz. Ja, das ist wahrscheinlich eine Mine. Kannst du da wenigstens reinspringen für mich? Das glaube ich nicht, mein lieber Freund. Das läuft ja alles überhaupt, jetzt nimmst du die heilige oder die Cluster, ne? Nee, hast du, geht noch gar nicht. Ich versuche jetzt rüberzukommen. Ja, ach man, ey, aber 100, wie willst du mir 100 wegnehmen? Du machst jetzt bitte nicht... Ich will versuchen, dich in dein eigenes Geschenk reinzuwerfen. Das ist tatsächlich, wenn du es schaffst, kriegst du von mir auf jeden Fall den Daumen und ein Fleißsternchen, weil das wäre sehr gemein und hinterhältig und richtig. Ich weiß nicht, ob ich Dings habe. Das kann sie nicht. Habe ich einen Uppercut, hier diesen... Du hast den, aber... Wo denn? Ja, nicht, du kannst ihn jetzt nicht benutzen, weil du am Seil hängst. Aber du hast einen. Na gut, dann lege ich dir eine Cluster hin. Cluster funktionieren nie. Die will ich auch immer benutzen. Nur weil es bei dir nicht klappt, heißt es doch nicht, dass es bei mir auch nicht klappt. Ich komme nicht, was passiert, wenn es falsch geht. Ja. Ja, okay. Aber jetzt stehe ich ungünstig. Ja, das... Also, es war für uns beide nicht so geil. So, bin ich jetzt mit Plotter bitte dran? Das würde mir sehr gefallen. Jawohl. Nee, bist du nicht. Mit dem hast du doch gerade das Geschenk geborgen. Ach, stimmt. Warte, was soll ich denn machen? Ich krieg dich doch nicht. Glaubst du, ich kann... Ich weiß halt nicht, wie das Bohrbuch funktioniert. Das ist bestimmt wie der Blowtorch. Du kannst dich so reingraben bestimmt oder so. Aber kann ich... Ich würde gerne durchbohren, sodass du quasi fällst mit mir. Mit dir zusammen. Ja, das würden beide runter. Voll der geile Plan. Nein! Na ja, gut, dann werde ich jetzt wenigstens hoch. Ey, ganz egal, was du jetzt machst. Das ist für mich die geilste... Das ist ja auch völlig bescheuert. Du weißt schon, was ich dir da reinschicken werde, ne? Oh, das Geschenk ist explodiert. Es ist zeitverzögert, okay? Ja. Ich mach grad nur Scheiße. Das macht mich wirklich wütend, weil ich... Ich will... Mügewinnen. Ah, falsch. Warte mal, ich kann nicht switchen. Gut, dann mach ich jetzt... Kann ich in dein Heli einsteigen? Nee, ne? Doch. Naja, quasi alle. Okay, sehr gut. Hallo? Kann ich auch Kisten einsammeln mit dem Shizu hier? Das gibt's doch nicht. Bestes Leben. Ja, weil du das auch unbedingt brauchst. So. Ja, so. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, ich will nicht ganz rein. Ich hab ja was ganz anderes. Okay, ja, du kannst aussteigen. So. Pass auf, jetzt schick ich dein Schäfchen rein. Ach, man. Das war's für den armen Kerl. Oh, ist das denn der Schafblatt? Nein! 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 Super gut! Wie dumm ist das? Super gut! Und es wird irgendwann explodieren, sag ich dir. Kann ich noch laufen? Nein, Mann. Oh, Mann, wann explodiert's? Jetzt! Nein, jetzt nicht. Jetzt! Ja! Nein! 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 Ja! 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 Wie bescheu... Ach komm! Guck mal, wie das aussieht! Das ist ein riesiger Penis! Das ist ein riesiger Penis, ne? Das ist ein riesiger Penis, ne? Ungewollt! Alter, war das gut! Okay, komm! Aber warum rennt das Schaf in die falsche Richtung? So bescheuert! Ja, du weißt doch, wie es ist, ey! Das ist Worms! Was? Es soll ja so sein! Was? Was ist... Was ist das? Hä? Was? Geil! Ich wollte ein Seil haben! Tja, was? Ich wollte mein Schaf auch in die andere Richtung schicken! So ist das! Aber das... Ich hab doch das Seil ausgewählt! Was zum Teufel ist denn da jetzt passiert? Ich will jetzt... Warum komm ich denn da nicht rein? Bitte nicht! Gut! So, was haben wir denn hier? Wurmstachler! Es gibt auch so viele komische Sachen, die man gar nicht... Na gut, wobei, die kennt man ja! Heilige Handgranate! Echt, die willst du für den einen kleinen Kerl entnehmen? Halleluja! Auf jeden Fall! Verdammt, was war das eben? Ich hab's immer noch nicht! Hahahaha! So muss es sein! Tja! Du gewinnst echt nur... Am End... Wegen so Rumpensituationen! Weil du... Ja, auch das ist halt echt... Dieses Dreckspiel! Ey, was soll ich denn da jetzt bitte machen? Ja, steig doch aus! Ist doch... Kann ich... Glaubst du, ich kann da hochfahren? Ja! Ja! Ist das geil, Alter! Durchgebohrt! Okay! Och ne, keine Zeit mehr! Gut, dann bleib ich da drin! Ja, aber es schützt sich ja nicht! Ist ja kein... Ist ja nicht gepanzert! Ähm... Na, es hält... Doch, es hält Beschuss! Es explodiert irgendwann! Aber es hat Beschuss, äh... Hält Stand! Und... So... Muss ich erstmal... Meinen... Ähm... Mein Würmchen pimpen! Guck mal, der springt nicht rückwärts! Warum? Wenn du schnell drückst? Du drückst vielleicht zu langsam... Ne, hast recht! Das ist komisch! Na! Ja! Ja! Ist das! Fuck, Alter! Das war souverän! Du willst, dass die andere auch noch explodiert, oder? Die... Ich glaub, das ist ein Blindgänger, oder? Ja, aber... Kann die jetzt noch explodieren? Also... Wenn die ein Blindgänger ist, nicht! Also, auch wenn die... Wenn daneben was explodiert, meine ich... Würde dann ein Blindgänger auch explodieren, glaub ich nicht! Oh, jetzt kommst du nicht weg! Oh, fuck! Er kommt nicht weg! Er kommt nicht weg! Aber du gehst down! Du gehst down! Oh, wie schön, wenn's dich jetzt runtergekickt hätte! Ja, ich bin weg! Ich bin durch! Drei noch! Super! Alter! Okay! Ey, ich halte mich! Guck mal, wie ich mich hier halte! Das ist wirklich kaum zu glauben! Ich bin echt beeindruckt! Die Würmer! Okay! Jetzt sind wir in der... Ich glaub, wir sind jetzt schon so am Ende, wo es schon die... Äh... Ja! Die längere Klicken gibt, ne? Naja, du hast zwei Würmer! Ich hab nur einen! Und... Irgendwo muss ich ja auch ein bisschen... BAM! Du kannst es ja auch machen! Das ist nicht, was ich in dieser Situation brauchte! Wo ist denn deiner? Okay, ich hab zwei Würmer! Du hast auch zwei Würmer! Oh man, was mach ich, was mach ich, was mach ich! Den krieg ich auf jeden Fall down hier! Diesen Fritter! Den anderen hol ich mir später! Ich hab ja noch zwei von dem Dungeon hier! Ja gut, dann mach ich mal das gleiche wie du! Oder ich schmeiß eine Banane! Ich... Oh, die ist risikowalig, ne? Oh, Banane ist natürlich auch... Hebt ihr die doch lieber auf für einen richtig guten Moment! Nee, ich hab keinen Bock, dass du mich mit der Banane killst, ehrlich gesagt! Ja, aber die Lenkrakete würde ich... Das ist schon richtig! Ich... Ich glaub, du wirst sie nicht kaputt machen damit! Was? Ich glaub nicht, dass das Gerät kaputt geht dadurch! Das Gerät soll ja nicht kaputt gehen! Soll das kaputt gehen! Ja, ich bin ja drin! Tja, I told you! Was? Was? Was erlauben? Ja, was machen Sachen? Ich dachte, dass erst das Gerät kaputt geht! Oh man! Jetzt ist... Guck dir mal meinen kleinen Balken an, Alter! Nur drei! Das ist alles, was ich noch hab! Äh, okay, jetzt kommt der Killer! Jetzt kommt der absolute Todes... Euch beide werde ich jetzt kriegen! Mit einem Schuss! Ich weiß, es klingt... Völlig verrückt! Mit dem Esel wird's gehen! Du hast aber keinen! Ich hab keinen Edel, nein, aber ich hab... Äh, ne Banane hab ich! Ich mein lieber... Ich werd nicht treffen, nein! Aber ich kann's versuchen! Äh, wie kann man denn rauszoomen? Weißt du das? Das weiß ich nicht, ne? Ah! Den, äh, rechten Stick reindrücken! Ne, das ist kein Zoomen, sondern das ist... Hahaha! Simon hat nen kleinen Balken! Hahaha! Jetzt... Alter, jetzt... Warte mal ab! Achtung! Just watch what I do to the campus here! Ah! Hast du... Irgendwie sieht das aus... Das hat ja gar nichts gebraucht! Aber hast du gesehen? Das ist oben an dem kleinen Zippel! Ja, aber soll ich mal sagen... Es ist hängen geblieben! Sonst wär's nämlich genau da rein und hätte dich erwischt! Ja, genau da rein! Pass auf, aber fairerweise... Weil ich mich ja auch über meinen Sieg freuen möchte... Werde ich auf jeden Fall auch nix Nubisches machen! Ich werd auch ne Banane werfen! Oder ne Cluster oder... Ich find's gut! Ja, am Ende kann man ruhig noch mal so ein bisschen die... Ah, von da... Der Position kann ich nicht! Kannst aber auch keine Lenkrakete schießen! Oh, doch! Du könntest nicht da durch das Loch schießen! Ja, ne... Und das geht nicht! Aber das wär cool! Ein cooler Move! Was? Nein, das wollt ich nicht! Luftangriff ist natürlich schon sehr... Du Arschloch! Hoffentlich hast du jetzt keine mehr! Das doch hab ich! Das macht mich so wütend, dass du das kannst! Ach, gönn's mir doch! Ja, ich gönn's dir! Aber es ist... Ah! Das ist halt echt Pro-Gaming, Alter! Du hättest halt alles machen können! Die Banane machst du ne lahme Mine! Du hast sehr gut gewonnen! Du hast richtig gut gespielt! Danke! Das würd ich dir... Möcht ich dir gönnen! Würde ich dir nicht nehmen wollen! Das gucken wir uns noch mal an! Fuck! What? Okay, der ist verdampft! Er ist nicht mal einfach in die Wand gedrückt worden! Hier sind deine Gs und Fs und alles und dein Skill! Wenn sogar der Anwalt besser spielt! Dann bist du bei Rocket Beans! Wir haben schon die ganze Zeit hier stehen, Werbung nach Worms! Wir machen jetzt mal ein bisschen länger Werbung! Danach weiß ich nicht, was wir machen, aber es wird genauso wie jetzt! Also bleibt dran, wenn's euch gefallen hat! Ansonsten... Tschüss! Bis dann! Time! 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 Ich hab mich jetzt schon verliebt in dieses wundervolle Intro von Hannes! Das ist halt irgendwie diesen... Das ist so minimalistisch und gleichzeitig könnte endlos laufen! Ähm, genau wie diese Show, die keine ist, sondern einfach nur für mich die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken an einem Samstag Nachmittag mit Freunden. Tatsächlich, der, äh, der kommt gleich wieder rein, äh, der ist schon im... Genau, ist schon hier im Studio. Das ist für uns, haben wir grade eben schon gesagt, eine der wenigen Möglichkeiten, mal überhaupt miteinander abhängen zu können. Das ist total verrückt, oder? Auf jeden Fall. Wir haben noch nie in den letzten, ich würde sagen, fünf Jahren so viel Zeit miteinander verbringen können. Weil, ich mein, du hast ne Tochter, du hast nen Job, du hast studiert wie ein Irrer, ich bin selten, äh, in der Heimat, und wenn, dann ist es halt immer oft... Da muss man immer Zeit haben. Fast 600 Kilometer. Ja, und, also, das ist schon krass, wir können uns nächste Woche mal sehen, weil da bin ich ja, bin ich ja da in der Heimat, äh, können wir gerne mal ein bisschen noch mehr abhängen. Ähm, aber das ist irgendwie ganz abgefahren, dass wir jetzt hier, äh, ja, irgendwie so viel Zeit, da plötzlich verbindet sich für mich etwas, keiner hier kennt ja diese Geschichten, ne, also, keiner von hier kennt, ähm, die Leute von damals, und du bist so das Bindeglied zwischen den Leuten damals und, und, äh, dieser ganzen Bubble hier, und das ist für mich total bezahrend, dass das jetzt endgültig verschmolzen ist, jetzt kann's keiner mehr auseinanderreden. Bei Norbert war's noch so, der tauchte mal da auf, mal da auf, das war noch so diffus, ne, aber du bist ja jetzt definitiv hier. So, ich hab was, was für mich stand, ähm, was für mich irgendwie auch, äh, sehr, sehr wichtig war damals, ich hab bei dir das gesehen. Und es hat mich schon beim ersten Anblick weggehauen. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus als damals auf dem Amiga, aber es war im Grunde genau das. Wir gucken uns das mal zusammen an. Und ich wusste, alter, Amiga, krass, der kann so was. Der kann so ne Grafik. Das sieht ja aus, du hast ja erzählt, ich mochte Filme, das sah genau so aus, wie ich's mir immer gewünscht hab. Also, ne, ne Story, das Spiel ist uns von ein, ein oder zwei Personen, also einer Person eigentlich. Ach was. Ja, ist krass, Eric Chahi ist ein Typ. Damals ging das noch. In der Qualität konntest du das machen. Und es lässt sich so Zeit. Mit allem. Das hat mir immer besonders gefallen, dass es so diese unterschwellige Atmosphäre hat. Der wird gescannt. Das würde ich nicht kennen ohne dich. Also, ich hab das ehrlich gesagt so in Erinnerung, dass wir Flashback gespielt haben auf Amiga. Danach, ja. Wobei Flashback kam ja danach. Ach, genau. Ich weiß noch, wir haben das gespielt und fanden's geil. Und ich hab's aber ein bisschen länger gespielt und mochte es noch geiler als du. Und ich hab's irgendwann noch auf Super Nintendo aufgenommen, also auf VS. Ja. Und dann kam später Flashback und das hast du dir dann geholt. Und ich weiß noch, dass wir's gespielt haben und ich fand's nicht so geil. Weil irgendwie hat mir das hier alles gefehlt. Flashback war mir zu ... Ich weiß nicht, es war Ballern und ... Ja. Es war mir zu viel ... zu viel Dschungel oder so. Ich weiß es auch nicht warum. Es hat mir irgendwie nicht gefallen. Weißt du, was auch ein richtig geiles Spiel war? Syndicate. Kennst du das noch? Das war so Bombe, das Spiel. Alter. Das müssen wir eigentlich auch mal wieder spielen. Aber irgendwann hat man natürlich nur noch seine ... Hat man gecheatet, hat sich die Kohle geholt, die Extrakohle, hat seine Armee richtig aufgebaut. Du hast das gemacht. Naja, wenn man's irgendwann durch hatte, hat man das irgendwann auch so gemacht. Ach so, ja. Ich hab das Zeugel normal durchgespielt, aber ich hab irgendwann auch nur noch ausgerastet, mir die Supersöldner und bist durchgelaufen, nur noch bratz, bratz, bratz. Habt ihr hier jemals Blast Chamber gespielt? Nein. Ich will das den Leuten die ganze Zeit schon verkaufen, aber bisher fand's keiner so spannend. Obwohl, vielleicht haben das einmal gespielt in einem Beef, wenn dann nicht mal da. Aber ich kenn das noch, Blast Chamber. Mega gut. Wir müssen gleich mal, ich schreib mir auf, was wir gleich uns alles angucken müssen. Ja, wirst du hier. Syndicate war mega, auf jeden Fall. Zockt Syndicate auf dem Super-NES jetzt. Ja, es ist lustig, dass es Leute gibt. Ich mein, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Leute sind, die zuschauen. Aber dass es Leute gibt, ich mein, wir sind ja schon ein paar Monate älter wahrscheinlich. Na, es ... Oh, ich muss gleich hochschwimmen. Ist gar nicht so. Wir haben einen Durchschnitt so von, ja okay, von 23 bis 39, also schon jünger als wir. Aber es sind auch viele Ältere dabei. Hm, wie geil. Ja, ich find's auch. Ich bin immer wieder überrascht, dass solche Titel, die echt keiner kennt, die finden den Weg irgendwie. Siehste, wie krass ich das geschafft hab. Ach ja, kann ich mich auch noch erinnern. Geil. Ich hab das mal gespeedrunnt. Wir haben eine Speedrun-Sendung und dann hab ich das versucht zu speedrunnen. War auch, glaub ich, recht schnell. 20 Minuten oder so oder eine halbe Stunde spätestens. Das geht ja auch, wenn man weiß, wie's geht, sehr schnell. Du siehst auch ganz schön routiniert aus. Ah, ja, das waren so ... Oh, jetzt erinner ich mich. Man stirbt ständig. Man stirbt die ganze Zeit. Und manchmal weiß man gar nicht, warum. Das geht oft so schnell. Aber ich ... Ach, komm. Drei auf einmal. Der kriegt dich. Nee, er hat es so gemacht, dass er kurz vorher stolpert. Ich liebe es immer noch. Gleich kommt der von dir vorhin erwähnte Moment. My Tulip. My Tulip. Ey, guck dir das an. Das ist doch scheiße. Drei Stück. Selbst ihnen interessiert sich mehr. Ja. So, wir machen das so lange bis ... So war das halt, ne? So lange, bis man's geschafft hat. Oh mein Gott, wir konnten doch gar nicht speichern damals, ne? Es gab ... Passwörter wahrscheinlich, ne? Ja, es gab Passwörter, genau. Für bestimmte Checkpoints. So, jetzt aber. Okay. Konzentration. Der kommt auch so fies. Ja, jetzt, ne? Ist besser. So. Ja. Und für diese ersten 15, 10 Minuten des Spiels hab ich dieses Spiel geliebt abgöttisch. Und bis heute. Guck mal, auch sehr mimik mit seinen Augenbrauen und so. War das damals auch? Kann ich mich erinnern. Ähm, ja, im Grunde schon. Sie haben natürlich die Hintergründe vor allen Dingen verschönert. Das ist so eine 20-Anniversary-Edition. Das ist jetzt, genau. Das ist unser Buddy. Diese Augenlieder. Sieht aus wie der Deckel von so einem Koks. Ja. Bei alten Häusern hast du immer so einen Deckel vor der Tür, wo die früher dann Kohle und so zum Heizen rangemachen sollen. Hier, äh, äh, Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Haha. Na, also, äh, bei dem Lied geht's ja um echtes Koks. Aber ich kenn das noch von, die Oma, ne? Die hatte noch Koks. Die sagte das noch völlig unverblümt, weil sie damit natürlich, äh, zum Heizen den Kram meinte. Boah, ich bin schon mal, hab schon mal angefangen, bisschen zu wackeln. Bam. Jetzt kommt's? Jetzt kommt's. Oder? Ich weiß nicht, was er sagt. Niemand weiß es. Wahrscheinlich weiß er's nicht. Das ist so ein Bild, was sich so in meinen Kopf reingebrannt hat, dieser Knast mit diesen Figuren da drin, ja? Hast du das jetzt im Speedrun durchgespielt oder so? Ja. Wie lange hast du gebraucht? Ja, so 20 Minuten oder so. Also, der Speedrun selbst hat natürlich länger gedauert und so, aber man kann es in, ich glaube, 20 Minuten oder so durchspielen. Hey, jetzt ist es voll gemein. Jetzt haben sie mir nämlich extra meinen ... Ich kann den nicht mehr benutzen jetzt. Wen? Das ist manchmal so unfair. Dieses Schild. Dieses Schild, warum nicht? Das ist Story. Die wollen nicht, dass ich den in dem Moment benutze, weil ich sonst gewinne am Ende. Also, ich hab die Waffe, ich kenn mich jetzt besser aus, aber normalerweise hast du die Waffe ja zum ersten Mal und weißt noch gar nicht, wie die funktioniert und deswegen darfst du hier quasi nicht bescheißen. Aber jetzt geht's. Mach's auf, Junge! Wie lustig, wie mit jedem Schuss ein Pixel weggeht von diesen roten Punkten, ja? Aber das Spiel ist mit Liebe gemacht, das macht man. Es ist so gut. Ich glaube, das einzige Mal, dass man so einen Überblick kriegt. Weißt du, was auch ein Spiel war, was ich durch dich kennengelernt hab und was ich richtig gefeiert hab? Ähm, Discworld. Alter, echt? Oh Mann, ich erinnere mich, das hast du ja wirklich ... Du warst einer der wenigen, der Discworld gespielt hat. Ich hab's geliebt. Aber du hast die Romane nie gelesen, du hast einfach nur ... Ich fand's Spiel geil. Du weißt, dass das von Eric Idle ist, ne? Terry Pratchett. Terry Pratchett. Jaja, aber auch, dass Eric Idle, einer der Monty Python, richtig gute Leute das verkündet haben. Ja, aber ich bin ja kein großer Leser. Nein, ich weiß, Eric Idle ... Aber zum Zocken war's geil. Ähm, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und du hast auch den zweiten gespielt, ne? Vermutlich vermisst. Gespielt, ja, aber fand ich irgendwie dann nicht mehr so geil. Kann ich hier ... Kann man hier skippen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ey, lass doch zocken. Ich will nur eins hören. Ich hab das immer im Kopf. Und zwar ... Drache. Drache. Dieses furchtbare deutsche Intro von Discworld. Weißt du nicht mehr? Ähm, doch, diese komischen Typen mit den Kapuzen, die im Kreis den Drachen beschwören. Und die deutsche Symproße. Drache, ja, ja. Es ist so dumm irgendwie, es hört sich so scheiße an. Es war so eine schlechte deutsche Symproße. Die Bruderschaft ist das, ne? Ja. Ich mach mal Ton aus. Was? Das ist doch niemals das Spiel. Das ist nicht das Spiel. Oh, oder? Hat der das so ein Intro, ein Render-Intro, echt? Krass, das weiß ich nicht mehr. Okay, jetzt verhakt er hier gerade, aber es müsste gleich gehen. Guck dir das an, er will nicht. Nein! Nicht auf die Top 100 Playstation Games. Okay. Doch, ich mein schon, dass es das Intro ist. Ja, jetzt wo du's sagst. Ich kann mich nur null dran erinnern, dass es so was gab da. Doch, das sind Schildkröte, die fliegt da rum. Ja? Genau. Ja, das ist ja eigentlich richtig krass. Ich mein, das ist ja eigentlich für eine Playstation-Grafik richtig gut, oder? Also ich mein, für ein Render-Intro. Das ist richtig geil. Ey, du weißt nur noch, wie die Tekken-Intros aussahen und Toshinden und so. Ja, aber ... Diese Polygon-Klopper. Ja. Aber ich muss da ... Playstation 1 ist eine Boss-Konsole auf jeden Fall. Krass. Das muss aber Discworld 2 sein irgendwie. Das sieht viel zu gut aus für den ersten. Das ist 2, das ist vermutlich vermisst oder so. Nee, nee, nee. Siehst du, das ist eine animierte Serie. Das ist nicht das. Ich wusste es doch. Da hat irgendjemand Quatsch erzählt. Äh, Quatsch. Bei Discworld gab's doch gar kein Render-Video. War das nicht so Bilder mit Text, den man lesen musste? Äh ... Nee, nee. Es war ... Es hatte wahrscheinlich schon ... Es hatte gezeichnete Intros, das mein ich. Ähm ... Da ist es doch, hier. Discworld playthrough. Ja. So, das gucken wir uns kurz mal an. Ich weiß, wir springen hier mit den Themen, aber ich find's schön dann auch ... Für mich sind das echt so Flashbacks. Genau. Aber siehste, da gibt's auch ein Intro mit einer Schildkröte. Ja. Da. Das ist es. Das sieht eher so aus, wie ich's mir vorstell. Oh, Mann. Die Welt ist einfach so geil, ne? Irgendwie. Aber es wundert mich, dass du als jemand, der sich, äh ... Ja, gar nicht mit dem Roman beschäftigt, dass dir halt das Adventure gefallen hat. Du mochtest einfach die Rätsel. Das Grafik-Adventure. Hast du's denn durchgespielt? War's megaschwer. Ja. Das hatte doch Rätsel, die keiner eigentlich richtig lösen könnte. Im Englischen voll gut. Im Deutschen sagen sie Drache. Ja. Drache. Ja, aber was sollen sie denn sagen? Na ja, Drache, Drache. Ja. Und auch mal fünf Leute, nicht nur einer. Ja. Sagt halt nur einer. Drache. 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 Eskalierend völlig. Äh, das, Leute, kann ich euch sehr empfehlen. Discworld. Da kann man gut lachen. Wusstest du, dass es jetzt Koffer gibt, die ihren Besitzern hinterherfahren? Also exakt das, was hier die Truhe ist, gibt's mittlerweile in Kofferform. Echt jetzt? Ist doch lustig. Ja, die sind halt an deiner App oder was ist gebunden und fahren halt quasi immer in deiner Näher rum. Es gibt in Mainz, ähm, bei Kentucky Fried Chicken einen Roboter, der die Tabletts wegfährt. Auch gut. Ja. Du stellst deine Tablett rein und wenn's voll ist, sagt er so, okay, Achtung, ich fahr jetzt los und dann fährt der Roboter los und bringt die Tabletts weg. Sagst du dann bei sowas Danke? Du musst vorsorgen. Du musst vorsorgen, wenn die irgendwann die Macht übernehmen, dass sie sich erinnern, dass sie dich sehen und dann erinnern sie sich dann, ah, das war der Y, er sagte Danke, nicht töten, nicht töten. Und dann direkt den daneben einfach. Meinst du, wenn irgendwann die Cyborgs die Welt übernehmen, dann verschonen sie mich? Das ist ja unaufhaltsam, vielleicht. Wenn, wenn, also wenn der Bot von damals irgendeine führende Funktion hat in der Zukunft, dann vielleicht ja, dann sagt er nein, ihn nicht. Nee, aber das war wirklich eine coole Sache. Ja, Regal, das ist ja ein Regal, so ein kleines, ne, so ein fahrendes Regal, dann schiebst du dein Zeug rein und dann irgendwann meldet er sich und sagt so, hey, Achtung, ich fahr jetzt los. Ja, und dann fährt der wirklich, der komplette Roboter, von dem Standort, wo er steht, fährt durch den kompletten Burger King, biegt natürlich auch überall ab und fährt genau in die Küche, da, wo der Kram abgeräumt wird. Das ist wie diese Pizza-Bots, hast du die mal gesehen? Also, ich hab die einmal hier in Hamburg gesehen und ich war mega geflasht, weil's echt ist, so wie diese kleinen Service-Dinger in die Druiden, die kleinen Service-Dinger in Star Wars, die immer so am Boden rumwuseln. Da ist dann einfach wie so ein, wie so ein, ähm, ja, diese Staubsauger, die automatisierten. So sieht's aus, ist nur höher und dicker und da ist dann halt die Pizza drin. Und das fährt dann halt wirklich einfach so durch Hamburg. Aktuell ist es so, dass da noch jemand hinterherläuft, damit halt keiner Mist macht. Und ich denk mir, okay, wenn das immer so bleibt, ist es natürlich Schwachsinn. Aber, äh, irgendwann fahren die vielleicht wirklich einzeln rum. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Ich mein, jeder wird doch versuchen, die Pizza zu klauen. Oder den Roboter zu klauen. Vielleicht gibt's ein Bordgeschütz oder Laser. Das ist nämlich irgendwann ... Ja, irgendwas müssen sie sich ja irgendwann überlegen. Ja. Oder du klaust den ... Oder eine Sprengfalle, jemand geht dran, und dann fliegt das ganze Ding in den Lohn. Die werden schon was finden. Irgendwas, was man rechtlich erklären kann als, ja, tut mir leid, du darfst ihn halt nicht anfassen. Äh, so heißes, glühendes, heißes Fett in die Augen. Als Beispiel. Also, nein, wenn ich die herstellen würde ... Krasse Ideen. Ja, wenn jemand mal eine Pizza klauen will, dann wird das vertient, find ich. Ähm, nein, natürlich so, dass er noch überlebt, aber es soll schon wehtun. Äh, ich hab noch mehr aufgeschrieben, was wir gleich gucken wollten. Ähm, Blast Chamber hast du vorhin erwähnt. Genau. Ich bin heute nur am schreien. Moment, lass mich mal ... Da. Geil. Hammergeil. Das war's wirklich. Das haben wir zusammen mit Return Fire eine ganze Weile gespielt. Return Fire war so geil. Mindestens ein, zwei Jahre lang. Mit Micro Machines ... Ich weiß nur, dieses Paralysieren oder Paralysiert oder so, hat doch die Stimme immer gesagt, ne? Ja, die hat immer alles ausgesprochen. Man konnte ... Da. Tolles Spiel. Willst du beschreiben, was man machen muss? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ah, das, okay. Es gibt eine Bombe und der mit dem ... Ja, der, wo's dann immer blinkt, der hat sie dann. Und der muss sie loswerden. Ja, es gibt ... Und der muss zu seiner Farbe, glaub ich, kommen. Genau, er muss auf seinem Feld diese Bombe abgeben. Und oben links läuft aber der Timer runter. Und je nachdem, wer die Bombe hat, wenn der Timer unten ist, dann explodiert sie. Also, das ist jetzt ein anderer Modus, aber es gibt eben auch verschiedene. Das ist auf jeden Fall ... Man sieht's, ne? Damit kann man den Timer dann irgendwie runter, von den anderen runter machen. Also, wenn du die Bombe in deinem ... Wenn ich die in deinem Feld platziere, wird dein Bombentimer runtergesetzt. Das heißt, ich kann halt dafür sorgen, dass du schneller stirbst. Genau. Und das ist halt eine hinterhältige Drecksgeschichte. Ich weiß nur, wir haben viel geschrien, wie bei Micro Machines. Extrem viel geschrien. Das ist diese Art von Spiel, die ich nicht spielen darf mit den anderen Jungs, weil ich da schon zu gut bin, dass sie dann sofort keinen Bock mehr haben und meckern. Ähm, dasselbe Thema hatten wir bei Micro Machines, wo ich so gut war, dass ich sie halt komplett dominiert hab. Und dann wurde mir das zu Last gelegt, weil ich so gut war. Ähm, das ist das einzige Spiel, wo ich so gut war. Aber das hab ich auch nur, weil wir das früher wie Wahnsinnige, V3 haben wir wie die Wahnsinnigen gespielt. Wie oft haben wir diesen Panzerlevel? Wie oft bin ich in dem Chemie-Panzerlevel losgefahren und du hast geschossen, sodass ich in deinen Schuss rein. Das ist hundert. Aber das allergeilste war, wie hieß das irgendwie? School Table oder so? Irgendwie Tisch? Ja, warte mal. School Rules. School Rules, genau. Das ist dieser Rundkurs nur, der schnelle. Wo die Lineare über die Tische so drüber gehen. Wo du fliegst, machst du über das Lineal und da musst du schon in die Kurve, weil dann ist dieser lange Turn, genau. Du musst es immer so driften. Ohne driften ging's nicht. Alter. Komm, ich wette, man findet das auch. Ich wette, wenn man jetzt Micro-Machine ... Das ist das Tolle am Internet. Äh, Rules? Nein, oh Mann, bin ich dumm. Ja, ja, ich hab nicht aufgepasst. So. Ähm, nee, haben wir nicht, ne? Ach, da ist sie. Krass, sie ist ja hier. Doch, sie ist hier bei unserem Beef. Aber das will natürlich keiner sehen. Ähm, nehmen wir sie hier. Ja, das ist sie. Oh Mann. Bonus Day, weißt du noch? Ja! Wir hatten unsere eigenen Catchphrases. Bonus Badge. Bonus Badge, Bonus Day. Ich weiß nicht, was die anderen hatten, aber jedes Mal, wenn man einen Punkt gemacht hat ... So scheiße sah das aus. Ja, ich glaub, das ist schlecht aufgenommen. Sehr dunkel. Aber im Grunde ist es das, ne? Du hattest die lang geraten und dann musstest du rechtzeitig schon ... Hier schon bestenfalls wieder der lilafarbene macht. Alter, und wir waren so perfekt. Und hier ist ja irgendwann eins in der Mitte nicht da. Kannst du dich eigentlich entsinnen? Hast du eigentlich noch einen Plan, mit wie vielen Leuten wir dieses Spiel gespielt haben? Äh, ich weiß, dass wir es mit dem Maximum einmal versucht haben. Aber so, wo du beide Controller auch ... Genau, wo zwei Leute sich einen Controller teilen. Also waren's dann acht, oder? Geht das überhaupt? Nein, es waren mehr, glaub ich. Das kann nicht sein. Wir haben zwei Multitaps, hieß das, ne? Zwei Multitaps, doch acht. Das müssen acht gewesen sein. Und acht Leute haben sich ... Nein, es gab acht Anschlüsse. Ja, ja. Aber für jeden Anschluss gab's ja einen Controller. Und zwei haben sich immer einen Controller geteilt. Der eine hat den Controller Kreuzgelenken gespielt. Nee, nee, acht ist ... Es gab vier Controller und dann acht, ja. Nee, nee, acht ist ... Aber es reicht ja. Das sind verdammt viele. Ja, ich weiß, bei Mö, ne? Bei Mö saßen wir und haben mit beiden Controller gespielt. Ja. Und die waren alle so schlecht und wir so gut, dass dann keiner mehr ... Nach und nach hatten sie alle keinen Bock mehr. Ja. Ähm, okay, cool, dass man das auch gefunden hat. Ich hab mir noch was aufgeschrieben. Syndicate, Return Fire erst mal. Komm. Klappern wir alles mal ab. Das war so Bombe. Das gibt's so geile Spielprinzipe. Warum hat das keiner mehr neu aufgemacht? Weil das ist wirklich gut. Guckt euch das mal kurz an. Ich wette, wenn ihr's nicht kennt, werdet ihr sagen, das ist ne geile Idee, das sollte mal wieder jemand in neuem Flair sozusagen machen. Och, okay, ist ne volle Anzeige, die ich glaub ... Ah, und noch ein Bombenspiel, was ich auch durch dich kennengelernt hab, war Desert Strike. Ach ja, das war schön. Hab ich auch durch dich kennengelernt und fand's extrem geil dann. Das waren Zeiten, ne? Okay. So. Das allein schon. Guckt allein mal das an. Hammer. Ja, was willst du? Den Jeep, den Raketenwerfer, den Heli, Panzer. Und dann bist du damit raus. Das war natürlich alles, was du hattest. Und dann auf der Karte ... Ach, war toll, ne? Jeder hatte so Verteidigungsanlagen in seiner Basis, oder? Ja, aber der spielt jetzt Singleplayer, oder? Kampagne, oder nicht? Ähm, ehrlich zu sein, ich glaube, ja. Das ist natürlich nichts, ne? Ich dachte auch grade ... Mach doch einfach mal da irgendwie ... Kann man das überhaupt? Ja klar, wir haben's doch zu zweit gespielt. Nein, nein, ich meine, ob man das überhaupt aufzeichnen kann. Das war ja nicht an einem Bildschirm. Da. Ach nee, das ist ein Versus. Also, das ist ein Vergleich. Classic Game Review ist hier irgendwo ein ... Schade. Nee, vielleicht geht das halt nicht, weil man dann eben zwei Bilder bräuchte. Da! Da ist es doch! Du sahst doch aus, oder? Es war doch ein Splitscreen. Battlesport. Genau. Also, nicht viel. Nee, aber hier war eben da. Da ist es. Siehst du? So. Genau. Genau. Und ... Das war so ein Spaß, ... Das hab ich grade eben zufällig gesehen. Warte mal. Warte mal. Äh ... Hier war doch eben irgendwas mit HD. HD Remastered. Oh. Ja, aber das ist doch, äh, Dings, 3DO. Ja, ähm, das stimmt. Nur, so sah das ja nicht auf dem 3DO aus. Sondern das ist die, äh ... Ich glaub, es ist die 3DO-Version in der Remastered Edition. Alter, das war ja richtig politisch. Hab ich gar nicht so in Erinnerung. Und dann, genau. Und jeder ist bei den anderen immer in die Basis und hat die zusammengeschossen. Und dann hat man angefangen, sich um die Flagge zu kümmern. Und du konntest natürlich deine Basis verteidigen oder beim Gegner eben wüten. Genau. Und, ach, das war toll. Das könnte man auch gerne noch mal mit 4 gegen 4 spielen oder so. Schönes Ding. Schöne Erinnerung. 100 Prozent. Das war unsere Kindheit. Äh, okay, Syndicate. Nur, dass man einmal das auch noch mal gezeigt hat. Das kennt natürlich jeder. Aber die SNES-Version sah ja auch noch mal beschissen aus. Oder wir hatten die Amiga. Bei dir war die Amiga, ne? Ich glaube, du hast mir sogar mal den Amiga geliehen. Ich glaube wirklich, du hast mir mal deinen Amiga geliehen. Ich hab dich wahrscheinlich so lange genervt, bis du ihn mir ausgeliehen hast. Ich weiß nämlich, dass ich Syndicate und Another World und so auf deinem Amiga auch gespielt hab mal. Also länger. Vielleicht hab ich auch bei dir einfach gelebt. Amiga war schon auch eine geile Zeit, Mann. Das kannst du heute keinem mehr vermitteln, oder? Warum so was schön ist. Und ich weiß noch, wie ich meine Mutter überzeugt hab, mir einen Amiga zu holen. Aber warum hab ich gerade Amiga? Mit der Schule argumentiert. Mit der Schule argumentiert. Oder Atari ST oder so. Das ist voll gut für die Schule, hab ich gesagt. Und dann kann ich ... Worum gelogen natürlich? Ja, da gibt's auch Lernprogramme. Gab es auch. Hast nicht gelogen. Gab es wirklich? Du hast die nur nicht benutzt. Aber es gab sie, ja. Hm. Das hab ich doch meiner Mutter auch erzählt. Also ... Naja gut, aber schau doch mal. Es hat irgendwie auch was gebracht. Es hat uns auf eine Zukunft vorbereitet, von der man damals noch gar nicht wusste, dass irgendwann PCs so wichtig werden, ne? Und stell dir mal vor, wir hätten es nicht gehabt. Ja. Dann würde uns heute auf jeden Fall was fehlen. Aber Amiga war wirklich richtig geil. Das allercoolste war einfach das Kopieren immer. Du hast ein Spiel dir ausgeliehen. Und ich weiß noch, da gab's dieses X-Copy, dieses Kopierprogramm. Ja. Und da konntest du entweder normal kopieren, und dann gab's halt die krass kopiergeschützten Spiele, und da brauchtest du Nibbel-Kopie. Nicht Nibbel, sondern Nibbel, Knabber, Knabber-Kopie, ja? Okay. Und da hast du einfach nur ... Ich hab gedacht, ich wär voll der krasse Hacker. Hab gedacht, okay, da ist jetzt ein krasser Kopierschutz drin, jetzt muss ich eine andere Möglichkeit finden, das Ganze hier zu kopieren. Und da hab ich einfach meinen Nibbel-Kopie ... Klick, Nibbel-Kopie, und hab dann halt Copy gedrückt. Das war halt Pro-mäßig halt. Ja, ja. Aber es hat funktioniert. Du hast jedes Spiel damit kopiert. Ach, ey, das war einfach auch zu einfach. Es war zu einfach, Sachen zu kopieren. Deswegen hat's jeder gemacht. Heute wüsste ich gar nicht ... Heute musst du dir das irgendwo als Zip-File irgendwo runter und dann eine eigene Instanz machen, dass das irgendwie nicht online geht. Das ist ja alles nicht mehr machbar heutzutage. Und wie haben wir ja auch zu Recht gesagt, da gibt's alles heute schon. Krasser Hacker. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Don't copy that floppy. Ach, ja. Das hier hab ich immer gerne gemacht. Dann immer die Leute ausgebaut, aufgebaut, den Körperteil, den neuen Körperteil reingemacht. Dann hier diese Geschichte, ne? Ja, Mann. Das war immer toll. Ach, ich will mal eins zeigen. Das kennst du natürlich, aber ... You fell off the crown. Mann, was war das? Die Mucke allein. Natürlich. Aber es gab nur eine wirklich spannende Situation, und das war, wenn du als Ritter reingeschissen kamst, mit deinem Schwert so, ja? Und dann hast du im Hintergrund so die Schatten gesehen und die Musik war gruselig. Das war richtig geil. Äh, das war cool. Und es war aber auch ... Ich mein, du konntest ja auch so viel machen, ne? Du konntest die ... Ach, das ist aber ... Ach so. Ich dachte auch grade, hä? Ähm ... Ich mein, du konntest ja auch ... Also später zumindest in anderen Versionen konntest du auch die ... Durch Liebe und Heirat konntest du dir die quasi ... Die Gebiete eher gaunern, sag ich jetzt mal. Okay. Du konntest quasi aggressiv sein oder freundlich in späteren ... Das war das Allergeilste am Spiel. Der strategische Aspekt hat mich gar nicht gebockt. Das fand ich geil. Echt? Wenn du's hier reingeschafft hast ... Ja, das hast du nur Leertaste gemacht. Immer nur ... Na und? Aber wenn du jetzt reinkommst, dann siehst du nämlich dann so richtig geil die Burg von innen mit so einem Schatten im Hintergrund. Guck jetzt mal. Guck mal, Schatten! Ja, mega. Das war in den 80ern. Hammer, wirklich. Ich stimme voll zu. Man hat auch gesehen, wenn man die ... Krasse Flashback. Wenn man die Dame seines Herzens erreicht hat, dann hat man auch als Schattenrelief gesehen, wie sie sich umarmen und küssen. Manchmal wurde die eigene Frau ja auch entführt und so, und dann musste man die retten. Das ist geil. Also, es war immer dasselbe, aber immer mit einem anderen Story-Aufbau. Das ist geil. Lass doch mal ganz kurz laufen. Ja, das ist echt ... Gerne laufen. So, haben echt Bossfights ausgesehen damals. Richtig gut. Echt, ne? Das war wirklich ein Bossfights. You make it to the castle in a second. So, das Schloss gehört jetzt mir. Alles nur für ein wenig Gold. Kennst du Nithok? Kennst du North & South noch? Äh, ja, klar. Das ist ja eigentlich ... North & South ist ja eigentlich das. Nur anders, ne? Also, du hast halt diese Karte und dann hast du diese Mini-Kämpfe, wo du deinen Krieg führst. Genau. Mit Kanonen, mit Pferden und mit Fußsoldaten. Das war auch ... Oh, ey, hey, Geoffrey Longsworth. Den hab ich auch mal genommen. Ähm, North & South. Der sieht auch aus, find ich, wie einer. Ja, Mann, North & South war super. Ich hab das nur leider nie so ganz gerafft, weil man das ja auch zu zweit spielen kann an einem Rechner irgendwie. Und dann ist ja dieser Kampf auch, wo beide diese Armeen haben. Genau, das ist der Part, wo das Spiel läuft sozusagen, wo alles so ein bisschen zieht. Und dann waren hier die Kämpfe. Genau. Und das war immer schwer, weil du alles gleichzeitig steuern kannst. Die Pferde waren absolut immer gegen das Fußvolk. Die waren richtig geil. Genau, aber du musstest sie quasi ausrichten und dann losstecken. Du konntest mit der Space-Taste formatieren. Genau. Aber siehst du die ... Und du hast halt alles irgendwie gleichzeitig gesteuert. Das war schon verrückt. Das war ein geiles Spiel. Oh, was ich da geschrien hab beim Zocken. Ja, ich hab mir irgendwann vor zwei Jahren oder so hab ich mir davon mal so ein Remake gekauft. Das war dann aber anders und hat mich einfach nicht mehr so mitgenommen. Die versuchen dann oft ... Ah, von einem Remake? Ja, es gibt davon Remakes. Aber die versuchen dann oft zu viel. Also, das Simple ist ja auch das, ne? Irgendwie, dass es so simpel ist. Genau. So ein Handyspiel. Lass mich mal ganz kurz schauen, ob hier auch so ein Zugüberfall drauf ist. Ach so. Ah, die andere Maus, genau. Die Zugüberfälle waren auch extrem lustig immer. Ey, was in diesen kleinen Spielen schon immer drinsteckte. Heute wären das natürlich richtige Missionen und so, aber ... Ah, hier ist so eine Festungsübernahme. Ja, das kenn ich auch noch. Die waren auch geil. Oh, ja, Mann. Mega gut. Der Stiefel und die Uhr immer genau. Man musste vor der Uhr ankommen. Das läuft aber zu schnell, oder? Ja, ja. Das ist jetzt, glaub ich, auch irgendwie zu schnell, ja. Mega gut. Yeah! Sau gut. Ach, ja, Mann. Ja, und dann irgendwann ... Weißt du noch, wer mit dem Dino von der Demo-CD Mr. Dabolina gemacht haben? Moment, was haben wir gemacht? Mit der Demo-CD bei PlayStation. Da gab's doch die Demo-CD bei der Dino. Ja, und du konntest mit den Schultertasten auf den Maus bewegen. Haben wir doch Mr. Dabolina gemacht. Ich weiß doch, ja, ja. Haben wir ihn singen lassen. Oh, Mann, ja, ja. Dino ... Oh, Inusaurier. Inusaurier. Garantiert. PSX-Demo, ne, findet man immer so. Ja. Haben wir sogar vor kurzem ... Wir haben ja Jugendzimmer. Da spielen wir oft nur die ganzen alten Spiele. Tony Hawk und so. Äh, und da haben wir uns auch mal die Demo-Discs angeguckt. Mit dem Manta ... Demo 1, ne, mit dem Manta und mit dem T-Rex. Lass dir was. Wie geil das war. Mösser. Mösser, Darbeliner. Mösser, Darbeliner. Wir haben ja immer dementrecht natürlich gedrückt. Aber das war geil, ich weiß, wir haben viel Spaß dabei. Ach ja, was man ... Mit so was ... Wir haben uns damit mehr als nur Minuten beschäftigt. Das waren schon Stunden, die man teilweise da verbracht hat. Aber man muss auch sagen, die Demo-TDs, die haben immer so viele gute Games auch draufgehabt. Uh. Allein, dass das gab, die Möglichkeit, Demos zu spielen, das kannte man vielleicht vom PC Shareware ein bisschen. Aber das haben die gut gelöst. Weißt du noch, wie wir aus Halterix gespielt haben? Auch über dieses Link-Kabel. Das würden wir heute niemals mehr spielen. Im Leben nicht. Aber damals fanden wir es geil. Das war so was von Scheiße eigentlich, wenn man sich's mal überlegt. Aber was man eben damals, man hatte, man hatte ja nix und hat eben das, was man hatte, lange gespielt. Aber ich finde, mit Link-Kabel war das dann doch noch mal anders. Ich weiß noch, wie geflasht ich war, als ich zum ersten, guckt euch das mal an, bitte, das kannst du ja heute ja nicht mehr angucken. Ich weiß noch, wie geflasht ich war, als wir zum ersten Mal Doom gespielt haben und ich wirklich, ich glaub, es war sogar Final Doom für die Playstation, und ich wirklich, ich hab die Person gesehen. Verstehst du? Also, wir saßen zusammen, hatten beide Fernseher, beide Konsolen, und du hast im Spiel den anderen gesehen, der lief als Person rum. Das hat mich über, naja, also, dass man sich halt gesehen hat online. Ach so, meinst du? Wenn man gelingt hat, in einem Versus-Match, dass ich deinen Doom-Charakter gesehen hab, und dann auch springen war, oder so, nee, springen ging nicht bei Doom, aber dieses Lauf mal, das hat mich so weggeblasen, dass ich hab's nicht gerafft, obwohl es ja so simpel ist, ja, das Einfachste der Welt, ne, im Grunde die Definition von Online-Gaming. Aber ich hab lange gebraucht, um das zu akzeptieren, dass das jetzt so eine Realität ist, dass das möglich ist. Totaler Crap, das hast du halt gegeneinander gespielt. Ähm, aber das ist zugegebenermaßen dann jetzt auch keine gute Mission gewesen. So sah's eher aus. Ja, genau. Also, der klassische Panzer eigentlich, ne, klassische Panzerspiele. Gott, was ich für dreckige, dumme Spiele. Ich hatte auch Shell-Shock, weißt du noch, mit diesem Hip-Hop-Panzer, Das waren Hip-Hopper in einem Panzer. Ah, das war doch auch so ein bisschen Anime-Scheiß, oder nicht? Ah, weiß nicht. Doch, doch, ich glaub schon. Nee, Ghost in the Shell, das ist eher ... Genau, du verwechselst es wirklich mit was Besserem. Was ich mein, ist Hip-Hop und Panzer. Oh, ich hab eine Sache, die wir uns gleich noch angucken. Oh, da wirst du nicht ... Aber ich möchte das dir nicht vorher sagen. Ey! Ist da einen zu weit? Okay, so, noch mal. Also, der Deal war irgendwie, dass die halt Rap gemacht haben, aber eben auch in diesem Panzer, in dieser Endzeit rumgefahren sind. Das kann mir keiner erklären, wer sich das ausgedacht hat. Panzer waren eh damals einfach irgendwie ... Also, das Ding. Weil sie es wahrscheinlich gut rendern konnten. Oh mein Gott. Die haben's drauf, Alter. Guck dir das an. Das ist so Klischee. Das sind auch alle schwarzgleich, ne? Kein Weißer dabei. Ja, gut, ey, das war damals die Zeit, ne? Also, da hat man sich um sowas noch gar keine Sorgen gemacht. Aber ... Ich mein, die Mixtur ist halt so strange. Ich verbinde Hip-Hop und Krieg halt überhaupt nicht miteinander. Ja, muss man nicht weitergucken, ne? Aber irgendwann müssen wir ... Das ist das Spiel dann gewesen. Was heißt bei den Rap-Mann-Suchen? Und das ist die ... Das kann ich dir ja, wie gesagt, nicht ... Die haben halt ... Das waren halt die, die den Panzer gefahren haben. Äh ... Oh, lustig. Und dann Werbung für die heutige ... Version. Das ist krass. Können wir kurz mal reinschalten. Ist zwar Werbung, aber so sieht's heute aus. Das ist schon verrückt, wenn man das im Direktvergleich sieht. Oder kann man jetzt nicht reinschalten, weil's Werbung ist. Und vor allem, das ist auch ein Free-to-Play-Spiel, ne? Ja, ist doch egal. Komm, schalten wir kurz rein. Nee, aber guck mal, sogar Free-to-Play-Spiele sehen geil aus. Ach so, ja. Das ist krass, ne, in der heutigen ... Naja. Okay, scheinbar dürfen wir's nicht. So. Das ist noch die hoch aufgelöste ... Äh ... Da gab's doch diese Emulatoren-Software für PC, wo das dann einfach bessere Texturen hat. Das ist noch in dem. Bing oder so. Oder singen oder irgendeinem komischen Namen. Krass, ne, das ist für ein Schrott. Hat man gespielt. Wir hatten ja nix. Aber dafür lief Hip-Hop. Und wenn man so unten guckt, ist immer dasselbe. Aber jetzt, wo ich das höre, diese Musik, kommt mir aber auch bekannt vor. Ich glaub, ich hab das auch irgendwann mal gespielt. Also, ich hab's ja gespielt bei mir. Dadurch wirst du's zwangsweise mal gehört haben. Aber ist jetzt auch keins der Titel, die ich in guter Erinnerung hab, ne? Okay, jetzt haben wir alle abgehakt. Kann ich gar nicht glauben. Wir haben richtig alles abgehakt. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden wollen? Warte mal, irgendein Spiel, mein ich jetzt. Bevor wir damit aufhören. Ein, zwei Leute haben Sachen genannt, die ich auch gerne ... Spielt mal lieber G-Police. Was war denn G-Police? G-Police kennst du, Alter. Ich kenn den Namen, aber ich hab kein Bild vom Kopf, wie das ... G-Police. Poolies. G-Poolies. Das war dieses Endzeit-Helikopter-Ding. Ach ja. Es hatte ein geiles Intro, es war sehr schwer zu steuern und es war sehr neon, sag ich mal. Ah, du hast doch früher auch immer dieses Forsaken gespielt wie verrückt. Kannst du dich erinnern? Das war auch mit so einem Raumschiff in so Gewölbe durchfliegen und so. Ja, ja. G-Police. Aber das war geil. Guck mal, das war damals, das war schon ... Wo man beeindruckend war, das war sehr beeindruckend, weil es sah wirklich gut aus, damals die Qualität der Render-Sequenzen allein. Du hast hier so ein paar Polizeisequenzen, die einfach, ja gut, das ist natürlich jetzt nicht so da so ... Mach mal das Game, diese Videokram. Ja, ich guck's dir was trotzdem gerne an. Nur diese eine Szene, die mich immer mega geflasht hat. Hier. Das ist Harrison Ford übrigens. Bei der G-Police werden keine Fragen gestellt. Du musst nur wollen, ich kenn's auf jeden Fall. Schon bist du dabei. Und dann gehst du ins Spiel und es sieht halt einfach so aus. Ja, geil. Es ist halt einfach ... Und das hast du die meiste Zeit gesehen. Schwarz, ein Horizont von zehn Metern. Kannst du dich noch an Tunnel B erinnern oder B-Tunnel? Oh ja, Tunnel B1. Das ist ein richtiger Müll. Ich muss ja wirklich was kotzen, wenn ich daran bedenke. Für was wir damals Geld ausgegeben haben, ne? Unglaublich. Das macht mich wütend. Das hatte ich sogar nur als Kopie. Tunnel B1. Ich hab aber für die Kopie auch irgendwie zehn Mark oder so bezahlt. Und selbst das war zu viel Geld. A Longplay, als ob sich das jemand angucken würde. Komplett. So, guckt euch das mal an. Es ist einfach nur ... Ich mein, es hatte schöne Lichteffekte, so. Das war alles. Ja, das Spiel war Crap. Ja, das Spiel war auch die Perspektive. Guck mal. Also, du siehst ja nichts vom ... Du guckst ja völlig falsch irgendwie. Ja, das ist Schrott. Ja, Tunnel B1. Gott. Und ich weiß bis heute nicht, was das eigentlich für eine Art Spiel sein sollte. Er hat irgendwie rumgefahren. Du hast immer nur in den Himmel geguckt. Naja, Tunnel B1. Krass. Okay. So, warte mal ganz kurz. Wir haben noch eine Stunde ungefähr. Das heißt, wir können jetzt noch mal was Richtiges machen. Irgendwas Sinnvolles richtig machen. Nochmal gucken. Hier übrigens der Kopf, ne. Der ist, mein Gott, der ist nicht wirklich gut geworden bisher. Aber ich finde, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ist denn meine Nase auch in der Mitte? Ja, es passt ungefähr. Was man machen muss, ist, finde ich, die Ohren irgendwie noch mal überarbeiten. Die werde ich ein bisschen abschnitzen. Aber ich brauche irgendwas, sag ich mal, wo man sich dran festhalten kann. Und ich muss noch ... Ach, ich muss hier noch die Augen rausschneiden und so. Naja. Wir haben übrigens hier immer noch Another World. Aber das mache ich jetzt auch mal aus, oder? Oder willst du noch mal was sehen? Noch ein bisschen weiter zurück, wenn du magst. Ich kann noch mal ein ... Also, bis ich sterbe. Wir fahren kurz noch ... Das ist gut. Ich kenne es ja auswendig. Aber ich werde es sicher nicht schaffen, nicht zu sterben. Geht hier immer sehr schnell. Ach, ich glaube, hier ist schon die erste Möglichkeit. Tod. War das Absicht, oder was? Nein, ich wollte ... Komm, einen gebe ich noch. Ich wollte ballern, aber ich habe die ... Ah, das ist A. Okay. Oh, nee. Hier muss ich nämlich gleich hin. Ich muss vorher den Strom unten aus machen. Und das geht eben nur hier. Cool. Bam. Mega gut. Oder? Richtig gut. Und jetzt ... Man müsste natürlich sterben, um das herauszukriegen. Jetzt passiert hier halt irgendwas. Ich weiß gerade nicht was. Wenn ich jetzt den Alarm ... Genau, ich löse jetzt Alarm aus. Und dann fängt er irgendwie an. Ups. Hat gerade abgestützt. Ja. Okay, cool. Das ist mein Techniker. Das war ein Omen. Normalerweise hätte ich jetzt dann eben schneller entkommen können, weil ich habe seine Tür quasi blockiert und so. Geiles Spiel. Immer noch. Das ist echt verrückt. Heute stützt alles ab. Ähm ... So, wollen wir sagen, ich gebe dir jetzt mal die Freiheit, hier irgendwie etwas auszusuchen. Du darfst in der Wahl der neuen Spiele ... Ja, für mich ist natürlich immer Multiplayer-Spiele, ja. Oh, okay, dann pass auf, weil du gerade ... Das ist super. Das ist super. Kennst du den Talk? Du hast eben ja gerade ... Ich glaube, ich muss kurz installieren. Nee, da läuft's. Du hast ja gerade eben gesagt, dass dir das Kämpfen bei ... Hier, Defend of the Crown so gefallen hat. Das ist nichts anderes als das. Okay, cool. Aber Versus auch. Ah, doch, das kenne ich. Oh, mein Gott, das haben wir beim Trant gespielt mal, glaube ich. So, ich mach dir mal den anderen Stecker an. Oh, jetzt weiß ich aber nicht. Du weißt nicht, ob du es gut findest? Jetzt, äh, Regie, ich habe mal eine Frage. Ist das mit so nackten ... Ah, ich ziehe den Stecker einfach raus. Ist das mit so nackten, muskulösen Typen? Nee, ich glaube, du meinst was anderes. Ich glaube, du meinst einen anderen ... Moment, ich brauche mal gerade ein Kabel hier noch, was hier unten irgendwo liegt. Da. Okay. Kannst ja schon mal gucken, wie's läuft. Äh, doch, das haben wir schon mal gespielt. Hab ich dich da richtig alle gemacht? Wahrscheinlich schon. Cool. So. Du kannst den hier haben und mir den geben. Und dann müsste es hoffentlich klappen, wenn ich jetzt einfach nur Start drücke. Start drücken. Machen wir auf Multiplayer. Und, äh, offline. Offline Versus, ja. Genau. Ja, egal. Ist egal. Wir haben auch mal so eins gespielt, wo man so ein Rennen ... Wo man muss irgendwie zu viert. Okay, ja, ich bin recht. So ein Parkour entlangrennen. Äh, oh, ja, du meinst Speedrunners. Speedrunners, genau. Warte mal, nimm du mal den hier. Und ich nehm den. So, darf ich mal ganz kurz mal ausmachen. Ja! So. Also, du hast halt drei Stufen, ne? Zum Stechen. Hä? So, das. Und, Achtung, du kannst auch werfen. Wenn du nach oben ... Du kannst, ist nicht schlimm, wenn du jetzt stirbst. Du kommst direkt wieder. Und ich muss quasi nach rechts laufen. Genau, und du machst es auch mal. Und du musst nach links laufen. Immer, wenn dieser Pfeil erscheint, weißt du, okay, jetzt muss ich ... Ich hab kein Ding mehr, kein Schwert mehr. Genau. Ah, okay. Warte mal, und was ist das dritte? Ich kann werfen gerade vor mich und was ... Werfen, du hast diese drei Höhen. Ja, aber was ist die dritte Höhe? Äh, Moment. Oben, Mitte, unten. So, das sind die drei. Also, wenn du jetzt unten ... Ja, aber das hier, oder was? Ach so, nee, das ist treten. Ja, aber ich kann ... Was denn? Guck mal. Ich zeig dir's gern. So, 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 werfen. Ach so, jetzt verstehe ich. Man muss einfach nur tippen, so. Genau. Achtung, hätte ich vielleicht ein bisschen ... Ja. Und du kannst eben auch springen und treten. Du kannst auch das hier, so, rollen. Und dann nach unten einfach nur drücken. So, ne? Boah, ich glaub, das ... Nee, nee, glaub mir. Du kommst sehr schnell rein. Ach, siehste? Und schon hast du mich. Ist das immer One-Hit, oder was? Ja, du. Also, wer trifft, der trifft. Naja, wenn wir auf derselben Höhe sind, dann ist es parieren sozusagen. Auf der Höhe ist es eben, ne, siehste, parieren. Maha. Ey! Ja, okay, gut, jetzt musst du nach links rennen. Dein Ziel ist nur nach links kommen. Und ich muss es verhindern. In dem Fall hab ich es verhindert. Ach! Das kann doch nicht. Shit, shit! Warum hab ich denn kein Schwert mehr jetzt? Äh, das hast du dich nicht weggeworfen? Scheiße! Das kann nicht schön ernst sein. Okay, komm her, Junge. Was ist denn das Weiße hier? Kann ich das aufheben? Nee, ist noch ... Oh, wie dumm. Ich warte auf dich. Jetzt hast du ja auch wieder ein Schwert. Ich warte weiter auf dich, ne? Kein Problem. Nee, spiel richtig. Ja, ich spiel richtig. Ich will nicht, dass du mich gewinnen lässt. Glaubst du, wie lange kennen wir uns? Glaubst du, im Ernst, ich würd ich gewinnen lassen? Wahrscheinlich nicht. So. Ich will dir nur ne faire Chance geben. Hier reiß ich dir grad mal dein Herz raus. Ja, wo bin ich? Haha, ja, und jetzt? Jetzt spring ich über dich. Wichtig, ah, Entschuldigung. Kim, ich will dir bitte nicht einen Tipp geben. Solltest du hinter mir herrennen und mich nicht einholen können, weil wir gleich schnell sind. Lauf einfach aus dem Bild raus. Weil dann tauchst du vor mir wieder auf. Wenn ich jetzt ... Okay. Egal, einfach aus dem Bild raus und dann tauchst du quasi da wieder auf, wo ich hin will. Shit! Oh, schön vermöbelt. Das ist nicht dein Ernst. Ah. Zupf! Ah, jetzt steckt mein ... Okay. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen Luft machen. Das Spielprinzip hab ich jetzt auf jeden Fall verstanden, ja. Also, nächste Runde hast du ein Problem. Ja, es ist ja immer erst die nächste Runde. Es gibt keinen ... Also, wir starten immer wieder. Es wird ja irgendwann nur einen Sieger geben, oder nicht? Das stimmt, aber wir sind ja immer noch in der Mitte, wie du merkst. Also, es ist kein wirklicher ... Oh! Nachteil. Mies. Ah, du machst instinktiv schon genau das Richtige, du Penner. Ja, das ist wirklich genau das, was man da machen muss. Ach, ja, komm. Ah! Nein, ich Idiot! Ich kann ja wirklich gar nichts. Spielst du eigentlich digital oder analog? Auch analog, ne? Okay. Wieso meinst du, man hat einen Vorteil mit digital? Warte mal kurz. Ah! Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, digital. Oh, ich muss ja. Nee. Was denn? Ich bin dran. Du kannst nicht losrennen, weil ich rennen muss. Tja. Ja, du renn dich nach da. Ja, es ist in dem Fall auch das Einzige. Oh! Das sind gute Stellen, wo du eben jemanden durch die Tür immer so ... Aber das war schon gut. Das war echt schon gut von dir. Aber wie lange ist denn der Weg zum Ziel? Das sind so drei Level. Drei Bildschirme sozusagen. Das kann sehr schnell gehen. Oh! Schön auf die Fresse gehauen. Das ist aufheben, ja. Ich hab nur ... Ah! Scheiße! Ah! Ich hab kein Schwert gehabt. Okay. So. Oh! Wie fies! In den Rücken. Shit! 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 Wie? Oh, Mann. Ja! Hast du gesehen? Hammer! Hast du gewonnen? Nee, ist der letzte. Warte auf dich noch. Ich bin fair. Oh, shit! Komm rein! Komm rein! Komm jetzt! Da musst du vorsichtig sein. Der erste Stich ist immer der ... Oh, Mann. Jetzt musst du rennen, ja. Ja, jetzt hab ich aber kein Schwert. Das ist schon unfair. Ja, du kannst halt diesen Sprungkick machen. Ich bin der Gelbe. Ich bin dran. Siehst du immer an den Pfeilen, wer quasi den Vorteil hat. Du musst mich erst einmal killen, dann kannst du rennen. Shit, shit! Ja! Du kannst theoretisch springen und dann eben diesen Kick machen oder eben durchrollen. Einfach so. Ah! Das ist echt schon nervenaufreibendes Scheiß. Shit! Ich wollt rollen! Hey! Oh, wie gemein! Ach, gut. Okay, so, jetzt mach ich den Sack zu. Ah, komm schon! Ja! Geil! Toll, direkt in deine Scheißlinge reingestellt. Das ist der Klassiker. Das macht man immer. Man muss ... Okay. Ja. Nein! Ja, komm schon! Ich wusste, dass du springst. Ich wusste es einfach. Das war's. Roll! Ey, im Ernst, ich kenne das Spiel. Du hast dich sehr gut geschlagen. Noch eine Runde. Wir machen gerne noch eine Runde. Wir machen jetzt mal eine Runde. Mal einen anderen Level vielleicht. Hä? Erst muss einer den anderen, dann geht's los. Wer auch immer von uns den anderen killt, darf losrennen. Ah! Das ist so gut. Komm her! Oh, das war ... Das wusste ich auch nicht, dass das so ... Ach, war klar. Voll reingesprungen. Na, wie lange überlebst denn du hier? Ja, du trittst mich ja nur. Du musst mich finishen. Hast du ja in dem Fall gemacht. Komm wieder her! Habe ich kein Schwert jetzt, oder was? Wie dumm. Ah, nee! Der müsste doch eigentlich oben abprallen. Denk mal ruhig dran, dass du auch so rollen kannst. Da rechnet man auch nicht immer mit. Ja, also ... Natürlich nicht, dass ... Bleibst du hier! Nein, nein! Genau rein! Kann ich das Scherb wieder aufheben? Ja, kann ich. Oh, nee! Das ist doch nicht ... Du Schwein! Stirb! Ja! Nein! Oh Gott, war das knapp. Ja, wie komm ich denn jetzt? Ah, oh shit! Ja, wo lang? Komm! Nein! Ah, das war ... Das war ein Fehler, ja, aber ... Ey, nein! Gut. Ich dachte, ich kann's irgendwie ... Nicht schlecht. Gut, daran wieder zu denken, ja. Na, da haben wir angefangen hier, ne? Ich glaube, ja. Krass, warst du schon so weit? Du bist auf mein Schwert gesprungen. Shit, 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 shit. Nicht, 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 nicht. Oha! Ah, knapp, ne? Wolltest du Schwert haben? Was, ein Aim? Ne, ich wollte diesen Tritt nach unten machen. Wie blöd. Ja, aber das ist schon ... Ey, du bist echt schon auch sehr gut geworden, sehr schnell. Jetzt muss es enden. Rollen! Ach, komm schon! Gut, 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 gut. Oh nein, ich hab jetzt mein Ding weggeworfen, ey. Ja! Wer hat gewonnen? Oh. Ja! Danke, danke, dass du mich gewinnen lässt. Und hier bei Catch-Mor-Time gewinnt nur einer der Wurm am Ende. Am Ende gewinnt immer der Wurm. Ei, 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 ei. Ist ganz geil, oder? Das Spiel. Es ist sehr geil, aber es ist auch nervenaufreibend. Ja, aber jetzt haben wir's mal gemacht, wir haben's mal gespielt. Ja, du hast gewonnen und ... Und du hast den Wurms gewonnen. Ja, genau. Wir bräuchten eigentlich noch ein drittes Spiel. Die Regie kann ja gern mal ein drittes Spiel ... Äh, die Regie, der Chat kann ja gern mal ein drittes Spiel reinwerfen, was man jetzt noch, um das Final zu entscheiden ... Ach ja. Wie hieß denn dieses eine Spiel, wo so vier kleine, fette Figuren ... Man ist zu viert rumgerannt und man musste so mit Pfeil und Bogen aufeinanderschießen. Das haben wir auch zu viert gespielt, Ma. Towerfall Ascension, oder? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ich glaube, das war's. Ja, Towerfall Ascension. Die haben ja mal so komischen Namen. Na nun, was ist denn los mit der Tastatur? Ach ja, ich hab die Tastatur ja ausgenommen. Äh, muss ich wieder reinmachen. So. Zupf. Und Steck. So, ähm, was hast du grad ... Wie hieß noch mal? Was hab ich gesagt? Wie hieß das Spiel? Ich hab's grad schon wieder vergessen. Powerfall. Äh, Towerfall, ja. Nicht Power, Tower. Genau, Towerfall. Ah, Towerfall, Aberbond. Ich hab's aber hier irgendwo. Hab ich's nicht. Dachte ich jetzt. Wo ist denn eigentlich hier die Listenansicht? Ja. Und hier hab ich kein Towerfall. Das kann ich mir irgendwie nicht schwer. Okay. Schade. Ja, wahrscheinlich hab ich das auf einem anderen Account. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Aber ist nicht schlimm, weil es wäre wieder ein Spiel, wo du bevorteiligt bist. Ja, das such ich ja. Genauso. Nee, 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 wir brauchen ein Spiel, das wir beide entweder nicht können oder ... Ja, wir haben leider kein Micro Machines V3 hier. Das können wir in anderem machen. Können wir schöne Micro Machines Mega-Action machen. Aber jetzt gerade, was sagen denn ... Was sagen die Leute im Chat? Was gibt's denn vielleicht noch? Äh, na, so richtig ... Oh, Moment. Wir könnten Gangbeast spielen. Ja, okay. Ja, ist doch gut. Das können wir beide? Und das hast du mit Sicherheit drauf. Äh, ja, aber ich hab's nicht installiert. Aber ich hab's auf jeden Fall, ja. Wo ist das denn da? Gangbeast. Das wird ja sehr schnell installiert zum Glück. Krass, wie schnell das geht heutzutage. Okay, dauert ein Minute und 20 Sekunden. Hast du so viel Zeit? Grad noch, ja. Grad noch. Äh, ja. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Mehr als ich gedacht hab. Ich hab vorhin gesagt bis sechs, aber wir haben noch bis sieben sogar Zeit. Äh, ich weiß nicht, was wir heute alles noch machen. Ich hab keinen Plan. Ähm, aber ich hab noch so viele Spiele. Ich hab wirklich ... Eigentlich durch dich bin ich jetzt zu vielem gekommen, aber nicht annähernd zu dem, was ich eigentlich geplant hatte. Was aber schön ist. Was hast du denn geplant? Naja, ich hab wie in Liste ... Ich wollt ja die ganze Zeit Renegade dir zeigen oder auch selbst spielen. Äh, wir haben ganz viele Sachen. Blast Film ist ... Aber stoppen das auch, Leute, oder gibt's das einfach nur? Ähm, also ich hoffe, dass ich's heute schaffe, den Leuten ein bisschen zu begeistern. Also um sechs oder so fang ich dann noch mal an, das eine Stunde zu spielen. Ja, weil das war wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel damals. Es ist halt um ein und umsonst. Das find ich immer ganz reizvoll. Du kannst auf jeden Fall mal ein paar Stunden mitspielen. Alles, was dieses Spiel jetzt noch braucht, ist Leute wie mich, die darüber reden. Und eben Leute, die auf den Server gehen und mitspielen. Genau. Und dann ist das geil. Weil ich mein, dieser Krieg, diese Miniaturarmeen aus Command & Conquer aufeinander zu hetzen und das aus der Third Person zu erleben, ist einfach irgendwie ... Das ist extrem cool. Ist einfach toll. So, Gangbeast funktioniert. Ich stecke wieder um. Was hält dein Kumpel vom aktuellen C&C-Spiel? Welches ist denn das aktuelle Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es grad auch nicht. Ich weiß grad auch nicht, welches gemeint ist. Aber ich weiß, dass in Command & Conquer für Mobile oder so erschienen ist. Also ein relativ, sag ich mal, unwichtiges Command & Conquer. Zumindest meine Fähigkeit. Ja, meint ihr das Handy-Game, ne? So was. Ja, ja. Okay. Command & Conquer auf dem Handy. Verrückt, oder? Es ist eigentlich, früher hätte ich mir das gewünscht. Aber es ist schon auch irgendwie nicht mehr dasselbe. Dadurch, man kriegt was, man kriegt auch was genommen. Jetzt hab ich einfach irgendwie eine Figur. Ja, aber das ist doch okay. Ich hab mal die Möglichkeit, die ein bisschen zu customisen. Aber ist okay, ist okay. Also, hätte man echt schon machen sollen. Warte mal ganz kurz mal. Enjoy, beef ist eigentlich schön. Ist das hoffentlich wie beim PlayStation-Controller, die Steuerung, oder? Du hast ja nur die beiden Arme, ne? Und dann? Okay. Nee, das hebt man mal. Heben ist dann, glaube ich ... Heben ist, glaube ich, Dreieck und Viereck auf der Playse. Nee, nee, mit R1 musste man heben, genau. Nee, hier ist das Dreieck. Guck mal, hier. Aber es ist nicht nur Dreieck, oder? Also, du musst L1, R1 und Dreieck, um jemanden zu heben. So, genau. Und wie war der Headbutt? Der war Kreis. Ach ja, den Headbutt. Ach! Du Spacko! Wir wollten nur die Werbetafel anbringen. Okay, jetzt, das zählt noch nicht so richtig. Diese Spiele, ich könnte sie endlos spielen. Es ist immer wieder toll. Und so was hätte uns früher gefehlt, finde ich. Ja. Ich meine, ich finde, ich weiß so was heute mehr zu schätzen, weil ich damals mit so viel Crap auch irgendwie arbeiten musste, sozusagen. Nein, 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 das geht überhaupt nicht. Ich kann nämlich hüpfen. Shit. Oh Gott. Alter! Hey, du hängst noch. Du kommst da eh nicht mehr hoch. Das, ich werd immer... Ah! Siehste? Ey, selber, das muss doch wie beim Ropen oder so, Worms, muss doch eine Möglichkeit geben, dass man wieder hochkommt. Du kannst hochklettern, aber es ist wahnsinnig schwer. Also, ich kann es selbst auch nicht, aber ich kenne auch Leute, die an der Wand einfach hochklettern können. Das geht da auch, aber... Ey, wenn ich das könnte, ey, ich wär der absolute King, weil die alle auch nur die absolut rudimentärsten, äh, einfachsten Sachen können. Wie viele Siege hast du da eingestellt? Hä? Wir haben, glaube ich, nur einmal, ja. Ich glaube, wir haben irgendwas hier. Ja, cool, dann hab ich ja gewonnen. Nee, Gruppe nicht verlassen. Hä? Oder doch. Wir verlassen die Gruppe und stellen mal die Kostüme ein. Oder? Genau. Bist du das jetzt oder ich? Das... Das bin ich. Ja, okay. Dann einreichen, ja. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt... Die Übersetzung ist so... Ja, furchtlich schlecht. Farbe ist L und genau, jetzt kannst du so ein bisschen... So, ich weiß auch schon, ich weiß schon, wie ich aussehen will. Nee, das Gelaber ist mir egal. Moment, wo ist denn hier die Oberteile? Ich mach's mal mit dem Steuerkreuz. Da gibt's so einen coolen Anzug mit so einem Herzchen. Auf der Pläse zumindest. Da ist er noch, hier. Da. Den nehm ich. Boah. Ja, klar, ich mein, warum nicht? Okay. Warte. Ist es wirklich so wichtig, welche Kopfbedeckung du hast? Ehrlich gesagt schon, hier. Bisschen trumpig, die nehm ich. Ja, das ist auf jeden Fall im Trend. Okay, ähm... Zurücksetzen... Jetzt muss ich mich anwenden. Wo ist denn anwenden? Wo ist denn anwenden? Ja. Nice. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich dran. Ähm... Das sieht so dumm aus. Hammer. Okay, gefällt mir. Okay, das ist es. Wie blöd. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch neu... Lokal und dann... Hä? Sind das jetzt nicht die... Warum sieht der denn jetzt anders aus? Okay, kurz noch mal. Kurz noch mal gucken, was ich hier falsch gemacht hab. Da. Hast du alles, ne? Einreichen. Okay, scheint ja alles soweit zu gehen. Und dann auf Lokal. Und jetzt ist da ein anderer. Egal, bist du das vielleicht? Nee. Naja. Nee. Mach mal Gewind auf 8, bitte. Reinkommen musst du vor allem. Gewind auf 8. Ja, ich bin das. Das ist doch mein Dings. Du hast nur deinen nicht. Ja, aber ist dann auch egal. Die U-Bahn-Station ist geil. Die ist so lustig. Und LKWs. Aber die hatten wir... Oh, nee, ich wollte ja hier random nehmen. Nee, wir machen jetzt nicht alles... Ich will eigentlich random. Zufällig. Ja, ja. Okay, kurz mal schauen, ich bin der Hausmeister. Okay, ja. Du machst das mir aber ganz schön leicht, Simon. Ey, fuck. Na, aber jetzt musst du auch erst mal... Warte mal, man kann... Ja, siehst du? Man kann... Man kann nämlich... Du Mann schon, du aber nicht. Ich wollte halt... Sicher sein. Das fehlt alles noch nicht. So. Wahrsinn, die Frau von Simons Kumpel immer noch nebenan. Leider ja. Tut sie. Aber sie ist okay damit. Wir fragen in jeder Pause nach und sie liest Bücher und guckt Serien. Das ist okay. Ihr seht euch ja jeden Tag. Genau. Komm her. Und rein. Hab direkt Angst bekommen, ne? Ja, das geht wahrscheinlich noch gar nicht so. Ich muss mich erst umhauen. Wenn ich jetzt einen Playstation-Controller hätte, wäre ich viel souveräner. Ja, aber so klappt das nicht so ganz. Ja. Ja, und jetzt? Das ist okay. Das geht nicht. Das ist wie beim Wrestling, wo man einfach nicht genug Power... Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin eingesaugt. Nein! Ja! Nein! Das ist langsam und qualvoll. Oh, Mann! Das hat aber lang gedauert, bis du da drin warst. Wie hebst du nur noch mal an? L und R und dann Y. Das funktioniert immer. Aber wenn ich dich anhebe und du springst und wackelst, dann kann ich dich nicht wirklich anheben. Weil ich hab's eben nicht ganz gecheckt, warum man nicht dich hochgehoben hat. Naja, wir heben uns ja quasi gegenseitig hoch und ich glaub, es ist nur, wer am meisten drückt. Nanu? Oh! Oh! Game Geast has encountered a critical error. Ja, ich hab mir heute irgendwie meinen Rechner zerschossen, leider. Irgendwas hab ich da kaputt gemacht. Der Rechner kann nix dafür. Ich war das. Ich glaube, das ist ein Omen. Es soll keinen Sieger geben. Doch, doch, doch. Ja, ja, doch, doch, doch. Nochmal. Das kann's jetzt nicht gewesen sein. Lassen Sie es weiter rocken. Genießen Sie Spotify beim Spielen. Warum wird mir so eine Einblendung gezeigt? Hört doch auf. Nie gewollt. Auf mich sind die Kostüme noch am Start. Ja, cool. Das ist jetzt aber A. Okay, das bin ich. Ja, geil, jetzt passt doch alles. Wo bin ich? Ich muss A drücken, ne? Moment, jetzt hab ich hier Modus. Zufällig noch, ne? Gang? Zufällig? Nee. Das war Gang, ne? Nee, nee, nee. Gang nicht. Modus? Nee, der Modus mein ich. Hier, Einzelkampf oder Nahkampf, Nahkampf. Ah, okay. Ja, danke. Gut, dann, du bist ready. Let's roll. Fangen wir wieder hier an. Ich laufe ein bisschen nach unten. Um uns ... Ah, nee. Nein, hör doch auf. Das ist zwar so klar, dass du mich ... Nein! Es ist nur ein kleiner LKW. Da ist Platz für uns beide. Ja, nee, das glaub ich nicht. Jetzt aber, da, weggeworfen. Ja, 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 ja. Nee, 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 aber pass mal auf, ich komm ... Hier, komm. Ich wollt ... Ah, ja, okay. Wo bin ich denn da? Wie bist du denn da jetzt reingekommen? Willst du mich verarschen und nicht hängt er dran? Okay, dann kann ich da nicht auch dranspringen irgendwie? Ah, egal. Ja, super. Und jetzt? Ja. Ich komm bestimmt nicht hoch. Ah, okay. Versuch mal. Ja, versuch mal. Ah, komm. Aber du kannst schon mich wenigstens ... Ah! Du wolltest zu viel. Weil du unfair warst. Völlig verdient. Ich wollte dich schön beim Sterben zusehen. Einfach gemütlich. Unfassbar. Nein. Kann ich mich da nicht einfach festhalten? Ja, versuch's doch. Ich lass los. Ah. Schön Augenheadbutt. Ey! Hast du das gesehen? Wie hat sich noch so cool angehangert? So, eingelagert. Ich hab sogar in der Errungenschaft freigeschaltet. Die waren sehr cool, sagt das Spiel. Ich mach dir sogar ein bisschen die Tür auf. Dann kannst du reinkommen. Wie ich dich da unten jetzt hier ... Du willst die Seile leer machen? Was? Nein! Warte mal. Okay. Du, hör auf. Du wirst auch sterben. Nee. Das ... Das läuft doch nicht. Nein! Wo bin ich denn jetzt? Da! Ah! Okay. Ich mach gar nichts. Wie kann ich ... Wie kann ich ... Super. Kann ich irgendwie ... Kann ich hier Schwung holen oder so? Kann ich dich irgendwie ... Oh Mann, das geht sowieso schief. Ja, klar. Oh, das war aber ... Ärgerlich. Ich wollte mich da draufstellen und wollte die beiden Stahlseile durchziehen. Ich muss zugeben, das war eine verdammt hinterhältige Idee. Und du wärst richtig geil runtergefallen. Hätte gut funktioniert. Ah! Das Chat heißt Gangbeasts und ich kann's euch ... Das Spiel heißt Gangbeasts, wird im Chat gefragt. Ich kann's euch sehr empfehlen. Auf jeden Fall. Wobei man auf PlayStation wahnsinnig oft Probleme hat mit der Internetverbindung. Echt? Da brechen die Spiele oft ab. Okay, das ist scheiße. Das willst du nicht. Gerade bei so einem Spiel eigentlich. Nee, nee. Oh, oh, da geht das. Das geht ja weg. Oh, oh, jetzt hab ich betont. Nein, 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 nein. Nein, halt dich fest. Halt dich fest. Kämpfe um dein Leben. Nein. Ich war's hoch. Du kommst hoch. Ich war's hoch. Ich hab's hoch. Ich hab's gefeiert. Mann. Das ist immer das Problem. Zu viel Freien. So. Ich bin viel zu schwach gerade. Ich komm einfach nicht rein. Äh. Ah. Wie warst du so viel Power? Jetzt, jetzt, jetzt wirst du hochgehoben. Scheiße. Das geht doch einfach. Ah. Okay. Huh. Wie, ich kann mich an einem Mal durch da fest? Na, kannst du gerne kommen. Komm doch. Du willst es doch auch. Das Geländer. Das Geländer. Du willst es doch auch. Komm. Ich headbatte dich jetzt da rein. Das glaub ich aber nicht. Oh Gott. Nein. Oh. Jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn. Hast du nicht. Am Rücken. Nein. Doch, doch, doch. Nein. Das blöden Sauerstoffgerät. Das kann nicht sein. Komm her. Da. Da wollte ich dich haben. Genau auf dem Fließband. Einer von uns muss rein. Nein. Das geht nicht. Ich bin down. Ja. Ja, ja. Ich bin down. Ja, ja. Gut, gut, gut. Headbutt. Ah, okay. Hä? Wofür kann man denn die Kisten hier? Kann ich dich wenigstens? Nee. Nicht so wirklich. Ich dachte, ich könnte dich schön abwerfen jetzt. Okay, jetzt. Mit dem Rohr. Das ist echt schwer. Du bist gar nicht so schlecht. Was soll denn das heißen? Du bist gar nicht so schlecht. Also, ich meine damit, dass du das besser kannst, als ich es erwartet habe, weil du ja nur das so ein bisschen kennst, scheinbar. Dachte ich. Du hast das so erwähnt, dachte ich, ja, okay. Aber ich habe das schon häufig gespielt. Wir haben das noch mal oben gespielt. Ja, wir haben es auch schon. Ganz viele. Mit ganz vielen haben wir es oben gespielt. Da waren wir noch irgendwie zehn Leute und haben die ganze Zeit einen Controller hinterher gereicht. Weißt du, war das hier? Ah! War das hier oder war das in der Heimat? Nee, drum mit Leuten. Also, es war hier. Ja, ja. Ah, das ist aber schon lange her, oder? Ein paar Jahre? Ja, so zwei, drei Jahre ist es her. Ja, okay. Jetzt musst du ja langsam gewinnen aufholen. Das kann doch gar nicht sein. Ja, weil es keine PS4 ist. Ich will dir nur die Ausreden schon mal so zurechtlegen, dass du sie hast. Weil du sie brauchst, so ein Regal voller Ausreden. Oh nein! Ah, der Ring ist immer schlimm. Ich finde, zu zweit ist aber auch, ähm... Also, besser ist es zu viert, weil du... Einer ist immer der Arsch. Ja. Und es ist so schön, wenn du abhaust und der andere kümmert sich dann um den dritten, oder so. Ah! Nein! Ey! Ey! Siehst du? Shit, 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 shit! Jetzt geht er! Nein! Der ist auch noch freiwillig runtergesprungen. Ja, das war gut. 3 zu 1. Rutsch, ah, mit den ekligen Fleischwürsten, die da runtergefallen kommen. Das ist so widerlich. Das sieht echt eklig aus. Das geht auf, ne? Das ist wie so ein Müll. Ich wollte springen! Ich wollte doch nur drüber springen! Ich muss nicht mehr was machen. Mann, das ärgert mich. Das ist ein guter Level. Den hätte ich kein Länger gespielt. Man darf den Klappen einfach nicht zu nahe. Die U-Bahn ist toll. Da ist er, die U-Bahn. Geil. Nichts Besseres, als wenn beide unten sind und wissen, gleich kommt die U-Bahn. Und jeder versucht den anderen. Keiner kommt hoch und dann werden sterben beide. Ah, okay, sie ist abgestürzt. Mann! Nee, HDMI stand da. Ja, das ist ein Vorzeichen, dass er abstürzt. Ja, komm, das hat keiner gewonnen. Das ist in Ordnung. Ja, okay. Na gut, okay. Das hat keiner gewonnen. Das war ein faires Match. Auf jeden Fall. Aber das machen wir irgendwann nochmal. Das ist einfach jetzt gerade offensichtlich, hab ich hier nur Probleme. Ich muss da irgendeinem, ich glaub, ich hab da irgendeinen Shit installiert, der einfach irgendwie nicht ... Weil das ist eigentlich ein neuer Rechner. Er lief super, bis ich angefangen hab, einfach rotz, kiloweise Mods und alles draufzupacken. Ähm, au, das ist aber was. Vielleicht werd ich dir kurz zeigen. Vielleicht geht das nämlich. Ähm, und ich übe ja für ... Oh, ich muss neu starten, ne? Der ist komplett im Arsch. Ich übe für Speedrun da alle, Resident Evil 2, den Speedrun. Äh, ich wollte eigentlich heute, das war auch so einer der Pläne, heute damit anfangen. Weil ich das mal übe. Und hab mir dafür neue Skins geholt. Und die wollte ich dir zeigen. Die find ich lustig. Ähm. Es gibt zum Beispiel ja auch, es gibt ja, wenn Mr. X auftaucht, äh, kennst du diese Mod, dass immer, ich's gonna give it to you, äh, das DMX-Lied. Ja, genau. Das kann halt immer, wenn der so durch die Wand bricht oder so. Und das ist halt genau das, was du halt nicht hören willst. Äh, und sowas gibt's, das dürfen wir leider aber nicht machen. Moment, ich muss kurz in die Kamera gucken. Ach komm, ey. Diese neuen, diese neue Scheiße, ne? Du, du kennst mich doch. Ich bin der Typ, der immer, der immer die Pornos guckt. Hahahaha. Jetzt komm, Alter, sicherstellen, dass sie's sind. Dann gib mir doch einfach die Möglichkeit, ein Key einzugeben. Fassbar. So. Heutzutage will nicht mal der Rechner, ne? Selbst der Rechner sagt, nö. Äh, wenn nicht. So. Ähm. Was wollten wir noch mal machen? Wir haben grad drüber geredet. Du wolltest mir was zeigen. Du wolltest was zeigen, ne? Hab ich gesagt, was? Was war's denn noch mal? Ich hab's hier nicht gesagt. Oh, wir haben eh Werbung. Pass auf, folgendes. Wir machen kurz noch Werbung. Dann überleg ich mir, was ich dir eigentlich zeigen wollte. Dann versuchen wir, das zu laden. Und dann spielen wir das noch mal kurz an. Und ja, und dann gucken wir, was der Tag, der heutige Abend noch so alles für uns hat. Mit Day, meinem alten Freund aus Kindertagen. Von dem ich unglaublich dankbar bin, dass er heute den ganzen Tag schon mit mir abhängt. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Bleibt dran. Grat Time. Da sind wir wieder. Der Tag will nicht enden heute hier. Ich hab jetzt was gestartet, was ich meinem Kumpel Day heute zeigen wollte. Er ist ein großer Resident Evil Fan, schon immer gewesen. Oh, ich hoffe, es läuft überhaupt. Ich seh nämlich grad, die Regie kriegt jetzt wahrscheinlich grad kein Bild rein. Hier muss ich nämlich noch umstellen. Ja, und Resident Evil kennt ihr natürlich sehr. Und wie ich schon, oh, ich muss das mal, ich hör grad alles doppelt und dreifach. Wie ich schon erwähnt habe, hat sowohl mein Freund Day als ich damals auch, haben wir wie die Wahnsinnigen immer versucht, Resident Evil schnell durchzuspielen. Weil man dann auch diese ganzen Boni bekommen hat. Ihr erinnert euch an den Raketenwerfer. Und das alles gibt's hier jetzt natürlich auch. So. Und ich hab ja Ende Halloween, also Ende Oktober zu Halloween mit Gregor ein Rennen. Der wollte heute auch noch mal vorbeikommen. Ich hab ihn jetzt nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich hat er gesehen, dass hier voller Betrieb ist und hat sich nicht mehr getraut. Aber er ist natürlich immer herzlich eingeladen. Ähm, jetzt muss ich hier grad mal alles noch auf voll machen. Oh, das läuft dann auch. Regie, ihr sagt mal Bescheid, ob ihr jetzt ein Bild bekommt, ne? Jetzt ist eingestellt auf 1080. Habt ihr ein Bild? Super! Okay. Ähm, willkommen. Wartet jetzt eigentlich kurz noch auf ... Obwohl, ich zeig euch vorher mal ... Lasst mal kurz das Spiel noch nicht. Ich hab Angst, dass man irgendwie die Sachen sieht, die ich jetzt gleich zeigen will, und das dann irgendwie Ärger gibt. Denn es gibt auch Dinge, die nicht so ... Die ich lieber nicht zeigen will. Also, manche Leute haben ja auch was gebaut. Das ist okay. Das ist zum Beispiel, das können wir jetzt zeigen. Das ist jetzt der Sexy Leon, den ich mir geholt hab als Skin für unseren Speedrun. Leider ist hier der Mr. X, ist, glaub ich, hier nicht dabei. Ich muss mal gucken. Ich dachte, wir spielen einfach mal eine Runde. Du kannst ja kurz mal von Resident Evil noch ein bisschen erzählen. Wir können ja zusammen unsere Resident Evil-Erfahrung mal ... Ähm, das darf ich nicht klären, Claire Katz da unten. Ähm, ähm, das ist zu eklig. Da hat jemand irgendwo was da sehr detailliert nachgebaut. Ähm, okay. So. New Game. Ähm, erzähl doch mal, wie war das damals? Als du das ... Im Grunde warst du der erste Speedrunner, den ich kannte. Weil du tatsächlich es wirklich immer wieder versucht hast, immer schneller und schneller zu werden. Hast du irgendwann dann nur noch mit Raketenwerfer gespielt eigentlich? Du hast ... Aber dann geht's ja noch schneller. Genau, aber dann geht's ja noch schneller mit dem Raketenwerfer. Du kriegst den Raketenwerfer ja, ähm, wenn du es ... Oh. Auch, glaub ich, unter vier Stunden. Nee, unter zwei Stunden. Resident Evil 1 war unter zwei Stunden. Ja, äh, ich glaub, 90 Minuten sogar noch. Ja, unter zwei Stunden musstest du's schaffen, und dann hast du diesen, den Rocket Launcher bekommen. Und hast du den zweiten auch ... Ich mein, ich hab, du weißt, ich hab den geliebt, aber hast du den auch gespielt, den zweiten Teil Resident Evil? Ich hab den zweiten Teil auch gespielt. Oh Gott, guck, vielleicht ist das nicht ... Aber ich find's nur fair, dass die Männer auch mal ... Aber nicht so krass gesuchtet Resident Evil 2, ehrlich gesagt. Weil ich mir, ich fand ... Das war mein Suchtspiel. Das hab ich mehr gesuchtet als alles andere. Ja, ich fand damals irgendwie von 1 zu 2 war doch eine Umgewöhnung, weil bei 1 waren ja Zombies noch eine Rarität, wenn sie denn mal da waren, weißt du? Krasse Atmosphäre und alles. Bei Resident Evil 2, das war mir persönlich dann ein bisschen zu viel. Ja, es war so wie ein Alien und Aliens einfach ... Statt einem Alien dann ganz viele. Und so war's ja auch. Statt dem Haus hast du die Stadt und so. Ich muss aber sagen, mir hat's ... Für mich war's ... Nee, es ist ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Es ist ein super gutes Spiel, auf jeden Fall. Aber für dich ist es eher 1, ne? Genau. Das ist schon interessant, okay. Kannst du dich erinnern? Sorry, Barti. Probably. Diese ganzen Sprüche, Mann. Kannst du dich entsinnen? Wir haben einmal komplett Resident Evil synchronisiert. Ja. Weißt du das noch? Das hab ich erzählt, keiner glaubt es mir. Nein, weil das war eine PC-Demo, wo alle Dateien frei verfügbar waren. Also, du konntest quasi in die Sounddateien rein. Das war so lustig. Das ist unfassbar, oder? Das ist so lustig. Heute ist das natürlich das simpelste Modding, was man sich vorstellen kann. Aber wir haben, ich weiß noch, die Pistole hat so Furzgeräusche gemacht. Ja. Und die Zombies haben so, wenn sie gestorben sind, so, oh, ich leg mich mal lieber hin, oder so. Irgendwie haben sie so geredet, so, ja, okay, komm, scheiße. Das ist schon mal gar nicht gut. Ich mach jetzt hier wirklich keinen richtigen Speedrun, aber kann ja mal ein bisschen spielen, ne? Aber diese Mods mit dem Ex-Gon-Givitor, hast du jetzt auch hier drauf, oder? Nee, die dürfen wir aus musikalischen Gründen, wegen Gamer und so, dürfen wir die nicht benutzen, weil es müsste dann rausgeschnitten werden. Ich hab sogar hier, wenn ich jetzt den weiblichen Skin nehmen würde, der Bikini trägt, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auf Twitch ärger geben wird. Hat das jetzt mit dieser Dings zu tun? Da gab's doch Beef irgendwie, äh, weil, ähm... Oh Gott, nein, sie hat ja wirklich das an. Also, es tut mir leid, dass sie jetzt diesen Skin anhat. Da gab's doch Beef wegen, wegen diesen, oh, mit dem YouTube, mit den Rechten und so. Was ist das wegen, oder was? Also, bei Musik ist es halt einfach, genau, ist es halt ein Problem, weil die rechte Inhaber... Ja, 10 Millionen Leute benutzen jeden Tag Musik in ihren Videos, die sie selbst zuschauen. Ja, du darfst es, also, du kannst immer Probleme kriegen, aber generell, wenn du es kommerzialisierst, und wir machen das ja unbewusst automatisch, weil wir ja überall auch Werbung haben im Stream und so, sobald du es kommerzialisierst, darfst du es nicht mehr machen. Aber kennst du diese, ähm, diese Fucklife-Videos? Äh, ja, wo sie immer was, freezen und dann kommt die Tüte noch so ein, und dann kommt immer so Gangster-Rap. Das ist ja im Prinzip auch recht widrig. Das ist ja, also, du bist der Anwalt, aber du bist ja nicht dein Fachgebiet, aber diese ganze... Ja, aber das ist echt ein krasses Thema, weil Memes, jeder benutzt heute was, wie viele Bilder gibt es irgendwie von, weiß ich nicht, von Herr der Ringe, also, diese typischen Memes, die man kennt, das sind ja alles Frames aus Bildern, aus Filmen, die eigentlich rechtemäßig gar nicht benutzt werden dürfen, aber ich persönlich finde, dass man das neu regeln muss. Also, gerade diese... Ja, gut, ich meine, Satire zum Beispiel ist ja faktisch gar nicht mehr möglich, wenn du irgendein Kram nicht mehr benutzen darfst, weißt du? Ja. Es gibt ganz viele Probleme, wenn man sich wirklich dran hält. Man darf ja eigentlich gar nichts mehr machen. Wir müssen uns wirklich sehr dran halten, und es stört mich enorm, weil ich teilweise nicht mal mehr... Ich darf nicht einen Beitrag von Game Two auf meinem Sender zeigen, obwohl von uns das produziert wird, weil wir da rechtlich auch an der Grenze sind, wo wir sagen müssen, nein, Funk bezahlt uns dafür, dass es in einem Nicht-Werbeumfeld läuft, deswegen darf ich das dann nicht in einem anderen Umfeld zeigen. Obwohl, aber ich dürfte aus einem anderen Video wahrscheinlich einen Schnipsel zeigen. Nur dadurch, dass ich weiß, da ist es ganz besonders schlimm, darf ich's halt nicht. Aber am Ende des Tages ist es ja völlig bescheuert. Weil ich mach ja Werbung eigentlich, oder? Für die Dinge in dem Moment. Naja, aber da könnte man ewig drüber diskutieren. Aber hast du denn das Remake gespielt? Hab ich den nicht sogar in Key oder so? Das Remake... Nee, das Remake... Willst du? Hab ich... Nee, das ist ganz lieb. Vielen Dank. Ich hab... Das Remake hab ich dem Norbert geschenkt. Ja, das ist ja auch gut so. Weil er gesagt hat, oh, da kommt drauf... Er ist ja auch großer Resident Evil-Fan, ja. Warum auch nicht? Und das hab... Dann hab ich ihm geschenkt und dann sind wir hin, also bin ich zu ihm und dann hab ich ihm im Prinzip hab ich gechillt da gesessen, hab schön Süßkram gesnackt und hab ihm beim Zocken zugeguckt. Ah, dein persönliches Let's Play sozusagen. Das war mein persönliches Let's Play. Mein, ja, mein Real-Life-Let's Play. Und er hat's halt gezockt und ich hab schön zugeguckt, war super entspannt. Aber ich selbst hab's nicht gespielt. Ja, ich würd dir jederzeit... Ich hab hier noch eins liegen. Wir haben die netten Menschen von Capcom in der PC-Version zukommen lassen. Ich hab aber schon einige drauf. Nee, aber ich würd's nicht spielen. Okay. Warum nicht, Mann? Es ist so gut. Es ist wirklich alles, was du dir wünschen kannst. Ach, er hat sogar ein Rookie-Tattoo. Er sieht auf jeden Fall besser aus als auf der Base, finde ich. Ja. Oder? Es geht. Es gibt tatsächlich noch mal Texturpackages, mit denen's noch mal besser aussieht. Ah, deswegen wahrscheinlich. Nein, nein. Der ist nicht aktiviert. Das ist jetzt original. Das ist original. Es geht aber noch besser. Und es gibt vor allem ganz viele Lichter-Packs, Licht-Packs und so, wo du quasi ein bisschen was an der Optik einfach änderst und es noch ein bisschen schauriger machst. Das find ich voll echt, dass er sich da direkt in die Lache reinlegt. Ja, wir würden's bestimmt genau so auch machen. Ja, ich würd einfach mit dem Auto direkt weiterfahren. Er macht deine Autos kaputt, aber er hat doch noch 10.000 andere Autos. Weißt du, was mich an Resi 7 echt enttäuscht hat? Die Rätsel sind immer noch genauso sinnfrei wie bei Resident Evil 1. So richtige Schwachsinnsrätsel, wo du einfach, du gehst halt irgendwo hin, da musst du hier irgendeinen Schüssel einsetzen und dann passiert irgendwas. Das find ich ein bisschen schade. Das sind die klassischen, leider die klassischen Resident Evil-Rätsel, aber es gibt dafür so was wie diese Schattenrätsel, die fand ich ganz innovativ. Mit der Spinne, wo du dann so drehen willst. Du hast so ein Holzding oder so und ein Licht und musst quasi ein Symbol erzeugen, in dem du drehst. Das fand ich relativ originell. Aber das meiste ist nicht so geil. Das stimmt schon. Ich hab's mit Brille gespielt bei einem Kollegen, Resi 7. Und? Ich hab Platin geholt. Ich hab das Spiel sechs oder sieben Mal durchgespielt. Ich kenne wirklich das komplette Spiel auswendig. Dann gibt er mir die Brille, setzt die Brille auf. Ich kenn's auswendig. Ich weiß, ah ja, okay, jetzt steht sie wieder auf und jetzt kommt sie die Treppe hochgeklettert. Aber ich konnte es nicht spielen. Ich hab's wirklich zehn Minuten gespielt und gesagt, ey, ich kann's nicht. Ich hab's abgenommen, obwohl ich es auswendig kannte. Es war einfach zu krass. Du gewinnst dich aber dran. Ich hab's in der Zeitweise, also ich hab's zum Großteil nur gespielt in VR, weil ich irgendwann schon so drin war. und du kannst dich so schön bewegen. Ach, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Bin schon falsch gelaufen. Oh, doch noch. Du kannst nicht mehr an denen vorbeilaufen, aber nur, wenn du schnell bist. Nee, warte mal. Komm, komm, komm. Aber er ist doch so stark. Diese Klaus-Up ist voll. Er will auch was haben von dem schönen Marvin. Aber was mit ihm im Original das alles ein bisschen anders ist, das weißt du schon noch. Weil sie haben die Story ja hier ein bisschen verbessert. Also Marvin ist jetzt halt wirklich ein vollständiger cooler Charakter und nicht einfach nur ... Ich hab nicht mehr so detaillierte Erinnerungen, ehrlich gesagt. Easy 2. Ohne Scheiß. Ich geb dir mal eine Version mit, die du dann eh nicht spielst. Und dann kannst du das mal spielen. Das haben sie auch bei Resi 7. Genau so, weißt du, auch so Tape über so einen Kasten, weißt du, über einen Messer. Weil du es sonst nicht auskriegst. Tape ist nicht wie sonst. Wie soll ich es denn sonst machen? Genau. Ich spiele einfach weiter, ne? Warum nicht, ne? Ja, klar. Dann siehst du mal ein bisschen was. Ich hab's ja schon gesehen. Genau, du hast ja schon gesehen, ja. Aber sicher nicht so unfassbar schnell. Und nicht mit so einem unglaublich hübschen Männerkörper. Ich mach's auch eigentlich jetzt grad nur noch für die Community, die es einfach sehr gut finden. Die sich das gerne anguckt. Normalerweise werden ja immer Frauen genommen für sowas. Das find ich aber schade. Da bin ich voll für Gleichberechtigung. Ja, der sieht ja auch gut aus. Muss ich selbst mal gucken. Ich hab das alles schon wieder vergessen, wie eigentlich der Speedrun nochmal geht. Genau. Ich glaub, ich muss ganz hoch und oben noch was holen. Hättest du gedacht, dass das irgendwann mal so aussehen wird? Ich weiß noch, wie wir uns immer diese Render-Videos auf Playstation 1 und dann immer gesagt, irgendwann wird's mal so aussehen. Ja. Ach nee, hier ist ja gar nichts. Ich bin falsch. Scheiße. Und jetzt ist es soweit. Ja, ja. Alles falsch gemacht gerade. Mann, diese Lichteffekte und alles. Das sieht wirklich, wirklich super schön aus. Hm. Oh, jetzt, ich hab eine Sekunde in den Chat geguckt. Passiert immer. Ich hatte, hier hatte ich, glaub ich, mein Bestes war bisher leider nur 1,20 oder so oder 1,20 oder vielleicht sogar 1,34 irgendwas so. Also, 27, 34. Keineinhalb Stunden nur. Ja, aber es geht, aber es ist halt schon, ähm... Also, jetzt würd ich das jetzt schon nicht mehr. Ich würd jetzt neu starten, so zum Beispiel. Das müsste ich eigentlich hier, ich hab aber jetzt, was schon lange her ist, sogar die... Ja, aber du kannst hier auch... Kombination vergessen... Du kannst hier nicht auch alle jederzeit speichern. Du brauchst ja auch hier einen Speicherort, oder? Nein. Was? 12, 7, 15. Man kann auch hier nur an den... Nee. Auch nur hier an den Dingern speichern. An den Schreibmaschinen. Ich lauf mal ein bisschen durch. Kannst du bei den Speedruns dann auch so einen Etappentimer laufen, oder wie? Ja, das ist super, dass du es fragst, weil dafür hab ich mir eigentlich... Ich hab das auf der PS4 angefangen zu Speedrun und hab mich dann entschlossen, es jetzt gerade das erste Mal am PC neu zu starten, weil da du diesen geilen Etappentimer hast, den ich jetzt aber noch nicht installiert habe. Okay. Mir war es erst mal wichtiger, ihn nackt als Mod zu haben. Ist auch ein wunderschöner Anblick. Ja, also ich guck da anderthalb Stunden drauf, da will ich schon auch was haben von ihm. Und ihm ist es egal. Was steckt da hinten an seinem Arsch? Das ist nur das Messer. Ach so, okay. Aber ein bisschen faltig, also leichte Falt, aber das ist ja nur normal. Das ist ja authentisch. Ich hätte den auch so zugekniffen, wenn ich hier die ganze Zeit hier rumlaufen würde. So. Ach ja, jetzt muss man runter, ne? Das ist ein Helikopter. Und man ist relativ schnell, hat man die ersten, wo man eigentlich eine Stunde oder Länge verbraucht hat, die haben sie in zehn Minuten schon abgehakt, wenn du weißt, wie lange man muss. Manchmal kann man hier noch ein bisschen abkürzen, den Dialog abkürzen und schon mal, ne, geht nicht. Aber du denkst jetzt schon zwei, drei Schritte voraus, oder? Jetzt gerade versuche ich mich nur dran zu erinnern, wie es früher war. Also ich bin jetzt nicht schnell, ich spiele einfach nur. Aber normalerweise machst du so, bist die ganze Zeit am Tackern und irgendwie weißt sofort, was du machst, bist immer ein, zwei Schritte voraus, genau. Jetzt zum Beispiel müsste ich gerade nachdenken. Ich weiß es einfach nicht mehr, schon so lange her. Wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Ich habe den Schlüssel genommen, jetzt muss ich, ah, okay, ja, jetzt muss ich die, muss ich ne Sicherung finden. Die ist eigentlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, genau. Ja, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Naja. Ärgerlich, alles scheiße gerade. So, hier ist nämlich das Ding, wo ich eigentlich hin muss. Normal würde ich mich ja gar nicht kriegen, weil ich bei allem dann schon so schnell bin, dass man da dran vorbeiläuft. Und hier ist immer der Part, der nämlich immer verkackt. Hier kannst du halt ganz viele Sachen einsammeln, aber du brauchst sie nicht alle. Und irgendwann, wenn du es falsch machst, hast du dann keinen Platz mehr. Und das ist, du kennst ja auch noch von den alten Teilen, dass du schnell Probleme bekommen hast. Inventarprobleme. Mit dem Inventar, genau. Aber da, war das nicht so, dass die Claire immer zwei Plätze mehr hat? Genau, exakt so. Ja, genau. Da, komm, verpiss dich doch. Ah, hier, genau. Ja, sieht echt schön aus. Oder? Das Spiel. Jetzt haben wir gerade echt eine Menge schon gemacht. Wir müssen jetzt auch nicht weiterspielen. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen dir das zeigen. Ich finde es einfach immer wieder geil. Ich spiele es auch sau gerne. Und wie gesagt, ich werde jetzt, das ist so mehr oder weniger einfach nur eine Ankündigung, dass ich im Laufe der nächsten Tage wieder anfangen werde. Das ist so Speedrun. Ich bin sehr enttäuscht mit meiner Leistung. Er auch. Guckt in euch an. Ah! Ah! Es ist so kalt. Guck mal, das sieht echt wirklich krass aus. Wie das mittlerweile ist. Ich finde aber diese brutalen Szenen finde ich noch schlimmer. Wenn wirklich Blut und Kröse drin ist, dann sieht das schon so echt aus, dass man sich echt Sorgen machen muss irgendwie. So, zeig noch mal Claire. Nee. Claire hat zwei Tüten mehr. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ja, komm, ich zeig sie trotzdem mal ganz kurz, damit die Leute zufrieden sind. Ich weiß, dass sie jetzt jeder sehen will. Äh, Story, New Game und Claire. Das finde ich aber ein bisschen bedenklich, weil bei den Kerlen haben sie sich noch Mühe gegeben, sag ich mal, es lustig zu machen. Also, der Mr. X hat zum Beispiel dieses Biohazard-Symbol auf seinem Tanga und so und bei den Frauen einfach knallert, nee, Hauptsache, sie haben kurze Sachen an und man kann überall mit der Kamera hinfuhren. Und dann, das Geile ist, die Modifikationstexte von dem Typen, der die Mod gemacht hat, er fängt so an mit, okay, ihr habt eine Skirt-Variante für die, die streamen wollen und lieber irgendwie was Jugendfreies sehen wollen, dann habt ihr aber auch die Tanga-Variante und dann so die Änderung, okay, ich hab die Skirt-Variante auf vielfachen Wunsch entfernt, okay, ich hab jetzt noch mehr Fleisch bei der Tanga-Variante, okay, ich hab die Tattoos entfernt, so, die wollen einfach nur fucking, ne, kauft euch doch einfach ein Porno. Ach ja, und das Beste war das Zitat am Ende, ich hab jetzt auf vielfachen Wunsch auch die Brustphysik wieder hinzugefügt, dass die auch ja wippen, ne, aber ich wette, mit sowas könnte man bei Twitch schon fast Probleme kriegen, deswegen bin ich da sehr vorsichtig jetzt und mach einfach nix und, also, oder, das ist schon sehr eng, also, ich mein, ihr wisst, was ich meine, ne, es ist halt einfach, so, kann man sich jetzt nicht an, werd ich nicht machen, nein, das ist, das brauchen wir nicht, aber ihr könnt euch das natürlich gerne, selbst runterladen oder andere Sachen runterladen. Nein, Mama, ich lad grad runter! Ich kann nicht kommen zum Essen. So, wir hören jetzt auf damit. Bitteschön. Das ist übrigens hier, den könnt ich euch auch nochmal zeigen, den müsst ihr haben, damit ihr die ganzen Mods benutzen könnt, Fluffy Manager 5000. Kann man sich mal merken, ist ganz nice. So. Holla die Waldfee, wir haben 18 Uhr, ne, wir machen jetzt kurz mal Pause, Frage ist jetzt, lieber Heiko, willst du denn jetzt noch hierbleiben, weil, also, eigentlich brauche ich dich nicht mehr. Dann gehe ich jetzt aufs Essen. Das meine ich, du hast ja deine Partnerin da, ihr wollt ja was essen, ich hab ein bisschen das Gefühl, ich raube euch den ganzen Tag, aber das war, das war mir ein inneres Blumenpflücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehen wir uns denn heute noch dann, vielleicht? Du meinst, du gehst noch auf eine Party oder so? Wir gehen nochmal weg heute, ja. Gehen nochmal weg, dann lass uns auf jeden Fall nochmal telefonieren und dann, ich bin hier noch wahrscheinlich eine Stunde oder leider ein bisschen länger, mal gucken. Dann quatsch wir danach nochmal. Alles klar. Ey, Hammer, kurz nochmal, danke an den Chat, ihr wart heute sehr brav, normalerweise sind es immer so neun Leuten gegenüber nicht immer aufgeschlossen, in deinem Fall hast du das gut gelöst, die Leute mögen dich und danke an den Chat, wie gesagt, sehr guter Gast, sagen sie auch, hier kriegst du deine Herzen, kannst du schön ein bisschen dein Ego pumpen, kannst du schön, hm, geiler, geiler Gast, Mensch, sieht ja aus, schmeiß den Simon und nur noch den Day ab jetzt, das wünschen sich die Menschen. Ne, war mir echt ne Freude, Alter, komm her, du bist ja allerbeste, ihr wisst, wie ihr rauskommt, macht einfach die Tür zu. Genau. Ich kann ja leider jetzt nicht, obwohl, wir machen kurz Werbung und dann sind wir gleich wieder da und dann machen wir bei Cratchmore Time nochmal, starten wir nochmal ein Spiel, das wollten einige und dann fangen wir wirklich an, dieses Spiel zu spielen und machen das, was ihr hier gewohnt seid, das machen wir aber gleich nach der Werbung, bis dann. Cratchmore Time, Cratchmore Time, Cratchmore Time. Hi. Da sind wir wieder, der Day ist jetzt weg und wir haben noch eine Stunde. Erstmal nochmal danke, war echt ein schönes Ding. Ich hoffe, es war euch nicht zu viel Gelaber. Muss auch mal sein, muss auch mal sein, finde ich, und es ist natürlich eine seltene Gelegenheit, die ich auf jeden Fall nicht einfach so an mir vorübergehen lassen wollte. Und er ist auch jemand, der halt immer wieder noch Geschichten hat. Er hat so Geschichten, leider, es ist wirklich so, leider habe ich ihm versprochen, dass ich die Top 10 seiner Geschichten nicht erzähle. Ich habe nicht mal angefangen, Geschichten von ihm zu erzählen, wirklich, glaubt mir. Ich versuche in seinen Ewigkeiten dazu zu überreden, einfach einen Podcast zu machen, um diese Geschichten, die ich kenne, einfach mal zu erzählen. Aber er, ja, weil er, er ist Anwalt, da willst du vielleicht diese Geschichten eben nicht draußen haben. Aber es ist hammerlustig, also hammerlustig. Einer der lustigsten Menschen, den ich kenne. So, und auf jeden Fall mit Abstand der beste Worms-Spieler, den ich kenne. Das, äh, kann man, glaub ich, so sagen. Gut. So, jetzt haben wir endlich hier wieder Ruhe für uns ganz alleine. Ich hab hier mein Steam-Account. Wir könnten irgendwas spielen. Ich würde echt, also, wir haben jetzt mal die Wahl. Wir machen mal ein Vote. Jetzt noch einmal mit Gefühl für die letzte, sagen wir mal, Stunde. Was soll ich spielen? Also, was ich hier habe, ist Blasphemous, da haben wir eben kurz reingeguckt. Kann man sich jetzt vielleicht einen Gedanken schon machen, ob das gut ist oder nicht. Renegade X haben wir auch schon kurz reingeguckt. Würde ich zumindest auch nochmal weitermachen. Und, ähm, was haben wir hier noch? Das ist halt schwierig. Ich kann gerade nicht genau sagen, was davon neu ist und was davon älter ist. Äh, Regie, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne sehen wollt? Irgendeine Sache, wo ihr sagt, ey, mach doch mal äh, Distance. Ich weiß gerade nicht. Welche noch? Also, die beiden, die ich jetzt genannt habe, die müssen mit in den Vote. Telling Lies. Nehmen wir das doch noch. Können wir auch nochmal ne Stunde reingucken. Das ist mal was ganz anderes. Also, die Möglichkeit, Renegade X, Blasphemous oder Telling Lies. Das Schöne bei Blasphemous wäre, dass jetzt viele von euch wahrscheinlich mitspielen und deswegen vielleicht Interesse haben. Nein, ich kann leider kein Control, ich kann leider die Sachen nicht, äh, weiterspielen, die ich jetzt schon mal angefangen habe. Das wäre die falsche Sendung dafür, aber das kommt alles. Control hab ich außerdem so viel aufgenommen, das kommt nächste Woche alles. Ähm, sehr, sehr viel. Ah. So, was schreibt ihr? Spiel was altes, Renegade, Worms, Frontschweine, VRV Classics, ja, leider nicht, Resident Evil 2 Speedrun. Ich hab gerade beim Speedrun gemerkt, dass ich das nicht mehr im Kopf habe. Ich kann den nicht jetzt. Ich kann das jetzt nicht speedrunnen. Das wären zwei Stunden, das bringt nichts. Ich muss das erst mal lernen wieder und reinkommen. was hab ich nicht mehr. Ich hab so viel und komm nicht hinterher, ne? Place for the Unwilling, Lamplight City, ich weiß teilweise nicht, was das ist, ne? Mountain, Move or Die, oh, Jadomeo hab ich schon gespielt, ja, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Everything, das klingt irgendwie auch interessant. Ah, ihr könnt jetzt gerade wählen, wir warten kurz ein Minütchen. Everything, und ich seh ne Kuh. Hm? Während der Boot läuft, starte ich kurz mal was anderes, nur so ein bisschen zur Ablenkung, und zwar Everything, einfach nur, weil mich der Titel gerade interessiert hat. Ich hab das ja offensichtlich mal gekauft und auch runtergeladen und sogar in meine Favoriten gepackt, damit ich's irgendwann spiele. Frage ist eben nur, ist es wirklich ein gutes Spiel? Ja, weil ich grad die Frage sehe, wie steht es um den Knetkopf? Es ist okay, also der Knetkopf, er ist jetzt vor allen Dingen, äh, ist er hart. Und, ähm, ich finde, also hier sieht man hinten übrigens, das ist ganz lustig, hinten sieht man die Riffel von dem, ähm, von dem Ofen natürlich, von dem Blech, äh, dem Gitter. Und ich finde auch, wenn man's vergleicht, ne, stimmt schon, also die Ohren, sie sind anders. Die sind nicht unbedingt viel anders, aber sie sind schon anders. Und Ohren sind wichtig. Ähm, die werd ich, die hab ich jetzt natürlich nur so halb geknetet, ne, und das ist wie gesagt eben nur die Dummy-Form. Da werd ich quasi was wegschnitzen, noch ein bisschen was verbessern, die Rillen in der Mitte, das alles hier, das ganze Gegröße, aber dazu brauch ich eigentlich mal ne Nahaufnahme von meinem verdammten Ohr. Äh, und natürlich kommen noch Haar, das ist ja noch nicht, wie gesagt, das ist jetzt nur die Form, auf der dann alles aufgebaut wird, damit ich nicht so viel, ähm, von dem, äh, von dem Sculpey, der ja recht teuer ist, äh, ausgeben muss. Das nur so als Setting, aber wenn ihr jetzt unbedingt wollt, können wir natürlich mir auch schon mal jetzt ne Frisur machen oder irgendwie gucken, wie das dann aussieht, ich weiß gar nicht, wie könnte das denn, so schnell kriegt man das natürlich auch keine Frisur hin, ne. Was ist denn hier mit dem Spiel, mit dem tollen Everything? Okay. This game belongs to Mon. Regie, ihr könnt das abgreifen, oder? Ihr seht das. Ah, okay, hier ist der Vote gleich. Ihr könnt noch weiter voten. Telling Lies, Renegade X oder Blasphemous. Kurz noch mal gucken, bevor's hier losgeht mit dem Spiel ist, oh, schon vorbei. Das ist ja abgefahren. Was genau ist dieses Spiel? Ich kann denken. Endlich mal etwas, wo ich denken kann. So, scheinbar läuft dieses Spiel von alleine. Das gefällt mir. Ah, warte mal. Ich will einmal kurz die Haare, jetzt hab ich damit angefangen, aber die Knete ist leider so, hart im Moment. So. Fertig. Hier sind die Haare. Ich würde sagen, Simon ist fertig. So. Ja, das machen wir alles ein andermal, ne? Aber ihr seht, wie schnell es geht. Aha. Äh, okay. Ein sich rollender Affe. Okay. Roll ich so? Ist das die Fortbewegung? Das ist meine Art der Fortbewegung? Ernsthaft? Okay. You are Schimpansi. Okay, ich muss sagen, ich find's jetzt gerade sehr faszinierend, aber es ist halt auch echt da bescheuert erstmal. Ähm, X2 Icons. Ich kann also Dinge sammeln. Okay, das ist nichts Besonderes, aber ich kann auch meine Gedanken äußern. Ja, ich seh's, liebe Regie, Renegade X hat gewonnen. Das werden wir gleich nochmal spielen. Ihr könnt's also jetzt gerne schon mal euch auf den Server einfinden. Da ist auf jeden Fall nur einer, der voll ist. Das ist ein sehr interessantes Spiel, aber ich glaube, das wird jetzt gerade für mich zu. Hallo Stein. We've been waiting for you for such a long time. time. Okay. Okay. Warum? Ich muss es einfach verstehen. Warum habt ihr diese Animationen genommen? Kommt ihr euch nicht blöd dabei vor? Ich meine, das ist schon lustig, aber es ist halt auch einfach sehr weird. Aber ich muss sagen, irgendwie mag ich's. Also ich hab mich jetzt schon dran gewöhnt, um ehrlich zu sein. Weil der Rest ist ja dann auch irgendwie so flüssig. Also, das werden wir irgendwann mal spielen, wenn ich verstanden habe, was dieses Spiel überhaupt ist. Aber ich hab's mir gemerkt und es ist jetzt, ich glaub, man kann ja auch speichern, ich hab ja sehr viel erreicht. Ist jetzt auf jeden Fall in meinem Kurzzeitgedächtnis. Sehr seltsames Spiel. So, Renegade X hat gewonnen und das freut mich wirklich ganz extrem, denn ich weiß, ah, seht ihr, da ist der Level, haben wir voll gekriegt, 53 von 64, das heißt, wahrscheinlich sind die meisten, wir haben angefangen, da waren, glaub ich, 19 oder 9 am Anfang auf diesem Server, also wir haben, 40, 50 Leute haben wir jetzt reingebracht in dieses Spiel und das freut mich total. Oh, jetzt schreibt jemand, wie das Spiel funktioniert von eben. Nein, Simon, du kannst dich von dem Affen in andere Dinge verwandeln. Okay. Hm. Oh, du musst ein bisschen leiser machen. So. Cool. Ach ja, come on, Conker, man. Ach, das jetzt hört, ne? Nein, er war nicht so schlecht, natürlich nicht. Aber wir haben halt gespielt, ich habe in dem Fall auch gewonnen und es war halt so geil, dieses Gefühl endlich auch mal wieder gewonnen zu haben in diesem dreckigen Missspiel. dann haben wir es ja leider nie wieder gespielt. Ah. Okay, das ist jetzt, offensichtlich wird hier gerade mächtig gekämpft. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt, ich bin überhaupt noch nicht drin. Ich versuche jetzt erst mal ein bisschen von außen anzugucken. Und das Schöne ist, dass man ja im Command & Conker immer die Leute, die kleinen Mannequins von A nach B geschickt hat und eine Person war nichts wert. Ein kleiner Soldat, den hast du ja eigentlich mehr oder weniger einfach stehen lassen. Da brauchte man schon 100 zu davon. Und sowas hier war dann auch ein sehr kleines Fahrzeug eigentlich, was wirklich wenig Feuerpower hatte, wenn man es mal im großen Maßstab sieht. Und hier merkt man plötzlich, dass selbst die kleinen Einheiten total wichtig sind. Mann, das ist, ja, ich dachte, der andere Kollege hilft mir. Das Gun Gameplay ist noch mir ein bisschen zu zuckelig. Vielleicht muss ich hier auch mal was noch umstellen bei mir. Und zwar, ach komm, ich mache auch mal Texturen alles auf Ultra, ne? Alles auf Ultra. Ja. Mouse Sensitivity auch ein bisschen runter. Ich glaube, hier wird gerade meine Basis zerstört. Und ich weiß auch nicht, wie es eigentlich funktioniert, dass man auch mal dann eben einen Panzer bekommen kann oder dass quasi jemand für mich was produziert, was ich dann benutzen kann. Alter, jetzt hat gerade jemand von oben den Airstrip. Ja, okay. Das war's. Aber guck mal genau, sogar der Airstrip sieht genau so aus. Mann, ist das cool. Das war jetzt das Ende, natürlich unspektakulär. Gruß an alle. Auch mal hier. Gerne. Hi, RBTV. Yeah. Schön, mal ein bisschen Werbung machen. Damit die auch wissen, wo das herkommt, warum hier heute so viele Leute sind. So. Ich hoffe, dass jemand von euch so gut spielt, dass ich mehr oder weniger nicht viel machen muss. Wie kann ich jetzt spielen? Wie komm ich in die nächste? Ach, die nächste Map wird geladen. Okay. Weil ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was, wie, wo funktioniert. Das ist ja eher ein primären Shooter und kein Strategiespiel, aber vielleicht ist es ja so, dass man trotzdem Gebäude bauen kann, obwohl ich das nicht glaube. Aber es muss ja eine Möglichkeit geben, in einen Mammutpanzer reinzukommen zum Beispiel. Und dann fängt der Spaß nämlich erst richtig an. Und ja, es sieht nicht so geil aus, wie man es heute gewohnt ist, aber jetzt guckt doch mal, es ist halt einfach Kommandengunke. Ich würde am liebsten jetzt gleich und ich warte immer noch auf so ein Spiel. Battlefield hat es leider nicht geliefert, dass man hier jetzt auch noch mit den Ressourcen, die man nach und nach sammelt, eben neue Gebäude bauen kann und, und, und. Das ist so ein bisschen das, was ich gerne noch hätte. Und hier sehen wir auch, wie kurz und wie klein die Maps eigentlich sind. Das ist wirklich wie eine ganz simple One-on-One ja, Strategie-Map. Da waren die auch immer sehr klein. So ein bisschen wie in Red vs. Blue. Einfach Blattgalsch. Man ist in dem Canyon, man kommt nicht raus, man weiß irgendwie nicht, warum man hier überhaupt ist, aber man weiß, der Gegner muss sterben. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Natural Selection, was mir ja auch ein, ein inneres Vergnügen ist, weil ich es immer wieder gut finde. Ist das einer, nee, ist ein Feind. Warum hält der so viel aus? Okay, ich versuche mal abzuhauen. Ich will mir ja alles noch ein bisschen angucken. Eigentlich müssten wir ja hier durch dieses Tiberium auch ein bisschen Strahlenschaden kriegen. Das wäre ja eigentlich nur fair. Da ist er, der Sammler. Und den könnte man jetzt eben auch anschießen. Ja gut, in dem Fall war das ein Fehler. Ich hätte natürlich mehr mitspielen müssen. Kann man auch anschießen, kann man dann auch. Er heilt zum Beispiel gerade die Power Plant. Ja, super gemacht. Oh, ich sehe, man kriegt Credits, also kann ich wahrscheinlich meine Credits einfach sammeln. Und mir dann eben irgendwann Fahrzeuge kaufen, so wie man es ja irgendwie auch erwartet. Automatik Rifle, Pistol und C4. Das ist ja mein Harvester, okay. Ja, genau, der wird schön abgesichert. Ah, toll, ne? Diese Höhle, wo beide rein wollen mit ihren... Warte mal, kann ich jetzt nicht das C4 nehmen? Naja, gut, komm, baller ich dich so ab. Ich wollte eben mit C4 von hinten, aber am Ende hat was doch einfach drüber zu fahren. Und wie gesagt, spiel es umsonst. Also, äh, Gemecker ist ja, ist ja okay, weil es ist nicht optimal so, aber es kostet halt nichts und es bringt die alten Renegade-Erfahrungen und Feeling, finde ich, gut rüber. Das Problem von Renegade ist wirklich, dass sie, glaube ich, nie selbst wirklich dran geglaubt haben und auf diesem, sag ich mal, auf dem Hype einfach auf dem Höhepunkt aufgehört haben, sich um so was wie Renegade zu kümmern, dass es mal in ein neues Gebiet, in ein neues Genre übergeht, in die Marke. Und dann haben sie ja irgendwann Generals gemacht und Generals war cool, gefällt auch vielen, aber hat ja völlig von dieser Marke rausgezogen. Also da gab's kein GDI, kein Not, es gab nicht mal die Fraktionen, die man jetzt aus Red Alert kannte oder so, sondern einfach nur was Neues, was cool ist, aber was eben leider dazu führt, dass man so eine Marke verbessert und ein bisschen verliert im Laufe der Zeit. Ich wünschte, die werden alle nicht so schnell. Es wirkt so ein bisschen gewuselig. Welche Map ist eigentlich fast egal, also die heißt Volcano, aber ihr könnt eh nur, es gibt eh nur einen Server, auf dem im Moment wirklich ernsthaft gespielt wird und das ist unser Server. Da solltet ihr hingehen. Shit, 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 shit. Man braucht ja eigentlich andere Waffen, also dafür ist die, ja, dann könnte ich ja alles mit C4. Ich werfe mal ein bisschen C4 hin. Kann ich ja wahrscheinlich gleich zünden. Kann ich das nicht zünden? Wie kann ich das zünden? Jetzt zum Beispiel, wenn hier so einer von denen kommt, hätte ich zünden können. Ja, es ist zu viel gewuselt, das merke ich jetzt schon. Das ist immer ein Problem fürs Aiming, das macht dann nicht so viel Bock, das ist eben kein Battlefield. Ich glaube, es muss auch oder muss so sein oder ist so, weil, ja, weil die Gebäude und die Fahrzeuge und das alles ja so in derselben Engine auch und ich denke, dass es einfach nicht zu 100% zusammenpasst alles. Alter, wie kann man denn so viel daneben schießen? Was ich brauche, ist ein Panzer. So, gleich werde ich mir mal die Kaufmöglichkeiten angucken für neue Waffen und, und, und. Ah, aber das ist so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, dass die Vehikel kommen, man irgendwie versucht, den Harvester zu beschützen und als kleiner Marine und als kleiner Marine ist man halt eigentlich nur, äh, man ist Kanonenfutter. Gibt man ja hier bei den Gegnern, ne? Ich futter meine Kanone, als gäbe's morgen nichts mehr, ne? Als wäre All You Can, All You Can sterb. Ja, ich habe ein sehr gutes Team bei mir, die natürlich enorm profitieren davon, dass ich Motivations Weltmeister bin und dass die Schüsse, die immer in die falsche Richtung gehen, zumindest zeigen, wo sich der Feind befinden könnte. Der kleine, ich bin so ein Leitstrahl. Ist hier halt gar nichts, ne? Bin ich alleine jetzt? Na, ein paar. Wie viele passen auf den Server? 64. Oh, der Server ist voll. Ähm, das ist aber gut, mal sehen die Punkte runter, Nord gewinnt aktuell, das ist furchtbar. Dann müssen wir was machen. So, ich bin in der Weapons Factory, jetzt kann ich das hier auch bauen, oder? Wie kann ich mir was bauen? Ähm, Purchase Terminal. Okay. Ah, Engineer, Characters, können wahrscheinlich irgendwas Besonderes. Items, will ich, oh ja, will ich irgendwas, kann ich ein Airstrike? Nee. Oh. Medium Tank ready. Vehicle, ich will, eigentlich will ich ein Vehicle, ne? Sind die schon alle weg jetzt? Da hat es mir alle weggeklaut. Scheiße. Nein, nehme ich Grenadier. Und gleich hole ich mir auch noch einen Panzer. Da, er hier. Kann ich in den rein? den hat sich jemand wahrscheinlich gesichert. Schön reserviert, aber das ist halt der kleine Panzer, Medium Tank. Alle wollen natürlich den Mammut, aber der war auch okay. Wenn man davon viele hatte. Und was immer schön war bei Renegade, wenn man es geschafft hat, sich in die gegnerische Basis so reinzuschleichen, dann hat man die angefangen, aus irgendeiner Hecke raus kaputt zu machen. Und die Leute wohnen völlig wahnsinnig, weil ihr Gebäude kaputt geht und sie ständig reparieren müssen und keiner weiß, woran es liegt. Und das war echt toll. Alles sehr simpel, aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Ich glaube, dass das mit dem Granatwerfer hier schon ganz gut funktioniert. Eigentlich kann ich auch schön um die Ecken ballern. Oh, wenn das nicht gerade vom... Ja, sag ich doch. Da sind sie alle. Raketenwerfer, Medium Panzer, Medium Panzer. Hardcore, so will ich es haben. Eigentlich nur komisch, dass die Splash Damage so schwach ist, dass die Mannequins das alles überleben, aber dann wäre es vielleicht auch zu... Ach, das ist auch ein Commander. Ach ja, klar. Ja, fuck. Der ist ja richtig krass. Nee, nee. Dem gehe ich mal schön aus dem Weg, Alter. Der Commander ist der krasseste, den du überhaupt haben kannst. Nicht mit mir, nicht mit dem Commander. Man könnte jetzt natürlich meckern, dass es immer wie in Call of Duty oder so immer diese Schläuche gibt oder auch im Battlefield, in denen man sich, in denen sich der Kampf sammelt. aber in dem Fall muss man ja irgendwie zum Feind kommen und das ist eine kleine Map. Ich bin gespannt, ob man auch... Also 64 scheint ja das Maximum zu sein. Ah, seht ihr? Da ist der Feind. Oh Mann hier. Nur geiler Shit. Genau, und mit dem Landepad kommen ja immer die Waren an, sozusagen. Zumindest im Strategiespiel kann ich da jetzt einfach runter. Wollen wir da runterballern? Ich raff gar nicht. Komm, wir machen mal auf die Raffinerie. Oh, das wird nichts. Die haben sogar unsichtbare Panzer jetzt. Fuck. Da ist gerade hier drüben ist der unsichtbare Panzer rumgefahren. Geronimo! Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht Geronimo. No! Geronimo! Dann vielleicht hier rüber. Du Sau. Ey, hier waren doch eben noch zehn Leute, aber wir müssen... Sind die alle abgehauen, ne? Fuck. Ah, okay. Kann ich den hier auch purchasen? Ah, okay. Das kann ich ja aber überall. Jetzt würde ich mir schon wünschen, komm, wir nehmen mal so ein Item. Ja, schwierig, weil sich das leider ja alles unterhalb befindet, ne? Aber vielleicht werde ich den... Kauf ihn mal. Das könnte aber schwer sein. Ah, gut, dass jemand sagt, was wir brauchen. Leider habe ich nicht richtig zugehört. Da will ich hin. Genau, zu dem Ding. Nur auf der gegenüberliegenden Seite und dann von da den Airstrike. Weil hier im Tunnel bringt der natürlich nichts. Vielleicht komme ich auch nicht bis dahin. Das sieht so aus als... Ne. Fuck, ich komme nicht hin. Hier ist auch alles... zu... Vielleicht sieht einfach keiner. Ich baller mal nicht. Damit die mich nicht sehen, baller ich sie nicht an. Oh, shit, hinter mir ist einer. Ich habe es doch schon direkt gesehen. Okay, mal gucken, ob das klappt. Nein. Nein. Falsch! Aber ich habe es geschafft, oder? Jetzt zeigt mir doch wenigstens... Diese Kamera, sie zeigt mir noch nicht mal meinen großartigen Erfolg. Den ich... Meine Opferbereitschaft ist unerreicht. Ja, komm, machen wir mal einen Marksman. Schade, dass ich keinen Panzer nehmen kann, aber ich verstehe, dass den jeder haben will. Ja, es sagt jemand auch zu Recht, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Man muss es natürlich immer mit bezahlten Spielen auch vergleichen. Aber ich heire Leute, die so viel Liebe übrig haben und Zeit und Kompetenz und Talent, um, ja, solche Geschichten dann zu entwickeln über eine lange Zeit rum. Die sind gerade mit irgendwas gelähmt oder verstärkt? Fuck. Da, okay. Bin ich tot? Bin ich in den Panzer rein? Was ist jetzt? Ich bin der Panzer! Aber ich kann nicht fahren. Jetzt bin ich wieder raus. Ich hatte, glaube ich, jemand rausgekickt. Eigentlich müsste ich den ja reparieren jetzt, ne? Oh! Auf der anderen Seite sind auch Panzer. Oh, ne, bis in die Lava. Aber schade, konnte ich überhaupt nichts machen mit meiner Sniper. Ja! Vehikel! Äh, Medium Tank! Natürlich nehm ich den. Geil! Okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Man muss natürlich zusammenspielen, glaube ich. Und man kann deutlich besser zusammenspielen, wenn man sich irgendwie abspricht und alles, als das, was ich jetzt hier mache. ist das jetzt mein Panzer? Habe ich den überhaupt gekauft? Wo ist denn mein Panzer? Ich gehe nochmal rein und frage nochmal nach. diese Panzer, von denen sie reden. Sind die jetzt weg? Naja, mal gucken. Sagt mal. Sagt mal bitte Bescheid, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Eigentlich müsste der doch jetzt hier da rauskommen. Genau. Alter, der Mammut. Jetzt guckt euch den mal in echt an. Was für ein riesiges Ding das ist. Das war der schönste Moment, wenn man die in Command Conquer nur noch bauen konnte. Da, ist das jetzt meine? Ja. Ha! Danke, Hailey. Hailey mit Wiley. Du machst das gut. Ich dachte gerade, wer... Aber die blockieren auch alle ein bisschen den Weg schon. Ich glaube, dass eine andere Map besser wäre. Eine, die ein bisschen offener ist, wo nicht direkt diese zwei sich... Diese zwei Gänge, wo man sich automatisch immer verstopft, ne? Da steht doch einer. Der macht doch irgendwas. Ich bin hinter dem Stein ein bisschen. Ah! Geil. Schön den Harvester. Ey! Ja, okay. Man muss ein bisschen aus dem Weg gehen. Man macht sich natürlich automatisch angreifbar. Aber letztendlich alles für die... Alles für die Brut. Äh, hier. Komm. Schön... Schön den Harvester. Ernten. Abernten. Da kommt der mit seinem Flammenpanzer. Das interessiert mich doch nicht. Der ist gegen Infanterie, Alter. Weiß ja gar nichts. Wir haben ihn! Den fucking Harvester! Ja! Die Ernte eingefahren! Schön, schön. Gut. Jetzt muss ich... Ja, jetzt muss ich raus. Klar, das habe ich ein bisschen zu viel Feuer auch abbekommen. Aber das war, finde ich, ganz geil. Hat gut geklappt. Mammoth Tank ready. Wen hatte ich noch nicht? Mache ich mal Engineer und... Oh, nee, noch ein Vehicle. Da nehme ich das Mobile Rocket Launcher System. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer drin ist, der gerade die Raketen steuert. Ja, scheinbar schon, weil ich kann eigentlich nur fahren. Nein, unser Harvester! Lass den nicht rein! Nein, lass den da nicht rein! Ey, ich bin einfach nur Mitfahrer. Ich kann nur nicht mal fahren. Ich mach gar nichts. Das ist ja voll unfair. Ich hab das Ding bezahlt. Ist das der andere vielleicht? Ist das hier meiner? Da ist er! Das ist er. So sieht's aus. Ja! Gut. Schaut euch das an. Professionell machen sie das. Sehr gut. Das ist halt so ein Bombardement. Eigentlich müsste ich hier aber nur die ganze Zeit stehen. Genau. Oh, 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 den Soldier. Der kriegt auf die Backen. Da haben die alle gar keinen Spaß dran. Eigentlich müsste man nur hier stehen. Aber ich glaub, wir haben's fast geschafft, ne? Wir sind, ähm, 7000 zu 8000. Wir haben, ähm, not auf jeden Fall einiges schon abgezogen. Wir haben, glaub ich, unsere Ressourcen jetzt besser verteilt. Ah, ups, ne? Ah, ups, ne. Ja, hast du so gedacht, dass du da einfach so rein kannst? Leichter Panzer. Ist nicht so leicht. Alter, der Spacken da oben war das. Das ist bestimmt so ein Kommando, ne? Diese Drecksäcke. Kann ich, ich kann hier nicht rüber, ne? Hier verliere ich Energie. Verliere ich hier Energie? Verliere ich hier Energie? Ja, ich verliere hier Energie. Ein riskantes Manöver. Aber was macht man alles nicht, um hier so jemanden zu erledigen, der mich nicht mal sieht? Er sieht mich einfach nicht. Oh. Naja. Jump is calling for surrender. Nein. F2, Alter. No retreat. Never surrender. Noch irgendwas? Schönes Vehikel. Ja, es gibt ja nicht so viele, ne? Einen Mammut, den hab ich leider nicht. Immer nochmal ein Medium-Tank. So, ein schönes kleines Spiel, überschaubar und spaßig. Boah, wie gängel ich denn auch? Diese zwei Rohre, ne? Einfach zwei. Wer hat zwei Rohre? Das ist total bescheuert. Aber geil. Medium-Tank ready. Ist da einer, der weiß man eben nicht, wie böse sind. Ha! Boim! Das ist gar nicht so schlecht. Zwar ein dummes Geräusch, aber wenigstens kriegt man mit, dass man jemanden erwischt hat. Oh, oh. Da kommt der leichte Tank. Der hat keine Chance gegen mich. Das ist doch mal ganz gut. Das ist doch mal ein anständiger Kampf. Oh, oh. Artillerie. Gar nicht gut. Ja, das war klar, ne? Was soll ich denn da auch machen? Ich hätte einfach entkommen müssen. Vielleicht kann ich... Oh, oh, oh. Ich würde gerne hin mit dem C4 und den halt so richtig schön professionell... Ja, boing! So, wir können jetzt kurz mal überlegen... Oh, haben wir nochmal hier... Ne, hab ich nicht. Ob wir eventuell noch was gleich nochmal was anderes machen. Ah, hier sind, guck mal, die sind alle nochmal krasser. Mobius zum Beispiel. Ja, okay. Da muss man natürlich Geld für haben. Immerhin, komm, der ist... Komm, der Grenadier ist frei. Fußvolk ist tatsächlich kostenlos. Das gemeine Fußvolk. Jetzt habe ich das Gefühl, also wir wieder was abkriegen, ne? Jetzt sind wir hier von hier oben schon... Jetzt haben wir sie schon so weit, dass sie uns von hier angreifen. In unserer eigenen Basis. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, wann komme ich rein? Jetzt, oder? Wenn man die Explosion nicht mehr sieht, ist es richtig. Ja. Ich glaube, die sind weg. Okay. Ja. 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 Ja, natürlich, der hatte irgendein Laser-Ding, ne? Laser-Chain-Gunner. Der war teuer. Er hat sich schön nach oben gekauft mit seinem Geld. Das ist alles, was er kann, sich was kaufen. Na, er macht's richtig. Schön im Gebäude. Ganz halt die Wand anstrahlen. Medium Tank ready. Die haben auch alle keine Feldbetten. Keine Feldbetten, keine Schränke. Hier, in diesem Krieg, wird einfach nur gekämpft und gestorben. Ja, jetzt hier könnte ich die eigentlich ganz gut. Ja? Ach so, da war ein Panzer. Hab ich gerade jemand erschossen oder überfahren? Ah, Sniper. Machen wir nochmal. Ah, ja, wo stehe ich denn da auch? Natürlich kriegt mich die Splash-Damage. So, das sieht ja aus wie das alte Renegade. Genau, heißt ja auch Renegade X. Und ist das neue Renegade. Ähm, das alte neue Renegade, sozusagen. Ach ja, da nehme ich noch einen Schrotflinter. 13.000 zu 9.000. Ärgerlich. Enemy Nuclear Strike Beacon placed. Heißt das bei uns oder bei denen? Damit beendet man natürlich auch sehr schnell so einen Kampf. Indem man die Gebäude zerstört. Er hier zum Beispiel hat, macht's genau richtig. Hey, 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 hey. Aber er ist noch der Böse. Der zerstört auch unsere Basis, Leute. Okay, einmal noch. Nein! Die schöne Waffenfabrik. Wer war das? Er war das, ne? Ne. Warum? Jetzt kriegen wir voll auf den Sack. Jetzt ist das Ende angesagt. Ja. Uh, holler die Waldfee. Jetzt ist die Scheiße bei uns im Kochen. Alles brennt. Rette sich, wer kann. Nur noch. Alles nur noch. Hören Sie auf. Ich bleib hier drin. Ich geh in die Kantine. Ja. Hammer. Äh, das war's. Wir haben auf jeden Fall verloren, würde ich mal sagen. Simon Lover, seh ich hier ganz rechts. Ein paar interessanten Namen sind auf jeden Fall dabei. Grüße mal an Freund der Butter, an Repair Bitch, an all die anderen Leute, die vielleicht heute nur wegen uns da sind. Oh. Buildings need repair. Ist doch mal vielleicht ganz gut. Soll ich mal einen kleinen Tipp geben, damit ihr das wisst? Oh. Danke. Hab ich doch gerne gemacht. Bleiben wir jetzt alle hier in diesem verbrannten, toten Gebäude. Fertig. Äh, Leute von euch sagen es auch. Ja, Volcano ist eine zu kleine Map. Das stimmt. Die ist wirklich ein bisschen zu klein. Ah, schön. Was war denn gerade beim Vote auf Platz 2? Ich würde dann nämlich nochmal in das zweite Spiel reingucken, was gevotet wurde. Ich weiß es nur nicht mehr, welches auf Platz 2 war. War es? Äh, Moment. Könnte es dieses, ähm, ich glaub ich weiß, welches war. Die Regie kann gerne sagen, wenn sie's noch weiß, war es unter Umständen Telling Lies. Oder war es was anderes? Claire zeigen war Platz 2? Nein, nein. Wir haben doch Claire gezeigt. Wir haben doch Claire gezeigt. Äh, Blasphemous waren auf jeden Fall auch noch einige. Ja, komm, dann, bevor wir jetzt ein drittes Spiel anfangen, äh, ach komm, scheiße, wir fangen ein drittes Spiel an. Ich hab jetzt einfach Bock, was Neues zu spielen. Ähm, ja, weil ich's auch noch nicht gespielt hab. Und zwar gibt's hierzu auch eine Geschichte. Und zwar haben ja, ähm, der Gunnar und ich, äh, haben ja Twilight Zone, unsere großartige Sendung, die nie wieder lief, die nur einmal lief, wo wir, ähm, Her Story gespielt haben. Und, äh, ich hab vergessen welche noch. Es waren noch ein paar andere, äh, diese FMV-Adventures von früher, nur eben in heute. Und, ähm, ich würd das gern mal wieder spielen. Aber Gregor, äh, Gunnar ist ja, Gunnar ist ja völlig beschäftigt, nach der gar keine Zeit mehr jetzt für so Plebs wie uns. Jetzt, wo er bei Steuerung F, äh, langsam, aber sicher das Ruder übernimmt mit seinen herausragenden Beiträgen. Äh, hat einen sehr schönen Beitrag gehabt übrigens jetzt über sein Stock-Footage-Bild. Könnt ihr euch gerne mal angucken auf Steuerung. Könnt ihr euch gerne mal angucken? Der Trend geht zur Zweitfunke. Äh, immer eine zweite Funke parat haben, wenn Simon redet. Denn jede Funke hat nur eine Kapazität von zwei Milliarden Wörtern. Der handelsübliche Simon verbraucht auf zehn Stunden drei bis vier Milliarden Wörter. Insofern kommen sie schon, wir kommen schon weit. Aber ob sie's heute noch bis zum Ende der Sendung schaffen, ich weiß es ja nicht. Nehmen Sie lieber eine Zweitfunke mit. Ähm, so wurde das denen, meinen Handhabern und meinen Mechanikern, die mich jetzt mal vorbereiten und ölen und so, äh, wurde das denen so gesagt. Ähm, ja. Her Story, und das ist jetzt der Nachfolger, der inoffizielle Nachfolger. Es ist dasselbe Team, äh, die jetzt aber was anderes machen. Ähm, es ist wieder ein, ich nenn's mal Found-Footage-Adventure, weil man sich hauptsächlich durch Archive, E-Mail-Archive oder Video-Archive oder was auch immer, graben muss, so war's zumindest beim Original. Und dem Fall sozusagen auf die Spur kommt und auf die Schliche. Aber eben nur, äh, quasi in der Retrospektive, in dem man sich nachträglich alles anguckt. Apropos gucken. Technik-Karma, meine Freunde. Es geht halt wirklich heute nicht. Ähm, aus irgendeinem Grund will das Spiel sich jetzt auch nicht starten lassen. Es ist schwarz. Es ist schwarz, okay. Das ist dann ein gutes Zeichen, dass man das vielleicht ein andermal macht, wenn wir wissen, ob's und wie's geht. Äh, Schöne geht Launcher. Enden. Mal alles beenden. Gut, dann bleibt mir wirklich keine andere Wahl. Und ich fand's ja auch eigentlich sehr gut. Und ich wollt's ja auch spielen, als Blasphemous spielen. Ähm, ja. Team 17, das ist lustig, weil das sind ja auch echt die, die Worms gemacht haben. Das hat der, äh, Döps vorhin gar nicht mitgekriegt. Ähm, das hätte ihm vielleicht dann das Spiel ein bisschen spannender gestaltet. So. Falls der Gregor zuguckt, ne? Du bist herzlich eingeladen. Du kannst immer gerne kommen. Wir können auch gerne irgendwas machen. Ich hab zwar nur noch 15 Minuten, ähm, aber du bist herzlich eingeladen, hier immer vorbeizukommen. Ähm, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht im Anschluss noch irgendwie ein After Dark oder so mache. Äh, aber ich glaub, ihr habt jetzt auch genug, ne? Ich glaub, man muss es ja auch nicht übertreiben. Okay. Das findet ihr ein Review dazu findet ihr in der nächsten Game-Two-Folge. Hier brauche ich noch einen Schlüssel. Okay, oben und X. Ach ja, so, ne? Ah, das ist ein Schalter. Ich mach mir ein bisschen lauter, Sekunde. Ich bin Deo Gratias. Witness to and narrator of the acts of the greed of the miracle. Such is my penance. As yours is silence. The cradle of affliction is what he is. Tut mir leid, wenn ich kurz reinreden muss. Ich hab eben einfach mal so gesagt, dass ich vielleicht noch ein After Dark mache. Ich hätte auch nichts dagegen, aber ich hab das nicht abgeklärt mit der Regie, ich hab das nicht abgeklärt mit den lieben Menschen, die jetzt schon sieben Stunden ihres Alltags mir geschenkt haben und euch. Und ich hab noch nicht geklärt, ob das überhaupt machbar ist. Ich mein, die haben ja vielleicht auch einfach Termine. Ich weiß zum Beispiel, dass heute Abend von Rocket Beans eine Party ist. Also insofern, ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt gleich noch irgendwas machen werde. Du nimmst es mir nicht übel, nimmst niemandem übel. Ich hab da vielleicht einfach ein bisschen zu schnell geredet gerade. Aber ich weiß auch nicht, dass ich nicht, wie ich weiß. Aber was ich weiß, ist, dass, according zu der Regie, man muss die drei Humiliations zu bekommen, zu bekommen, zu was sie schützen. Ein von ihnen muss sich in den hohen Häusern beformen, ein anderer in den Däpfen von einem Dörr, und der letzte, an den Ende der Straße, schraubt von Mons, die aus einer Iron Spirale entdecken. In den Böden des Böden, take diesen Thorn und place ihn auf der Handel von deinem Sword, wenn, wenn die Zeit kommt, als du deine Weapon feststellen, du merkst, dass es dich verletzt, und macht dich blöden. Dass du, mit mehreren Thorn sprühten von dir, riecht über die Figur des Böden, schraubt in den Knob, das bedeutet, dass du auf der Merse des Grievenes Miracles bist. entweder für seine Verletzung oder für seine Verletzung. Das ist ein sehr interessantes Spielkonzept, bisher. Entschuldigung, ich muss das kurz ein bisschen klicken. Wir haben leider nicht so mega viel Zeit und ich will dir auch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Ist das ein... Er sieht schon so aus, als will er... Macht mir aber eigentlich gar nichts, ne? Doch! Oh! Ach, die laufen einfach nur so... Ah, okay. Reutgeschrittene Technik parieren, okay. Okay! Oh, die laufen nicht! Und dann. wie soll ich jetzt? Ich bin hier nicht! Oh das ist. Oh, sieh! Oh! 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 Okay, machen wir mal, oder? Ein Lied, das während des Feiern einer untergegangenen Stadt gesungen wurde. Seine Kraft durchdringt Böden, Mauerwerk und Decken und fügt den Feinden des Büßers Schaden zu. Okay. Ich verstehe. Das ist halt echt so ein bisschen was wie ... Ich meine, ich nehme an, dass es auch darum geht, das Ganze ist irgendwie die Unterwelt und hier wird gebüßt für die Missetaten, die man im echten Leben anderen angetan hat, nehme ich mal an. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht ganz ohne. Hm, wie komme ich denn jetzt da links hoch? Müssen wir vielleicht ein anderer mal machen. Ah, Sumpf. Ach Gott, furchtbar. Na, komm. Nein, ich will ... Ich will den Move von eben noch mal machen. Schade, hat nicht geklappt. Ein Baby in einem ... Okay, ja gut. Ich will aber keine 38 Babys. Ich will nicht mal eins. Okay. Ich will diesen ... Ich geh mal hin und drück Y. Ah, hat nicht geklappt. Ich will das mal probieren. Der Finisher, der war so schön vorhin. Der Finisher, der war so schön vor. Ich will das mal sehen. Ich drücke hier natürlich alle Buttons, in der Hoffnung, dass ich diesen... Nein, ich kann den doch offensichtlich jetzt nicht einfach runtersprengen. Da werde ich doch sterben. Okay, na gut. Versuchen wir es mal. Gar nichts passiert. Ich mach mal ein andermal. Ein Fingerglied von Brennan. Boah, unter der Last der eigenen Säule zusammengebrochen. Kann ich sie auch? Oh, warum kann ich denn... Was hab ich davon, wenn ich sie haue? Sie hat doch schon gebüßt. So sieht es zumindest aus. Kannst du mal gucken, ob das noch geht? Nee, sie ist tot. Ja, wer weiß schon, ob das, was wir hier machen, überhaupt richtig ist. Es ist total wie dieses Blackthorn. Es ist exakt so, nur ganz anders. Na gut, ich muss ja auch nicht mit gehen. Ah! Ah! Neidlich! 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 Er ist aber zu alt. Er ist aber zu alt. Er ist aber zu alt. Wir müssen sich einfach verletzen. Und jetzt werden wir noch nicht mehr die 100 werden. Und jetzt werden die 2000 eine gute Idee machen. Du hast keine Energie mehr. Alter! Exemplaris excommunicatones. Du wirst nun aus der Kirche ausgeschlossen. Ja, ähm, für Leute wie mich, ne, die da schon vor 15 Jahren ausgestiegen sind, hört sich das wie blanker Hohn an. Ist eher ne Drohung. Aber dieses biblische Setting ist fantastisch natürlich für derart morbiden Spaß, weil alles da auch völlig irre ist teilweise und morbide und genau passt. Ja, ähm. 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 Mehr Kulpa Macht es schweres zu vergrößern Ach, leider alles nur hier So, jetzt hab ich das hier Fuck Weg, mein Freund Weg mit dem Körperteil, was in der Nähe ist Kann ich das hier auch benutzen? Okay, nee Dann geh ich nochmal ganz hoch Haben die so eine schöne Kirche und müssen trotzdem hier Im Stroh Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Müssen die rumhängen Ah, shit Da komm ich jetzt natürlich nicht lang Oh, nee Ich glaube, das ist ein Spiel, was auch sehr dem Sia gefallen würde Ich muss aber leider Schluss machen Das ist voll schlimm, weil es macht mir echt Bock Aber die Regie erinnert mich dran, dass wir bitte pünktlich sein wollen Denn heute kommt jetzt noch Die Grillshow, auf die freuen wir uns alle Und es kommt noch Was kommt noch, bitte? Leider, schreibt es mir bitte mal ganz schnell OrkenspalterTV, genau, braucht ihr nicht schreiben Weiß ich auch so OrkenspalterTV Zwei richtig gute Sachen Richtig guter Inhalt Ich hoffe, ihr sagt dasselbe über die heutigen paar Stunden War mal was anderes Es hat mir Riesenfreude gemacht Es wird definitiv auch nochmal Cratch-ma-Time geben Und jetzt bitte nochmal das Intro Schön nochmal am Ende Cratch-ma-Time 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 Cratch-ma-Time